Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Fragen wir nach bei Gerrit Sebald, zugeschaltet aus dem Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Gerrit. Also wie realistisch ist denn tatsächlich dieser Vorstoß für Europa eigene Atomwaffen? Ich würde sagen, die große Frage dabei ist dann am Ende, wer hat den roten Knopf, also bildlich gesprochen? Wer würde denn über den Abschuss bzw. den Einsatz dieser Atomwaffen entscheiden? Wenn wir jetzt den Vorschlag von Katharina Barley nehmen, dass es tatsächlich EU-Atombomben gäbe, dann müsste das ja vielleicht die Kommission sein. Wäre dann Ursula von der Leyen als Präsidentin im Endeffekt die, die sagen könnte, wir nutzen jetzt diese Atomwaffen. Oder müssten alle 27 Mitgliedstaaten dann gemeinsam entscheiden, okay, wir setzen jetzt diese Atomwaffen ein. Dann wäre aber laut Experten eigentlich das Prinzip der nuklearen Abschreckung dahin, weil das würde viel zu lang dauern, um auf eine nukleare Bedrohung oder auf einen nuklearen Erstschlag zu reagieren. Also diese Vorstellung, dass es jetzt EU-gemeinsame Atomwaffen gibt, die vielleicht auch gemeinsam produziert werden, und die halten viele Experten für relativ unrealistisch, weil auch die Frage ist, wer soll die eigentlich produzieren? All diese Fragen kommen jetzt und deswegen kommt es natürlich auch zu massiver Kritik an Katharina Barley für diese Aussage. Aber tatsächlich muss man sagen, es gibt ja die andere Option und zwar zu sagen, okay, was machen wir eigentlich mit den Atomwaffen, die es in der EU bereits gibt, sprich Frankreich, oder vielleicht auch mit den Atomwaffen, die die Briten haben, kann man da nicht mehr zusammenarbeiten. Das wäre vielleicht eine Option. Gibt es denn Hinweise oder ich sag mal ein Angebot bereits der Briten oder der Franzosen, die da sagen, okay, eigene europäische Atomwaffen brauchen wir nicht. Ihr könnt ja, also Deutschland, unter unseren sozusagen Schutzschirms schlüpfen. Ja, tatsächlich, die Debatte gibt es und die gibt es auch schon länger. Und das ist meiner Meinung nach auch das, was Christian Lindner jetzt angedeutet hat, eben nicht zu sagen, wir brauchen EU-Atomwaffen, die wir jetzt neu produzieren, sondern wir reden erst mal mit den Franzosen und mit den Briten. Und Macron hatte das auch schon öfters angeboten und hat gesagt, wir können darüber reden, wenn es finanziell oder politisches Entgegenkommen gibt, dass wir unsere eigene Nukleardoktrin ändern. Sprich, gäbe es eine Bedrohung für Deutschland beispielsweise, würde Frankreich einspringen mit seinen Atomwaffen, ähnlich wie es ja jetzt funktioniert mit den NATO-Atomwaffen. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen ein anderes Konzept. Diesem Konzept hatte aber der Kanzler in der Vergangenheit noch vor der aktuellen Diskussion immer wieder eine Absage erteilt. Jetzt ist ja Boris Pistorius, wir haben es gehört, geht er in eine ähnliche Richtung. Hier geht es erst mal, den beiden geht es erst mal darum zu sagen, okay, noch ist die USA nicht raus aus der NATO, noch sollten wir diese Gedankenspiele nicht führen, noch sollten wir nicht dieses Säbelrasseln anfangen und darüber zu reden, wie wir mit einer europäischen nuklearen Abschreckung umgehen könnten. Gerrit Sebald, Dankeschön für deine aktuelle Einschätzung. So, Bundesverteilungsminister Boris Pistorius warnt also bei Welt vor leichtfertigen Diskussionen, über europäische Atomwaffen wegen der Trump-Äußerung, gibt ein Interview dazu. Und das ganze Interview hier bei uns um 7.30 Uhr. Ja, und um 10 Uhr geht es dann auch spannend weiter. Da sehen Sie den politischen Aschermittwoch mit Markus Söder, Sarah Wagenknecht, Hubert Aiwanger und Ricarda Lang. Und ab 11 Uhr gibt es dann das Statement von NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. Um 13.30 Uhr dann nochmal ein Statement von Boris Pistorius. Der hält sich dann beim NATO-Verteidigungsministertreffen in Brüssel auf. Und jetzt schauen wir auf das Thema Ukraine. US-Präsident Joe Biden, der will die Ukraine weiterhin mit milliardenschweren Hilfen unterstützen. Er hat das Repräsentantenhaus erneut aufgefordert, ebenfalls zuzustimmen. Doch ob das passiert, ist unklar. Bislang lehnen die Republikaner samt Donald Trump ja weitere Ukraine-Hilfen ab. Der Senat hat jedenfalls sein Ja bereits gegeben. Biden erklärte in Washington, ohne Unterstützung könnte der Ukraine die Munition ausgehen. In dem Entwurf sind auch Hilfen für Taiwan und Israel vorgesehen. Insgesamt geht es um Mittel in Höhe von rund 95 Milliarden US-Dollar. Russische Streitkräfte haben zivile Infrastrukturen der zentralukrainischen Stadt Dnipro angegriffen. Das berichtet der Bürgermeister der Stadt. Nach Angaben örtlicher Medien seien in einigen Teilen Dnipros Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. In der Stadt Odessa hat die ukrainische Luftwaffe den Angriff eines russischen Marschflugkörpers verhindert. Allerdings hätten Teile der abgefangenen Rakete zwei Gebäude beschädigt. Das teilte das Militär mit. Ja und es ist die Waffe, die immer kriegsentscheidender wird. Drohnen, sowohl Russland als auch die Ukraine rüsten ja nun immer mehr damit auf. Wie die Waffen gesteuert werden, welche Probleme gibt es beim Einsatz? Bildreporter Paul Ronsheimer, der hat eine Drohneneinheit in der Ostukraine getroffen. Der Krieg in der Ukraine, er hat sich in den vergangenen zwei Jahren stark verändert. Drohnen bestimmen auf beiden Seiten über Sieg und Niederlage an der Front. Aus Bunkern gesteuert dienen sie der Aufklärung, aber auch dem Töten. Ich will mehr über diese Form der Kriegsführung erfahren. Wer steckt hinter den Killer-Drohnen, wer stellt sie her und können sie am Ende den Krieg wirklich entscheiden? Dazu treffe ich eine Drohneneinheit in der Ostukraine. Hier trainieren Männer das ferngesteuerte Töten von Russen. Ohne Risiko? Wie gefährlich ist das für dich, wenn du selbst an der Front bist und diese Drohnen steuerst? Es ist natürlich gefährlich. Die Leute denken immer, man sei als Drohnenpilot weit weg von der Front, aber das stimmt nicht. Wir sind zwei bis drei Kilometer entfernt. Aber die Angriffe der Russen treffen uns wie alle anderen auch. Natürlich nicht so wie die Infanterie, aber es ist auch für uns gefährlich. Drohnen sind aus diesem Krieg offenbar kaum noch wegzudenken. Was die Drohnen angeht, da gab es riesige Veränderungen in den letzten sechs Monaten. Drohnen dienen nicht mehr nur der Aufklärung, sie zerstören auch den Feind. Genau wie Munition benötigen auch Drohneneinheiten ständig Nachschub. An einem geheimen Ort treffe ich die Männer, die diese Fluggeräte und ihre tödliche Fracht bauen. Diese hier kann bei gutem Wetter bis zu 20 Kilometer weit fliegen und trägt dabei bis zu anderthalb Kilo. Ein Mann baut etwa zehn solcher Drohnen am Tag. Wir verwenden elektronische Zündmechanismen, die bringen wir an der Drohne an. Wenn du richtig triffst und der Sprengstoff in einem Panzer detoniert, dann hat die Besatzung keine Chance zu überleben. Das ist das Besondere an russischen Panzern. Anders als westliche Panzer sind die nicht dazu gebaut, die Besatzung zu schützen. In diesem Drohnenkrieg, wer hat da die bessere Position momentan? Russland oder Ukraine? Wir haben damit angefangen. Zu Beginn war die Ukraine deutlich stärker. Inzwischen hat Russland aber aufgeholt und momentan haben sie sogar einen Vorteil. Russland hat die Herstellung zur Staatssache erklärt. Ein Soldat an der Front sagte vor kurzem, der Krieg in der Ukraine, er ist wie im Ersten Weltkrieg. Nur eben mit Drohnen. Und damit guten Morgen von Berlin nach Moskau zu Christoph Wanner. Christoph, es gibt Berichte über einen schweren Militärschlag der Russen bei Avdivka. Welche Informationen gibt es darüber? Also es handelt sich da wohl um einen Ort, der heißt Selidava. Über den haben wir in unserer Berichterstattung noch kaum oder gar nicht gesprochen. Der befindet sich rund 30 Kilometer westlich von Avdivka. Und da soll es einen Truppenübungsplatz geben, auf dem wohl zu dem Zeitpunkt des russischen Angriffs extrem viele ukrainische Kräfte gewesen sein sollen. Unter anderem wohl auch diese berüchtigten Asov-Kämpfer. Also alles Männer, die wohl in den Halbkessel von Avdivka geschickt werden sollten, als Verstärkung für die dort kämpfenden ukrainischen Truppen. Die Russen haben davon wohl Wind bekommen, dass da sehr viele ukrainische Soldaten dicht konzentriert auf einem Ort sind und haben da wohl in zwei Wellen mit Iskander-Kurzstreckenraketen angegriffen. Zuerst wohl mit drei Raketen, die eine große Zerstörung angerichtet haben sollen. Es sollen bei diesem Angriff sehr viele ukrainische Soldaten getötet und verletzt worden sein. Und dann nochmal zwei weitere Iskander-Raketen hinterher, als dann schon die Evakuierungsarbeiten gelaufen sind. Es ist jetzt unklar, wie groß tatsächlich die Zahl der Toten ist. Es gibt hier Angaben vom russischen Telegram-Portal Rebar. Da wird sehr schwammig von einigen Dutzend, vielleicht einige Hundert gesprochen. Tote und verletzte ukrainische Soldaten. Dann kommt das russische Militärblogger-Portal 2 Majore und gibt die Zahl der Verletzten und Toten sogar mit 1500 an. Also es ist sehr, sehr schwierig da den Durchblick zu behalten. Was tatsächlich der Fall ist, ist, dass da ein schwerer Angriff stattgefunden hat. Die ukrainische Seite hält sich dazu wohl relativ bedeckt. Dazu gibt es auch keine genauen Angaben. Also hier tatsächlich einiger Nebel in Bezug auf diesen russischen Angriff auf Selidova. Kurz noch zur Situation in Avdeevka selbst, also in diesem Halbkessel. Da machen die Russen seit Monaten Druck. Das Ziel ist es, die Ukrainer dort einzukesseln. Und den Eindruck, den ich gewinne aus der russischen Berichterstattung ist, dass sich tatsächlich die Schlinge um die Ukrainer in Avdeevka immer weiter zuzieht. Die Ukrainer wohl tatsächlich Probleme haben mit dem Munitionsnachschub, vor allem bei Artilleriegeschossen. Aber das Ganze sehr geschickt ausgleichen wohl mit Kamikaze und Kampfdrohnen der Marke Eigenbau. Die Russen kommen Stück für Stück voran, wie ich das einschätze, haben aber tatsächlich auch schwere Verluste in diesen Kämpfen um Avdeevka. Es fehlt aber nach wie vor der substanzielle Durchbruch, der die Lage in diesem Frontbereich tatsächlich signifikant verändern würde. Christoph, ein Deutscher ist wohl am Flughafen in St. Petersburg festgenommen worden, angeblich, so heißt es, wegen Drogenbesitzes. Gibt es da Hintergründe, weitergehende Informationen? Also was wir hier in Moskau mitbekommen haben, handelt es sich dabei um einen 38-jährigen deutschen Staatsbürger, der wohl via Istanbul aus Hamburg kommend nach St. Petersburg geflogen ist. Als Privatperson hat er wohl eine Online-Bekanntschaft in St. Petersburg, mit der er Zeit verbringen wollte. Und dieser Mann hatte, wie es hier heißt, Cannabis-Gummibärchen dabei. Ich möchte fast sagen, ganze sechs Stück. Aber nach dem russischen Gesetz ist das eben tatsächlich eine doch bedeutende Zahl. Das sind so rund 20 Gramm. Und dafür kann es drei bis sieben Jahre Gefängnis geben. Und das ist natürlich eine Sache, die uns alle sehr hellhörig macht, weil wir ja wissen, wie sowas enden kann. An dem Beispiel Brittany Griner, der amerikanischen Basketballspielerin, die hier 2022 festgenommen wurde wegen minimalen Besitzes von Cannabisöl und dann ausgetauscht wurde gegen den russischen Waffenhändler Viktor Butt. Und jetzt haben wir natürlich alle den Verdacht, dass auch dieser 38-jährige Deutsche dann in den Händen der russischen Justiz dazu benutzt werden könnte, um einen Mann freizubekommen, der in Berlin im Gefängnis sitzt, beziehungsweise in Deutschland im Gefängnis sitzt. Wo genau, kann ich nicht sagen. Dabei handelt es sich um Vadim Krasikow, den sogenannten Tiergartenmörder, der 2019 im Sommer in Moabit einen Georgier umgebracht hat, Selim Khan Khangashvili. Dabei handelt es sich in den Augen der Russen um einen Verbrecher, der für den Tod vieler Russen verantwortlich ist in den Tschetschenienkriegen. Und Wladimir Putin hat sich diesbezüglich auch geäußert im Interview mit Tucker Carlson unlängst und hat gesagt, dass da wohl in Berlin ein russischer Patriot im Gefängnis sitzt oder in Deutschland und dass man durchaus diesen Mann gerne in Freiheit sehen würde. Und das kann natürlich sein, dass die Russen hier ein sogenanntes Austauschkontingent vorbereiten. Juhn Gershkovic sitzt hier in U-Haft, ein US-Journalist. Paul Willen, ein ehemaliger US-Marin, sitzt hier im Gefängnis für 16 Jahre verurteilt. Beide wegen Spionageverdacht und jetzt noch der Deutsche wegen Drogenbesitz. Also das Ganze scheint darauf hinaus zu laufen, dass man hier einen Austausch anstrebt von russischer Seite. Christoph Reicht, vielen Dank. Vielen Dank nach Moskau. Zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten soll Deutschland dieses Jahr wieder zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Das geht aus Recherchen der deutschen Presseagentur hervor. Deutschland soll mehr als 70 Milliarden US-Dollar bei der NATO angemeldet haben. Das wäre eine Rekordsumme. Offiziell werden die Zahlungen heute Vormittag durch NATO-Generalsekretär Stoltenberg anlässlich des Treffens der NATO-Verteidigungsminister vorgestellt. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben auf das verlassene Versteck des Hamas-Führers Al-Sinwa im Gaza-Streifen gestoßen. Al-Sinwa soll samt Familie geflüchtet sein, wie dieses Video einer Sicherheitskamera zeigen soll. Die Angaben zu den Videos, die lassen sich noch nicht unabhängig prüfen. Unterdessen sind die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar über einen Waffenstillstand ergebnislos zu Ende gegangen. Eine unabhängige Expertenkommission soll heute mit der Überprüfung des UN-Hilfswerks für Palästinenser UNRWA beginnen. Israel wirft einigen Mitarbeitern der Organisation vor, an Terrorakten der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Die Vereinten Nationen wollen das nun durch ein Gremium überprüfen lassen. Die USA, Deutschland und auch weitere westliche Länder stellten nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Zahlungen an die UNRWA ein. Damit guten Morgen von Berlin nach Tel Aviv zu Max Hermes. Max, was heißt denn, dass keine internationalen Hilfszahlungen mehr, was bedeutet das für die Palästinenser? Guten Morgen Thomas, guten Morgen Feli. Das bedeutet vor allen Dingen für die Palästinenser, dass sie dramatische Probleme haben, an Nahrung zu kommen, an Trinkwasser zu kommen und auch überhaupt das Nötigste für das Überleben nur zu bekommen. Also im Gazastreifen sind ja seit Beginn der Kämpfe mehr als 28.400 Menschen nach palästinensischen Angaben ums Leben gekommen. Da werden allerdings Zivilisten und Hamas-Terroristen beides gezählt. Aber das verdeutlicht ja trotzdem, wie hoch insgesamt da diese Summe ist. Und viele, viele Menschen mehr, die jetzt bei RAFA aktuell nur mit dem Nötigsten in Zelten auskommen. 1,3 Millionen Menschen, die eben kaum Trinkwasser und kaum Lebensmittel haben. Also das dürfte jetzt nochmal, dass diese UNRWA-Gelder nicht ankommen, eben diese Situation noch einmal verschärfen. Aber auch im Westjordanland, also dem anderen Gebiet, in dem die Palästinenser leben und das nur wenige Minuten Fahrzeit von Jerusalem entfernt ist, ist die Situation dramatisch geworden seit Beginn des Kriegs. Viele Gastarbeiter aus dem Westjordanland, die früher beispielsweise in Israel gearbeitet haben, die können das jetzt nicht mehr. Und die haben da gut verdient in Israel im Vergleich zum Westjordanland, das Fünf- bis Sechsfache. Und dieses Geld fehlt jetzt und die Nahrungsmittel im Westjordanland sind deutlich teurer geworden. Dort ist kein Krieg, aber dort spüren die Menschen die Kriegsfolgen unmittelbar. Ich hatte die Möglichkeit nach Ramallah zu fahren, also der palästinensischen Hauptstadt im Westjordanland, zumindest der kulturellen und der politischen. Und habe dort die Eindrücke über diese Geldnot, über die Verhältnisse, die sich dort extrem verschlechtert haben, zusammengefasst. Schauen wir mal rein in meinen Beitrag. In Ramallah verkaufen sie alles, womit sich zumindest das Nötigste zum Leben verdienen lässt. Frische Kräuter im Bund, Tee für die Kinder auf der Straße und Süßspeisen in heißem Öl frittiert. Mit dem Bus aus Jerusalem bin ich nur knapp eine Stunde hierher ins Westjordanland unterwegs. Doch das Gebiet, mit rund 2,5 Millionen Menschen der größte Lebensraum für Palästinenser, ist durch eine gut gesicherte Grenze von Israel getrennt. Mit dem Krieg im Gazastreifen ist auch hier die Wirtschaft zusammengebrochen. Ein Geldwechsler, der in normalen Zeiten Euro und Dollar in die hiergängigen Währungen Shekel und Jordanische Dinar umtauscht, in diesen Tagen nahezu arbeitslos. Viele Menschen, die zum Arbeiten immer nach Israel gefahren sind, stehen seit dem 7. Oktober ohne Job da, weil sie dort nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten dürfen. Kaum jemand will mehr Geld bei mir wechseln. Einige versuchen sich in diesen Tagen als Straßenverkäufer, so wie Atiyah. Der 28-Jährige ist ohne seine Frau und die zwei Kinder aus Gaza gekommen, wo er keine Arbeit fand. Doch in Ramallah ergeht es ihm kaum besser. Bis zu 60 Schäkel, das sind maximal 15 Euro. Doch auch die staatlichen Angestellten haben kaum Geld. Ihre Gehälter setzen sich aus Steuern und Zöllen zusammen, die Israel im Namen der palästinensischen Autonomiebehörde einsammelt. Doch seit Kriegsbeginn erfolgt die Weitergabe unregelmäßig. Die Folge, die Gehälter werden stark verspätet und nur in Teilen ausgezahlt. Wie mir auch Mohammed bestätigt, der seit 22 Jahren im nordrhein-westfälischen Münster lebt und hier seine Familie besucht. Mein Bruder arbeitet auch in der Polizei und hat jetzt ein paar Monate keinen Lohn gekriegt. Und ich bin froh, dass wir heute die Hälfte Lohn bekommen, nicht den ganzen Lohn. Das ist ein bisschen schwierig. Da arbeiten auch viele Leute bei Juden und jetzt bei Juden zu, darf nicht arbeiten wegen Krieg. Vor den Geldautomaten bilden sich lange Schlangen. An diesem Tag sollen zumindest 60 Prozent des Gehalts aus dem Vormonat fließen. Alle hier warten auf diesen Moment. Um die Zeit bis zur Auszahlung zu überbrücken, haben viele Familien ihre Reserven angetastet, wie mir Schmuckverkäufer Hamad erzählt. In diesen Zeiten kommen viele Frauen zu mir in den Laden und verkaufen ihren Goldschmuck, anstatt selbst welchen zu kaufen. Weil die Gehälter nicht ausgezahlt werden, haben viele Familien kaum Geld, um Lebensmittel zu kaufen. Doch sie müssen ja irgendwie überleben. Auch Hamad selbst hat es schwer. Der lukrative Teil seines Geschäfts, der Verkauf von neuem Goldschmuck, liegt fast vollständig brach. Draußen kommt kurze Zeit später Bewegung an die Geldautomaten. Das lang ersehnte Gehalt endlich überwiesen. Für die Einzelhändler hier in Ramallah, aber auch in anderen Teilen des Westjordanlandes sind diese Zahltage überlebenswichtig, denn viele von ihnen haben über Monate hinweg kaum etwas verdient. Armin Schoman, der für die Regierung arbeitet, wird mit Teilen seines Gehalts zunächst Lebensmittel kaufen. Selbst die 60 Prozent, die sie mir jetzt ausgezahlt haben, reichen kaum zum Leben. Denn seit Kriegsbeginn haben sich die Preise zum Teil verdoppelt. Außerdem muss ich etwas Geld zurücklegen für meinen Sohn, der an der Universität studiert. Deshalb kaufe ich jetzt nur das Nötigste. Die Zurückhaltung auch eine Vorsichtsmaßnahme. Denn wann bei den Menschen im Westjordanland das nächste Mal Gehalt auf dem Konto eingeht, weiß niemand. Geschweige denn, wie viel Prozent des zustehenden Betrags es sein werden. Max, schauen wir nochmal auf die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe. Die gehen ja auch heute weiter. Außenministerin Baerbock kommt nach Israel. Welche Bedeutung hat ihr Besuch? Wie sieht man das in Israel? Ja, ein zweitägiger Besuch. Sie wird sich heute unter anderem mit Ministerpräsidenten Netanyahu treffen, aber auch mit Außenminister Katz und mit dem Oppositionsführer Lapid. Also sich da einen rundum diplomatischen Überblick verschaffen und auch ihre Position verdeutlichen, die da nämlich lautet, dass das militärische Vorgehen, so wie es aktuell jetzt von Israel ausgeübt wird, so nicht weiter möglich ist unter humanitären Voraussetzungen. Vor allen Dingen, was RAFA betrifft, da wird sie sich dafür einsetzen, dass dort ein Korridor, ein sicherer Korridor eingesetzt oder eingeleitet wird, in dem die Menschen dann fliehen können, ohne Angst haben, selbst beschossen zu werden. Also die Menschen, die schon vorher geflüchtet sind und jetzt wieder vertrieben werden aus diesem Gebiet, da möchte sie zumindest für eine Sicherheit garantieren. Unterdessen können wir auch beobachten, dass die Gespräche um eine mögliche Waffenruhe weitergehen. Da gibt es eine hochrangige Delegation, die sich in Kairo versammelt. Also die USA sitzen am Tisch, Katar sitzt am Tisch, Israel sitzt am Tisch und Ägypten selbst. Israel ist da vertreten durch den Chef des Geheimdienstes Mossad, Banea. Und da wird jetzt weiter darum gerungen, wie können Geisel nach Hause können, wie kann eine Waffenruhe aussehen. Diese Gespräche wurden gestern wieder aufgenommen. Und da versucht man jetzt zumindest erst einmal den Rahmen für einen Konsens abzustecken. Max recht, vielen Dank nach Tel Aviv. So und jetzt schauen wir mal aufs Wetter, liebe Maira. Da hast du uns aber was Schönes mitgebracht. Guten Morgen, oder? Guten Morgen. Ein herrlicher Sonnenaufgang. Wo gibt es den? Ach, verbreitet. Allerdings nur nicht heute mehr. Die Aufnahme ist von gestern. Na gut. Und heute so? Ja, Valentinstag. Man kann sich schön kuschelig drin gemütlich machen. Gut, so schlimm wird es nicht. Aber so richtig schön auch nicht. Aber immerhin milder Südwestwind treibt die Temperaturen nach oben, bringt uns aber dafür halt eben auch Regen. Guten Morgen. Dieser gehört zu einer Warmfront des Tieps über Dänemark. Wobei es bei uns im Norden dann aber heute mehr regnet als im Süden dahinter. Also morgen wird es dann aber wirklich sehr mild. Heute breiten sich im Laufe des Vormittags aber wirklich dann auch von Westen her dichte Wolken aus, die gelegentlich leichten Regen bringen. Im äußersten Osten wird es anfangs noch ganz nett sein. Am Nachmittag regnet es dann aber auch dort. Ja, und generell wird es im Norden und in der Mitte ziemlich bewölkt und phasenweise dann auch nass. Nur im äußersten Süden lockert es dann später auch mal wieder etwas auf, sodass die Sonne zum Zug kommt. Und die Höchstwerte bewegen sich schon heute. Ja, im Nordosten und in den östlichen Mittelgebirgen zwischen sechs bis neun Grad. Ansonsten verbreitet schon im zweistelligen Bereich, zum Teil auch im guten, bis hin zu 16 Grad am Oberrhein. Und morgen wird es dort dann sogar noch wärmer mit bis zu 19 Grad. Lokal könnte es auch für 20 reichen. Allerdings zieht dazu dann von Nordwesten her schon wieder neuer Regen auf. Und insgesamt bleibt es dann auch wirklich bis zum Wochenende hin ziemlich wechselhaft. Wobei es dann in der Nordhälfte nasser sein wird als im Süden. Dort kann sich immerhin ab und an dann auch mal wieder die Sonne zeigen. Ja, bis Sonntag gehen die Höchstwerte dann auch wieder zurück. 12 Grad sind immerhin noch drin. Heißt also, für diese Jahreszeit bleibt es weiterhin zu mild. Maira, dankeschön. Sehr gerne. Zu mild finde ich das jetzt nicht persönlich, aber gut. Sehe ich ähnlich. Danke. So, gleich in der Sendung, liebe Zuschauer und Zuschauer, Europa oder Teile Europas denken über einen eigenen atomaren Schutzschirm nach. Nach der Trump-Drohung sollmigen NATO-Ländern militärisch nicht mehr beistehen zu wollen, entbrennt diese Diskussion in Europa, in der EU um eine eigene Atombombe. Dazu gleich mehr. Bleiben Sie dran. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines kleinen Flugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidenten-Attacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren. Willkommen zurück bei Welt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Guten Morgen. Braucht Europa eigene Atomwaffen? Nach den jüngsten Aussagen von Donald Trump säumige NATO-Staaten nicht verteidigen zu wollen. Und angesichts der stetigen Bedrohung durch Russland wird nun auch in Deutschland offen darüber nachgedacht. Ja, sowohl die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley als auch Finanzminister Lindner könnten sich ein eigenes Atomwaffenarsenal in der EU durchaus vorstellen. Verteidigungsminister Boris Pistorius wiederum der Matt im Weltinterview vor leichtfertigen Diskussionen. Ich komme aus Osnabrück und in Osnabrück wird Grünkohl genauso häufig und in großen Mengen verzehrt wie in Oldenburg. Von daher haben wir eine landsmannschaftliche Verbundenheit. Und auch ich bin leidenschaftlicher Grünkohl-Esser. Ja, tatsächlich. Wie essen Sie ihn denn am liebsten? Sehr ähnlich wie in Oldenburg, also mit Schmalz und mit Senf und dazu gerne Pinkel, Kohlwurst, gerne auch ein Stück Kassler. Manche mögen auch Bauchspeck. Am liebsten esse ich dann Bratkartoffeln, aber auch Salzkartoffeln sind okay. Hauptsache der Teller ist voll und der Grünkohl lecker. Und über so einen Teller Grünkohl kann man heute Abend vielleicht auch noch ein bisschen lockerer sprechen als sonst am Kabinettstisch. Auch mit Herrn Lindner zum Beispiel. 300 Milliarden Euro Sondervermögen. Und jetzt ein Vorschlag aus der Union, der diskutiert wird. Was sagen Sie dazu? Wird das kommen? Ich finde großartig, dass sich alle Gedanken darüber machen, wie die Bundeswehr dauerhaft und nachhaltig finanziert werden kann. Ein Sondervermögen ist eine Variante, aber aus meiner Perspektive nicht die beste, weil es um eine dauerhafte Finanzierung um Jahr für Jahr geht, mit der eben nicht nur Beschaffungen und Investitionen sichergestellt werden können, wie mit einem Sondervermögen, sondern auch die dadurch steigenden, laufenden Unterhaltungsbetriebs- und Wartungskosten abgebildet werden. Und das kann man eigentlich nur seriös, dauerhaft mit einem erhöhten Einzelplan. Und daran müssen wir jetzt arbeiten. Vielleicht gibt es ja auch eine Kombination aus beidem. Auf jeden Fall geht es um langfristige Verlässlichkeit für die Bundeswehr und für unsere Lieferanten. Nach den jüngsten Trump-Aussagen macht man sich jetzt aber natürlich noch mal Gedanken, wie es weitergeht, auch in puncto nukleare Abschreckung. Jetzt nimmt die Diskussion wieder Fahrt auf, ob wir in Europa eine EU-Atombombe, sozusagen eine europäische Atombombe brauchen. Was ist eigentlich ernst? Ich kann nur davor warnen, mit dieser Leichtfertigkeit eine solche Diskussion vom Zaun zu brechen, nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Denn das transatlantische Bündnis ist keine Einbahnstraße, war es nie. Und gleichzeitig zeigen wir Europäer seit geraumer Zeit, wie ernst wir unsere Verpflichtungen nehmen. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, um diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Herr Minister, zu guter Letzt, Sie führen seit langem die Beliebtheitsrankings an unter den Politikern. Sie sind auch Verteidigungsminister, jetzt auch Grünkohlkönig. Was kommt als nächstes? Kann ja nur noch Kanzler kommen. Also eigentlich ist die Karriere, wenn man Grünkohlkönig geworden ist, und das auch noch doppelt, erst in Osnabrück vor zehn Jahren und jetzt in Oldenburg, eigentlich kann man dann langsam ans Aufhören denken. Das tue ich allerdings noch nicht. Ich habe als Verteidigungsminister noch sehr viel vor. Vielen Dank. In letzter Instanz wurde eine Straßenblockade von Klimaaktivisten der letzten Generation als Nötigung eingestuft. Das Berliner Kammergericht hat die Verurteilung eines heute 62-Jährigen bestätigt. Wegen der Farbattacke auf das Brandenburger Tor müssen sich 13 Mitglieder der letzten Generation in einem separaten Verfahren verantworten. Das Land Berlin fordert von den Beklagten für die Reinigung mehr als 140.000 Euro. Der Angriff auf einen jüdischen Studenten der Freien Universität in Berlin sorgt für Entsetzen. Nun sieht das Land Konsequenzen. Verschärft das Hochschulgesetz. Die 2021 durch Rot-Rot-Grün abgeschaffte Möglichkeit zur Exmatrikulation wird rückgängig gemacht. Das teilte Senatssprecherin Christine Richter mit. Laav Shapira war nach dem Angriff mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht worden. Ein pro-palästinensischer Kommilitone soll ihn auf einer Straße in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem gezielten antisemitischen Angriff aus. Und gleich hier bei uns auf einer Faschings-Party in Speyer sollen drei junge Männer ein junges Mädchen vergewaltigt haben. Mehr dazu gleich nach einer ganz kurzen Pause. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen anbauen. Willkommen zurück bei Welt. Auf einer Faschingsparty der katholischen jungen Gemeinde in Speyer sollen drei junge Männer eine 15-Jährige vergewaltigt haben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sind die Tatverdächtigen zwischen 15 und 19 Jahre alt. Sie wurden nach ihrer Flucht vorübergehend festgenommen. Das Mädchen hat sich nach Polizeiangaben noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Damit schauen wir zu Anna Marlenhove nach Speyer. Anna Marlen, guten Morgen. Kann man denn zu diesem Zeitpunkt schon etwas mehr über die mutmaßlichen Täter und den Hergang sagen? Oder hält sich die Staatsanwaltschaft bislang bedeckt? Also die Staatsanwaltschaft und von offizieller Seite hält man sich da sehr bedeckt. Möchte da erstmal keine weiteren Informationen rausgeben, außer dass eben das hier der Ort war, an dem die mutmaßliche Vergewaltigung stattgefunden hat. Man kann es nicht so gut erkennen, weil wir nicht näher ran dürfen. Aber ungefähr hier hinten in das Gebäude rein geht eine Kellertreppe runter, ganz klein und unscheinbar. Da ist ein Jugendkeller, ein Jugendtreff, wo eine Faschingsparty stattgefunden hat. Und ich konnte mich heute Morgen schon mit ein paar Menschen unterhalten, teilweise auch mit Eltern, wo die Kinder auf dieser Party waren. Und die mir berichtet haben, dass da verschiedene Tanzgruppen aufgeführt haben, dass man da ganz nett zusammen gefeiert hat. Der Eintritt war für 5 Euro ab 14 Jahren, also eine nette Party für Jugendliche. Die meisten sind schon relativ früh gegangen und dann habe ich erfahren, dass es so ungefähr gegen 22 Uhr wohl zu diesem Vorfall gekommen sein soll. festgenommen wurden ja drei Jugendliche, zwei 15-jährige Syrer und ein 19-jähriger Deutsch-Kroate. Von dem, was ich hier von der Straße höre, höre ich aber immer nur von einem mutmaßlichen Täter. Also alles noch sehr, sehr vage Aussagen. Das 15-jährige Mädchen konnte zwischenzeitlich ja untersucht werden, aber eben noch nicht vernommen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass man sich da von Seiten der Staatsanwaltschaft noch mit Informationen zurückhält. Aber natürlich hier die Stadt Speyer, die ist geschockt über diesen Vorfall. Und natürlich haben auch die Eltern, mit denen ich mich unterhalten konnte, ein sehr mulmiges Gefühl, ihre Kinder dann auf weitere Partys erst mal zu lassen. Anna Marleen, für den Moment, Dankeschön. So und jetzt schauen wir nach Schweden. Nach einem Großbrand in einem Wasserpark in der Stadt Göteborg sind die Umstände noch völlig unklar. Eine Person wird laut Polizei noch immer vermisst. Das Großfeuer war im Wasserpark Ozeane ausgebrochen. Warum? Derzeit noch völlig unklar. Gerade erst wurden die Pools mit Wasser befüllt. Der Park stand kurz vor der Eröffnung. Meterhohe Flammen und dicker schwarzer Rauch. Schwere Explosionen entschüttern Montagvormittag das schwedische Göteborg. Im Südwesten der Metropole sollte ein neuer Wasserpark ab Juni seine Türen für Besucher öffnen. Gerade erst wurden die Pools mit Wasser befüllt. Eine Bauabnahme war für Ende April geplant. Während der Explosion sollen sich Bauarbeiter in dem Gebäude aufgehalten haben. 16 Menschen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Eine Person gilt weiterhin als vermisst. Große Teile der Umgebung mussten evakuiert werden. In einer Pressemitteilung äußert sich der Betreiber des Wasserparks bestürzt über das Unglück. Wir sind entsetzt und zutiefst unglücklich, berührt und erschüttert von dem, was geschehen ist. Es gibt viele, die sich fragen, was passiert jetzt? Die einfache Antwort ist, dass wir es nicht wissen. Im Moment liegt unser Fokus nicht auf der Wirtschaft oder den materiellen Schäden, sondern auf den Menschen, die von dem Feuer betroffen sind. Gleichzeitig kann ich versprechen, dass wir entschlossen und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken werden. Wir werden das überstehen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen sollen entzündliche Brandgase für das Unglück verantwortlich gewesen sein. Mindestens 110 Millionen Euro gehen hier in Flammen auf. Der Wasserpark Ozeaner sollte den bekannten Freizeitpark Liseberg um eine Attraktion reicher machen. Jährlich lockt der größte Freizeitpark Skandinaviens mehrere Millionen Menschen an. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit 90 möchte ich eigentlich nicht mehr arbeiten. Also wenn ich überhaupt noch... Wenn wir da hinkommen. Das ist nämlich schon mal die Frage. Das ist eine ganz andere Frage. Aber es gibt Menschen, die sind 90 und die wollen auch noch arbeiten. Ärzte zum Beispiel. Zumindest einen gibt es. Der hat eine Haushaltspraxis in Rüsselheim. Und ans Aufhören denkt er mal so gar nicht. Nee, Yahia Shishakli. Der ist frisch, froh gemut und sieht auch gar keine andere Option als weiter zu behandeln. Felix Frerichs. Er könnte seit 27 Jahren in Rente sein. Doch Yahia Shishakli will nicht aufhören. Der 90-Jährige ist der älteste praktizierende Arzt in Hessen. Jeden Morgen, von Montag bis Freitag, schließt er seine Praxis in Rüsselsheim auf. Bis zu 80 Patienten behandelt er jeden Tag. Seiner Frau zuliebe hört der syrischstämmige Internist 1997 mit 63 Jahren kurzzeitig auf. Doch im Ruhestand hält er es nur ein halbes Jahr aus. Als ich in die Rente ging, ja, sechs Monate war ich in Spanien, ging es mir nicht gut ohne Arbeit. Ich wollte arbeiten. Zu Hause fällt dem Mediziner die Decke auf den Kopf. Ganz ohne Praxis und Patienten. Die Arbeit sei mit ein Grund, warum er so alt geworden sei. Ich wollte raus von zu Hause. Wenn ich zu Hause geblieben wäre, vielleicht wäre ich unter der Erde. Yahia Shishakli macht weiter. 2016, im Alter von 82 Jahren, eröffnet er nochmal eine Praxis. Und betreut mit seinen 90 Jahren immer noch 2000 Patienten. Nur Hausbesuche macht er keine mehr. Ans Aufhören denkt der 90-jährige Arzt immer noch nicht. Auf Rente hat er nach wie vor keine Lust. Solange es ihm gut gehe, sagt er, wolle er noch nicht das Licht ausmachen. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ersinkan mehrere Menschen vermisst. Zu neuen Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, sagte der türkische Innenminister Yerli Kaya. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcamp freigegeben. Beim Absturz schließt die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen, ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Und jetzt schauen wir nochmal auf den Fußball. Im Achtelfinale der Champions League droht RB Leipzig das Aus. Im Heimspiel gegen Real Madrid verlor das Team von Trainer Marco Rose mit 0 zu 1. Der Madrilene Brahim Diaz schoss kurz nach der Halbzeitpause in der 49. Spielminute das Tor. Das Achtelfinalrückspiel in Madrid ist dann für den 6. März angesetzt. Heute Abend trifft ja der FC Bayern bei Lazio Rom an. Und jetzt schauen wir auf unsere gute Nachricht des Tages. Sie dürfen bleiben. Die berühmten Bücherstände am Ufer der Seine. Monatelang dauerte der Streit um die teils mehr als 100 Jahre alten Kisten. Aus Sicherheitsgründen sollten sie eigentlich zur Olympia-Eröffnungsfeier abgebaut werden. Doch Frankreichs Präsident Macron habe persönlich dafür gesorgt, dass alle Bücherstände erhalten bleiben. So der L.I. Seepalas. Schöne Sache. Das ist Kultur. Das freuen wir uns. Genau. So, wir sind beim Wetter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schönes Stichwort auch fürs Wetter. Ja. Heute ideales Wetter, um Bücher zu lesen. Ich wollte gerade sagen, wir freuen uns. Das war jetzt nicht das ideale Stichwort. Die Bücher. Ja, genau. Wir haben das wieder hingekriegt. Obwohl, wenn die nass werden, auch blöd draußen. Ja, wie man es macht. Aber heute steht uns ein sehr wechselhafter Tag bevor. Ja, es breitet sich nämlich von Westen her vor allem im Norden Regen aus. Danach ziehen dann überall mal Schauer durch. Ja, und später regnet es dann vor allem in der Mitte zum Teil das dann auch kräftiger. Ja, und so sieht dann auch die nächste Karte ziemlich trüb aus. Trist, kann man auch sagen. Nur im äußersten Osten starten wir noch ganz nett, zumindest in den Tag mit etwas Sonnenschein. In der zweiten Tageshälfte lockert es dann auch im äußersten Südwesten so ein bisschen mal auf. Aber alles in allem dürfen wir wirklich heute vom Wetter nicht zu viel erwarten. Nur von den Höchstwerten. Diese bewegen sich nämlich im Nordosten und in den östlichen Mittelgebirgen zwischen 6 bis 9 Grad. Ansonsten verbreitet im zweistelligen Bereich bis hin zu 16 Grad am Oberrhein. Ja, und morgen wird es dort dann sogar noch wärmer bis zu 19 Grad. Lokal könnte es sogar auch für 20 reichen. Gucken wir gleich mal auf die Aussichten. Allerdings zieht von Nordwesten her dann schon wieder neuer Regen auf. Insgesamt bleibt es bis zum Wochenende hin ziemlich wechselhaft. Wobei es in der Nordhälfte ungemütlicher wird als im Süden. Dort kann sich immer mal wieder zumindest die Sonne dann auch zeigen. Und die Temperaturen, die Höchstwerte gehen dann auch zurück. Bis Sonntag auf bis zu 12 Grad ist aber noch immer für diese Jahreszeit zum Bild. Schon ein bisschen ungerecht. Der Süden kriegt ganz schön viel Sonne ab in letzter Zeit. Wir irgendwie so gar nicht. Darf sich das jetzt auch mal wieder ändern. Ja, aber das ist ja jetzt, also kenne ich ja. Ja, das kennen wir so, ne? Ja, Frechheit. Danke schön, Marjera. So, in der Sendung gleich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Europa denkt über einen eigenen atomaren Schutzschirm nach. Nach der Trump-Drohung, säumigen NATO-Ländern militärisch nicht mehr beistehen zu wollen, entbrennt eben diese Diskussion um eine EU-Atombom. Na, Finanzminister Lindner, der ist durchaus offen dafür. Verteidigungsminister Pistorius eher skeptisch. Das ganze Exklusiv-Interview sehen Sie gleich. Bleiben Sie mal. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeana. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodeshcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidenten-Attacke, die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen... Nach der Trump-Drohung, säumigen NATO-Ländern militärisch nicht mehr beistehen zu wollen, entbrennt die Diskussion um eine EU-Atombombe. Finanzminister Lindner zeigt sich offen, Verteidigungsminister Pistorius eher skeptisch. Der neue ukrainische Armee-Chef Sirsky will den Drohnenkrieg intensivieren, auch wegen des Munitionsmangels seiner Artillerie. Unser Reporter Paul Ronsheimer war an der Front bei einer Drohneneinheit. Eine gewaltige Explosion hat einen Wasserpark in Schweden zerstört, kurz vor der Eröffnung. Die Feuerwehr ist auch am Tag nach dem Inferno im Großeinsatz. Ein Mensch wird vermisst. Und damit guten Morgen und ganz herzlich willkommen. Guten Morgen. Er braucht Europa eigene Atomwaffen. Nach den jüngsten Aussagen von Donald Trump, säumige NATO-Staaten nicht verteidigen zu wollen. Und im Angesicht der stetigen Bedrohungen durch Russland wird nun in Deutschland offen darüber nachgedacht. Sowohl die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley als auch Finanzminister Lindner könnten sich ein eigenes Atomwaffenarsenal in der EU vorstellen. Verteidigungsminister Boris Pistorius wiederum, der mahnt in einem Interview vor leichtfertigen Diskussionen. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen, Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift. Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren, da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum, zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten, denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk will das Thema hingegen ernsthaft diskutieren. Bundeskanzler Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, als ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Wir schauen zu Dorothea Schopelius. Die ist heute in Passau. Da ist nämlich politischer Aschermittwoch. Dorothea, aber ist die europäische Atombombe denn auch Thema bei dir heute? Erstmal wird hier aufgebaut. Man kommt richtig in Stimmung. Der politische Aschermittwoch ist ja ein gelösteres politisches Event, als politische Events vielleicht sonst so sind. Was genau aber Thema ist und auch die Thematik, die wir gerade im Beitrag gehört haben, da möchte ich einfach direkt nachfragen. Habe nämlich bei mir am Set den Generalsekretär der CSU, Martin Huber. Guten Morgen, Herr Huber. Guten Morgen. Donald Trump hat gedroht, den Ländern, die nicht mehr genügend Geld und Waffen liefern, keine Unterstützung und keine Verteidigung mehr zu geben. Meinte damit auch vor allem Deutschland. Was folgt daraus jetzt? Es folgt daraus, dass wir in Deutschland uns ganz stark mit dem Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik beschäftigen müssen. Dass das Sondervermögen, das ja groß angekündigt wurde, nur noch endlich genutzt werden muss. Wir sehen ja, dass die Beschaffung bei weitem nicht so funktioniert, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Und es zeigt vor allem auch, um auf die Innenpolitik zu kommen, dass sämtliche Pläne, die auch die AfD verfolgt, aus dem Euro auszutreten, aus der NATO auszutreten, geschichtsvergessend und wohlstandsvernichtend sind. Und insofern sind das natürlich bewegte Zeiten, in denen es umso mehr darauf ankommt, dass wir deutlich machen, wir als CSU, wir sind die Partei, die für Sicherheit steht, Sicherheit im Inneren, aber auch Sicherheit nach außen. Das heißt, wäre es sinnvoll oder richtig, wenn sich Deutschland eigene Atomwaffen zulegt, oder reicht es, wenn England und Frankreich diese Position, diese Verantwortung übernehmen? Ich glaube, es ist zunächst einmal dringend notwendig, dass wir auf europäischer Ebene erkennen, dass wir enger zusammenarbeiten müssen. Und für uns in Deutschland gilt, wir müssen die Bundeswehr stärken. Wir haben beispielsweise in Bayern ja auch ein eigenes Bundeswehrgesetz auf den Weg gebracht, weil der Freistaat Bayern ja auch das Bundesland für die Bundeswehr ist, mit vielen Standorten. Und insofern gilt es natürlich auch, dass wir vor Ort alles tun, um die Strukturen zu stärken, die Beschaffung zu beschleunigen und zu verbessern und auch wieder deutlich zu machen, dass wir in Deutschland in diesen Zeiten verteidigungsfähig sein müssen. Es gibt ja viele Stimmen, die genau das bezweifeln. Umso dringender notwendig ist es, dass wir die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes wieder deutlich verbessern. Wie groß schätzen Sie denn, gehen wir mal davon aus, Donald Trump würde Präsident werden? Sind wir dann überhaupt noch vor Putin geschützt? Oder gehen Sie davon aus, dass wir dann wirklich auf uns alleine gestellt sind? Also wie ernst nehmen Sie diese Worte des Kandidaten Donald Trumps? Es ist in der Tat eine sehr bedenkliche Situation. Was Donald Trump hier angekündigt hat, ist wirklich eine sehr gefährliche Äußerung. Praktisch deutlich zu machen, dass er nicht zu Artikel 5 des NATO-Vertrags stehen würde. Und insofern gilt es umso mehr, dass wir in Europa zusammenstehen. Denn es ist eine Situation, in der wir ja umgeben sind von Krisenherden. Putin, der die Ukraine überfallen hat, auch im Nahen Osten, ist ja ein Pulverfass. Und insofern ist es eine sehr herausfordernde Situation, in der es umso mehr darum geht und umso mehr gilt, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Denn wir müssen das in der Tat sehr ernst nehmen, was hier geäußert wird. Sprechen wir über die Herausforderungen im eigenen Land. Sie haben die AfD-Nazis in neuem Gewand genannt. Bleiben Sie bei dieser Aussage? Ich bleibe bei dieser Aussage, denn all das, was über die AfD bekannt ist, ihre wirklich ekelhaften Remigrationspläne und auch die Tatsache, dass die AfD-Jugend als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, all das zeigt, dass die AfD in der Tat Nazis in neuem Gewand sind. Sie wollen ein anderes Land. Sie haben ein Geschichts- und Menschenbild, das unsäglich ist. Der Umgang mit Menschen mit Behinderung, wie er von der AfD angekündigt ist, ist auch ein absolut unmenschlicher Umgang. Und insofern ist die AfD ein absoluter Feind unserer Verfassung, ein Feind der Demokratie und wird deswegen auch von uns entschieden bekämpft. Aber Herr Huber, wie schätzen Sie es denn dann ein, dass die AfD ja doch steigt in den Umfragewerten? Und zwar nicht nur da, wo die CDU, ihre Schwesternpartei vielleicht um die Wahlkampfe kämpft, sondern auch im Süden gewinnt die AfD an Wählern. Also was glauben Sie denn, was spricht denn so viele AfD-Wähler an? Was kriegen Sie zum Beispiel bei der CSU nicht, was Sie bei der AfD dann suchen? Die Stimmung im Lande ist ja insgesamt geprägt von einer Anti-Establishment-Stimmung. Sie sehen das beispielsweise auch an dem desaströsen Vertrauensverlust, den die Ampel zu verzeichnen hat. 80 Prozent der Menschen in Deutschland sind der Ansicht, die Ampel kann es nicht, der Kanzler kann es nicht. Und sie haben auch nicht das Zutrauen, dass es die Ampel in Zukunft besser macht. Viele Menschen fühlen sich mit ihren Themen, mit ihren Alltagssorgen von der Ampel nicht wahrgenommen und nicht berücksichtigt. Und das führt natürlich dazu, dass sich leider manche ein Ventil suchen bei der AfD. Wir in Bayern stehen mit der CSU stabil bei über 40 Prozent, eben weil wir die Partei der Lebenswirklichkeit sind, eben weil wir auch die Themen aufgreifen, die die Menschen bewegen, weil wir beispielsweise auch ganz bewusst auf all jene schauen, die jeden Tag in der Früh aufstehen, in die Arbeit fahren, dieses Land am Laufen halten. Wir kümmern uns um die bürgerliche Mitte, um die Unternehmer. Wir sagen klipp und klar, das Bürgergeld ist ungerecht und leistungsfeindlich. Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Wir brauchen Entlastungen für Mittelstand, für Handwerk, für die Wirtschaft und wir brauchen vor allem auch wieder den Gedanken, Leistung muss sich lohnen. All das ist notwendig, um auch wieder das Land zusammenzuführen und den Menschen das Vertrauen zu geben auf eine bessere Zukunft. Sie haben es als Bürgergeld und Ähnliches angesprochen, alles Dinge, über die auch die CDU, ihre Schwesternpartei, viel spricht. Und dann hat Friedrich Merz eine Koalition mit den Grünen ins Spiel gebracht. Das passt mit den anderen Wahlversprechen nicht ganz zusammen. Und Markus Söder hat die Grünen bisher auch noch nicht wirklich als Koalitionspartner in Betracht gezogen. Was sagen Sie zu Herrn Merz? Die Grünen sind eine von Ideologie getriebene Partei und mit ihrer teilweise wirklich sehr übergriffigen Politik, sei es beim Heizgesetz, sind sie auch mitverantwortlich für die miserable Stimmung im Land. Wir stehen für die bürgerlich-konservative Mitte und genau deswegen sind die Grünen für uns kein Koalitionspartner. Also verstehen Sie die Aussage von Herrn Merz nicht? Wie gesagt, für uns sind die Grünen kein Koalitionspartner, weil da einfach Welten dazwischen liegen im Politikansatz. Wir setzen auf die bürgerliche Mitte, wir setzen darauf, dass sich Leistung lohnt, wir setzen darauf, dass Technologieoffenheit auch das Gebot der Stunde ist. Und eine Partei, die für das Heizgesetz steht, die für eine Bremse steht bei der Asylpolitik, die kann für uns kein Partner sein. Und deswegen haben wir uns klipp und klar dazu geäußert, wir wollen kein Schwarz-Grün. Das heißt, auch bei der CSU gibt es jetzt ein Umschwenken bei Energiewende, haben Sie ja auch mitgetragen, Atomkraftwerke ausgeschaltet, also davon wenden Sie sich jetzt ab? Wir sind in Bayern die Nummer eins beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Also insofern ist das Thema Energiewende ja ein Thema, wo wir in Bayern wirklich hier an der Spitze stehen, bei Photovoltaik, bei Wasserkraft, bei Geothermie, bei Biomasse. Also insofern sind wir da ganz stark unterwegs. Aber es geht natürlich auch um den Mix, es geht um den Ausgleich und es geht natürlich auch in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Inflation, in einer Zeit, die geprägt ist, dass der Standort Deutschland zurückfällt. In einer Zeit, wo Deutschland in der Rezession ist und Schlusslicht ist bei den Industriestaaten, dass wir auch darauf achten, dass die Energieversorgung stabil ist. Und die Grünen sind hier leider getrieben von Ideologie. Sie setzen auf Kohle statt Atomkraft. Und insofern merkt man doch auch hier, sie sind gefangen in ihrer eigenen Ideologie. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Huber. Sehr gerne. Und damit gebe ich direkt zu euch zurück ins Studio. Dorothea, danke schön für dieses spannende Interview. Zum ersten Mal. Seit drei Jahrzehnten soll Deutschland in diesem Jahr wieder zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Das geht aus Recherchen der deutschen Presseagentur hervor. Deutschland soll mehr als 70 Milliarden US-Dollar bei der NATO angemeldet haben. Und das wäre tatsächlich eine Rekordsumme. Offiziell werden die Zahlen dann heute Vormittag durch NATO-Generalsekretär Stoltenberg anlässlich des Treffens der NATO-Verteidigungsminister vorgestellt. Wir sagen Ihnen jetzt noch, was heute wichtig wird in der Berichterstattung. Dorothea Schopelus haben wir gerade schon gesehen in der Dreiländerhalle in Passau. Und genau darum geht es ab 10 Uhr. Politische Aschermittwoch. Markus Söder wird auftreten. Da werden wir mal reinhören. Außerdem versuchen wir dann natürlich auch in die Reden von Sarah Wagenknecht, Hubert Aiwanger und Ricarda Lang zu hören. Bitte schön. Um 11 Uhr geht es dann direkt spannend weiter. Dann wird sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußern. In Brüssel das Ganze. Und ab 13.30 Uhr sehen wir dann auch noch ein aktuelles Statement von Boris Pistorius beim NATO-Verteidigungsministertreffen. Ganz kurze Unterbrechung und dann schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Bis gleich. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Jagen schweren Hilfen unterstützen. Er hat das Repräsentantenhaus nochmals aufgefordert, ebenfalls zuzustimmen. Doch ob das passiert, ist unklar. Bislang lehnen die Republikaner samt Donald Trump weitere Ukraine-Hilfen ab. Der Senat hat jedenfalls sein Jahr ja bereits gegeben. Biden erklärt in Washington, ohne Unterstützung könnte der Ukraine die Munition ausgehen. In dem Entwurf sind aber auch Hilfen für Taiwan und Israel vorgesehen. Insgesamt geht es um Mittel in Höhe von rund 95 Milliarden US-Dollar. Schauen wir auf die aktuelle Lage an der Front. Russische Streitkräfte haben zivile Infrastrukturen der zentralukrainischen Stadt, den Dnipro, angegriffen. Das berichtet der Bürgermeister der Stadt. Nach Angaben örtlicher Medien seien in einigen Teilen den Dnipros Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. In der Stadt Odessa hat die ukrainische Luftwaffe den Angriff eines russischen Marschflugkörpers verhindert. Allerdings hätten Teile der abgefangenen Rakete zwei Gebäude beschädigt. Das teilte das Militär mit. Und diese Waffe wird nun immer kriegsentscheidender. Die Drohnen, sowohl Russland als auch die Ukraine, rüsten damit nun immer mehr auf. Wie die Waffen gesteuert werden, welche Probleme es dabei gibt, wie effektiv sie sind. Bild-Reporter Paul Ronsheimer hat eine Drohneneinheit in der Ostukraine besucht. Der Krieg in der Ukraine. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren stark verändert. Drohnen bestimmen auf beiden Seiten über Sieg und Niederlage an der Front. Aus Bunkern gesteuert dienen sie der Aufklärung. Aber auch dem Töten. Ich will mehr über diese Form der Kriegsführung erfahren. Wer steckt hinter den Killer-Drohnen? Wer stellt sie her? Und können sie am Ende den Krieg wirklich entscheiden? Dazu treffe ich eine Drohneneinheit in der Ostukraine. Hier trainieren Männer das ferngesteuerte Töten von Russen. Ohne Risiko? Wie gefährlich ist das für dich, wenn du selbst an der Front bist und diese Drohnen steuerst? Es ist natürlich gefährlich. Die Leute denken immer, man sei als Drohnenpilot weit weg von der Front, aber das stimmt nicht. Wir sind zwei bis drei Kilometer entfernt. Aber die Angriffe der Russen treffen uns wie alle anderen auch. Natürlich nicht so wie die Infanterie, aber es ist auch für uns gefährlich. Drohnen sind aus diesem Krieg offenbar kaum noch wegzudenken. Was die Drohnen angeht, da gab es riesige Veränderungen in den letzten sechs Monaten. Drohnen dienen nicht mehr nur der Aufklärung, sie zerstören auch den Feind. Genau wie Munition benötigen auch Drohneneinheiten ständig Nachschub. An einem geheimen Ort treffe ich die Männer, die diese Fluggeräte und ihre tödliche Fracht bauen. Diese hier kann bei gutem Wetter bis zu 20 Kilometer weit fliegen und trägt dabei bis zu anderthalb Kilo. Ein Mann baut etwa zehn solcher Drohnen am Tag. Wir verwenden elektronische Zündmechanismen, die bringen wir an der Drohne an. Wenn du richtig triffst und der Sprengstoff in einem Panzer detoniert, dann hat die Besatzung keine Chance zu überleben. Das ist das Besondere an russischen Panzern. Anders als westliche Panzer sind die nicht dazu gebaut, die Besatzung zu schützen. In diesem Drohnenkrieg, wer hat da die bessere Position momentan? Russland oder Ukraine? Wir haben damit angefangen. Zu Beginn war die Ukraine deutlich stärker. Inzwischen hat Russland aber aufgeholt und momentan haben sie sogar einen Vorteil. Russland hat die Herstellung zur Staatssache erklärt. Ein Soldat an der Front sagte vor kurzem, der Krieg in der Ukraine, er ist wie im Ersten Weltkrieg, nur eben mit Drohnen. Schauen wir nach Moskau, zu unserem Korrespondenten Christoph Wannam. Also Christoph, es gibt ja nun Berichte über einen schweren Militärschlag der Russen bei Avdivka. Was weißt du darüber? Es handelt sich da wohl um einen russischen Raketenangriff auf den Ort Selidowa. Das Ganze ist rund 30 Kilometer westlich von Avdivka, von diesem Halbkessel, über den wir schon die ganze Zeit sprechen. Und die Russen scheinen da einen Truppenübungsplatz angegriffen zu haben, auf dem sich doch eine beträchtliche Anzahl ukrainischer Soldaten auf sehr engem Raum aufgehalten hat. Es gibt da wohl auch hier den Verdacht oder auch auf der ukrainischen Seite den Verdacht, dass es da Verräter gegeben haben könnte in den eigenen Reihen, die den Russen genau gesagt haben, wann und wo dieser Raketenschlag durchgeführt werden muss. Mit Iskander-Kurzstreckenraketen, also man kann sich dann auch die Sprengkraft vorstellen, die muss enorm gewesen sein. Es soll zwei Angriffswellen gegeben haben, erst mit drei Iskanderraketen. Und dann, als die Evakuierungsarbeiten gelaufen sind, schon der zweite Angriff mit zwei Raketen, genau auf all diejenigen, die sich da eben auf diesem engen Raum befunden haben sollen. Wie groß jetzt der Schaden ist, der entstanden ist, an Mann und Material kann ich nicht beurteilen, denn es gibt hier nur sehr schwammige Angaben dazu von russischer Seite. So heißt es vom Telegram-Portal Rebar, dass die Zahl der getöteten Ukrainer sich bei einigen Dutzend aufhalten könnte. Es gibt aber auch den Verdacht, dass es einige hundert sind. Das Telegram-Portal russisch auch zwei Majore spricht davon, dass bis zu 1500 ukrainische Soldaten in Mitleidenschaft gezogen worden sind durch diesen Angriff der Russen. Also genaue Zahlen gibt es nicht und deswegen möchte ich da auch keine weiteren Spekulationen jetzt anstellen. Aber es scheint durchaus ein schwerer Angriff gewesen zu sein. Und es ist auch die Rede hier davon, dass Assov-Kämpfer darunter gewesen sind, diese berüchtigten ukrainischen Eliteeinheiten. Alles Truppen, die in den Halbkesseln nach Avdeevka geschickt werden sollten, um dort die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen, die ja starken russischen Angriffen in diesem Halbkessel ausgesetzt sind. Und die Lage dort innerhalb von Avdeevka ist auch nicht wirklich übersichtlich. Wir wissen nur, dass die Russen starken Druck ausüben und dass sich die Schlinge um die ukrainischen Kräfte immer weiter zuzieht. Dass die Ukrainer Munitionsprobleme haben, das ist auch bekannt, aber das sehr geschickt ausgleichen eben durch Drohnen, auch der Marke Eigenbau, die den russischen Kräften auch schwere Verluste zufügen. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Russen wohl vorankommen, ohne aber bisher einen wirklich substanziellen Durchbruch geschafft zu haben. Es gibt auch keine wirklich wesentlichen Veränderungen dort am Frontverlauf. Christoph, gibt noch eine Meldung, über die wir auch sprechen wollen. Ein Deutscher ist am Flughafen in St. Petersburg festgenommen worden, angeblich wegen Drogenbesitzes. Kennst du da mögliche weitere Hintergründe? Er soll sich da um einen deutschen Staatsbürger handeln, 38 Jahre alt. Er soll aus Hamburg via Istanbul nach St. Petersburg geflogen sein. Reine Privatsache, wie es hier heißt. Er soll versucht haben, in St. Petersburg eine Online-Bekanntschaft zu treffen. Hatte wohl bei sich Cannabis-Gummibärchen, ganze sechs Stück. Aber nach russischem Gesetz ist das eben schon eine beträchtliche Menge, rund 20 Gramm. Und dafür kann es zwischen drei und sieben Jahren Gefängnis geben. Und wenn wir sowas hören, dann macht uns das natürlich aufmerksam oder hellhörig, weil wir kennen da alle einen Fall aus der jüngeren Vergangenheit, als die US-Basketballspielerin Brittany Griner verhaftet wurde hier in Moskau 2022. Und sie hatte eine minimale Menge Cannabisöl bei sich und hat neun Jahre bekommen. Und wurde dann ausgetauscht gegen den russischen Waffenhändler Viktor Butt. Und jetzt habe ich natürlich sofort den Verdacht, dass auch dieser deutsche Staatsbürger zu einem gewissen Austauschkontingent dazustoßen könnte, weil natürlich die Russen auch Leute haben oder einen Mann haben, der in Deutschland im Gefängnis sitzt, den sie frei bekommen wollen. Darüber hat auch Wladimir Putin gesprochen in seinem jüngsten Interview mit Tucker Carlson, dem US-Journalisten. Da hat er von einem russischen Patrioten gesprochen, der in Deutschland im Gefängnis ist und den Russland gerne. Wadim Krasikow, das ist der sogenannte Tiergartenmörder, der 2019 im August in Moabit einen georgischen Staatsbürger getötet hat. Selim Khan Khangashvili heißt der Mann, ein ethnischer Tschetschene. Und die Russen machen diesen Mann verantwortlich für Kriegsverbrechen in den Tschetschenienkriegen. Und es ist jetzt gut möglich, dass Russland versucht, eben einen Austausch zu forcieren und dass genau das jetzt diesem deutschen Staatsbürger blühen kann, nämlich hier so lange im Gefängnis zu brüten, bis die deutschen Behörden bereit sind, sich zu bewegen. Es gibt da noch einige andere Leute, die hier im Gefängnis sitzen, im sogenannten Austauschkontingent. Das ist Ewan Gershkovitsch, ein US-Journalist. Paul Wielen, ein ehemaliger US-Marin, der 2020 16 Jahre bekommen hat wegen angeblicher Spionage. Auch Gershkovitsch sitzt wegen angeblicher Spionage. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass die Russen bereit sind, diese Männer auszutauschen, wenn sich die USA und wahrscheinlich auch, wenn sich Deutschland bewegen. Christoph, danke schön für diese Einschätzungen direkt aus Moskau. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben auf das verlassene Versteck des Hamas-Anführers Al-Sinwa im Gaza-Streifen gestoßen. Al-Sinwa soll samt Familie geflüchtet sein, wie dieses Video einer Sicherheitskamera zeigen soll. Die Angaben zu den Videos lassen sich noch nicht unabhängig prüfen. Unterdessen sind die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar über einen Waffenstillstand ergebnislos zu Ende gegangen. Eine unabhängige Expertenkommission soll heute mit der Überprüfung des UN-Hilfswerks für Palästinenser UNRWA beginnen. Israel wirft einigen Mitarbeitern der Organisation vor, an Terrorakten der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Die Vereinten Nationen wollen das nun durch ein Gremium überprüfen lassen. Die USA, Deutschland und weitere westliche Länder stellten nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Zahlungen an die UNRWA ein. Wir schauen mal nach Tel Aviv zu Max Hermes. Max, keine Zahlungen mehr an die Hilfsorganisationen. Was heißt denn das? Was bedeutet das für die Palästinenser? Die UNRWA war ja vor allen Dingen ein wichtiger Partner dort im Westjordanland einerseits, aber auch im Gazastreifen, wo es jetzt gerade darauf ankommt, um dort Hilfsgüter zu verteilen, um dort humanitäre Hilfe zu organisieren. Und dieser wichtige Player fällt jetzt da weg und das bedeutet eben erst einmal, dass da zum Teil Unsicherheit herrscht, wie dann weitere Lebensmittel beispielsweise in die Gebiete gelangen können. Das müssen dann andere Organisationen auffangen, aber das geht natürlich auch nicht von jetzt auf gleich. Da müssen erst dann die entsprechenden Versorgungsketten aufgebaut werden. Konkret heißt das für die Menschen vor Ort, dass sie unter wesentlich schlechteren Bedingungen erst einmal dort klarkommen müssen. Und jetzt eben auch da vor der Frage stehen, wo gehen sie hin? 1,3 Millionen Menschen, die sich in der Region Raffa aktuell noch aufhalten und jetzt irgendwie umgesiedelt werden müssen, weil das israelische Militär dort plant anzugreifen. Und es gibt im Grunde keinen sicheren Platz für diese Menschen im Gazastreifen. Es ist in vielen Teilen Krieg und vor allen Dingen die Stadt Ranyunis, wo auch geplant ist, beispielsweise ein Zeltlager zu errichten. Die ist in weiten Teilen zerstört und dort befinden sich immer noch Blindgänge, also viele, viele Ungewissheiten für die Menschen dort. Und um eine diplomatische Lösung des Ganzen herbeizuführen, dieser Mission ist heute auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Israel. Sie wird sich in Jerusalem heute mit Ministerpräsident Netanyahu beispielsweise treffen, mit einem Oppositionspolitiker, Oppositionsführer Lapid, auch den Außenminister treffen. Also da versucht man dann auch darauf hinzuwirken, auch dass das Vorgehen in Gaza humanitärer ist, sodass auch die Zivilbevölkerung geschützt werden kann, wenn es jetzt weitere harte Angriffe gibt. Danke, Max, nach Tel Aviv. Bei dem Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Man sieht, wie die Maschine bei dem Absturz mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammenstößt und in Flammen aufgeht. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke sollen ausgefallen sein. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Tale des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird nach wie vor vermisst. 16 Personen mussten bereits wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Warum der Wasserpark in Brand geraten ist, ist derzeit noch völlig unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Im Achtelfinale der Champions League droht RB Leipzig das aus. Im Heimspiel gegen Real Madrid verlor das Team von Trainer Marco Rose mit 0 zu 1. Der Madri-Lene Brian Diaz schoss kurz nach der Halbzeitpause in der 49. Spielminute das Tor. Das Achtelfinal-Rückspiel in Madrid ist für den 6. März angesetzt. Heute Abend tritt der FC Bayern bei Lazio Rom an. So, und die Mariera tritt Füsse Wetter an und du hast uns ein sehr hübsches Bild mitgebracht. Nur um ein bisschen davon abzulenken, dass es eigentlich nicht schön wird. Ganz genau so ist es. Ich habe richtig geschaut. Ja, naja, so schwer ist es ja auch nicht. Es ist ja sehr offensichtlich am heutigen Tag. Aber wenn man jetzt mal rausschaut, dann sieht man es schon oftmals halt von Westen her Regen. Aber milder Südwestwind, der treibt immerhin am heutigen Tag und vor allem dann auch morgen. Die Temperaturen nach oben bringt aber halt eben auch den Regen. Dieser gehört zu einer Warmfront des Tiefs über Dänemark. Wobei es in unserem Norden bzw. vor allem dann später aber auch in unserer Mitte heute mehr regnen wird als in unserem Süden. Dahinter, hinter der Warmfront, also morgen wird es dann wirklich sehr mild bei uns. Heute breiten sich eben im Laufe des Vormittags, wie angesprochen, ja dichte Regenwolken aus. Von Westen her kommt gelegentlich zunächst erstmal leichten Regen, die sie im Gepäck haben. Im äußersten Osten wird es anfangs noch ganz nett, trocken und mit etwas Sonnenschein. Am Nachmittag wird es aber dann auch dort regnen. Ja, und generell wird es im Norden und in der Mitte ziemlich bewölkt und phasenweise sehr nass. Nur im äußersten Südwesten wird es im Tagesverlauf dann später auch wieder noch auflockern. Mit etwas Sonnenschein dann doch auch hier ganz freundlich. Die Höchstwerte bewegen sich dabei im Nordosten und auch in den östlichen Mittelgebirgen so zwischen 6 bis 9 Grad. Ansonsten liegen diese wirklich verbreitet, ja im guten zweistelligen Bereich kann man schon sagen. Vor allem im Breisgau 16 Grad am Oberrhein. Morgen wird es dann dort noch wärmer mit bis zu 19 Grad. Lokal könnte es auch sogar für 20 reichen. Allerdings zieht dann von Nordwesten her neuer Regen auf. Insgesamt bleibt es bis zum Wochenende hin ziemlich wechselhaft in der Nordhälfte. Dort wird es nasser als im Süden. Dort kann sich immer mal wieder dann auch die Sonne zeigen. Die Temperaturen, die Höchstwerte gehen dabei dann sukzessive zurück bis Sonntag. 12 Grad in der Spitze, aber das ist noch immer auch sehr mild für diese Jahreszeit. Und die Nächte werden auch nicht mehr frostig. Na immerhin. Zunächst zumindest. Hast du doch noch was Schönes zu berichten. Genau. Danke schön. Gerne. Ja und gleich. Europa denkt über einen eigenen atomaren Schutzschirm nach. Zumindest Finanzminister Christian Lindner zeigt sich dafür offen. Und auch Katharina Barley nach den Äußerungen von Donald Trump. Er wolle säumige NATO-Mitglieder nicht mehr verteidigen und beschützen. Mehr dazu gleich. Bleiben Sie dran. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde. Und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf eine Haftung. Willkommen zurück bei Welt. Hallo. Benötigt Europa eigene Atomwaffen? Nach den jüngsten Aussagen von Donald Trump, sollmige NATO-Staaten nicht verteidigen zu wollen. Und angesichts der stetigen Bedrohung durch Russland wird nun auch in Deutschland darüber nachgedacht. Ja, ganz offen sogar. Sowohl die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley als auch Finanzminister Lindner könnten sich ein eigenes Atomwaffenarsenal in der EU durchaus vorstellen. Unsere Reporterin Leonie von Rando, die hat darüber nun auch mit Verteidigungsminister Pistorius gesprochen. Und zwar am Rande des traditionellen Grünkohl-Essens der Stadt Oldenburg. Ich finde großartig, dass sich alle Gedanken darüber machen, wie die Bundeswehr dauerhaft und nachhaltig finanziert werden kann. Ein Sondervermögen ist eine Variante, aber aus meiner Perspektive nicht die beste, weil es um eine dauerhafte Finanzierung um Jahr für Jahr geht. Mit der eben nicht nur Beschaffungen und Investitionen sichergestellt werden können, wie mit einem Sondervermögen, sondern auch die dadurch steigenden laufenden Unterhaltungs-, Betriebs- und Wartungskosten abgebildet werden. Und das kann man eigentlich nur seriös, dauerhaft mit einem erhöhten Einzelplan. Und daran müssen wir jetzt arbeiten. Vielleicht gibt es ja auch eine Kombination aus beidem. Auf jeden Fall geht es um langfristige Verlässlichkeit für die Bundeswehr und für unsere Lieferanten. Nach den jüngsten Trump-Aussagen macht man sich jetzt aber natürlich noch mal Gedanken, wie es weitergeht auch in puncto nukleare Absteckung. Jetzt nimmt die Diskussion wieder Fahrt auf, ob wir in Europa eine EU-Atombombe, sozusagen eine europäische Atombombe brauchen. Was sagen Sie ganz? Ich kann nur davor warnen, mit dieser Leichtfertigkeit eine solche Diskussion vom Zaun zu brechen, nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Denn das transatlantische Bündnis ist keine Einbahnstraße, war es nie. Und gleichzeitig zeigen wir Europäer seit geraumer Zeit, wie ernst wir unsere Verpflichtungen nehmen. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten und diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Herr Minister, zu guter Letzt, Sie führen seit langem die Beliebtheitsrankings an unter den Politikern. Sie sind Verteidigungsminister, jetzt auch Grünkohlkönig. Was kommt als nächstes? Kann ja nur noch Kanzler kommen. Also eigentlich ist die Karriere, wenn man Grünkohlkönig geworden ist, und das auch noch doppelt, erst in Osnabrück vor zehn Jahren und jetzt in Oldenburg, eigentlich kann man dann langsam ans Aufhören denken. Das tue ich allerdings noch nicht. Ich habe als Verteidigungsminister noch sehr viel vor. In letzter Instanz wurde eine Straßenblockade von Klimaaktivisten der letzten Generation als Nötigung eingestuft. Das Berliner Kammergericht bestätigte die Verurteilung eines heute 62-Jährigen. Wegen der Farbattacke auf das Brandenburger Tor müssen sich 13 Mitglieder der letzten Generation in einem separaten Verfahren verantworten. Das Land Berlin fordert von den Beklagten für die Reinigung mehr als 140.000 Euro. Der Angriff auf einen jüdischen Studenten der Freien Universität Berlin sorgte für Entsetzen. Nun zieht das Land Konsequenzen und verschärft das Hochschulgesetz. Die 2021 durch Rot-Rot-Grün abgeschaffte Möglichkeit zur Ex-Matrikulation wird wieder rückgängig gemacht. Das teilte Senatssprecherin Christine Richter mit. Lahav Shapira war nach dem Angriff mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht worden. Ein pro-palästinensischer Kommilitonen soll ihn auf einer Straße in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem gezielten antisemitischen Angriff aus. So, ich weiß nicht, wie Sie es mit diesem Tag halten und vielleicht erinnern wir Sie auch gerade dran und vielleicht ist das auch gut so, wenn wir Sie erinnern an den heutigen 14. Februar, Valentinstag. Ja, das kann durchaus beziehungsrettend sein, wenn man da nicht vergisst, die Blümchen oder was auch immer mit nach Hause zu bringen. Wir wollten auch mal von Ihnen wissen, was schenken Sie eigentlich Ihrem Partner bzw. Ihrer Partnerin oder warten Sie eigentlich nur darauf, dass Sie beschenkt werden? Hier ist Ihre Stimme. Ich bin noch nicht auf dem, also ich muss erst mal noch von der Arbeit das tatsächlich noch holen, tatsächlich ein Verlobungsring. Machen wir gar nicht. Wir machen meinen Valentinstag nicht mit. Ich verschenke nichts und ich bekomme eigentlich auch nichts, das haben wir noch nie zelebriert. Also ich habe mal Blumen geschenkt bekommen, aber mehr auch nicht. Für mich ist es halt auch nicht so ein besonderer Tag, sage ich mal. Ich bekomme gar nichts normalerweise, aber ja, vielleicht ich mache mehr Spaß mir, wenn ich dieses Geschenk eigentlich mache. Mir wurde tatsächlich noch nie eine Überraschung gemacht zum Valentinstag, also mache ich mir selbst schöne Überraschungen. Wir machen solche Tage gar nicht erst mit. Wir schenken uns sonst was, aber nicht an jedem Tag, wenn es bestimmt wird. Es ist einfach ein schöner Tag, irgendwie essen gehen und sowas, ja. Die größte Überraschung, die ich bekommen habe, war mal ein Brief und es hat sich dann herausgestellt, dass es ein Gutschein war für ein Wellnesswochenende. Also ich mag gerne Geschenke, die persönlich sind, das, was ich da habe, was dabei gedacht habe und jetzt nicht in den nächsten Schmuckladen rennt oder einfach den nächsten besten Schmuck kauft, sondern einfach was Persönliches, keine Ahnung. Fast enttäuschend jetzt gewesen. Ja, ganz schön viele Valentinstmuffel dabei. Aber Valentinstag kann ja jeder Tag sein. Ja, jetzt schauen wir mal auf die Stadt Berlin. Hier passiert ja so einiges und man sei ja auch einiges gewöhnt, besonders in Neukölln, schreibt das Bezirksamt dieses schönen Berliner Stadtteils. Aber das gab es tatsächlich noch nie in der Hauptstadt. So, im beliebten Volkspark Hasenheide finden oder fanden Mitarbeiter des Grünflächenamtes nämlich eine vier Meter lange Schlange. Keine Panik, das Tier war bereits tot, deutlich abgemagert. Laut Bezirksamt handelt es sich vermutlich um einen Tigerpython. Wie das Tier in den Park gelangt ist und ob es dort überhaupt noch lebend unterwegs war, bislang völlig unklar. Der Bezirk bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Auch kein schönes Valentinstag. Absolut nicht. So, wir schauen gleich noch einmal nach Speyer. Dort soll es ja eine Gruppenvergewaltigung auf einer Faschingsparty der katholischen Jugendgemeinde gegeben haben. Mehr dazu gleich. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europaabgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Erdchenzahn mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeana. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Willkommen zurück hier bei Wett. Auf einer Faschingsparty der katholischen Jungen Gemeinde in Speyer, da sollen drei junge Männer eine 15-Jährige vergewaltigt haben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sind die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren und sie wurden nach ihrer Flucht vorübergehend festgenommen. Das Mädchen hat sich nach Polizeiangaben noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Damit schauen wir zu Anna-Marleen Hove, die ist in Speyer. Kann man denn zu diesem Zeitpunkt schon etwas mehr über die mutmaßlichen Täter sagen oder hält man sich aufgrund auch des jugendlichen Alters erst einmal bedeckt seitens der Staatsanwaltschaft? Man hält sich vor allem auch erst einmal deswegen bedeckt von Seiten der Staatsanwaltschaft, weil ja das 15-jährige Mädchen das Opfer noch nicht vernommen werden konnte. Sie wurde zwar inzwischen ärztlich untersucht, aber hat eben noch keine genauen Aussagen getroffen. Und deswegen hält man sich hier mit weiteren Bekanntgaben zurück. Das Einzige, was bestätigt wurde, ist der Ort des Geschehens und zwar hier, wo im Jugendtreff, im katholischen Jugendtreff eine Fastnachtsparty stattgefunden hat. Und dann ungefähr so gegen 22 Uhr hat man mir berichtet, dass dann zu diesem Vorfall gekommen sein soll. Es handelt sich wohl bei den Tätern, bei den mutmaßlichen Tätern, um drei Jugendliche, zwei 15-jährige Syrer und einen 19 Jahre alten Deutsch-Kroaten, die wohl nach der Tat erst einmal auf der Flucht gewesen sind, dann aber von der Polizei ausfindig gemacht werden konnten und sich derzeit noch in Haft befinden. Recht vielen Dank nach Speyer, Anna-Marleen. Nach einem Großbrand in einem Wasserpark in der schwedischen Stadt Göteborg sind die Umstände noch immer unklar. Eine Person wird laut Polizei noch vermisst. Das Großfeuer war im Wasserpark Ozeane ausgebrochen. Heftige Explosionen erschütterten die gesamte Umgebung. Warum ist derzeit noch unklar? Der Park stand kurz vor der Eröffnung. Meterhohe Flammen und dicker schwarzer Rauch. Schwere Explosionen entschüttern Montagvormittag das schwedische Göteborg. Im Südwesten der Metropole sollte ein neuer Wasserpark ab Juni seine Türen für Besucher öffnen. Gerade erst wurden die Pools mit Wasser befüllt. Eine Bauabnahme war für Ende April geplant. Während der Explosion sollen sich Bauarbeiter in dem Gebäude aufgehalten haben. 16 Menschen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Eine Person gilt weiterhin als vermisst. Große Teile der Umgebung mussten evakuiert werden. In einer Pressemitteilung äußert sich der Betreiber des Wasserparks bestürzt über das Unglück. Wir sind entsetzt und zutiefst unglücklich, berührt und erschüttert von dem, was geschehen ist. Es gibt viele, die sich fragen, was passiert jetzt? Die einfache Antwort ist, dass wir es nicht wissen. Im Moment liegt unser Fokus nicht auf der Wirtschaft oder den materiellen Schäden, sondern auf den Menschen, die von dem Feuer betroffen sind. Gleichzeitig kann ich versprechen, dass wir entschlossen und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken werden. Wir werden das überstehen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen sollen entzündliche Brandgase für das Unglück verantwortlich gewesen sein. Mindestens 110 Millionen Euro gehen hier in Flammen auf. Der Wasserpark Ozeana sollte den bekannten Freizeitpark Liseberg um eine Attraktion reicher machen. Jährlich lockt der größte Freizeitpark Skandinaviens mehrere Millionen Menschen an. Der US-Finanzinvestor Blackstone zieht sich aus dem Bieterprozess für die Medienrechte der Fußball-Bundesliga zurück. Einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigte die deutsche Fußball-Liga DFL auf Anfrage. Da dürften sich jetzt einige freuen, die in den letzten Tagen und Wochen protestiert hatten. Blackstone gebe das Vorhaben eines Einstiegs auch auf, weil befürchtet wird, dass sich das Verfahren durch das Zögern einiger Klubs noch zu lange hinzieht. Auch die anhaltenden Proteste der Fans sollen eben einen Einfluss darauf gehabt haben. Eine gute Nachricht, die wir noch für Sie haben. Die berühmten Bücherstände, und damit schauen wir nach Frankreich, nach Paris, die am Ufer der Seine, die bleiben. Monatelang dauert ja hier der Streit um die teils mehr als 100 Jahre alten Kisten. Aus Sicherheitsgründen sollten sie eigentlich zur Olympia-Eröffnungsfeier abgebaut werden. Doch Frankreichs Präsident Macron, der habe nun persönlich dafür gesorgt, dass alle Bücherstände erhalten bleiben, so der Elisée-Palast. Wir sind beim Wettel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieser Eindruck täuscht, den wir zumindest hier mit ins Studio gebracht haben. Sieht wunderschön aus, sehr dramatisch. Eher labberig das Wetter, vor allem zu feucht und zu warm für diese Jahreszeit. Du hast es gut auf den Punkt gebracht. Dankeschön. Ich hätte jetzt auch sagen können, oder in deinen Worten, heute nicht so prall. Nicht so prall. Nicht so prall heute, oder? Nee, kann man so sagen. Lass mal einfach mal so stehen. Kann man so sagen. Denn man könnte auch sagen, uns steht heute ein wechselhafter Tag bevor. Erst breitet sich nämlich von Westen her vor allem im Norden Regen aus. Danach ziehen dann überall mal Schauer über uns hinweg. Ja, und dann wird es vor allem in der Mitte regnen, zum Teil auch mal etwas kräftiger. Also die nächste Karte, die sieht nicht so schön aus. Man könnte auch sagen, trüb. Nur im äußersten Osten starten wir noch ganz nett in diesen Tag mit etwas Sonnenschein. Denn in der zweiten Tageshälfte lockert es dann auch im Südwesten mal etwas auf. Aber allzu viel dürfen wir oder sollten wir vom Wetter heute nicht erwarten. Betrifft aber nicht die Höchstwerte. Mit diesen geht es nämlich rauf auf im Nordosten, beziehungsweise in den östlichen Mittelgebirgen 6 bis 9 Grad. Ansonsten bewegen sich die Höchstwerte heute im guten zweistelligen Bereich bis hin zu 16 Grad am Oberrhein. Und morgen wird es dort noch wärmer. Lokal 19 Grad, die möglich sind. Eventuell kann es auch für 20 reichen. Allerdings zieht von Nordwesten her dann schon wieder neuer Regen auf. Und insgesamt bleibt es bis zum Wochenende hin. Vor allem dann aber auch in der Nordhälfte, Nordosten, wechselhaft, ungemütlich, regnerisch. Im Süden geht es, da kommt ab und an auch mal die Sonne zum Zug oder es bleibt trocken. Die Höchstwerte gehen dann auch wieder ein bisschen zurück. Sukzessive bis Sonntag auf 12 Grad an der Spitze. Allerdings noch immer ganz schön mild für diese Jahreszeit. Ich sag's doch, nicht so prall das Wetter. Ne, sag ich doch. Da hast du schon recht. Der Regen nervt einfach ein bisschen. Danke bei ihr. So langsam, oder? Ja, ich finde auch, jetzt könnte es auch mal ein bisschen trockener wieder werden. Ich habe schon Lust auf Frühling, aber ich glaube, ich bin nicht in den Früh dran. Hm, danke. So, wie geht's weiter? Mit Nachrichten natürlich hier bei Weltlieben, Zuschauer und Zuschauer. Neues Diskussionsthema, kontrovers diskutiert. Braucht die EU, Europa, möglicherweise dann auch Deutschland eine eigene Atomabschreckung, eine eigene Atombombe? Ja, das brauchen wir, sagen zumindest einige Politiker. EU-Abgeordnete Katharina Barley von der SPD zum Beispiel, die kann sich das durchaus vorstellen. Auch Finanzminister Lindner, der ist durchaus aufgeschlossen. Der Verteidigungsminister wiederum, der hat bei uns im Exklusiv-Interview, ja, ein bisschen Skepsis, so heißt das, gezeigt. Mehr dazu gleich. Genau so ist es. Bleiben Sie dran. Skepsis. Gestritten wird in Europa viel, seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Erzschenzahn mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind so gut wie seit Jahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach der Trump-Drohung, NATO-Länder militärisch nicht mehr beistehen zu wollen, entbrennt die Diskussion um EU-Atomwaffen. Finanzminister Linde zeigt sich durchaus offen. Verteidigungsminister Pistorius warnt vor leichtfertiger Diskussion. Der ukrainische Armeechef will den Drohnenkrieg intensivieren, auch wegen des Munitionsmangels. Reporter, unser Reporter war an der Front bei einer Drohneneinheit. Eine gewaltige Explosion zerstört einen Wasserpark in Schweden kurz vor der Eröffnung. Die Feuerwehr ist auch am Tag nach dem Inferno im Großeinsatz. Ein Mensch wird noch immer vermisst. Willkommen und guten Morgen hier bei Welt. Der Ukraine ist offenbar wieder ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen. Anwohner berichten in sozialen Netzwerken von lauten Explosionen auf dem Meer. Handyaufnahmen zeigen eine große Qualmwolke, später einen hellen Feuerschein vor der Küste. Danach taucht ein Hubschrauber auf. Das Schiff ist aber nicht mehr zu sehen. Es soll sich um die Cesar Kunikov handeln, ein Landungsboot der russischen Marine. Der Angriff ereignete sich an der Südostspitze der Krim bei Alupka. Bereits mehrfach hat die Ukraine mit Raketen, aber vor allem ferngesteuerten Seedrohnen erfolgreich russische Schiffe angegriffen und versenkt. Braucht Europa eigene Atomwaffen? Nach den jüngsten Aussagen von Donald Trump, säumige NATO-Staaten nicht verteidigen zu wollen und im Angesicht der stetigen Bedrohung durch Russland wird, nun offen darüber nachgedacht. Sowohl die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley als auch Finanzminister Lindner könnten sich das durchaus vorstellen. Verteidigungsminister Boris Pistorius wiederum mahnt im Weltinterview vor leichtfertigen Diskussionen. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen, Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift? Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren, da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum, zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk will das Thema hingegen ernsthaft diskutieren. Bundeskanzler Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, als ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. So, damit schauen wir zu Geri Sebald in den Deutschen Bundestag. Kontroverse Diskussion über einen Vorstoß, den es also gibt durch Frau Barley. Ist das überhaupt realistisch vorstellbar? Ja, wir haben es ja in der MAPS schon angedeutet gehört. Die große Frage wäre ja, wer drückt den roten Knopf, beziehungsweise wer hat den roten Knopf, also bildlich gesprochen. Wer dürfte entscheiden, diese europäische Atombombe abzuschießen? Wäre sie der Kommission, also wären diese Atomwaffen der Kommission unterstellt? Wäre quasi Ursula von der Leyen die Oberbefehlshaberin, die die Entscheidung treffen könnte? Oder müssten sich alle 27 EU-Staaten zusammensetzen und entscheiden, jetzt setzen wir eben diese europäischen Atomwaffen ein? Das würde allerdings vom Prinzip der nuklearen Abschreckung eigentlich nicht so gut funktionieren, weil das würde natürlich viel zu lang dauern, wenn es eben einen Erstschlag eines anderes Landes gibt, um dann eben abzuschrecken, wenn sich alle absprechen müssen. Das heißt, man muss wirklich sagen, Experten halten eine Art EU-Atombombe für relativ unrealistisch und auch unwahrscheinlich einfach auch aus praktischen Gründen. Was da natürlich schon etwas wahrscheinlicher klingt, ist der Vorschlag, den ja Christian Lindner hier angedeutet hat. Wieso sprechen wir als Deutschland nicht mit Frankreich oder sprechen wir nicht mit den Briten? Die haben ja schon Atomwaffen und wir haben es ja auch schon in der MAZ gehört. Die könnten dann quasi ihre Nuklear-Doktrin ändern. Sprich sagen, naja, wenn eine Bedrohung, wenn Deutschland bedroht wird, dann greifen auch unsere Atomwaffen. Dafür müsste Deutschland natürlich Gegenleistung bringen, sei es politischer oder finanzieller Natur, wie die aussehen könnten. Das wissen wir nicht. Allerdings muss man sagen, Macron hatte dieses Konzept schon öfters ins Spiel gebracht, hat das auch Deutschland schon angeboten. Bisher hat der Kanzler auch vor der aktuellen Diskussion, dem aber immer eine Absage erteilt. Und wenn man jetzt Boris Pistorius hört, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Kanzler wahrscheinlich zunächst bei dieser Position bleiben wird. Und die Strategie erstmal ist, abzuwarten, zu schauen und zu gucken, naja, noch ist ja Donald Trump nicht gewählt, noch ist die USA nicht aus der NATO raus. Und man muss noch eins abschließend sagen, natürlich wäre auch das Waffenarsenal, das Nuklearwaffenarsenal der Briten oder auch der Franzosen nicht annähernd so groß und so stark wie das der Amerikaner. Wir haben es auch schon im Beitrag gehört. Wir hätten zum Beispiel dann auf europäischer Ebene keine taktischen Nuklearwaffen, sprich, die man auch im Feld oder in einem konventionellen Krieg einsetzen könnte. Und auch das trägt eigentlich zur Abschreckung dabei, solche Waffen zu besitzen. Und die müsste man dann auch erst anschaffen, um ein vergleichbares Abschreckungspotenzial zu haben. Und all das scheint Stand jetzt relativ unwahrscheinlich, muss man sagen. Gerrit, recht vielen Dank in den Bundestag. Zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten soll Deutschland dieses Jahr wieder zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Das geht aus Recherchen der Deutschen Presseagentur hervor. Deutschland soll mehr als 70 Milliarden US-Dollar bei der NATO angemeldet haben. Das wäre eine Rekordsumme. Offiziell werden die Zahlen heute Vormittag durch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg anlässlich des Treffens der NATO-Verteidigungsminister vorgestellt. Politischer Aschermittwoch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Lange Tradition, auch dieses Jahr natürlich viel Prominenz aus der Bundespolitik, die da an den Stammtischen oder vor den Stammtischen zu sehen und vor allem zu hören sein wird. Für den ein oder anderen ein opulentes Heimspiel. Wir erwarten also heute ja auch die Rede von CSU-Chef Markus Söder, aber eben auch von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Und deshalb schauen wir mal zu Marion Gehler nach Deggendorf. Da sieht es noch ein bisschen übersichtlich hinter dir aus. Das dürfte sich in den nächsten Minuten, Stunden aber dann in eine andere Richtung entwickeln, Marion. Hubert Aiwanger wird sprechen. Was erwartet man von ihm? Was ist zu erwarten? Politischer Aschermittwoch, das heißt immer Säbel statt Florett. Also je derber, desto besser. Und genau das kann man hier bei Hubert Aiwanger mit Sicherheit erwarten. Denn er hat in den letzten Wochen und Monaten wirklich gezeigt, dass er ein hervorragender Populist ist. Und dass er dem Volk aufs Maul schaut und dementsprechend auch relativ ungebremst dann seine Parolen raushaut. Die Leute hier, das Erste, was sie erwarten, das kann man schon sehen, wenn man in die Stadthalle reinkommt in Deggendorf. Da stehen nämlich Traktoren, protestierende Bauern, die auf der einen Seite die Politik in Berlin verteufeln, und auf der anderen Seite sich explizit bei Hubert Aiwanger bedanken. Er sei schließlich der Einzige, der ihnen zuhören würde. Hubert Aiwanger wiederum hat auch schon ein bisschen abgesteckt, worum es heute gehen soll. Er hat von sich selbst gesagt, er sei ein harmonieliebender Mensch, der nur sauer werde, wenn er den gesunden Menschenverstand in Gefahr sieht. Und den sieht er in Gefahr durch die Bundesregierung, die seiner Meinung nach weltfremd und ideologisch entscheiden würde und nicht die richtigen Schwerpunkte setzen würde. Man kann sich also hier in Deggendorf darauf einstellen, dass in seiner Rede die Hauptschlagrichtung gegen Berlin geht. Marion, nach Deggendorf recht, vielen Dank. Und wie gesagt, das sieht noch sehr übersichtlich aus, liebe Zuschauer bei den Freien Wählern in Deggendorf. Wir können ja mal schauen, und das tun wir jetzt, in die Dreiländerhalle nach Passau. Ja, da sitzt man schon, naja, ich würde sagen mal traut zusammen. Da fließt auch schon der ein oder andere halbe Liter und das kurz nach neun in Deutschland. Alle Achtung, wie lange wollen das die Damen und Herren durchhalten? Keine Ahnung, ist auch nicht das Thema. Unser Thema heute ist der politische Aschermittwoch unter anderem. Und wir warten dann auf den Einmarsch der Gladiatoren oder des Gladiators. Herr Söder, um 10, kurz vor 10, das Ganze live hier bei Welt und natürlich auch auf das, was er zu sagen hat. Die Rede von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, dann auch live hier bei Welt. Es ist die Waffe, die wohl immer mehr kriegsentscheidend wird. Drohnen. Sowohl Russland als auch die Ukraine rüsten damit immer weiter auf. Wie die Waffen gesteuert werden, welche Probleme es gibt, wie effektiv das Ganze ist. Reporter Paul Ronsheimer hat eine Drohneneinheit in der Ostukraine begleitet. Der Krieg in der Ukraine. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren stark verändert. Drohnen bestimmen auf beiden Seiten über Sieg und Niederlage an der Front. Aus Bunkern gesteuert dienen sie der Aufklärung. Aber auch dem Töten. Ich will mehr über diese Form der Kriegsführung erfahren. Wer steckt hinter den Killer-Drohnen? Wer stellt sie her? Und können sie am Ende den Krieg wirklich entscheiden? Dazu treffe ich eine Drohneneinheit in der Ostukraine. Hier trainieren Männer das ferngesteuerte Töten von Russen. Ohne Risiko? Wie gefährlich ist das für dich, wenn du selbst an der Front bist und diese Drohnen steuerst? Es ist natürlich gefährlich. Die Leute denken immer, man sei als Drohnenpilot weit weg von der Front. Aber das stimmt nicht. Wir sind zwei bis drei Kilometer entfernt. Aber die Angriffe der Russen treffen uns wie alle anderen auch. Natürlich nicht so wie die Infanterie, aber es ist auch für uns gefährlich. Drohnen sind aus diesem Krieg offenbar kaum noch wegzudenken. Was die Drohnen angeht, da gab es riesige Veränderungen in den letzten sechs Monaten. Drohnen dienen nicht mehr nur der Aufklärung, sie zerstören auch den Feind. Genau wie Munition benötigen auch Drohneneinheiten ständig Nachschub. An einem geheimen Ort treffe ich die Männer, die diese Fluggeräte und ihre tödliche Fracht bauen. Diese hier kann bei gutem Wetter bis zu 20 Kilometer weit fliegen und trägt dabei bis zu anderthalb Kilo. Ein Mann baut etwa zehn solcher Drohnen am Tag. Wir verwenden elektronische Zündmechanismen, die bringen wir in der Drohne an. Wenn du richtig triffst und der Sprengstoff in einem Panzer detoniert, dann hat die Besatzung keine Chance zu überleben. Das ist das Besondere an russischen Panzern. Anders als westliche Panzer sind die nicht dazu gebaut, die Besatzung zu schützen. In diesem Drohnenkrieg, wer hat da die bessere Position momentan? Russland oder Ukraine? Wir haben damit angefangen. Zu Beginn war die Ukraine deutlich stärker. Inzwischen hat Russland aber aufgeholt und momentan haben sie sogar einen Vorteil. Russland hat die Herstellung zur Staatssache erklärt. Ein Soldat an der Front sagte vor kurzem, der Krieg in der Ukraine, er ist wie im Ersten Weltkrieg. Nur eben mit Drohnen. Und sechs Monate nach der Farbattacke auf das Brandenburger Tor sollen erste Klimaaktivisten vor Gericht kommen. Für März ist ein erster Prozess gegen zwei Jugendliche geplant. Weitere sollen dann in den darauffolgenden Wochen folgen. Die Berliner Staatsanwaltschaft leitete bislang 14 Verfahren gegen mutmaßliche Beteiligte dieser Farbattacke ein. Sie hatten das symbolträchtige Wahrzeichen in Berlin mit oranger Farbe besprüht. Jana Wochnick. Damit haben sie endgültig Sympathien verloren. In der Sache gaben viele Menschen der letzten Generation recht. Das Klima müsse besser geschützt werden. Aber die Farbattacke auf das Brandenburger Tor hat den Bogen für zahllose Menschen überspannt. Das Brandenburger Tor steht wie kein anderes Denkmal für einen politischen Wendepunkt. Und genau diesen politischen Wendepunkt brauchen wir heute wieder. Jetzt hat der Angriff auf das historische Gebäude juristische Konsequenzen. Die Berliner Staatsanwaltschaft leitete 14 Verfahren gegen mutmaßliche Beteiligte ein. Für den 26. März ist ein Prozess gegen zwei Heranwachsende vor dem Jugendrichter geplant. Ein weiteres Verfahren gegen zwei Frauen folgt am 29. Mai vor dem Amtsgericht Tiergarten. Und gegen vier weitere Mitglieder der Klimagruppe Letzte Generation liegen bereits Anklagen vor. Die Staatsanwaltschaft geht von gemeinschaftlicher Sachbeschädigung aus. In einigen Fällen auch von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Rückblick. 17. September 2023. Für die erste Attacke auf das Brandenburger Tor waren Klimademonstranten extra angereist. Ermittlungen ergaben, sie kommen aus Berlin, Hamburg, Leipzig, Ravensburg, Stuttgart und Prag. Sie besprühten das Wahrzeichen mit orange-gelber Farbe. Die Reinigungsarbeiten waren aufwendig, wurden erst Anfang Dezember beendet. Die Täter werden sowohl strafrechtlich verfolgt, das ist eine Sache der Staatsanwaltschaft, als auch zivilrechtlich. Das heißt, wir als Land Berlin treiben auch den letzten Cent wieder von den Verursacherinnen und Verursachern dieser Schäden ein. Wir sorgen dafür, dass am Ende kein Euro bei den Berlinern kleben bleibt. Rund zwei Monate nach der ersten Farbattacke wurde das Wahrzeichen erneut von der letzten Generation beschmiert. Außerdem die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz. Das Land Berlin fordert in einer Zivilklage inzwischen rund 142.000 Euro von den Klimaaktivisten. Beim Amtsgericht Tiergarten vergeht inzwischen kaum eine Woche ohne Prozesse gegen Klimademonstranten. In den letzten zwei Jahren wurden fast 4000 Verfahren geführt, hauptsächlich wegen Straßenblockaden. Die letzte Generation kündigte jüngst an, dass Beschuldigte nicht zu den Terminen erscheinen würden, aus Protest gegen die beschleunigten Verfahren. Hauptsache, man entscheidet sich bewusst Dinge wegzulegen. Es ist schon der Kollege, mit dem ich gleich im Gespräch bin. Und zwar ist der Allgemeinmediziner Ilka Aydin, da heißt er. Können wir ihn ganz kurz mal zeigen. War quasi so ein Vorgespräch, kriegen wir das hin? Da ist er, ja. Aber vorher will ich Ihnen noch was erzählen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und zwar politischer Aschermittwoch einerseits. Und der Aschermittwoch, das ist ja auch der Beginn der Fastenzeit. Laut einer Umfrage der Krankenkasse DAK erhalten zwei Drittel der Deutschen Fasten für eine durchaus sinnvolle Sache. Es gibt aber Unterschiede zwischen alt und jung. Denn je älter die befragten, desto weniger können sie sich vorstellen zu fasten. Verglichen mit dem Durchschnitt über alle Altersklassen hinweg, würden 62 Prozent der Jüngeren deutlich häufiger kein Fleisch mehr essen. 58 Prozent beim Rauchen und 46 Prozent beim Fernsehen liegen deren Ambitionen über dem Schnitt aller Altersstufen. Für mehr als jeden Fünften kommt Fasten den Studienergebnissen zufolge. Aber gar nicht in Frage. Ich weiß nicht, ob Fernsehen zum Fasten gehört. Ich glaube eher nicht. Das frage ich Ihnen jetzt aber. Ilka Aydin, Allgemeinmediziner. Ich würde erst mal klären, also Fasten, was heißt denn Fasten? Fasten ist im Prinzip die bewusste Entscheidung, auf bestimmte Dinge im Leben zu verzichten. Okay, Fernsehen zum Beispiel. Fernsehen zum Beispiel. Das ist schon Fasten. Ich dachte, da geht es um Körper und Geist. Also ich meine gut, Kopfschlussfernsehen heute gibt es genug hier in Deutschland. Vielleicht ist das manchmal auch gar nicht schlecht. Aber ich dachte, das hat alles was zu tun mit Entschlackung, natürlich auch Entsagung. Wo fängt denn das an? Ja, also im Prinzip Fernsehen, sozusagen dem Fernsehen sich abschwören für eine Zeit lang ist auch eine Art von Entschlackung. Das heißt also, ich kann mein Gehirn ein bisschen schützen vor Input, der nicht so besonders günstig ist, sozusagen für meine Intelligenz oder für meine Wachsamkeit. Aber ansonsten wollen wir im Prinzip Fasten für eine gewisse Zeit lang, um auch mal zur Ruhe zu kommen, um über uns selbst nachzudenken, über unser Leben nachzudenken und gucken, ob wir vielleicht irgendwelchen Dingen etwas mehr Struktur geben können. Oder unsere Gesundheit einen Gefallen tun und zum Beispiel Fasten, indem wir auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten. Wenn ich auf bestimmte Nahrungsmittel verzichte, da sagen Körper und Geist was dazu? Die sagen am Anfang, das ist Stress. Denn wenn ich plötzlich nicht mehr esse oder vielleicht auch süchtig bin nach bestimmten Nahrungsmitteln, habe ich eine Ausschüttung von Stresshormonen. Also Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Es kommt zu einer Veränderung der Stoffwechsellage im Körper. Das ist natürlich erstmal ein bisschen Aufgabe und Stress für den Körper. Aber es gibt verschiedene Phasen, die sich dann sozusagen abspielen. Und am Ende führt das sogar am dritten, vierten Tag zu einem Fasten-High bei bestimmten Menschen. Das heißt, es ist tatsächlich eine positive Auswirkung und damit bleiben wir erstmal beim Körper. Wenn ich zum Beispiel auf Alkohol verzichte, ist mal eine Zeit lang, dann ist tatsächlich positiv etwas zu spüren. Ja, definitiv. Wenn wir sozusagen regelmäßig Alkohol konsumieren, haben wir oft auch so eine kleine Abhängigkeit eh in uns drin im Prinzip. Aber wenn ich zum Beispiel das Thema Alkohol jetzt nehme, wir wissen, dass eine gewisse Zeit an Abstinenz doch den Blutdruck senkt langfristig, dass wir auch besser schlafen und dass wir uns insgesamt auch fitter fühlen und auch klarer fühlen. Klarer fühlen, ja. Und natürlich sagen viele, also ab heute, Aschermittwoch, da gehe ich das an. Aber das ist ja oftmals bei vielen Menschen so, wie mit den Neujahrsvorsätzen. Drei, vier Tage, aber vielleicht eine Woche. Aber dann hat uns der innere Schweinehund und wir kriegen es nicht hin. Wie komme ich daran vorbei? Genau, also das ist sehr schwer. Das ist eines der schwersten Dinge überhaupt, also unser Verhalten zu ändern. Gerade was sozusagen Nahrungsmittel und oder Alkohol sozusagen angeht. Aber die Freude und das Hoch, was wir dann empfinden, dieser Stolz auf uns selbst, diese Endorphinausschüttung, die kann uns doch bestärken, das auch länger durchzuhalten, weil wir zum ersten Mal Kontrolle über uns selbst gewinnen eventuell. Kontrolle über die Nahrung gewinnen, Kontrolle über unseren Körper gewinnen. Und das hat eine selbstbestärkende auch oder verstärkende Wirkung. Und offensichtlich hat auch die Natur das eingeführt, dass wir zum Beispiel nach drei, vier Tagen sozusagen nicht essen, es zu Serotoninausschüttungen zu kommen, dass wir uns auch gut fühlen nach wie vor und das eben durchstehen. Also es lohnt sich immer, man fühlt sich besser und ein bisschen Selbstdisziplin und Selbstreflexion hat noch niemandem geschadet. Herr Eilin, Sie haben mich überzeugt. Ich glaube, ich fange gleich an, wenn ich hier fertig bin. Danke für das Gespräch. Ganz anderes Thema, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Wasserpark Ozeana in der schwedischen Stadt Göteborg ist nach einem Brand und mehreren Explosionen komplett zerstört worden. Heftige Explosionen haben die gesamte Umgebung erschüttert. Eine Person wird laut Polizei noch immer vermisst. Meterhohe Flammen und dicker schwarzer Rauch. Schwere Explosionen entschüttern Montagvormittag das schwedische Göteborg. Im Südwesten der Metropole sollte ein neuer Wasserpark ab Juni seine Türen für Besucher öffnen. Gerade erst wurden die Pools mit Wasser befüllt. Eine Bauabnahme war für Ende April geplant. Während der Explosion sollen sich Bauarbeiter in dem Gebäude aufgehalten haben. 16 Menschen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Eine Person gilt weiterhin als vermisst. Große Teile der Umgebung mussten evakuiert werden. In einer Pressemitteilung äußert sich der Betreiber des Wasserparks bestürzt über das Unglück. Wir sind entsetzt und zutiefst unglücklich, berührt und erschüttert von dem, was geschehen ist. Es gibt viele, die sich fragen, was passiert jetzt? Die einfache Antwort ist, dass wir es nicht wissen. Im Moment liegt unser Fokus nicht auf der Wirtschaft oder den materiellen Schäden, sondern auf den Menschen, die von dem Feuer betroffen sind. Gleichzeitig kann ich versprechen, dass wir entschlossen und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken werden. Wir werden das überstehen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen sollen entzündliche Brandgase für das Unglück verantwortlich gewesen sein. Mindestens 110 Millionen Euro gehen hier in Flammen auf. Der Wasserpark Ozeana sollte den bekannten Freizeitpark Liseberg um eine Attraktion reicher machen. Jährlich lockt der größte Freizeitpark Skandinaviens mehrere Millionen Menschen an. So, damit sind wir beim Wetter. Aber ich muss Sie nochmal fragen, also du hast ja gerade das Gespräch verfolgt mit dem Allgemeinmediziner. So Fasten, Fastenzeit, ist das ein Thema tatsächlich auch für dich oder hast du es schon mal probiert? Nee, generell, also komplett verzichten nicht, aber Intervallfasten, das finde ich ganz okay. Also auch relativ einfach umzusetzen. Tatsächlich, müssen wir nochmal drüber sprechen. Ich habe ja davon nichts, keine Ahnung. Soll ja auch Verjüngende... Als ob wir das nötig hätten. Nein. Das Wetter war gerade... Man kann sich auch mit Kälte konservieren, aber davon sind wir sehr weit entfernt. Heute steht uns ein milder, aber halt auch sehr wechselhafter Tag bevor. Es breitet sich von Westen her nämlich vor allem im Norden zunächst Regen aus. Danach ziehen überall Schauer hinweg und dann wird es insbesondere in der Mitte regnen. Zum Teil auch mal kräftiger. Also die nächste Karte bildet den heutigen Tag ab und der gestaltet sich ziemlich trüb. Nur im äußersten Osten ist es jetzt noch ganz nett, zum Teil mit ein bisschen Sonnenschein. Aber in der zweiten Tageshälfte wird es auch dort dann regnen. Dafür lockert es dann im äußersten Südwesten so ein bisschen auf mit dem ein oder anderen Sonnenstrahl. Ansonsten dürfen wir von Wetter wirklich heute nicht allzu viel erwarten. Nur von den Höchstwerten, wie gesagt. Die bewegen sich nämlich im Nordosten und östlichen Mittelgebirgen zwischen 6 und 9 Grad. Ansonsten ja zum Teil doch im ordentlichen zweistelligen Bereich. Das insbesondere dann am Oberrhein. 16 Grad am heutigen Tag. Morgen könnten dort sogar 19, eventuell auch 20 drin sein. Allerdings zieht von Nordwesten her dann schon wieder neuer Regen auf. Insgesamt bleibt es bis zum Wochenende hin ziemlich wechselhaft. Vor allem im Norden und auch Osten. Der Süden kommt dabei so ein bisschen besser weg. Da kann die Sonne des Öfteren mal scheinen. Die Temperaturen, die Höchstwerte gehen sukzessive zurück bis zum Sonntag. 12 Grad sind dann noch an der Spitze drin. Ist aber noch immer viel zu mild für diese Jahreszeit. Man hat ja schon so ein bisschen Frühlingsgefühle, oder? Ja, aber dazu fehlt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, das Licht. Es ist mir echt zu trüb. Ja, bin ich ganz bei dir. Mayra, danke schön. Gerne. So, wie geht es weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Wir schauen gleich mal auf eine aktuelle Diskussion, die es da gibt. Nach den Äußerungen von Donald Trump, der gesagt hat, Russland kann machen mit den Staaten, was er will. Wenn diese sich nicht entsprechend adäquat am NATO-Budget beteiligen, dann würde Amerika auch nicht mehr unterstützen und helfen wollen. Und jetzt ist die Diskussion, die Frau Barley angeschoben hat, eine EU-Politikerin der SPD. Eigene Atomwaffen? Ja? Nein? Es gibt Zustimmung, es gibt Ablehnung, kontroverse Debatte. Dazu gleich mehr. Bleiben Sie dran. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Erdchenzahn mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener, der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht... Unsere Zuschauer beginnen mit dieser Eilmeldung. Nicht mal 100 Tage war Dimitros Gramozis Trainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslausern. Jetzt hat der Klub die Reißleine gezogen. Nach zuletzt sechs Pleiten aus den letzten fünf Ligaspielen gab der abstiegsbedrohte Traditionsverein vor wenigen Augenblicken offiziell die Trennung bekannt. Da konnte auch der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale der Roten Teufel nichts mehr ändern. Benötigt Europa eigene Atomwaffen? Nach den jüngsten Aussagen von Donald Trump säumige NATO-Staaten nicht verteidigen zu wollen und im Angesicht der stetigen Bedrohung durch Russland wird nun offen tatsächlich darüber nachgedacht. Sowohl die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley als auch Finanzminister Lindner könnten sich ein eigenes Atomwaffenarsenal in der EU durchaus vorstellen. Verteidigungsminister Boris Pistorius wiederum, der mahnt im Weltinterview vor leichtfertigen Diskussionen. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen, Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift? Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren, da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum, zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten, denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk will das Thema hingegen ernsthaft diskutieren. Bundeskanzler Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, als ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. So, damit schauen wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mal nach Passau. Politischer Aschermittwoch. Und trotzdem, Dorothea Schuppel, es könnte das ja vielleicht in der einen oder anderen Diskussion, vielleicht ja auch in der einen oder anderen Rede ein Thema sein. Europäische Atomwaffen. Ist das vorstellbar? Erstmal ist der politische Aschermittwoch wirklich dafür da, dass es einen verbalen Schlagabtausch gibt, dass man die politischen Gegner vielleicht auch mal verbal so richtig anrempeln kann. Und gerade bei Markus Söder wird sich das natürlich hauptsächlich in seiner Rede, die für circa 90 Minuten angesetzt ist, an die Ampelkoalition in Berlin richten. Aber natürlich wird vielleicht unter Umständen jetzt auch dieses Thema, also Atomwaffen eine Rolle spielen, beziehungsweise einfach Verteidigung ist ja momentan einfach das politische Thema Nummer eins. Ich konnte mit dem Generalsekretär Martin Huber auch kurz darüber sprechen. Da können wir ja einmal reinhören, was er zum Thema Atomwaffen zu sagen hat. Es ist in der Tat eine sehr bedenkliche Situation. Was Donald Trump hier angekündigt hat, ist wirklich eine sehr gefährliche Äußerung. Praktisch deutlich zu machen, dass er nicht zu Artikel 5 des NATO-Vertrags stehen würde. Und insofern gilt es umso mehr, dass wir in Europa zusammenstehen. Denn es ist eine Situation, in der wir ja umgeben sind von Krisenherden. Putin, der die Ukraine überfallen hat, auch im Nahen Osten, ist ja ein Pulverfass. Und insofern ist es eine sehr herausfordernde Situation, in der es umso mehr darum geht und umso mehr gilt, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Denn wir müssen das in der Tat sehr ernst nehmen, was hier geäußert wird. Ich werde jetzt etwas lauter reden. Hier ist auf jeden Fall jetzt schon eine ganze Menge los, obwohl Markus Söder noch gar nicht da ist. Aber ich will auch mal direkt nachfragen, wer eigentlich so hier ist und was die Leute sich so von dem heutigen Tag erwarten. Dafür werde ich mal einmal hier das Mikrofon drüber halten. Was erwarten Sie sich von dem heutigen Tag? Was sind Ihre politischen oder generellen Erwartungen dann heute? Ja, wir warten heute eine bessere Politik. Wir kommen von einer kleinen Gemeinde im Sauerland. Da ist nicht viel los und fahren jedes Mal 600 Kilometer, wenn wir hier ankommen. Und ich war schon unter Franz Josef Strauß hier. Und die Politik, die der Söder macht, ist so ähnlich wie die von Strauß. Also wir erwarten uns sehr viel davon. Und da oben, was in Berlin ist, ist noch gar nichts. Das ist doch totale Null, was sie da machen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt, Sie halten nicht so viel von der Ampelkoalition? Ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Sie halten nicht so viel von der Ampelkoalition? Die Ampelkoalition muss weg. Das ist doch total über. Hauptmenschale sind nicht unzufrieden mit der Ampelpolitik? Also so, ne? Okay, recht eindeutiges Stimmungsbild hier. Ich konnte mich auch mit vielen Menschen unterhalten. Und es gibt auch viele Plakate, die hier gezeigt werden. Ampel abwählen, Neuwahlen. Also bevor die Reden überhaupt angefangen haben, da geht das Anrempeln des politischen Gegners, also der Ampelkoalition schon los. Und vor allen Dingen auf die Grünen sind die meisten Gäste hier nicht sonderlich gut zu sprechen. Ach nee. Erzähl mir mehr, Dorothea Schopelius, bei der CSU in Passau. Ja, die Stimmung schon prächtig und wir erwarten Ihnen dann auch gleich den Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, Markus Söder. Und Dorothea hat es gesagt, der setzt ja dann auch zu einer Rede an. Die werden wir uns dann auch, die werden wir auch verfolgen. Und das ist hier wie gesagt noch so das Vorspiel des politischen Aschermittwochs der CSU. Gleich mehr, bleiben Sie dran. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeana. Ein Mann wird aktuell noch... Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schauen Sie mal, ich roll mal aus dem Bild, weil auf mich kommt es sowieso nicht an. Ist das nicht wie gemalt? Ist das schön? Und wissen Sie warum? Heute, Valentinstag. Und wer jetzt noch auf den Trichter kommt, oh, habe ich was vergessen, aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Die Heule, die kommt ja erst in, egal wann nach Hause, Blumenpralinen. Ist deutlich teurer geworden in diesem Jahr. Also Standardgeschenk schlechthin, Schnittblumen, die kosten so bis 9, 10 Prozent mehr, hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Aber Geld spielt ja keine Rolle, wenn man verliebt ist. Und dann, wenn es um Pralinen geht, auch da müssen Verliebte etwas tiefer in den Geldbeutel greifen. Der Preis ist um etwa 8 Prozent gestiegen. Kino, Konzert, Theaterbesuche, da hält sich wohl die Inflation in Grenzen, heißt es. Das ist marginale 4 Prozent, das Ganze teurer. Aber wie gesagt, verliebt sein, da spielt Geld keine Rolle. Und deshalb haben wir Sie auch mal gefragt, wie stehen Sie denn dazu? Valentinstag, hier ist Ihre Stimme. Ich bin noch nicht auf dem, also ich muss erst mal noch von der Arbeit das tatsächlich noch holen, tatsächlich ein Verlobungsring. Machen wir gar nicht. Wer macht mein Valentinstag nicht mit? Ich verschenke nichts und ich bekomme eigentlich auch nichts, das haben wir noch nie zelibriert. Also ich habe mal ein Blumengeschenk bekommen, aber mehr auch nicht. Für mich ist es halt auch nicht so ein besonderer Tag, sage ich mal. Ich bekomme gar nichts normalerweise, aber ja, vielleicht ich mache mehr Spaß mir, wenn ich diese Geschenke eigentlich mache. Mir wurde tatsächlich noch nie eine Überraschung gemacht zum Valentinstag. Also mache ich mir selbst schöne Überraschungen. Wir machen solche Tage gar nicht erst mit. Wir schenken uns sonst was, aber nicht an jedem Tag, wenn es bestimmt wird. Es ist einfach ein schöner Tag, irgendwie essen gehen und sowas, ja. Die größte Überraschung, die ich bekommen habe, war mal ein Brief und es hat sich dann herausgestellt, dass es ein Gutschein war für ein Wellnesswochenende. Also ich mag gerne Geschenke, die persönlich sind, das, was ich da, was dabei gedacht habe und jetzt nicht in den nächsten Schmuckladen rennt oder einfach den nächstbesten Schmuck kauft, sondern einfach was Persönliches, keine Ahnung. Darüber möchte ich nochmal sprechen und zwar mit Susanne Veith. Sie ist Paartherapeutin. Hand aufs Herz, Frau Veith und damit willkommen bei Welt. Wie viele Paare waren schon bei Ihnen in der Praxis und der eine hat vom anderen behauptet, der vergisst immer die ganzen Feiertage, Valentinstag, Geburtstag, Hochzeitstag, gar nicht dran zu denken. Ich will mich trennen. Naja, ich glaube, es ist nicht wirklich ein Trennungsgrund, aber natürlich passiert es, dass die Menschen noch nicht so achtsam sind. Achtsamkeit, das ist wichtig, aber brauche ich dazu bestimmte Tage? Ist es nicht schöner, Liebe zu zelebrieren, wenn ich nicht darauf hingewiesen werde, oh, jetzt musst du mal in die Tasche greifen, mal ein paar Blümchen kaufen und ein paar Pralinen dazulegen? Dann ist doch eigentlich jeder Tag Valentinstag oder sollte so sein. Ich glaube, dass die Menschen da sehr, sehr unterschiedlich sind. Also es gibt tatsächlich welche, die diese Tage brauchen, um es zu zelebrieren und es gibt halt auch sehr viele, und das haben wir auch gerade gehört, für die das gar nicht so wichtig ist, die halt jeden Tag machen oder dann, wenn das Paar vielleicht auch die Zeiten hat, wo es besser ist, das zu zelebrieren. Jahrestag, wann hat man sich kennengelernt, Verlobung, Hochzeitstag, wie auch immer. Aber tatsächlich ist es für einige Menschen sehr wichtig, diesen Valentinstag und faszinierenderweise ist es altersunabhängig zu zelebrieren. Aber warum ist es den Menschen dann wichtig, also den Menschen, denen es wichtig ist? Woher kommt das? Ich meine, viele, die dann auch sagen, das ist ja so dieser amerikanische Commerz, da geht es nur ums Geld. Weil damit zeige ich doch meinem Partner nicht, dass ich wirklich ihn liebe, dass ich verliebt in ihn bin. Ach, ich glaube, darum geht es gar nicht. Also jeder für sich selber entscheiden. Und wenn es diesen Tag gibt und das für den anderen bedeutend ist, warum soll man es nicht machen? Also ich glaube, wir müssen alles immer nicht so im Drama aufhängen, sondern dürfen es so machen, wie es für das Paar einfach okay ist, sich gut anfühlt und schön ist. Und dann auch wirklich achtsam ist. Aber Frau Feitmal, nun sind ja nicht alle in Paarverhältnissen. Es gibt ja so den einen oder die andere, die da möglicherweise auf der Suche sind. Ist es verwerflich, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, ach, der würde ich heute eine Blume schenken? Habe ich mich da schon zu weit vorgewagt oder kann man es wagen? Sollte man so etwas wagen, auch wenn man nicht, wie gesagt, in einer aktiven Paarbeziehung ist? Ich glaube tatsächlich, dass wir uns oft viel zu viele Gedanken machen. Was denkt man, was denkt man nicht? Wie kommt es an? Warum kommt es so an? Ich glaube, wenn wir viel spontaner sind, nach unserem Gefühl handeln und auch ein bisschen auf den anderen achten, können wir gar nicht so viel verkehrt machen. Super. Wie halten Sie es selbst mit dem Valentinstag? Sie haben das natürlich nicht vergessen. Wie ist das so bei Ihnen heute? Wir haben es nicht vergessen, aber wir zelebrieren es tatsächlich nicht, weil uns andere Tage viel, viel wichtiger sind. Und das finde ich gut so, Frau Freit. Recht vielen Dank für das Gespräch. Schönen Valentinstag trotzdem. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Dankeschön. Das wünsche ich auch. Danke. So, lange galt er als einer der mächtigsten Manager des Landes. Jetzt muss der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn in Braunschweig vor Gericht aussagen. Nach dem Dieselabgasskandal fordern Anleger mehrere Milliarden in einem Zivilprozess. Seit Jahren wird in Braunschweig über Schadenersatz verhandelt. Martin Winterkorn soll zu den Ereignissen, die teils bis in das Jahr 2007 zurückreichen, Stellung beziehen. Auch acht Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals bleibt die Frage offen, wer bei VW wann was wusste. Ein Strafverfahren gegen Winterkorn selbst wurde im Herbst 2021 von dem Prozess getrennt. Nach Angaben seiner Ärzte soll der 76-Jährige nicht verhandlungsfähig sein. Und irgendwie sind wir mit dem Thema, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch, ja klar, zwangsläufig beim Thema Wirtschaft. Dietmar Deffner ist im Studio und wir schauen mal auf die Börse auf den Überblick. Genau, wir sind in der Hand gestartet, kaum verändert beim DAX. Gestern ja ein Zinsschock aus den USA, beziehungsweise ein Inflationsschock. Denn die Inflation in den USA, die ist stärker ausgefallen als erwartet. Man hat einen Rückgang auf 2,9 Prozent erwartet, die ist nur auf 3,1 Prozent zurückgegangen. Und daraufhin sind die Zinsen angezogen. Die Zinshoffnungen sind wieder etwas abgekühlt. Mit einer Zinssenkung in Amerika rechnet man jetzt erst im Juni. Und das alles hat gestern den DAX belastet. Heute suchen wir jetzt erstmal nach einer Richtung, kaum verändert, aktuell Minus von 0,08 Prozent. Wir sehen einige DAX, MDAX und SDAX-Werte heute mit Zahlen, die gekommen sind aus der zweiten und dritten Reihe also. Und da sehen wir Delivery Hero, die haben endgültige Zahlen vorgelegt und punkten damit, dass sie sagen, unser Cashflow reicht aus in den nächsten Jahren, um unsere Schulden zu bedienen. ThyssenKrupp dagegen unter Druck, da hat man enttäuscht mit seinen Zahlen deutlich. ProSieben wiederum besser als erwartet, der Gewinnrückgang nicht ganz so stark und Billfinger ebenfalls besser als erwartet. Mehr zu all dem dann wieder ausführlich in der Börse am Mittag um 12.45 Uhr. Dietmar, Dankeschön für diesen Überblick. So, damit liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weiß ich es noch mal drauf hin. Es geht hoch her heute in verschiedenen Städten dieses Landes. Ich glaube, die größte Großveranstaltung zum politischen Arsch am Mittwoch findet aber in der Dreiländerhalle in Passau statt. Und da sehen Sie schon zwölf Minuten noch dann der Einzug der Gladiatoren. Das Ganze live hier bei Welt. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident. Und nicht nur den Einzug kriegen Sie hier, hier kriegen Sie auch so ein bisschen was von seiner Rede. Live, bleiben Sie dran. Im US-Bundesstaat Maryland gehört. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert. Zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Erdchenzahn mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener, der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die beiden können es miteinander, die gute Botschaft aber. Doch als der deutsche Kanzler das Weiße Haus wieder verlässt, sind die Sorgenfalten nicht verschwunden. Drängte der Präsident den Kanzler, mehr zu tun, wenn im Kongress Geld... Guten Tag und ganz herzlich willkommen hier. Und wir wollen direkt mal live nach Passau schauen. Heute ist nämlich Aschermittwoch. Da heißt es ja eigentlich Schluss mit lustig, aber nicht so in Bayern. Da beginnt nämlich die Fastenzeit jedes Jahr mit einem echten Spektakel. Politischer Aschermittwoch nennt sich das Ganze. Sehr beliebter Termin bei den Politikern, bei dem bei ordentlich Bier und Brezen ja mal so richtig gegen die politische Konkurrenz ausgeteilt werden darf. Den Anfang, den wird gleich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder machen, den wir hier schon sehr prominent im Hintergrund auf dem Plakat platziert gesehen haben. Schauen wir mal zu Dorothea Schopelius. Die ist für uns live vor Ort in Passau. Üblicherweise geht am Aschermittwoch ja die Opposition auf die Regierungsparteien los. Und auch umgekehrt bei der CSU. Da wird es heute wohl hauptsächlich gegen die Ampel gehen. Oder was erwartest du von Markus Söders Rede? Willi, ich konnte leider nicht so viel verstehen von dem, was du gesagt hast, weil die Stimmung hier jetzt schon sehr gut ist. Ich habe aber Ampelkoalition gehört und dieses Stichwort werde ich einfach direkt aufnehmen, weil das wird auch ein Wort sein, was Markus Söder in seiner Rede wahrscheinlich relativ oft benutzen wird. Denn der politische Aschermittwoch ist dafür da, dass man den politischen Gegner auch mal verbal so richtig anrempeln kann. Und wer kann das so richtig gut? Das verbale Anrempeln, Markus Söder und auch der Aiwanger. Aiwanger ist aber bei den Freiwählern und hier bei der CSU wird Markus Söder gleich einziehen. Das wurde auch schon fleißig geübt. Und zwar wurde geübt, wie laut die Leute jubeln können. Und ich kann schon mal voraussagen, sie können sehr laut jubeln. Das sollen sie dann tun, wenn Markus Söder hier einzieht. Dann wird Markus Söder eigentlich, solange er will, aber gerechnet wird mit 90 Minuten eine Rede halten. Und ich wette, dass davon mindestens 70 Minuten nur rein thematisch die Ampelkoalition behandeln. Dorothea, natürlich wird heute nicht nur Markus Söder sprechen. Wir erwarten ja auch eine Reihe von anderen politischen Aschermittwochen. Was ist da heute noch zu erwarten? Unter anderem ja auch die freien Wähler. Da bin ich mir sicher, wird es auch hoch hergehen. Das ist ganz richtig. Der politische Aschermittwoch bezieht sich ja auf alle verschiedenen Parteien. Aber die CSU ist quasi das Original. So sagt ihr zumindest selber. Hier werden auch viele Sticker verteilt, wo einfach draufsteht, politische Aschermittwoch das Original bei der CSU. Und ich muss auch sagen, die Stimmung bei der CSU ist ja auch etwas sehr Originales. Etwas wirklich zutiefst Bayerisches, zutiefst Ausgelassenes. Also schon da unten habe ich jetzt einige schon sehr fröhliche, auch teilweise angetrunkene Gäste getroffen. Und es ist ja auch noch nicht, ja, also es ist noch nicht, der Tag ist noch nicht lang, sagen wir es mal so. Also die Stimmung ist jetzt schon recht ausgelassen. Aber es ist natürlich auch einfach eine sehr wichtige Phase für Markus Söder. Und auch, sagen wir es mal so, ein leichtes Spiel. Denn die Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition, also mit der Regierung im Bundestag in Berlin, die ist ja auch sehr groß. Das ist ja auch nicht immer so. Es ist ja nicht immer so, dass der politische Gegner, der der politische Gegner von Markus Söder ist, auch der politische Gegner von vielen in der Bevölkerung quasi jetzt mal sehr direkt ausgedrückt ist. Und das ist ja momentan der Fall. Also nur noch ein Prozent ungefähr geben an, zufrieden mit dieser Regierung zu sein. Und das ist natürlich für Markus Söder gefundenes Fressen. Und das wird Hauptteil dieser Rede sein. Da wird es dann um Energiepolitik gehen, natürlich um Migrationspolitik. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch die Landwirte, wir sind hier in Bayern, eine große Rolle spielen werden. Als man draußen reingekommen ist, hat man gleich schon am Anfang so kleine Zettel bekommen, die waren in der Form eines Traktors. Und da drauf stand, CSU steht an der Seite der Landwirte. Also dieses ganze Landwirtethema, was ja jetzt ganz Deutschland und uns alle in den letzten Wochen und Monaten fast schon beschäftigt hat, das wird natürlich auch nochmal eine große Rolle hier spielen, weil es für Markus Söder wichtig ist, sich Stimmen einzuholen, die Unterstützung einzuholen. Denn es gibt noch einen Hauptgegner der CSU. Das ist nicht die Ampelkoalition, das ist die AfD. Die Brandmauer steht. Die ist auch von Martin Huber, dem Generalsekretär, mit dem ich im Interview heute schon sprechen konnte, nochmal betont worden. Aber dieser Hauptgegner, anders als die Ampelkoalition, der findet gerade ja teilweise dann doch ziemlich viel Zulauf in der Bevölkerung. Und hier wird es für Markus Söder auch eine Aufgabe sein, dem entgegenzuwirken und da zu zeigen, was er vorhat, zu sagen, was er kann, was seine Pläne sind. Spezifisch auch bei Migration und Atom. Da liegt ja auch viel Verantwortung auf ihm jetzt hier in Bayern mit den Grenzkontrollen etc. Also da wird es auch inhaltlich für ihn wichtig werden zu liefern und nicht nur verbal zu pöbeln in Richtung Berlin. Ja und da sehen wir jetzt auch Markus Söder, wie er sich ein bisschen feiern lässt. Wir haben eben auch schon gesehen, er hat ein paar Autogramme gegeben. Ist natürlich ein schöner Termin für ihn hier. Nur Unterstützer, nur Freunde, nur Menschen, die ihn feiern. Gemeinsam mit CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und Herrn Huber, sehen wir ihn da. Man grüßt freundlich und bereitet sich vor auf den Einzug, der ja immer so ein bisschen, ja, auch was Popstar-mäßiges hat. Das wird immer gerne ordentlich inszeniert, gerade bei der CSU. Und da hören wir es jetzt auch schon, der Applaus, die Freude. Man freut sich auf Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Hier und da noch mal ein bisschen Hände drücken. Brotea hat es ja eben schon angesprochen. Man will da natürlich, ja, noch mal vor diesem Super- oder in diesem Super-Wahljahr noch mal die Reihen hinter sich schließen. Schließen, Stärke zeigen, Geschlossenheit zeigen. Darum geht es jetzt auch hier beim politischen Asch am Mittwoch. Aber wir dürfen natürlich sehr gespannt sein gleich auf die Rede von Markus Söder. Martin Huber, der hat ja bereits eine starke, fulminante Rede des Ministerpräsidenten angekündigt. Aber auch Manfred Weber wird dann noch ein kurzes Grußwort halten. Und da sehen wir jetzt Markus Söder in der Rolle, in der er sich wohl am liebsten gefällt. Vielleicht wird es wieder raus. Wunderschönen guten Morgen! Gut gelaunt, ganz offensichtlich, Markus Söder. Ja, ist klar, das ist ja auch durchaus eine der beliebtesten Termine im Jahr, dieser politische Asch am Mittwoch. Weil er eben, wie wir schon gesagt haben, wirklich mal Gelegenheit gibt, ganz unverhohlen auf der politischen Konkurrenz ein bisschen rumzudreschen. Und wir wissen ja, das macht Markus Söder sehr gerne. Ja, und er wird jetzt schon bei ziemlich lauter Musik und auch schon bei ordentlichem Bier noch mal ein bisschen angeheizt, noch ein kleines Vorfilmchen gezeigt. Und dann wird Markus Söder gleich in die Festhalle offiziell einziehen. Und ab jetzt schön langsam gehen. So, wir hören es alles durchchoreografiert. Schön langsam gehen soll er, der Markus Söder, damit ihn auch jeder gut sehen kann. Mein lieber Christi, hallo. Привет! Hallo! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke, dass du das hast. Sehr gut. Alles, ja. Alles, ja. Alles. Danke. 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 dafür gedacht, dass man das im Scherze tun kann. Und mit Scherzen und Austeilen, da ist Markus Söder immer ganz vorne mit dabei. Deswegen kann man sich ja auf 90 Minuten Rede gefasst machen. Und ich konnte ja auch vorhin mit einigen Leuten hier sprechen und die setzen wirklich viel in Markus Söder auf diese Rede. Also Markus Söder ist hier wirklich in der CSU, hat viele Unterstützer, wird hier gut unterstützt und ich bin mir sehr sicher, dass in dieser Rede so einiges sein wird, was man im Nachhinein dann auch analysieren werden kann und besprechen wird. Zumal ja bei den Freien Wählern auch, genau am politischen Aschermittwoch, der Aiwanger auch eine Rede halten wird, die es auch in sich haben wird. Die Grünen werden auch eine Rede halten. Also heute ist wirklich der Tag, wo jeder einmal sagt, was er vom politischen Gegner hält. Doro, ganz interessant auch in diesem Zusammenhang, pünktlich zum politischen Aschermittwoch gab es da auch gleich mal einen kleinen Seitenhieb zum Koalitionspartner CSU-Chef Söder, der sieht die Freien Wähler auf einem gefährlichen Kurs nach rechts, hat er gesagt. Was glaubst du steckt jetzt zu diesem Zeitpunkt dahinter, dieses Gesticheln? Ich konnte leider wieder nur die erste Hälfte deiner Frage verstehen, aber ich habe verstanden, dass du über die Freien Wähler gesprochen hast. Und ja, der hat ja Markus Söder auch ein bisschen in die Richtung der Freien Wähler ausgeteilt, dass sie sich nach rechts bewegen würden. Es ist ganz interessant, wie wichtig, also was heißt interessant, aber wichtig zu erwähnen, wie wichtig es Markus Söder ist, zu zeigen, es ist eine konservative Partei, aber keine Partei, die auch nur im Ansatz irgendwas mit Rechtsaußenströmen zu tun haben möchte. Also der Generalsekretär Martin Huber, der nennt die AfD Nazis in einem neuen Gewand. Und ich habe ihn heute im Interview gefragt, ob er bei der Aussage bleibt und hat gesagt, ja, genau das seien sie. Es seien Faschisten, so hat Martin Huber sich ausgedrückt. Und mit denen möchte Markus Söder nichts zu tun haben, möchte aber gleichzeitig das konservative Wählertum anziehen und sich holen. Denn man sieht ja auch im Stimmungsbild momentan über 60 Prozent wählt konservativ. Und nicht nur in Berlin, nicht nur die Ampel-Koalition verliert Wähler an die AfD. Auch die CSU verliert Wähler an die AfD. Also hier wird es auch nochmal spannend, wie er sich damit dann auseinandersetzen will. Dass er auf der einen Seite sagt, bei den freien Wählern geht mir das manchmal schon zu weit rechts. Mit der AfD möchte ich gar nichts zu tun haben. Aber ich bin trotzdem konservativ und kann das erfüllen, was die konservativen Wähler von mir erwarten. Also das wird auch ein interessanter Spagat, den er ihr heute auch verbal dann hinlegen muss. Ganz sicher, Dorothea, da sind wir natürlich sehr gespannt, wenn Markus Söder dann tatsächlich dann seine große Redner hier als Hauptredner beim politischen Aschermittwoch halten wird. Aufnahmen für die Kollegen der Medien. Und dann geht's in wenigen Momenten los auf der Bühne. So und bis es soweit ist, da machen wir eine ganz kurze Pause, sind aber natürlich rechtzeitig wieder da, wenn Markus Söder dann auf die Bühne tritt und seine Rede halten wird. Bis gleich. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf eine Autobahn. Willkommen zurück hier bei Welt. Braucht Europa eigene Atomwaffen? Nach den jüngsten Aussagen von Donald Trump säumige NATO-Staaten nicht verteidigen zu wollen. Und im Angesicht der stetigen Bedrohung durch Russland wird nun offen auch in Deutschland darüber nachgedacht. Sowohl die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley als auch Finanzminister Lindner könnten sich ein eigenes Atomwaffenarsenal in der EU durchaus vorstellen. Verteidigungsminister Boris Pistorius wiederum mahnt im Weltinterview vor leichtfertigen Diskussionen. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen? Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift? Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren, da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, um diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum, zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten, denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk will das Thema hingegen ernsthaft diskutieren. Bundeskanzler Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlandsimperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, als ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Schauen wir zu Gerrit Sebald in den Deutschen Bundestag. Also Gerrit, nun wird offen über eine europäische Atombombe diskutiert. Wie realistisch ist denn dieser Vorstoß tatsächlich? Ja, die große Frage ist in dem Zusammenhang, wer würde denn den roten Knopf drücken? Und wenn man das mal so ein bisschen auseinander nimmt, sind das eigentlich zwei verschiedene Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen. Schauen wir uns mal den ersten an. Das, was Katharina Barley angedeutet hat. Und zwar tatsächlich eine Atombombe oder ein Atomwaffenarsenal, das der EU unterstellt wäre. Sprich, da würde sich jetzt einfach die Frage stellen, wer würde denn entscheiden, ob diese Atombomben gezündet würden oder eben nicht? Würde das der Europäischen Kommission unterstellt sein? Wäre dann quasi Ursula von der Leyen die Oberbefehlshaberin, was natürlich die Mitgliedstaaten höchstwahrscheinlich nicht mitmachen würden. Die andere Frage, würden dann die Mitgliedstaaten eben entscheiden? Das wären 27, die müssten sich dann erst mal zusammensetzen und entscheiden, naja, okay, jetzt reagieren wir auf beispielsweise einen nuklearen Angriff auf ein europäisches Land. Das wäre dann aber wahrscheinlich viel zu spät. Sprich, die nukleare Abschreckungswirkung wäre von so einem Konzept wahrscheinlich auch nicht gegeben. Und deswegen gab es zumindest zu diesem Vorschlag bisher relativ viel Kritik. Vor allem, weil man glaubt, dass es einfach unrealistisch ist, weil auch dann nicht klar ist, wer würde denn diese Atomwaffen überhaupt produzieren? All diese Fragen werden jetzt nicht beantwortet, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt eine Atombombe, die quasi der EU gehört. Das heißt, dieser Ansatz ist, stand jetzt meiner Meinung nach, relativ unrealistisch. Das Zweite, was auf dem Tisch liegt, das, was Christian Lindner ja angedeutet hat, sich da eher den Engländern oder den Franzosen anzuschließen, das ist eine Debatte, die allerdings schon länger herrscht. Dann sprechen wir nochmal über diese zweite Debatte, Gerrit, die Briten und die Franzosen. Welche Überlegungen gibt es denn da genau? Gibt es da eventuell sogar auch schon Angebote zu? Ja, tatsächlich hat Macron das auch schon öfters angeboten und sich da auch an Deutschland gewendet. Da wäre das Prinzip ja eher so, die Atomwaffen wären weiterhin britische Atomwaffen oder eben französische Atomwaffen. Man würde aber dann, Deutschland würde dann beispielsweise sagen, okay, wir kommen mit unter diesen nuklearen Schirm. Die beiden Länder müssten dann ihre Nukleardoktrin ändern. Das würde eben bedeuten, dass würde Deutschland atomar angegriffen werden, müsste das Land, das Deutschland angreift, eben damit rechnen, dass Frankreich oder eben England darauf antwortet. Ähnlich wie es ja jetzt auch mit der NATO funktioniert. Eben das hat Macron auch schon angeboten. Aber in der Vergangenheit, also vor der aktuellen Diskussion, hat Olaf Scholz tatsächlich diesem Angebot immer eine Absage erteilt. Und wenn man jetzt Boris Pistorius zuhört, der jetzt auch sagt, wir sollten erst mal abwarten, noch ist Donald Trump nicht gewählt, noch sind die USA nicht aus der NATO ausgeschieden oder ähnliches, glaube ich auch, dass der Kanzler da bei dieser Position erst mal bleiben wird und nicht ernsthaft darüber nachdenkt, zusammen mit den Engländern oder eben den Franzosen, wie es Macron ja angeboten hat, eine Art atomares Abkommen zu gründen, was nicht mit der NATO zusammenhängt. Deswegen glaube ich, die Diskussion, die kocht jetzt hoch, aber aus den Spitzen der Politik ist, glaube ich, erst mal abwarten angesagt. Genau das sagt ja auch der Bundesverteidigungsminister, der hält sich ja da auch eher noch ein bisschen zurück. Dankeschön, Gerrit. Der Ukraine ist offenbar wieder ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen. Anwohner berichten in sozialen Netzwerken von lauten Explosionen auf dem Meer. Handyaufnahmen zeigen eine große Qualmwolke und später auch einen hellen Feuerschein vor der Küste. Danach taucht dann ein Hubschrauber auf. Das Schiff ist aber nicht mehr zu sehen. Es soll sich um die Cesar Kunikov handeln, ein Landungsboot der russischen Marine. Der Angriff ereignete sich demnach an der Südostspitze der Krim bei Alubka. Bereits mehrfach hat die Ukraine mit Raketen, aber vor allem ferngesteuerten Seedrohnen erfolgreich russische Schiffe angegriffen und versenkt. Und russische Streitkräfte haben unterdessen zivile Infrastrukturen der zentralukrainischen Stadt Dnipro angegriffen. Das berichtet der Bürgermeister der Stadt. Nach Angaben örtlicher Medien seien in einigen Teilen Dnipros Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. In der Stadt Odessa hat die ukrainische Luftwaffe den Angriff eines russischen Marktsflugkörpers verhindert. Allerdings hätten Teile der abgefangenen Rakete zwei Gebäude beschädigt. Das teilte das Militär mit. Ja und eine Waffe wird nun immer kriegsentscheidender. Die Drohne, sowohl Russland als auch die Ukraine, rüsten damit immer weiter auf. Wie die Waffen gesteuert werden, wie effizient sie sind und welche Probleme es auch geben kann. Bild-Reporter Paul Ronsheimer hat eine Drohneneinheit in der Ostukraine getroffen. Der Krieg in der Ukraine. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren stark verändert. Drohnen bestimmen auf beiden Seiten über Sieg und Niederlage an der Front. Aus Bunkern gesteuert dienen sie der Aufklärung. Aber auch dem Töten. Ich will mehr über diese Form der Kriegsführung erfahren. Wer steckt hinter den Killer-Drohnen? Wer stellt sie her? Und können sie am Ende den Krieg wirklich entscheiden? Dazu treffe ich eine Drohneneinheit in der Ostukraine. Hier trainieren Männer das ferngesteuerte Töten von Russen. Ohne Risiko? Wie gefährlich ist das für dich, wenn du selbst an der Front bist und diese Drohnen steuerst? Es ist natürlich gefährlich. Die Leute denken immer, man sei als Drohnenpilot weit weg von der Front. Aber das stimmt nicht. Wir sind zwei bis drei Kilometer entfernt. Aber die Angriffe der Russen treffen uns wie alle anderen auch. Natürlich nicht so wie die Infanterie, aber es ist auch für uns gefährlich. Drohnen sind aus diesem Krieg offenbar kaum noch wegzudenken. Was die Drohnen angeht, da gab es riesige Veränderungen in den letzten sechs Monaten. Drohnen dienen nicht mehr nur der Aufklärung, sie zerstören auch den Feind. Genau wie Munition benötigen auch Drohneneinheiten ständig Nachschub. An einem geheimen Ort treffe ich die Männer, die diese Fluggeräte und ihre tödliche Fracht bauen. Diese hier kann bei gutem Wetter bis zu 20 Kilometer weit fliegen. Und trägt dabei bis zu anderthalb Kilo. Ein Mann baut etwa zehn solcher Drohnen am Tag. Wir verwenden elektronische Zündmechanismen, die bringen wir in der Drohne an. Wenn du richtig triffst und der Sprengstoff in einem Panzer detoniert, dann hat die Besatzung keine Chance zu überleben. Das ist das Besondere an russischen Panzern. Anders als westliche Panzer sind die nicht dazu gebaut, die Besatzung zu schützen. In diesem Drohnenkrieg, wer hat da die bessere Position momentan? Russland oder Ukraine? Wir haben damit angefangen. Zu Beginn war die Ukraine deutlich stärker. Inzwischen hat Russland aber aufgeholt und momentan haben sie sogar einen Vorteil. Russland hat die Herstellung zur Staatssache erklärt. Ein Soldat an der Front sagte vor kurzem, der Krieg in der Ukraine, er ist wie im Ersten Weltkrieg. Nur eben mit Drohnen. So, jetzt schauen wir mal auf das Wetter, liebe Maira. Durchwachsen, muss man sagen. Heute ganz schön trüb, morgen wird es immerhin ein bisschen besser. Nicht bei uns unbedingt. Aber irgendwie. Schade eigentlich. Ja, gut. Aber das Wetter zeigt sich heute am Valentinstag leider nicht von seiner charmanten Seite. Ganz im Gegenteil, über Hamburg zogen heute Vormittag schon dichte Regenwolken hinweg. Dahinter war es dann eine Zeit lang mal trocken, bevor im Laufe des Nachmittags ja dann sich schon wieder neuer Regen ankündigt. Im Westen konnte sich hinter dem Regen vorübergehend auch mal die Sonne zeigen. Ja, auch hier bis zum Nachmittag, der wird sich dann überwiegend auch nass gestalten. Morgen sieht es dann in der Mitte und vor allem im Norden nicht besser aus. Vormittags sind dichte Regenwolken unterwegs. Ab und an wird es immerhin mal regnen im Nordseeumfeld, auch mal kräftiger. Aber weiter südlich, insbesondere südlich des Mainz, bleibt es trocken und auch die Sonne kann sich dort gelegentlich mal zeigen. Und am Nachmittag ziehen die Regenwolken dann weiter nordwärts. Dann bleibt es über der Mitte zwar überwiegend trocken, doch die Sonne hat weiterhin dort einen schweren Stand. Im Süden und Südwesten wird es dagegen freundlicher. Und zum gelegentlichen Sonnenschein geht es auch mit den Temperaturen noch ein Stück aufwärts, sodass durchaus schon Frühlingsgefühle aufkommen könnten mit 17, 18 Grad in der Spitze. Ja, nur an den Küsten, beziehungsweise jetzt haben wir hier schon die Aussichten, gucken wir gleich mal drauf. Also am Freitag nochmal 17 Grad dazu. Im Süden Sonnenschein auch wirklich noch sehr nett. Ansonsten kommt zum Wochenende hin dann schon wieder neuer Regen auf. Und vor allem dann geht es mit den Temperaturen auch sukzessive abwärts, sodass es in der neuen Woche dann auch wieder deutlich kühler wird. Also noch nicht zu früh auf den Frühling freuen. Ne, nach Frühling sieht das nun wahrlich nicht aus, liebe Maira. Aber du kannst ja nun auch nichts dafür. Dankeschön. Und nach einer ganz kurzen Pause schauen wir natürlich nochmal auf den politischen Aschermittwoch der Parteien. Den Anfang, den macht gleich CSU-Chef Markus Söder. Hier schon mal das Live-Bild aus Passau. Sobald Markus Söder die Bühne betritt, sind wir natürlich live mit dabei. Bleiben Sie dran. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert. Zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Erdchenzahn mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei. Teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeana. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodeshcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man... Mittwoch der Parteien heute. Das findet ja alles in Bayern statt. Kurz vor der Europawahl wird in Passau. Filzhofen, Dengdorf und Co. wieder um die Wette gepoltert. Hier sehen wir das Signal von der CSU. Da reden gerade noch andere. Aber gleich wird auch der Chef persönlich, also Markus Söder, in Passau reden. Er hat sich da beim Einzug auch schon ordentlich feiern lassen von seinen Parteifreunden. Und das Ganze beobachtet hat für uns Dorothea Schopelius. Die ist für uns in Passau mit dabei. Und Dorothea, im Fokus dürften ja in diesem Jahr die aktuelle gesellschaftliche Spaltung, also der Umgang mit der AfD und auch die Arbeit der Ampel stehen. Aber könnte auch mal interessant sein, ob sich Markus Söder vielleicht auch zu den Flirtambitionen der CDU und den Grünen äußern wird. Was glaubst du? Das wird in der Tat interessant. Und Friedrich Merz hat ja auf einmal verkündet, dass er, ja, du hast es ganz richtig ausgedrückt, mit den Grünen flirtet und mit einer Koalition liebäugelt. Und das ist bei Markus Söder nicht ganz so gut angekommen. Und übrigens bei der Bevölkerung auch nicht. Nur ungefähr 21 Prozent können sich so eine Koalition überhaupt vorstellen. Das hat auf jeden Fall für Schadenfreude hier im Süden, in Bayern gesorgt. Denn Markus Söder fährt ja jetzt seit einiger Zeit eine knallhart Anti-Ampel-Koalition-Linie. Also, dass er jetzt noch nie Fan von der SPD oder die Grünen waren, das ist einem bewusst. Aber dieses knallharte, wir machen bei allem das Gegenteil quasi von der Ampel-Koalition. Und auch vor allem dieses, dass sich Söder doch auch ziemlich stark auf die Grünen sozusagen eingeschossen hat, als politischen Gegner, als das Gegenbeispiel von dem, wie er es machen will hier in Bayern. Das hat bei ihm zu einem Wahlerfolg geführt. Und diese Linie will er weiterführen. Passt ja dann aber gar nicht zu seinem eigentlichen Partner, zu der Schwesternpartei CDU. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, auch Markus Söder muss sich Gedanken machen, wie es denn weitergehen soll. Denn die Brandmauer Richtung AfD steht. Und der Wunsch-Koalitionspartner FDP, der kratzt gerade irgendwo unter der 5-Prozent-Marke rum. Das heißt, es könnte unter Umständen ja keine andere Möglichkeit geben, für die CDU und auch CSU hier mit den Grünen ins Gespräch zu kommen. Aber es wird auf jeden Fall ganz interessant für die, da gebe ich dir absolut recht, wie Markus Söder damit heute umgehen wird. Ob da vielleicht auch eine kleine Spitze für Friedrich Merz drin sein wird, oder eben nicht, um Einigkeit zu zeigen. Denn auch die Frage des Kanzlerkandidaten, die soll ja eigentlich geklärt sein. Es soll Friedrich Merz sein, aber ganz offiziell ist Markus Söder ja hier auch noch nicht aus dem Rennen. Also auch ein ambivalentes Verhältnis, was die beiden haben, Friedrich Merz und Markus Söder, CDU und CSU. Ja, aber ein ambivalentes Verhältnis hat man ja auch bei der CSU so ein bisschen mit den freien Wählern. Eigentlich regiert man zusammen, aber pünktlich zum politischen Aschermittwoch hat Markus Söder da nochmal ganz schön gestichelt bei Hubert Aiwanger. Das ist ganz richtig und das ist das weitere interessante politische Thema hier heute, wo auch ich so als politische Beobachterin sehr gespannt eigentlich drauf warte, wie will Markus Söder das auffangen. Er will auf der einen Seite der konservative Söder sein, der da jetzt das Gegenteil zu SPD und Grün macht, der bei Migration und Energiepolitik alles einfach anders machen wird und so dem Wählerwillen irgendwie gerecht wird, wie er sagt, wir gucken uns das Wählerbild an von den Umfragen, Umfragen immer mit Vorsicht zu genießen, aber von den Umfragen her wird ja gerade sehr viel konservativ gewählt, über 60 Prozent. Aber auf der anderen Seite sagt er ganz klar, es gibt für ihn eine Grenze, mit Rechtsaußen will er nichts zu tun haben. Die Brandmauer zur AfD steht sowieso und auch bei den freien Wählern wird ihm anscheinend, das ist ja der Koalitionspartner, also da gibt es ganz sicher keine Brandmauer, aber auch da wird ihm anscheinend einiges, in Anführungsstrichen, zu rechts oder zu rechtsaußen nah, so zumindest hat er es ausgedrückt und das wird eben auch ein spannender Spagat, also ein spannender Spagat, wie Markus Söder diese politischen Ziele miteinander verbinden will, denn auch die CSU verliert Wähler an die AfD, das heißt auch hier muss er gucken, wie er Wähler wieder zurückholen, wieder abholen kann und dann eben, da wären wir wieder bei der ersten Frage, bei der ersten Antwort, da würde ich noch einmal kurz darauf zurückgehen, genau deshalb fährt er ja auch diese Linie der Anti-Grün, weil er sozusagen komplett klar machen will, ich arbeite nicht mit den Grünen zusammen, aber dann wären wir wieder bei der Frage, mit wem wollen CDU und CSU regieren und werden all diese Fragen heute von Markus Söder beantwortet oder wird er das Ganze einfach sehr humorvoll gestalten und sich hauptsächlich darauf konzentrieren, die Ampelkoalition zu bashen, ich gehe davon aus, dass das ein sehr großer Teil seiner Rede sein wird und vielleicht so viele politische Fragen heute gar nicht beantwortet werden. Wir sind sehr gespannt auf die Rede von Markus Söder, ein kleines bisschen wird es noch da und Dorothea, sobald es soweit ist, sind wir natürlich wieder bei dir. Dankeschön für den Moment. Jetzt schauen wir aber nochmal auf andere Meldungen des Tages. Zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten soll Deutschland dieses Jahr wieder zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Das geht aus Recherchen der deutschen Presseagentur hervor. Deutschland soll mehr als 70 Milliarden US-Dollar bei der NATO angemeldet haben. Das wäre tatsächlich eine Rekordsumme. Offiziell werden die Zahlen noch heute Vormittag durch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg anlässlich des Treffens der NATO-Verteidigungsminister vorgestellt. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben auf das verlassene Versteck des Hamas-Anführers Al-Sinwar im Gazastreifen gestoßen. Al-Sinwar soll samt Familie geflüchtet sein, wie dieses Video einer Sicherheitskamera zeigen soll. Die Angaben zu den Videos lassen sich aber noch nicht unabhängig überprüfen. Unterdessen sind die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar über einen Waffenstillstand ergebnislos zu Ende gegangen. Eine unabhängige Expertenkommission soll unterdessen mit der Überprüfung des UN-Hilfswerks für Palästinenser UNRWA beginnen. Israel wirft einigen Mitarbeitern der Organisation vor, an Terrorakten der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Die Vereinten Nationen wollen das nun durch ein Gremium überprüfen lassen. Die USA, Deutschland und weitere westliche Länder stellten nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Zahlungen an die UNRWA ein. In letzter Instanz wurde nun eine Straßenblockade von Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation als Nötigung eingestuft. Das Berliner Kammergericht bestätigte die Verurteilung eines heute 62-Jährigen. Wegen der Farbattacke auf das Brandenburger Tor müssen sich 13 Mitglieder der letzten Generation in einem separaten Verfahren verantworten. So, und wir sehen es, Markus Söder ist auf der Bühne. Hören wir direkt rein. So sagt man bei Grün, so sagt man bei Rot, so sagt man bei Gelb. Das ist nichts für uns. Wir sagen Servus und Grüß Gott in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist mir eine Freude und Ehre, widersprechen zu dürfen. Ich sage einmal eins, Passau ist der geilste Termin des Jahres für jeden Politiker. Und Passau muss man können und die anderen können es nicht, sondern nur wir als CSU wissen, was Passau vor ist, liebe Freund, Freunde. Es ist unser Wohnzimmer. Es ist der Stammtisch Bayerns. Heute ist Valentinstag. Heute sollte man Nettes sagen, aber nicht über die Ampel. Ich garantiere euch hier, wir sind die garantiert Ampel und wognisfreie Zone in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde. Das ganze Jahr bin ich Staatsmann. Aber heute gibt es Freifahrt. Nicht Kamillentee und Gebäck, sondern Bier, Fisch und Emotion pur. Und an die Freunde und Experten der Political Correctness kann ich sagen, wenn ihr eine Sorge habt, dann schaltet lieber ab, dann schaltet lieber um. Denn es gilt der Satz, Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. Die Ampel ist eine Regierung ohne Vertrauen. Die Ampel ist die unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten. Sie liegt in der Sympathiekurve irgendwo zwischen Strafzettel, Steuererklärung und Zahnwurzelbehandlung, liebe Freundinnen und Freunde. Das Gegenmodell, das sind wir in Bayern. Die CSU steht fest und stabil. Wir haben die Landtagswahl, trotz vieler Attacken, trotz mancher Flugblätter, gut überstanden. Wir sind die stabilste bürgerliche Regierung in Deutschland. Und was das Wichtigste ist, wir sind eine Regierung, in der keine Grünen in der Regierung sitzen, liebe Freundinnen und Freunde. Das habe ich euch versprochen. Das habe ich auch gehalten. Und ich sage es auch nach Deutschland und für Deutschland. Wir als CSU, wir wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung, liebe Freundinnen und Freunde. Kein Schwarz-Grün. Die Grünen sind out. Schluss mit den Oberlehrer und Oberlehrerinnen. Schluss mit den Besserwisser und Besserwisserinnen. Die Grünen sind nicht regierungsfähig. Weder in Bayern noch Berlin. Und deswegen, wir wollen keine Verlängerung. Es kann doch keiner im Ernst wollen, dass die Grünen nach dieser miesen Leistung jetzt dann in der nächsten Bundesregierung sind. Ich finde, Habeck, Baerbock und Frau Lang brauchen endlich eine Auszeit, liebe Freundinnen und Freunde. Und keine Regierungsbank, auf der sie sitzen. Und eigentlich ist es ein Wunder. Wir sind immer noch stark, trotz Benachteiligungen aus Berlin. Die Ampel ist unser großer Bremsklotz. Länderfinanzausgleich von 9 Milliarden, kein Danke dafür. Eine Erbschaftssteuer, die vor allem im Süden benachteiligt. Kürzungen von Fördermitteln, alles wird umgeleitet von Süd nach Nord. Und dann, lieber Alexander Dobrindt, dieses Wahlrecht. Dieses Wahlrecht ist eine Vollattacke auf die CSU in Bayern. Dieses Wahlrecht ist eine echte Ampelsauerei, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist undemokratisch und es soll Bayern mundtot machen. Es gefällt Ihnen nicht, dass wir unsere eigene Meinung formulieren. Und ich sage mal so, lasst uns doch einfach mit offenen Karten spielen in Berlin. Wenn ihr uns nicht wollt als Bayern, dann macht es halt alleine. Dann lasst uns halt raus. Eines weiß ich aber, Bayern kann ohne Deutschland leichter leben als Deutschland ohne Bayern. Denn dann wäre Deutschland pleite, liebe Freundinnen und Freunde. So schaut es aus. Warum nur? Warum nur sind die so gegen uns? Übrigens seit Jahrzehnten. Seien wir ehrlich. Das ist der Neid auf Bayern. Das ist der Neid auf die CSU. Das ist der Neid auf unseren Erfolg. Sie haben immer gedacht, nur die da im Süden, ja. Kurz vor Österreich. Groß übrigens an die österreichischen Freunde, ja. Haben gedacht, naja, wir sind die Schlauen. Wir wissen, wie es geht. Sie ärgern sich jedes Mal, dass wir in allen Rankings fahren, liebe Freunde. Es macht uns ja auch Freude. Denn es ist tatsächlich so. Trotz der Flaute in Berlin ist Bayern mit vollen Segeln im Wind unterwegs. Der Süden ist das Herz Deutschlands. Und dieses Herz pumpt und pumpt und pumpt. Und woanders werden die ersten Gliedmaßen taub, liebe Freundinnen und Freunde. So schaut es aus. So schaut es aus. Bayern wächst. Wir sind ein junges Land. Wir haben enormen Zuzug. Bayern ist stark. Manfred, wir sind die sechstgrößte Volkswirtschaft in Europa. Unser Bruttoinlandsprodukt ist größer als das von 90 Prozent in der ganzen Welt. Wir haben die meisten Industriearbeitsplätze. Die meisten DAX-Unternehmen. Gott sei Dank die meisten Handwerksmeister. Die meisten Start-ups. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote. Die niedrigste Armutsquote. Lieber Joachim Herrmann, die niedrigste Kriminalitätsrate überhaupt. Ich muss mal ehrlich sagen, während woanders die Polizei, weil sie schlecht finanziert ist, manche Verbrechen laufen lässt, wird bei uns jede Straftat geahndet. Das kann ich euch versprechen. Bei uns gibt es nichts für lau. Wer sich schlecht verhält, der muss mit dem Rechtsstaat rechnen, liebe Freundinnen und Freunde. Und obwohl wir traditionell sind und Heimat und Ehrenamt schätzen, sind wir megamodern. Die Hightech-Agenda ist unsere Eintrittskarte in die Zukunft, liebe Freundinnen und Freunde. Künstliche Intelligenz, obwohl hier im Saal mehr Natürliche versammelt ist als in ganz Berlin, liebe Freundinnen und Freunde. Künstliche Intelligenz, Nummer eins, Supercomputer, ganz vorne dabei. Drei Mal so viel wie die Schweiz, mehr als Russland oder Australien. Und ich weiß, ich werde da oft verlacht, genauso wie Franz Josef Strauß früher, wenn es um Raumfahrt gegangen ist, ja. Wir sind das Space Valley. Und ja, ich will nicht zum Mond, aber ich sage es mal ganz ehrlich, so eine bayerische Flagge auf dem Mond, das würde mir gefallen. Keine deutsche, eine bayerische, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist eine coole Sache, ja. Andere hatten Paninchenalbümer. Wir sammeln Nobelpreise, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 2001 den fünften Nobelpreis gerade wieder bekommen. Was macht man denn woanders? Wenn man im Süden Nobelpreise sammelt, was gibt es für Wettbewerbe im Norden? Da wird das beste Fischbrötchen prämiert. Ja, da gibt es die Meisterschaft im Pfahlsitzen. Das ist die Realität. Bayern macht Nobelpreise und die anderen machen Pfahlhocken, liebe Freunde und Freunde. Das ist der Unterschied, ja. Das ist der Unterschied, was Zukunft betrifft. Und bis auf die Bundesregierung, bis auf die Ampel, ist Bayern auch total beliebt in der Welt. Denkt man an Deutschland, naja. Denkt man an Bayern, hurra. Ja. Wir haben die schönsten Feste. Bei uns macht man Urlaub. Die ganze Welt kommt zu uns. Ich sage euch eins. Der Erfolg vom Oktoberfest liegt nicht nur am guten Essen, Bier und allem, was der Zug hat. Und uns, die daneben sitzen. Sondern ich glaube, der eigentlich tiefere Grund, warum am Hauptbahnhof, am Flughafen die Ersten sich in Döndl und Lederhosen zwängen, manche passen, manche sind kurz davor. Ja. Egal. Das ist der eigentliche Grund, ist nicht der Genuss am Fest, sondern, dass man das persönliche Privileg genießt, für einige Stunden mit Instagram-Fotos sich einmal als Bayerin oder Bayer-Fühler zu dürfen. Das ist der Grund, warum das so erfolgreich ist. Das ist Bayern. Das war jetzt sozusagen der Werbeblock, ja. Und Deutschland, Mann oh Mann. Unser Vaterland ist tief in der Sackgasse. Rezession, Inflation, Streiks, Demos. Fast alles wird teurer, nichts wird besser. Wir sind das einzige G7-Land, das zurückfällt. Die WF-Prognosen sind außerordentlich düster. Ich glaube, man kann es zusammenfassen. Solange die Ampel regiert, wird die deutsche Wirtschaft ruiniert, liebe Freundinnen und Freunde. Und wie ist die Selbstspiegelung? Olaf Scholz behauptete jüngst erst, die Ampel sei die beste Regierung aller Zeiten. Müssen Sie sich mal vorstellen. Die beste Regierung aller Zeiten. Das wäre genauso, wenn der Präsident vom Wuppertaler SV oder der Spielvereinigung Ergenschwig glaubt, er spielen in der Champions League. So eine Selbsttäuschung ist der Wahnsinn, liebe Freunde und Freunde. Normalerweise müsste man den Trainer raustun. Hier muss die ganze Mannschaft raus, liebe Freunde und Freunde. Sie können es einfach nicht. Sie haben jetzt zwei Jahre Zeit gehabt. Wobei, Sie sagen uns immer wieder, es tut uns leid. Ich habe 16 Jahre gearbeitet und alles war in Schutt und Asche. Jetzt können wir nichts anderes machen. Stimmt das eigentlich? Stimmt das eigentlich? Ich meine, es war nie alles perfekt. Was ist schon perfekt im Leben? Aber nur ein paar Daten. Arbeitslosenquote von 12 Prozent auf fast 6 Prozent gesenkt. Bruttoinlandsprodukt in der Zeit um zwei Drittel gesteigert. Haushalt ohne Schulden, liebe Freunde und international war Deutschland hoch angesehen. Heute ist Deutschland nicht mehr beliebt. Heute ist Deutschland der einsame Mann. Die Grünen werden sagen, die einsame Frau Europas, liebe Freunde und Freunde. Ich habe mir das gedacht, letztens beim Staatsakt für den verstorbenen Wolfgang Schäuble, Emanuel Macron. Manfred kam rein. Er warf Angela Merkel einen Kuss zu. Könnt ihr euch vorstellen, dass Macron ernsthaft Interesse hätte, Scholz zu küssen? Ich weiß es nicht. Fakt ist. Bei europäischen Wettbewerben gibt es hier immer so Punkte. Die Ampel würde in Europa genau die gleichen Punkte bekommen, wie der regelmäßig deutsche Beitrag zum European Song Contest. Germany Ampel, Zero Points. So ist die Wahrheit, liebe Freunde und Freunde. Seien wir ehrlich. Die Sorge vor dem Abstieg unseres Landes wächst. Die Sorge vor Abstieg, der persönliche Abstieg vieler Menschen wächst. Eine schleichende Deindustrialisierung droht. Beispiele gefällt ich gerne. Finanzen. Wir sind massiv überschuldet. Das erste Mal in der Geschichte, dass Deutschland einen verfassungswidrigen Haushalt hatte. Übrigens nebenbei bemerkt, lieber Albert Föger, wir haben null Schulden, liebe Freunde. Und bezahlen trotzdem die Party aller anderen über den Länderfinanzausgleich, weil wir gut wirtschaften. Und das ist der Unterschied zu den anderen, liebe Freundinnen und Freunde. Dieses Urteil war epochal für unsere Verfassung und Haushaltsgeschichte und eine fette Klatsche für den Finanzminister. Was haben Sie darauf gemacht? Sie haben über Nacht oder einige Nächte versucht, eine Streichliste zu erstellen. Panisch, hektisch, nicht durchdacht. Sie hätten es übrigens ganz einfach machen können, um Geld zu sparen. Beispiel Heizgesetz. Dieses Heizgesetz ist absoluter Unsinn, geht zu Lasten des ländlichen Raumes und zu der Lasten der kleinen Leute. Weg damit, wir werden das abschaffen, liebe Freunde und Freunde. Da kann man sich eine Menge sparen. Oder sparen. Neubaukanzleramt. Rund eine Milliarde kostet das. Das soll 2028 fertig sein. Mal ganz ehrlich, wie kommt Olaf Scholz darauf, dass er 2028 noch Kanzler ist, liebe Freunde und Freunde. Völliger Bitz. Und vor allem, was wäre die größte Streichaktion und zwar schnell und richtig? Bürgergeld. Plus 24 Prozent in zwei Jahren. Ich sage euch zum Bürgergeld. Falsche Konstruktion, falsche Höhe. Abschaffen und durch die gute, alte Sozialhilfe ersetzen, liebe Freunde und Freunde. Das Bürgergeld. Das ist falsch. Zu teuer. Und es geht zu Lasten der Fleißigen. Das ist unser Problem. Ich sage euch. Wer arbeitet, muss endlich wieder deutlich mehr haben, als der, der nicht arbeitet, liebe Freunde und Freunde. Und wer nicht arbeiten will, obwohl er könnte, der darf dies tun. Aber er soll nicht erwarten, dass er dies auf Kosten der Allgemeinheit und fleißigen anderen machen kann, liebe Freunde und Freunde. Mein Respekt. Es ist unfair, dass jemand, der lange einbezahlt hat, das Gleiche bekommt, wie jemand, der noch nie einbezahlt hat, weil er von wo ganz anders herkommt. Es muss auch hier wieder Gerechtigkeit herrschen. Wer in Deutschland gearbeitet hat, soll Ansprüche haben. Wer neu da ist, hat andere Möglichkeiten. Aber kein Bürgergeld mehr, liebe Freundinnen und Freunde. Alex, all das hätten Sie tun können. Hätten Sie sofort Ihr Geld beieinander gehabt. Das haben Sie nicht getan. Sie haben sich lieber entschieden, zu Lasten des Mittelstandes, zu Lasten der Fleißigen zu machen. Ob Gastro, Handwerk, Spediteure oder Landwirtschaft. Bei der Gastro haben Sie einen schweren Wattbruch begangen. Das haben Sie anders gesprochen. Was zur Dreifachung der Steuer, Wattbruch. Bei Spediteuren Maut erhöht, CO2-Preis erhöht, doppelte Belastung. Beim Handwerk hohe Energiepreise, ständig neue Auflagen und Bürokratie. Und bei der Landwirtschaft diese einseitige und unfähige Frage des Agrardiesels. Ich gebe, wir geben euch ein Versprechen, diese Belastungen für den Mittelstand, die müssen wieder weg, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist einfach unfair. Zur Landwirtschaft. Die Bauern sind zu Recht sauer. Und wir stehen an Ihrer, an eurer Seite. Die Demonstrationen waren richtig. Und ich möchte ein Dankeschön aussprechen. Da wird immer gesagt, ja, was ist der Unterschied zu den Klimaklebern? Die Klimakleber arbeiten meist nicht, die Bauern leisten aber was, liebe Freunde und Freunde. Das ist der Unterschied, ja. Danke ausdrücklich. Haben Sie alle Angst gehabt? Uh, uh, uh. Wird die Demonstrationen gekapert? Das war nicht der Fall. Das ist auch zu verdanken, ganz besonders dem Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes, lieber Günter Felsner. Danke, das hast du, das habt ihr gut gemacht. Und ich sage dir eins. Ich habe das Video gesehen, wie du neben Christian Linder gestanden hast. Für die nächste Hollywood-Rolle bist du schon gebucht. Das kann ich da sagen. Er war nicht schlecht gemacht, mein Lieber. Für mich, für uns ist Bayern ohne Bauern unvorstellbar. Und mich ärgert es, wenn es heißt, Agrardiesel sei eine Subvention. Da wird suggeriert, es sei etwas, wofür es keine Leistung gebe. Die Bauern, die Landwirte machen hochwertigste Arbeit. Sie versorgen uns mit Essen. Und noch können wir uns selbst versorgen. Noch sind wir bei der Ernährung autark. Bei Medikamenten spüren wir, dass wir das nicht mehr sind. Da bettelt ein Bundesgesundheitsminister in Indien, könntet ihr ein paar Säfte mehr liefern. Beim Essen sind wir noch autark. Ich bin nicht bereit, die Selbstversorgung zu riskieren. Und ich sage es noch einmal drauf. Gerade das bayerische Essen ist ja mit das Beste der Welt. Wenn bei der Grünen Woche der großen Agrarschau Bayern zum Empfang einlädt, und es gibt am Abend in der Bayernhalle Essen und Trinken, kommen Sie aus allen Ländern der Welt, überall aus Deutschland, und fressen uns die Haare vom Kopf herum, weil bayerisches Essen das Beste der Welt ist, liebe Freunde und Freunde. Und das haben die Landwirte gemacht. Hier in Bayern, wir haben einen Zukunftsplan mit der Landwirtschaft vereinbart. In Berlin, da machen die Abwrackpläne mehr. Ich sage eins und heute die Forderung. Lang ist nicht mehr Zeit. Herr Bundeskanzler, nehmen Sie diese unfaire Benachteiligung der Landwirtschaft zurück und entschuldigen Sie sich endlich einmal bei den Landwirten, die so eine wichtige Arbeit für unser Land leisten. Sie haben es verdient, meine Damen und Herren. Mehr Respekt. Mehr Verständnis. Das machen wir. Schluss mit den Flächenstilllegungen. Übrigens, jetzt gibt Europa einen Vorteil. Ich höre schon wieder, dass die Grünen in Berlin anderer Meinung sind. Schluss mit den ganzen Verboten von Pflanzenschutzmitteln. Und Schluss mit dem Angriff auf die Tierhaltung, liebe Freunde und Freunde. Von Herrn Özdemir, ein bekennender Nichtfleisch-Fan. Diese Tierwohlabgabe ist nichts anderes als eine neue Fleischsteuer. Essen ist eh zu teuer. Und ich finde es immer total arrogant, wenn Sie sagen, na ja, dann soll sich halt eine Familie mal irgendwann einen Schnitzel leisten. Verdammt noch mal, lasst die Leute doch ihr Essen, wie sie es wollen. Und schreibt ihnen nicht immer vor, was gut und schlecht ist. Die Leute sind erwachsen genug, selber zu entscheiden, was sie essen wollen. Ich sage es zum hundertsten Mal. Jeder soll leben, wie er will. Veganer, Vegetarier, Frugarier. Habe ich gelesen. Auch ganz spannend. Jeder soll machen, was er will. Ist mir völlig wurscht. Aber dieser ständige Kleinkrieg gegen Fleisch und dieses ständige Diskriminieren und das ständige Insistieren, ja, wer Fleisch und Wurst isst, uh, 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 ja. Ich will es mal heute so erklären, für die Bayerische Staatsregierung offiziell. Schweinsbraten, Schäuferle, Leberkäs, Weißwurst und natürlich Nürnberger Rostbratwürste haben in Bayern quasi Verfassungsrang und sind deswegen auch geschützt, liebe Freundinnen und Freunde. Seien wir einfach so gesagt. Und, na, ein Thema, das mir immer so auffällt, Anbindehaltung im Alpenraum, ja. Ein halbes Jahr sind die Tiere auf der Alp oder der Alm. Frische Luft, wunderbar. Seien wir eins. Hätte ich die Wahl, dann wäre ich lieber Bulle in Bayern als ein Rennviech in Berlin, liebe Freundinnen und Freunde. Das kann ich euch versprechen. Deswegen. Freiheit. Freiheit für die Fleißigen und nicht immer neue Auflagen, Auflagen, Auflagen. Die grüne Umweltministerin Frau Lemke ist übrigens ein Musterbeispiel. Diese grüne Margot Herrnecker, liebe Freundinnen und Freunde, ja. Die Grünen machen so viel Mist. Eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde. Lieber Martin, du warst ja gut gemacht zum Eingang. Sehr gut. Eine Frage treibt mich aber immer um, weißt du welche? Warum mögen die Ampelisten die Fleißigen nicht? Warum mögen die die nicht? Vielleicht, ich überlege über Fasching, vielleicht liegt es daran, dass sie zu wenig mit normaler Arbeit verbunden sind, liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe eine Frage. Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Riccarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde. Als Schutzhund, ja. Liebe Freunde, es gibt auch eine völlig unterschiedliche Philosophie. Ich habe lange darüber nachgedacht. Was unterscheidet uns eigentlich auch im Kern, auch von der Philosophie von Herrn Habeck? Und man kann es gut erklären. Habeck setzt auf eine Wirtschaft der Großkonzerne, auf eine Wirtschaft der Subventionen und der Schulden. Milliardenbeträge für Chipshölten aus allen Teilen der Welt, die zu uns kommen. Herr Musk bekommt sehr viel Geld, obwohl er eigentlich genügend hätte. Da passt der deutsche Haushalt zweimal in sein Aktienportfolio. Überall haben sie Geld. Aber für die Mitte, für den Mittelstand, für die Fleißigen haben sie nichts. Dabei bräuchte eigentlich den Mittelstand gar keine Subventionen. Ein anständiger Mittelständler will kein Geld vom Staat. Er will nur faire Rahmenbedingungen, niedrigere Steuern, niedrige Energiepreise und weg mit dem ganzen bürokratischen Zumpf. Und das ist jetzt interessant. Die Ampel macht genau das Gegenteil. Höhere Steuern, Steuerhöhungen, höhere Energiepreise und mehr Bürokratie. Das ist der Unterschied. Wir stehen für eine Mittelstandspolitik. Habeck steht für eine Form von grünen Staats- und Sozialismus, den wir nicht wollen. Ich sage euch, ob das Sozialismus rot oder grün ist, Sozialismus ist immer Mist und wir wollen keinen in Deutschland. Und in Bayern, da werden wir uns dagegen wenden. Und seid mir nicht böse. Wir müssen auch darüber reden. Wir haben die höchste Zahl an Arbeitnehmern ever, aber es wird nicht am meisten gearbeitet. Jeden Tag kommen neue Vorschläge, drei Tage, Woche, vier Tage, Woche. Work-Life-Balance ist super, aber meistens ist es eher eine Live-Life-Balance. Freunde, lasst uns bitte ehrlich sein. Glauben wir wirklich, dass wir so unseren Wohlstand halten können, wenn immer mehr, immer weniger arbeiten? Ich glaube es nicht. Wir müssen auch zu unseren alten deutschen Tugenden zurück mit Fleiß voranzukommen. Es klingt so altmodisch, aber es ist so wahr. Ohne Fleiß kein Preis. Und ich sage euch eines. Wenn ein Fußballverein meint, er braucht nur 70 Prozent der Zeit aktiv sein, dann geht es schief aus. Als Anhänger des 1. FC Nürnberg habe ich ausreichende Erfahrungswerte über eine solche Philosophie. Ich kann das nur sagen. Am letzten Samstag hätte mancher vom FC Bayern ein bisschen länger und mehr laufen können, aber das ist ein anderes Ding. Leverkusen muss echt nicht sein. Aber bei aller Liebe. Eines sage ich euch. Einige propagieren immer nur mehr Zuwanderung. Wir propagieren auch mehr Arbeiten. Aber dass es sich lohnt, dass es sich lohnt, mehr zu arbeiten, braucht es Anreize. Endlich eine Steuerreform. Wer mehr arbeitet, wer länger arbeitet, wer Überstunden macht, das muss steuerfrei werden, damit es sich lohnt, fleißig, aktiv, mutig voranzugehen. Wir sind die Schutzmacht für den Mittelstand, aber auch für die kleinen Leute, für Soziale. Das ist ja ganz interessant. Da haben ja dann schon einige begonnen zu fummeln. Hände weg vom Ehegattensplitting, das bleibt. Hände weg von der Mütterrente, die bleibt. Im Gegenteil. Die Mütterrente muss endlich für alle Frauen eingeführt sein, egal wann ihr Kind geboren wurde. Was ist denn das für eine Arroganz, dass ein Tag entscheidet, ob man was für die Lebensleistung bekommt. Und unsere Frauen und Mütter, ob in der Familie, ob in der Ehe oder Alleinerziehende, leisten so einen überragenden Beitrag für die Kinder und das Land, das muss endlich in der Rente für alle entsprechend honoriert werden. Da gibt es keine Zweiklassenrente, liebe Freundinnen und Freunde. So, an dieser Stelle verlassen wir die Rede von Markus Söder. Wir wollen das Ganze nochmal ein bisschen zusammenfassen. Also wenn man ihm folgen möchte, dann ist ja nun Bayern das einzig Gute, was Deutschland noch zu bieten hat. Eine Insel der Glückseligkeit quasi im Sumpf des Ampelchaos. Und Schuld an allem Übel sind natürlich die Grünen, aber auch die anderen Ampelparteien. Sprechen wir nochmal darüber mit Dorothea Schopelius. Also Dorothea, man kann sagen, Bier zählt, das Kanar, der Markus Söder, er hat geliefert, oder? Wie erzählt das Kanar, der Markus Söder, er hat ja auch einen sehr einprägenden Redestil, ist ein wahrer Schauspieler, was nicht viele, ja nicht viele Politiker in Deutschland so beherrschen. Und er greift auf jeden Fall ziemlich tief in die Kiste hier verbal, hat übrigens direkt, weil wir ja vorhin noch darüber sprachen, direkt eine kleine Spitze Richtung Friedrich Merz Richtung CDU gesandt, indem er gesagt hat, er habe versprochen, dass es keine Grünen in der Regierung gibt. Er möchte keine Grünen in der Bundesregierung. Die Grünen seien nicht regierungsfähig. Wenn wir uns daran erinnern, dass Friedrich Merz ja gerade noch mit einer Koalition mit den Grünen geliebäugelt hat, dann widersprechen sich da die beiden Anführer der Schwesternparteien auf jeden Fall definitiv. Aber damit war Friedrich Merz auch schon beendet, das Thema. Und es ging hauptsächlich um die Grünen. Es ging um die SPD. Es ist ein kleines Beispiel, wie es hier so am Aschermittwoch zugeht. Markus Söder hat erwähnt, dass es einen Unterschied gibt zwischen seinem Hund Molly und Kevin Kühnert. Und der sei, dass sein Hund Molly eine abgeschlossene Ausbildung hätte. Und danach viel Gelächter und viel Applaus hier in diesem CSU-gefüllten Saal am politischen Aschermittwoch. Natürlich ging es auch um die Landwirte. Und Markus Söder wäre übrigens lieber ein Bulle in Bayern als ein Rindvieh in Berlin. Also so viel hält er von der Politik in Berlin. Und das waren jetzt nur einige Beispiele. Außerdem hat er diesen Saal und ganz Bayern und den ganzen Süden zur Vogue-freien Zone erklärt. Und hat gesagt, Achtung, Achtung, hier spricht der Süden, hier spricht die CSU. Eine Botschaft an die Ampelregierung. Machen Sie den Weg frei. Sie hatten Ihre Chance. Wir fordern Neuwahlen. Also ganz klar, welche politische Ausrichtung diese Rede hat und auch ganz klar, wenn wir jetzt einmal kurz wieder ein bisschen ernsthafter werden, obwohl heute ein spaßiger Aschermittwoch politischer Tag ist, einmal kurz ernsthaft werden. Was möchte Markus Söder damit? Er möchte seine konservativen Wähler ansprechen und weiter bei seiner Anti-Ampel-Koalitionslinie bleiben und klar machen, da haben die Grünen nichts zu suchen. Jetzt muss er noch die Frage beantworten. Wenn die Grünen nicht in die Koalition dürfen, wer soll es denn sonst sein? Weil die Brandmauer zur AfD, die steht nicht. Dorothea, ganz interessant, auch seine Sticheleien gegenüber dem Koalitionspartner, die hat er jetzt nicht wirklich wiederholt. Da ist er dann doch ein bisschen vorsichtiger geblieben. Die Sticheleien Richtung Freie Wähler, die wurden nicht wiederholt, weil, ja, wenn man das mal analysiert, dann ist ganz klar, hier soll ja auch gezeigt werden, wie toll Bayern ist. Also wenn man Markus Söder glaubt, dann, Feli, hast du es ja gerade selber gesagt, dann ist Bayern der einzige Ort auf der ganzen Welt, wo man überhaupt noch leben kann, wenn man denn Markus Söder glaubt, was er hier von sich gibt. Und da passt das natürlich nicht rein, dass man jetzt den eigenen Koalitionspartner kritisiert, sondern man möchte sich stark zeigen, man möchte sich gut zeigen. Aber er hat durchaus ganz am Anfang seiner Rede kurz über den Wahlkampf gesprochen, hat gesagt, dass der Wahlkampf ihm sehr schwer gemacht wurde durch die Grünen, durch die Ampelkoalition, er hätte viel Gegenwind bekommen. Man hätte es aber geschafft, trotz jeglicher Flugblätter und anderen Affären hat also dadurch nochmal einen kleinen Wink Richtung Flugblatt-Affäre und Aiwanger gegeben. Also ist jetzt keine richtige Spitze, aber das war auch so ziemlich das Einzige, was Richtung Freie Wähler gefallen ist. Und ansonsten muss man sagen, dass Markus Söder natürlich ein Meister dieser Art von Rede ist. Das muss man ja auch können. Denn man muss so einen politischen Aschermittwoch ja auch ausfüllen können, indem man auch schauspielerisch und humorvoll da wirklich irgendwie alles gibt. Und da gibt es nicht viele Politiker in Deutschland, die das können. Über das Inhaltliche, da müsste man natürlich dann nochmal tiefer einsteigen. Da gibt es natürlich ein paar Dinge, wo man ein paar Fragezeichen ransetzen kann. Aber ganz klar ist, wenn Markus Söder eine Sache nicht mag, dann ist das SPD, FDP und die Grünen. Ja, und in diesem Zusammenhang hat er ja dann auch nochmal gesagt, also Schwarz-Grün, das, was die CDU, was Friedrich Merz vorgeschlagen hat, hast du ja auch schon angedeutet, das möchte er überhaupt nicht. Findet er keine gute Idee? Hören wir da nochmal genau rein, wie er das formuliert hat. Und ich sage es auch nach Deutschland und für Deutschland. Wir als CSU, wir wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung, liebe Freunde und Freunde, kein Schwarz-Grün. Ein Grün ist out. Schluss mit den Oberlehrer und Oberlehrerinnen. Schluss mit den Besserwisser und Besserwisserinnen. Die Grünen sind nicht regierungsfähig, weder in Bayern noch Berlin. Und deswegen, wir wollen keine Verlängerung. Es kann doch keiner im Ernst wollen, dass die Grünen nach dieser miesen Leistung jetzt dann in der nächsten Bundesregierung sind. Ich finde, Habeck, Baerbock und Frau Lang brauchen endlich eine Auszeit, liebe Freundinnen und Freunde, und keine Regierungsbank, auf der sie sitzt. Also, Dorothea, eine ganz klare Absage nochmal an Schwarz-Grün. Ganz interessant, aber er rechnet eigentlich auch nicht damit, dass Olaf Scholz noch sehr lange Kanzler sein wird. Was ist denn dann seine Lieblingskonstellation? Wir in Bayern werden alles dafür tun. Ja, das fragt man sich so ein bisschen. Also, wenn man in die Vergangenheit blickt, dann sieht man, dass der Wunsch-Koalitionspartner von CDU und CSU ja die FDP ist. Die FDP ist momentan aber nicht sonderlich erfolgreich in den Umfragewerten. Ganz im Gegenteil. Da würde man jetzt mal ein Fragezeichen dran setzen, ob die FDP ist dann überhaupt noch in Bundestagschaft, sprich die 5-Prozent-Scheide knackt. Also, wird diese Frage so ein bisschen aufgelassen, nicht beantwortet. Wenn wir mal die Umfragewerte angucken in der Bevölkerung, dann sehen wir, dass viele sich eine große Koalition vorstellen können oder eine Deutschland-Koalition, dass viele sich eben auch vorstellen können, dass CDU und SPD wieder zusammenarbeiten, also CDU, CSU und SPD. Aber das sind alles Dinge, wenn man sich diese Rede von Markus Söder hier mal anhört, die er sich nicht unbedingt vorstellen kann. Also, ich habe es ja gerade schon erwähnt, also Markus Söder schätzt seinen eigenen Hund Molly mehr als das politische Können und Wissen von Kevin Kühnert. Das klingt jetzt nicht gerade so, als wolle man morgen ein Koalitionsgespräch starten. Diese Frage wurde nicht so richtig beantwortet und man darf auch nicht unterschätzen, wie wichtig es Markus Söder eben auch ist, hier einfach das nochmal zu nutzen und zu zeigen, ich mache eben genau das Gegenteil von der Ampelkoalition. Und was man da auch nicht unterschätzen darf, ist, dass auch die Kanzlerkandidatursfrage, ja, man sagt Friedrich Merz, das sei geklärt, aber so ganz offiziell hat Markus Söder ja noch nicht gesagt, dass er das jetzt komplett aufgegeben hat, diesen Traum, von dem er ja durchaus mal geträumt hat. Und wenn er hier ganz klar macht, welche Linie er fährt und damit auch irgendwie diesen konservativen Wählerwillen, der momentan ja irgendwie vorherrschend ist, zumindest wenn man den Umfragewerten Glauben schenken kann, dann holt er sich damit natürlich sehr viele Unterstützer, nicht nur in der CSU, die hier vor Ort ist, sondern auch in der Schwesternpartei CDU, wo ja Friedrich Merz durchaus für eine Spaltung gesorgt hat, mit der Idee, mit den Grünen eine Koalition anzufangen. Und Dorothea, an dieser Stelle muss ich dich leider unterbrechen, Sie sehen es nämlich hier schon in unserem Splitscreen, neu dabei beim politischen Aschermittwoch, Bündnis Sarah Wagenknecht und die Chefin spricht jetzt selbst. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder in Passau bin. Das ist ja über zehn Jahre her, mein letzter Aschermittwoch und das ist ja wirklich immer ein ganz besonderes Erlebnis. Ich habe auch schon gesehen, in der Presse wird es spekuliert, die Wagenknecht auf dem Aschermittwoch, ob das überhaupt funktioniert. Ich denke, wir alle sehen jetzt schon auch nach den Reden, die bisher gehalten wurden, BSW kann auch Aschermittwoch und ich finde, wir können noch viel mehr, das werden wir die nächsten Jahre entscheiden. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht ist ja bekanntlich angetreten, sich dafür stark zu machen, dass die Vernunft in die Politik zurückkehrt. Und was ist da ein besserer Ort als ein zünftiges Wirtshaus wie hier? Weil ich finde, also mit der Ampelkoalition können es die meisten Stammtische in Sachen Vernunft wirklich alle mal aufnehmen. Ich glaube, da sind sie besser drauf und wir alle hier. Und deswegen finde ich, gerade dass wir heute hier sind, tolle Gelegenheit, Vernunft in der Politik, das brauchen wir endlich wieder in Deutschland. Aber als Klaus die Idee hatte, zu sagen, ach Mensch, wir machen doch dieses Jahr wieder Aschermittwoch, habe ich die Einladung auch deshalb besonders gern angenommen. Weil wenn man zum Aschermittwoch kommt, dann gibt es immer ein besonderes Ereignis. Man wird nämlich in der Nacht davor im Hotel Wildermann untergebracht. Das kannte ich schon. Da war ich schon mal. Hotel Wildermann. Aber ich war wirklich, also richtig angespannt, ob das immer noch so heißt. Also immerhin vor zehn Jahren. Da sind ja viele Genderkämpfe gestritten worden. Und ehrlich gesagt, einfach nur Mann ohne Gendersternchen, ohne Innen. Also das ist ja schon ein politisches Statement. Aber ich fand es toll. Es heißt immer noch Wildermann. Es hat sich nicht beeindrucken lassen. Ich meine, selbst der Weihnachtsmann ist ja inzwischen umstritten. Also es gab ja eine ernste Diskussion im letzten Winter, also jetzt im letzten Weihnachten, den vielleicht als Weihnachtskraft in Zukunft zu benennen. Weil es geht ja also um die Gerechtigkeit. Also ich frage mich wirklich, was manche Leute in unserem Land für Probleme haben. Also das sind die Leute, die denken, jeder Rentner hat 2.000 Euro. Dann kann man sich um die Weihnachtskraft kümmern. Wir kümmern uns dann lieber um die Renten. Oder auch die Regierung. Die hat ja jetzt ein Gesetz im letzten Herbst auf den Weg gebracht, dass jeder also einmal im Jahr seinen Geschlechtseintrag ändern darf. Seitdem gibt es ja eigentlich offiziell keine Männer und Frauen mehr. Es gibt nur noch Lebensabschnittsgeschlechter. Und ja, in der Zeit, also wilder Mann. Aber dann dachte ich, oder zumindest sagen, dass böse Zungen die Freiheit, sein Geschlecht frei zu wählen, das sei auch ein bisschen der Ausgleich dafür, weil man ja sonst nicht mehr so viele Freiheiten hat. Also die Freiheit, seine Heizung frei zu wählen, Klaus, das Heizungsgesetz ist nicht weg. Das ist ein Irrtum. Das Heizungsgesetz kommt. Es kommt nur ein bisschen später. Dann regiert Herr Havik im Heizungskeller. Also nichts mehr mit Freiheit über die Heizung. Naja, und mit dem Auto wird auch relativ eingegrenzt die Auswahl, sobald der Verbrenner verboten wird. Naja, und in der Frage von Krieg und Frieden, klar darf man immer noch denken, was man will. Aber mit dem Äußern, also seit Frau Faeser ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, das selbst die Süddeutsche Zeitung als Lizenz zum Anschwärzen bezeichnet, nämlich ein Gesetz, das den Verfassungsschutz ermächtigt, jeden, den er als radikal ansieht, im privaten Umfeld anzuschwärzen, ist das mit der Freiheit über Krieg und Frieden nachzudenken, vielleicht auch nicht mehr so weit her. Also gibt es neue Freiheiten. Naja, die Frage von Krieg und Frieden allerdings, die hat mich dann doch dazu gebracht, eine Lösung für dieses Rätsel zu finden, warum es den wilden Mann noch gibt. Weil seit Krieg und Frieden und seit die Frage der Kriegstüchtigkeit Deutschlands aufgekommen ist, sind wilde Männer plötzlich wieder richtig hoch im Kurs. Also wenn ich mir so diese Ampelpolitiker angucke, also einige sind da richtig wild geworden. Also ich denke ja an den Hofreiter Toni, ja auch aus Bayern bekanntlich, also wilder Mann ist da noch harmlos. Also wie der drauf ist seit einiger Zeit, das ist wirklich, also ist schon eine harte Nummer. Und ich frage mich auch immer, wo diese ehemaligen Wehrdienstverweigerer plötzlich ihre ganz exakten Militärkenntnisse haben. Also wenn Sie mit Toni Hofreiter reden, der kennt die exakten Namen aller Panzertypen, die in Deutschland alle gebaut werden. Und der kann Ihnen auch genau erklären, warum jeder einzelne dieser Panzer ein Game Changer im Ukraine-Krieg war. Also wie oft die Ukraine den Krieg schon gewonnen haben muss, nachdem wir die Schützenpanzer geliefert haben, als wir die Leopard-Panzer geliefert haben, als die Kampfjets geliefert wurden. Naja und weil es immer noch nicht so ganz geklappt hat, muss man jetzt also auch noch die Taurus-Raketen liefern. Klaus hat ja vorhin schon was dazu gesagt. Wobei diese Wildheit leider an Geschlechtergrenzen auch nicht halt macht, weil Toni Hofreiter ist ja nicht der einzige. Wir alle kennen ja hier unsere Freundin von den Marie-Agnes Strack Rheinmetall. Also das ist auch so richtig. Also wilde Frauen gibt es auch. Und da wird ja auch so massive Rüstung geworben. Und das führt mich jetzt dazu. Europawahl ist ja auch schon angesprochen worden. Also nicht, dass ich irgendwie große Sympathie für die FDP hätte. Aber ein Prozent sollte sie bei der Europawahl bekommen. Das hätte nämlich einen ganz großen Vorteil, dass die gute Marie-Agnes Strack-Zimmermann nicht mehr im Bundestag und im Verteidigungsausschuss ihr Unheil treiben kann, sondern dass sie ganz weit weg in der Lobby-Hochburg-Grüssel abgeschoben wurde. Einige sagen ja, das sei das Geheimrezept von Herrn Lindner. Weil, naja klar, die FDP-Umfragen sind wie sie sind. So drei bis vier Prozent zur Zeit. Und er hat offenbar keine andere Lösung mehr gesehen, als jetzt die gute Marie-Agnes Strack-Zimmermann mal eben ganz aus der Schusslinie nach Brüssel zu schicken. In der Hoffnung, dass es dann vielleicht nochmal nach oben geht. Aber ich glaube, da wird nichts draus. Und bei der Europawahl, also die ein Prozent, die können Sie glaube ich schon alleine schaffen. Wir werben natürlich dafür, dass das BSW aber so richtig stark wird bei der Europawahl. Weil das ist unsere erste Wahl. Und ich denke, wir alle gemeinsam werden alles dafür tun, dass wir Ihnen zeigen, wir sind eine Kraft in Deutschland. Wir werden dieses Land verändern. Und die Europawahl ist der Staat dafür. Und wir haben ja auch wirklich tolle Kandidaten. Also schon deshalb bitte ich auch alle nochmal diese Listen auszufüllen. Und so weit Sie aus Passau sind, habe ich mir auch sagen lassen, müssen Sie nicht alle einzeln aufs Amt. Da brauchen Sie es nur ausfüllen, liegen lassen. Das machen dann hier unsere Kolleginnen und Kollegen aus Passau. Ja, weil wir so tolle Kandidaten haben, die dann wirklich auch in Brüssel sein sollen und sein müssen. Wie zum Beispiel Fritz Firner, der heute auch hier ist. Fritz, der die ganze Corona-Zeit lang Herrn Söder so mutig die Stirn geboten hat. Und der dafür steht, dass man sich nichts gefallen lässt. Und der auch will, dass diese ganzen Untaten dieser Zeit, wo irgendwelche Politiker aus irgendwelchen Ideen heraus plötzlich flächendeckend Schulen geschlossen haben oder der Meinung war, wer sich nicht ertet wird. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig. Und deswegen schon wegen Fritz starkes Ergebnis in der Europawahl. doch zurück zur Frage Krieg und Frieden. Manchmal fragt man sich und das ist ja wirklich auch, das ist ja ein verdammt ernstes Thema. Es ist ja eigentlich überhaupt nicht lustig. Warum sind die eigentlich alle so drauf? Warum werben die so? Für Rüstung, immer mehr Rüstung, immer mehr Waffenexporte in alle Welt. Und da fällt einem auf, ist vielleicht nicht ganze Begründung, aber doch bei einigen irgendwie ist es auffällig. Viele von denen, die da jetzt so die wilden Männer und Frauen spielen, haben Rüstungskonzerne in ihren Wahlkreisen. Oder sitzen selber, wie zum Beispiel unsere FDP-Frau, in den Lobbyorganisationen der Rüstungskonzerne mit drin. Und werben da besonders heftig, was sie nicht nur selbstlos tun, weil man muss sich mal angucken, wohin Rüstungskonzerne spenden. Das ist interessant. Lange Zeit, also die CDU hat da immer schon gekriegt, die CSU auch natürlich. Neu ist seit einiger Zeit, aber sehr verständlich, auch die Grünen kriegen neuerdings Spenden von der Rüstungsindustrie. Und ich muss sagen, ja klar, wenn ich der Chef von einem großen Rüstungskonzern wäre, also bei den Grünen, da würde ich jetzt so richtig reinpulvern. Also was die denen für ein Geschäft versorgen. Aber mein Gott, wie kann man das denn mit seinem moralischen Kompass vereinbaren? Wir sind ja inzwischen größter Waffenlieferant, nicht nur nach den USA für die Ukraine, sondern wir liefern Waffen in alle Welt. Wir liefern jetzt Kampfjets und Iris-Raketen an Saudi-Arabien. Unsere hochmoralische, feministische Außenministerin hat jetzt plötzlich bei den saudischen Islamisten ihre feministische Freundschaft geschlossen. Bei Leuten, die Frauen steinigen, die Journalisten zersägen. Das ist unsere moralische Außenpolitik, unsere Wertegeleitete. Was für eine Heuchelei ist denn das, verdammt nochmal. Soweit also Sarah Wagenknecht, die ja zum ersten Mal beim politischen Aschermittwoch als Chefin ihrer eigenen Partei mit dabei ist. Ihre großen Themen natürlich NATO und auch die Waffenlieferungen an die Ukraine. Bei Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, da dürften ganz andere Themen im Fokus stehen. Landwirtschaft zum Beispiel, auch er ist gerade in Deggendorf auf die Bühne gekommen. Da wollen wir reinhören. Ja, gesunder Menschenverstand hat einen Namen, Freie Wähler. Deshalb herzlich willkommen bei der größten Veranstaltung des gesunden Menschenverstands heute in Bayern und Deutschland bei den Freien Wählern hier in Deggendorf. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, die Zeiten sind ernst, die Menschen sind verunsichert. Der erste politische Aschermittwoch hat 1919 stattgefunden in Vilshofen, organisiert vom Bauernbund damals, um nach dem ersten Weltkrieg sich wieder zu orientieren, wieder zu diskutieren, wohin sich das Land entwickeln soll, Themen zu benennen, Probleme zu erörtern, Lösungen zu suchen. Die Bauern haben also nach dem Chaos des ersten Weltkriegs die Weichen wieder gestellt und gesagt, wir müssen wieder nach vorne schauen, wie geht es denn weiter. Und deshalb sind auch die Bauern, die uns heute hier empfangen haben und heute unsere Ehrengäste sind, besonders zu begrüßen. Herzlich willkommen, ihr bayerischen Bauern. Ja, und es wird ja zuletzt immer wieder darauf herumgeritten, warum die Freien Wähler mit den Bauern so viel anfangen könnten. Ja, meine Damen und Herren, weil wir wissen, was die Grundlage unseres Wohlstands ist, weil wir wissen, wer die Bevölkerung ernährt, und weil wir wissen, wenn eine Politik gemacht wird, die die Bauern nicht mehr mitnimmt, wenn eine Politik gemacht wird, die die Bauern aus der Gesellschaft immer mehr hinaus drängt, als Grundwasservergifter und sonst was darstellt, als Tierquäler und sonst wie abfertigt, dass man hier ganze Gesellschaftskreise trifft und dass man über die Bauern hinaus den Mittelstand trifft, das Handwerk trifft, die vernünftigen Themen trifft, die normalen Bürger trifft. Und insofern sehen wir es als Gradmesser an, wie diese Gesellschaft, wie diese Politik mit den Bauern umgeht. Daran leiten wir ab und daraus leiten wir ab, wie es mit diesem Land weitergeht. Und ich sage es noch deutlicher, ein altes Sprichwort heißt ja, hat der Bauer Geld, hat es die ganze Welt. Im Umkehrschluss, wenn man den Bauern ruiniert, ruiniert man die Wirtschaft, ruiniert man das Land und muss am Ende Lebensmittel importieren, wenn es überhaupt noch was zu kaufen gibt, weil man den Wohlstand verspielt. Und deshalb sind wir Freien Wähler die, die von der Basis kommen, die von der Grundlage unserer Gesellschaft kommen und schlichtweg Landwirtschaft, Handwerk, Mittelstand, Freiberufler, Selbstständige, Gastwirte. Um diesen Kern herum baut sich immer mehr eine Gesellschaft auf, die entweder funktioniert oder die nicht funktioniert. Und wenn heute schon Pflegekräfte bei den Bauerndemos dabei sind, wenn die Fuhrunternehmer dabei sind, wenn die Ärzte dabei sind, dann sieht man mittlerweile, welche Bandbreite dieses Thema einnimmt. Und deswegen bin ich stolz darauf, dass wir mittlerweile verhöhnt werden ab unserer Landwirtschaftsnähe, meine Damen und Herren. Wer den Bauern ignoriert, der ignoriert den Kern dieser Gesellschaft, der legt die Axt an unsere funktionierende Gesellschaft. Und da sind wir mittendrin in einer verfehlten Politik. Wenn ein Bundesagrarminister von den Bauern ausgepfiffen wird, dann braucht man nicht mehr weiterzureden, meine Damen und Herren. Und umso mehr freut es mich, dass heute bei den Grünen in Landshut die Freien Wähler gefeiert werden. Nicht von der Parteispitze, sondern vom Publikum, weil auch dort einige Menschen mit gesundem Menschenverstand Zugang bekommen haben und sagen, jawohl, wir stehen an der Seite dieser Freien Wähler und nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Und meine Damen und Herren, das niederbayerische Wahlergebnis hat es ganz besonders gezeigt und das bayerische genauso. Wir sind zweitstärkste Kraft. Da sollten auch die zur Kenntnis nehmen, die uns immer kritisieren, die uns immer schlecht reden wollen. Wir haben nach der CSU die meisten Bürger dieses Landes hinter uns versammeln können. Und es werden täglich mehr. Wir stellen fest, dass immer mehr Menschen sagen, ihr Freien Wähler, ihr seid die Richtigen, ihr seid pragmatisch, ihr seid bodenständig. Ihr nennt die Probleme noch beim Namen, ohne ständig hier nach links und rechts zu schauen, sondern ihr sagt das, was das Volk bewegt. Ihr kritisiert die Probleme und sucht Lösungen. Und genau darum geht es und das ist auch das Vermächtnis, meine Damen und Herren, von unserem Gründungsvater Armin Grein. Lösungen vor Ort zu erarbeiten, die man aber nur kennen kann, wenn man mit den Leuten redet, wenn man rausfährt, wenn man mit den Betroffenen redet. Und dann ist jede Situation in jedem Dorf anders. Es gibt nicht die Lösung aus der Parteizentrale oder die Lösung irgendeines Politumfragebarometers, sondern wir sehen schlichtweg, dass die Menschen verunsichert sind. Ich habe heute früh eine SMS von einer Bäuerin bekommen, die gesagt hat, sie hat Zukunftsangst. Meine Damen und Herren, diese Zukunftsangst, die wird leider Gottes von Extremisten von links und rechts immer mehr benutzt, um die Gesellschaft zu spalten. Und deswegen ist ganz klar, wir Freien Wähler sind das starke Bollwerk der Demokratie in der Mitte. Wir verhindern, dass die Gesellschaft immer mehr auseinandergetrieben wird. Wir verhindern, dass die Ränder links und rechts immer mehr Futter bekommen, immer stärker werden, sich immer mehr gegenseitig hochschaukeln. Und am Ende die politische Mitte, die Mittelschicht, der Mittelstand kaputt gemacht wird. Freiwähler sind das Bollwerk der Demokratie. Darauf sind wir stolz und diese Rolle wollen wir weiter vertreten. Und dazu muss ich aber hineinhören in die Gesellschaft. Wenn mittlerweile, meine Damen und Herren, jeder vierte Rentner mit unter 1.000 Euro im Monat auskommen soll, obwohl er jahrzehntelang gearbeitet hat. Wenn die Altersarmut immer mehr um sich greift und die Leute sehen, dass auf der anderen Seite Bürgergeld ausbezahlt wird an Leute, die arbeiten könnten, jung und gesund sind, um das zu tun. Aber die sagen, mit dem Bürgergeld bin ich genauso weit. Dann ist es eines der Spannungsfelder, dass ich mir heute erlaube anzusprechen und nach einer Lösung rufe, die da lautet, wir müssen weiterhin Sozialstaat bleiben. Für die, die ihr Leben lang gearbeitet haben, für Menschen, die krank sind, die schwach sind, die nicht arbeiten können. Aber wir müssen genauso ehrlich und fair sein und sagen, dass Bürgergeld für alle funktioniert nicht. Wir können nicht junge, gesunde Menschen ja hier mit Wohnung, Heizung und 560 Euro im Monat ausstatten, wenn wir auf der anderen Seite in der Wirtschaft offene Arbeitsstellen haben. Wenn wir Firmen haben, die Hände ringend auch Unqualifizierte suchen und bekommen niemand mehr. Und deswegen müssen wir eben diese Themen lösen und müssen den Sozialstaat bewahren vor einer verfehlten rot-grünen Politik, wo auch die FDP mittlerweile mitmacht, wo man das Geld vom Fenster rauswirft, das an anderer Stelle hart gearbeitet worden ist. Getreu der Erkenntnis, wir haben nicht ein Einnahmenproblem in Deutschland, sondern ein Ausgabenproblem und wir können nicht noch so viel arbeiten und am Ende reicht es nicht. Wir Freien Wähler und die Bevölkerungsschichten, die uns unterstützen, wissen, dass man nur das Geld ausgeben kann, das man vorher verdient hat. Es sei denn, man macht Schulden ohne Ende und das war ja die Strategie der Ampel zu sagen, wir setzen alle Schuldenbremsen außer Gefecht. Wir wollen in die Wirtschaft investieren und einen überzogenen Sozialstaat an der Stelle auch für Leute, die ich wiederhole, die arbeiten könnten, aber nicht arbeiten wollen, um das ganz klar zu trennen, uns leisten und machen dazu massiv Schulden mit dem Ergebnis, dass wir in wenigen Jahren einen Schuldendienst in Deutschland zu leisten hätten, den die nächste Generation nicht mehr bezahlen kann, was zu Geldentwertung und zu Sachverlusten führt, zu Substanzverlusten in der Wirtschaft. Und deshalb muss sich eben eine vernünftige Politik am Ende entscheiden und muss Prioritäten setzen. Und in dieser Zeit, wo die Wirtschaft immer mehr abschmiert, wo immer mehr Firmen Deutschland verlassen, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wo die Amerikaner mit einem großen Inflationsreduktionsakt Firmen nach Amerika weglocken, aus Deutschland abwerben, denen quasi Steuerfreiheit geben, billigste Energie geben, mit wenig Bürokratie die Ansiedlung ermöglichen. In dieser Zeit können wir es uns eben nicht leisten, immer höhere Energiepreise zu produzieren mit einer CO2-Abgabe, die Steuern immer weiter nach oben zu treiben und auf der anderen Seite Menschen Bürgergeld zu geben, die arbeiten könnten, was dann bei denen eingesammelt wird, die wirklich arbeiten mit dem Ergebnis, dass auch der Normalverdiener sich immer mehr fragt, ob es denn sinnvoll ist zu arbeiten oder ob er sich nicht auch als Bürgergeldempfänger melden soll. Und deswegen sage ich ganz klar, Ampel, kehre um, du machst grandios falsche Politik, du ruinierst den Wohlstand Deutschlands, du treibst den politischen Extremisten links und rechts die Wähler zu, die Mitte wird geschwächt. Deshalb muss die Ampel anders arbeiten, um die Mitte wieder zu stärken, den Wirtschaftsstandort zu erhalten und die Demokratie zu schützen, meine Damen und Herren. Gescheibe eingeschlagen, scheint ziemlich hoch herzugehen, da sobald wir da mehr wissen, sind wir natürlich für Sie dort. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder zurückgeblend zu haben. Gestritten wird in Europa viel, seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeana. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodeshcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump. Willkommen zurück hier im Welt Newsroom. Und das ist wirklich eine dicke Überraschung. Die Grünen haben ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Biberach soeben abgesagt. Offenbar wegen aggressiver Stimmungen bei Demonstrationen im Umfeld. Seit dem Morgen protestieren ja dort die Landwirte mit ihren Traktoren. Unter anderem sollte Ricarda Lang natürlich sprechen, aber auch Landwirtschaftsminister Özdemir und Urgesteiner Jürgen Trittin. Hören wir mal ganz genau rein, warum abgesagt wurde. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns vorher entschieden, nach einer engen Absprache mit den Sicherheitsbehörden den politischen Aschermittwoch heute leider absagen zu müssen. Wir sehen nicht, dass wir eine ordnungsgemäße Durchführung hier garantieren können. Sie hören es vielleicht auch selber vor der Halle. Es gab zum Teil auch aggressive Stimmungen und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, den heute abzusagen. Ich möchte mich trotzdem bedanken bei ganz vielen Demonstranten, die friedlich demonstriert haben. Ich möchte mich auch bedanken bei den Sicherheitsbehörden, die alles versucht haben. Und ich hoffe einfach, dass wir nach diesem Aschermittwoch wieder zu einem konstruktiven Dialog zurückfinden. Dankeschön. Da müssen wir natürlich nachfragen bei Dorothea Schopelius, zugeschaltet aus Passau. Also, Dorothea, sehr überraschend jetzt tatsächlich diese Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen. Ich glaube, das hat es zuletzt gegeben während der Corona-Pandemie. Was hört man in Passau zwischen den Reihen? Weiß man schon genaueres, wie die Stimmung dort vor Ort ist bei den Grünen? Was die Hintergründe sind? Ich kann natürlich jetzt auch nur spekulieren, denn ich bin ja in Passau bei der CSU und nicht bei den Grünen. Und diese Meldung macht jetzt auch gerade erst so langsam die Runde. Also, Markus Söder ist noch mitten in seiner Rede und hat das wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen. Aber um so ein bisschen was über die Stimmung in Bayern zu sagen, das betrifft ja momentan auch vor allem die Landwirte. Landwirtschaft ist in Bayern gerade im Süden besonders groß, besonders wichtig. Die Proteste der Bauern gehen jetzt schon seit längerer Zeit und richten sich eben innerhalb der Ampelkoalition ganz besonders gegen die Grünen. Also, diese Sparmaßnahmen kommen ja von der Koalition als Ganzes. Aber die Grünen sind da sozusagen das, gar nicht so zu sagen, sondern sie sind das Hauptfeindbild dieser Proteste der Landwirte geworden. Ich war jetzt nicht vor Ort bei diesen Bauernprotesten. Bei den Grünen kann also überhaupt nichts dazu sagen, wie das jetzt genau gewesen ist. Kann nur erzählen, was gesagt wird. Es ist wohl Pfefferspray eingesetzt worden. Aber der Bauernverband hat nicht offiziell zu dieser Demonstration. Da muss man auch noch immer ganz vorsichtig sein, wer ist denn da jetzt eigentlich gewesen und wie viele waren davon jetzt wirklich Landwirte und wie viele nicht. Aber wenn die Grünen absagen, dann ist das natürlich erstmal eine große Sache und wird auch politisch hier heute sicherlich auch bei der CSU dann noch eine Rolle spielen. Nur jetzt gerade ist Markus Söder so im Feuer und gerade so dabei, der Ampelner alles zu sagen, was er schon immer sagen wollte, dass er, glaube ich, gar keine Zeit hatte, das jetzt mitzubekommen. Dann lassen wir auch dich jetzt weiter zuhören, Dorothea. Dankeschön für diese erste Einschätzung. Ja, und auch diese Frage beschäftigt heute das politische Berlin. Braucht Europa eigentlich eigene Atomwaffen? Nach den jüngsten Aussagen von Donald Trump, säumige NATO-Staaten nicht mehr verteidigen zu wollen. Und auch angesichts der stetigen Bedrohung durch Russland wird nun auf jeden Fall offen in Deutschland darüber nachgedacht. Sowohl die SPD-Europa-Abgeordnete Barley als auch Finanzminister Lindner könnten sich ein eigenes Atomwaffenarsenal in der EU durchaus vorstellen. Verteidigungsminister Boris Pistorius wiederum mahnt ja im Weltinterview vor leichtfertigen Diskussionen. Fragen wir mal nach im Bundestag bei Gerrit Sebald. Gerrit, wie realistisch ist denn der Vorstoß eines eigenen Atomwaffenarsenals für Europa überhaupt? Ja, wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen genauer auseinanderdrüsselt, muss man dazu sagen, dass das, was Katharina Barley und das, was Christian Lindner gesagt haben, eigentlich nicht die gleichen Vorschläge sind. Der Vorschlag von Katharina Barley würde tatsächlich beinhalten, dass es eigene europäische Atomwaffen geben will, die dann beispielsweise der Europäischen Kommission oder dem Europaparlament Untergeordnete wären. Das heißt, es wird neue angeschafft werden eventuell. Das hält man allerdings für relativ unrealistisch, weil nicht mal geklärt wäre, wäre denn verantwortlich für den Einsatz dieser Atomwaffen wäre das die Europäische Kommission. Das wäre dann ja vielleicht Ursula von der Leyen als überspitzt gesagt Oberbefehlshaberin. Und der andere Vorschlag, den jetzt Christian Lindner auf den Tisch gelegt hat, das ist einer, der eigentlich schon länger diskutiert wird. Da geht es dann eher darum, dass man sagt, beispielsweise aus deutscher Perspektive, wir schließen uns den nuklearen Abschreckungsmechanismen der Briten oder der Franzosen an, weil die haben ja Atomwaffen im Gegensatz zu Deutschland. Das heißt, man macht eine Art Abkommen mit entweder Frankreich oder England, wo man sagt, okay, sollte Deutschland beispielsweise angegriffen werden, dann würden Frankreich oder Großbritannien einspringen, um darauf zu reagieren. Und solche Angebote gab es bereits von Macron in Deutschland. Bisher hat der Kanzler dort aber immer dem Ganzen eine Absage erteilt, auch schon vor dieser aktuellen Diskussion. Gerrit, danke schön für deine aktuelle Einschätzung aus dem Deutschen Bundestag. In Russland ist ein Deutscher wegen Drogenbesitzes am Flughafen von St. Petersburg festgenommen worden. Bei dem Mann sollen Cannabis-haltige Gummibärchen gefunden worden sein. Gerade einmal 20 Gramm bringen die THC-Gummis auf die Waage. Was hierzulande kaum Aufsehen erregen würde, bedeutet in Russland bis zu sieben Jahre Haft. Es erinnert an den Fall der US-Basketballerin Brittany Greiner. Sie saß ja zehn Monate in russischer Haft. Bei ihr soll Cannabisöl gefunden worden sein. Für Russland wurde sie schnell zum politischen Druckmittel, kam im Austausch gegen einen russischen Waffenhändler dann wieder frei. Auch der festgenommene Deutsche könnte nun zum Spielball des Kremls werden. Und der Ukraine ist unterdessen offenbar wieder ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen. Anwohner berichten in sozialen Netzwerken von lauten Explosionen auf dem Meer. Handyaufnahmen zeigen eine große Qualmwolke und später auch einen hellen Feuerschein vor der Küste. Danach taucht ein Hubschrauber auf. Das Schiff ist aber nicht mehr zu sehen. Es soll sich um die Cesar Kunikov handeln, ein Landungsboot der russischen Marine. Der Angriff vereignete sich wohl an der Südostspitze der Krim bei Al-Lubka. Bereits mehrfach hat die Ukraine ja mit Raketen, aber vor allem mit ferngesteuerten Seedrohnen erfolgreich russische Schiffe angegriffen und versenkt. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben auf das verlassene Versteck des Hamas-Anführers Al-Sinwar im Gazastreifen gestoßen. Al-Sinwar soll samt Familie geflüchtet sein, wie dieses Video einer Sicherheitskamera zeigen soll. Die Angaben zu den Videos lassen sich nicht unabhängig prüfen. Unterdessen sind die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar über einen Waffenstillstand ergebnislos zu Ende gegangen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird noch immer vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Warum der Wasserpark in Brand geraten ist, ist noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Lange galt er ja nun als einer der mächtigsten Manager des Landes. Nun muss der ehemalige VW-Manager Martin Winterkorn in Braunschweig vor Gericht aussagen. Nach dem Dieselabgasskandal fordern Anleger mehrere Milliarden in einem Zivilprozess. Seit Jahren wird in Braunschweig über Schadenersatz verhandelt. Martin Winterkorn soll zu den Ereignissen, die teils bis in das Jahr 2007 zurückreichen, Stellung beziehen. Auch acht Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals bleibt die Frage offen, wer bei VW wann was wusste. Ein Strafverfahren gegen Winterkorn selbst wurde im Herbst 2021 von dem Prozess getrennt. Nach Angaben seiner Ärzte soll der 76-Jährige nicht verhandlungsfähig sein. So und damit schauen wir mal an die Börse. Lieber Dietmar, wie sieht es denn da momentan aus? Was machen denn auch diese Meldungen? Winterkorn ist Schnee von gestern für die Börse, das ist ganz klar. Und das betrifft ja dann vor allem dann auch Winterkorn. Aber der DAX, der blickt nach vorne. Da geht es zum einen natürlich um die künftige Zinspolitik. Da gab es gestern die Inflationsdaten aus den USA, die auch den DAX ausgebremst haben. Heute berappeln wir uns wieder etwas, ein Plus von 0,2 Prozent. Und es gibt vor allem Zahlen aus dem MDAX und aus dem SDAX, also aus der zweiten und dritten Reihe, die ganz unterschiedlich aufgenommen werden. Delivery Hero kann den Anlegern die Sorgen vor einer Kapitalerhöhung nehmen. Das kommt gut an 7,4 Prozent. ThyssenKrupp dagegen im ersten Geschäftsquartal des laufenden Geschäftsjahres. In die roten Zahlen gerutscht, das Stahlgeschäft belastet mal wieder pro sieben. Auf der anderen Seite im Weihnachtsquartal bessere Zahlen als erwartet. Der Gewinnerückgang nicht ganz so stark. Billfinger auch besser als erwartet. Und auch CW haben ihre Fotobücher und Fotokalender naturgemäß im vierten im Weihnachtsquartal besser verkauft als erwartet. Mehr zum Börsengeschehen dann um 12.45 Uhr in der Börse am Mittag. Na, danke schön für diesen Überblick. Und wir schauen natürlich nochmal auf den politischen Aschermittwoch. Ganz überraschend bei den Grünen wurde der Tag heute abgesagt aufgrund von Bauernprotesten. Mehr dazu gleich. Bleiben Sie dran. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert. Zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines kleinen Flugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener der Deutsche Bundeskanzler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Deftiges zum Start in die Fastenzeit. Der politische Aschermittwoch dürfte trotz Valentinstag wenig herzlich zugehen. Bei Brezen, Bier und Blasmusik wird kräftig gegen die politischen Gegner ausgeteilt. Die Grünen mussten ihre Veranstaltung in Biberach kurzfristig absagen. Nach der Trump-Drohung, NATO-Länder nicht mehr beistehen zu wollen, entbrennt die Diskussion um EU-Atomwaffen. Finanzminister Lindner ist dafür. Verteidigungsminister Pistorius warnt vor einer leichtfertigen Debatte. Bei einer Karnevalsfeier in Speyer soll ein 15-jähriges Mädchen Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein. Die mutmaßlichen Täter sind zwischen 15 und 19 Jahre alt. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen hier zur Welt am Mittag. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Was den Karneval angeht, politisch ist heute ein Höhepunkt des Jahres. Wieder ist viel Bundesprominenz nach Niederbayern gereist. Zum ersten Mal auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wenige Wochen vor der Europawahl poltern bei Kundgebungen oder besser Stammtischen. In Passau, Vilshofen und Deggendorf Politiker aller Couleur um die Wette. Die Grünen allerdings, die mussten ihren politischen Aschermittwoch in der Biberach kurzfristig absagen. Der Grund sind Sicherheitsbedenkungen. Und dazu schalten wir jetzt unsere Reporterin Dorothea Schupelius in Passau. Nachdem wir dann einen O-Ton der Grünen dazu gehört haben. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns vorher entschieden, nach einer engen Absprache mit den Sicherheitsbehörden den politischen Aschermittwoch heute leider absagen zu müssen. Wir sehen nicht, dass wir eine ordnungsgemäße Durchführung hier garantieren können. Sie hören es vielleicht auch selber vor der Halle. Es gab zum Teil auch aggressive Stimmungen und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, den heute abzusagen. Ich möchte mich trotzdem bedanken bei ganz vielen Demonstranten, die friedlich demonstriert haben. Ich möchte mich auch bedanken bei den Sicherheitsbehörden, die alles versucht haben. Und ich hoffe einfach, dass wir nach diesem Aschermittwoch wieder zu einem konstruktiven Dialog zurückfinden. Dankeschön. Jetzt aber Dorothea Schupelius in Passau, Stammland für den politischen Aschermittwoch. Der CSU, wie immer dort, eben auch die Veranstaltung, bevor wir darüber sprechen, aber noch mal zu diesem kurzfristigen Absagen der Veranstaltung der Grünen. Es ist zwar klar, dass es am politischen Aschermittwoch auch hart hergeht. Allerdings ist das nicht bedenklich für die Diskussionskultur in Deutschland, wenn jetzt die Grünen ihre Veranstaltung absagen müssen wegen Sicherheitsbedenken. Man müsste natürlich jetzt erstmal wissen, was genau ist gewesen, wer genau ist vor Ort. Ich hoffe, man kann mich hören. Hier finden nämlich immer noch sehr laute Reden statt. Aber man müsste natürlich jetzt erstmal wissen, was genau ist gewesen, wer genau hat da demonstriert. Sind das wirklich nur Landwirte gewesen oder war da noch wer auch immer mit dabei und was genau waren dann die Gründe, die dazu geführt haben, dass man sich wirklich entschieden hat, abzusagen. Das ist natürlich eine große Sache, wenn man einen lang geplanten politischen Aschermittwoch absagt. Aber ich möchte hier vorsichtig sein mit Spekulationen, weil ich es eben nicht gesehen habe. Was aber richtig auch wichtig ist zu wissen, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist, dass der Bauernverband, der Landesbauernverband hat nicht offiziell zu dieser Demonstration aufgerufen. Das heißt, es war keine offiziell organisierte Bauerndemonstration. Da komme ich nochmal zurück zu der Frage, dass jetzt geklärt werden muss. Und da sind wir natürlich auch dran jetzt als Reporter. Wer ist da gewesen, wofür genau wurde eigentlich demonstriert? Ging es wirklich nur um Landwirte und was genau ist passiert, was letztendlich zu einer Absage geführt hat? Schauen wir nochmal auf das, was da bei dir in der Halle passiert ist. CSU-Chef Markus Söder hat ja schon gesprochen. Er hat vor allem auf die Ampel und in erster Linie auf die Grünen eingedroschen. Allerdings hat er ja mit diesem Kurs bei der Landtagswahl keinen Erfolg gehabt. Da hat er sogar Verluste eingefahren. Fällt ihm jetzt einfach nichts anderes mehr ein? Es ist ganz interessant, denn Markus Söder hat sich in der Tat festgefahren auf einem Kurs. Und dieser Kurs lautet Anti-Ampel und vor allem Anti-Grüne. Und das ist deshalb so interessant, nicht nur weil er den, wie du ja auch gerade schon erwähnt hast, recht stur weiterfährt, sondern auch, weil er sich schon im quasi dritten, vierten Satz gegen Friedrich Merz gewandt hat. Also dem Anführer seiner Schwester, Partei CDU. Er hat den Namen Friedrich Merz nicht erwähnt, aber er hat ganz klar gemacht, dass er sich die Grünen nicht in der Regierung wünscht, dass er die Grünen nicht für regierungsfähig hält und dass er fest versprochen hatte, dass die Grünen auch nicht als Koalitionspartner in Frage kommen und vorhat sich daran zu halten. Das ist interessant, wenn wir uns mal kurz daran erinnern, dass Friedrich Merz ja gerade in den Diskussionstopf geworfen hat, dass er durchaus mit einer Koalition, also mit den Grünen gerade liebäugelt. Und da fragt man sich so ein bisschen, wie gut läuft es eigentlich gerade zwischen CDU und CSU, die ja gerade auch voneinander abhängig sind und da irgendwie planen, miteinander in eine Regierung zu starten. Also das war interessant. Und dann hat er natürlich das zu Erwartende abgeklappert. Vor allen Dingen die Grünen, aber auch die SPD, der Bundeskanzler. Er hat unter anderem erwähnt, dass er von seinem eigenen Hund Molly mehr hält als von Kevin Kühnert. Er hat gesagt, Achtung, Achtung, hier spricht der Bayern, hier spricht der Süden. Der Süden sei jetzt offiziell eine voguefreie und ampelfreie Zone und hat Neuwahlen gefordert. Und bei dem Ganzen darf man aber nicht vergessen, es ist der politische Aschermittwoch. Es ist eine Verlängerung von Fasching. Es geht darum, humorvoll zu sein und es geht darum, verbal mal so richtig auszupacken und vielleicht auch Dinge zu sagen, die man sonst nicht so sagt. Markus Söder hat selber gesagt, er ist sonst das ganze Jahr über Staatsmann und heute mal in einer ein bisschen anderen Rolle unterwegs. Das heißt, man darf jetzt hier auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber auch nicht vergessen, dass natürlich alles Taktik ist. Und eine Sache ist ganz klar, Markus Söder will sich hier die konservativen Wähler abholen. Er möchte das Gegenteil von der Ampel-Koalition, sei es Energiepolitik, sei es Landwirtschaftspolitik, Migrationspolitik, Familienpolitik. Er hat genug Beispiele gegeben, wo er gesagt hat, das wollen wir anders machen. Eine wichtige Frage hat er offengelassen. Und zwar, wenn die Grünen nicht der Koalitionspartner werden und die AfD es auch nicht wird. Wer wird es denn dann? Denn die FDP, die befindet sich gerade in der Umfragewerten irgendwo unter der 5-Prozent-Marke. Das könnte schwierig werden. Und die Frage hat Markus Söder nicht beantwortet. Das Ganze, ja, bin ich Staatsmann. Aber heute gibt es Freifahrt. Nicht Kamillentee und Gebäck, sondern Bier, Fisch und Emotion pur. Und an die Freunde und Experten der Political Correctness kann ich sagen, Wenn ihr eine Sorge habt, dann schaltet lieber ab, dann schaltet lieber um. Denn es gilt der Satz, Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden. Genau in diesem Tonus und genau in dieser Stimmung findet diese Veranstaltung hier heute statt. Wenn man Markus Söder Glauben schenken kann, dann ist Bayern der schönste Ort der Welt. Eigentlich der einzige, wo man noch gut leben kann. Und es ist natürlich aber auch ein Wohlfühltermin für ihn. Die komplette Halle hinter mir gefüllt mit seinen Fans. Er ist gefeiert worden, Standing Ovations. Es gibt auch eine ganze Menge Bier, Brezeln, Käse. Alles, was man in Bayern braucht. Also wirklich eine Wohlfühlveranstaltung für Markus Söder, den CSU-Chef. Dorothea Schapelius, Dankeschön für diese Einschätzung. Eine Premiere beim diesjährigen politischen Aschermittwoch war der Auftritt des neu gegründeten Bündnis Sarah Wagenknecht. Hauptrednerin natürlich die Namensgeberin und Parteivorsitzende höchstselbst. Also ich frage mich wirklich, was manche Leute in unserem Land für Probleme haben. Also das sind die Leute, die denken, jeder Rentner hat 2000 Euro, dann kann man sich um die Weihnachtskraft kümmern. Wir kümmern uns dann lieber um die Renten. Oder auch die Regierung, die hat ja jetzt ein Gesetz im letzten Herbst auf den Weg gebracht, dass jeder also einmal im Jahr seinen Geschlechtseintrag ändern darf. Seitdem gibt es ja eigentlich offiziell keine Männer und Frauen mehr. Es gibt nur noch Lebensabschnittsgeschlechter und ja, in der Zeit, also wilder Mann. Aber dann dachte ich, oder zumindest sagen, dass böse Zungen, die Freiheit, sein Geschlecht frei zu wählen, das sei auch ein bisschen der Ausgleich dafür, weil man ja sonst nicht mehr so viele Freiheiten hat. Also die Freiheit, seine Heizung frei zu wählen, Klaus, das Heizungsgesetz ist nicht weg. Das ist ein Irrtum. Das Heizungsgesetz kommt, es kommt nur ein bisschen später. Dann regiert Herr Havik im Heizungskeller. Also nichts mehr mit Freiheit über die Heizung. Naja, und mit dem Auto wird auch relativ eingegrenzt die Auswahl, sobald der Verbrenner verboten wird. Zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten wird Deutschland dieses Jahr wieder zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Das bestätigte das Verteidigungsministerium. Genaue Zahlen werden allerdings nicht veröffentlicht. Laut der Deutschen Presseagentur hat Deutschland mehr als 70 Milliarden US-Dollar bei der NATO angemeldet. Eine Rekordsumme. In diesem Jahr geben 18 der 31 NATO-Länder mindestens zwei Prozent ihres BIP für die Verteidigung aus. Und das sei eine Rekordzahl. So sagte der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, beim Verteidigungsministertreffen in Brüssel heute. Braucht Europa europäische Atomwaffen? Diese Frage hat die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley in den Raum gestellt, nachdem der früher und womöglich nächste US-Präsident Trump die Bündnistreue der NATO infrage gestellt hat. Allerdings wird seit Jahrzehnten über eine europäische Sicherheitspolitik gestritten. Matthias Heinrich dazu. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen, Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift? Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren, da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum. Zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Bei der NATO sieht man das ähnlich. Die USA hätten Waffen in Europa stationiert. Die europäischen Verbündeten würden dabei für die Einsatzbereitschaft sorgen. Das ist ein nuklearer Schutzschirm, der funktioniert. Und wir glauben, dass er sicher und verlässlich ist. Ein Teil davon ist, dass wir zwei Alliierte, Großbritannien und Frankreich, mit nuklearen Waffen haben. Ich denke, das ist der Weg, wie wir unseren nuklearen Schirm in der NATO organisieren. Und wir sollten nichts unternehmen, um diese Idee zu diskreditieren. Also offiziell zumindest keine Sorgen in der NATO wegen der Trump-Äußerung. Doch hinter den Kulissen dürfte es heftig rumoren. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Nico Lange. Er ist Politikwissenschaftler und arbeitet auch für die Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Lange, willkommen bei Welt und braucht Ihrer Meinung nach Europa, braucht die EU EU-Atomwaffen? Nein, wir brauchen keine EU-Atombombe. Ich glaube, dass die Diskussion auch an den tatsächlichen Problemen etwas vorbeiführt. Wir haben eine nukleare Teilhabe in der NATO und es ist sinnvoll, mit Frankreich und Großbritannien, also den europäischen Atommächten, darüber zu sprechen, welche Vereinbarungen man hier treffen kann, falls in den USA schwierige Entwicklungen eintreten. Aber das müssen wir nicht als EU machen. Und vor allen Dingen sollten wir nicht denken, dass nukleare Teilhabe und nukleare Abschreckung uns vor konventionellen Angriffen eines imperialen Russlands beschützen. Dafür brauchen wir konventionelle Abschreckung und die müssen wir jetzt in erster Linie stärken. Trotzdem, wenn jetzt der atomare Schutzschirm für Europa brüchig oder zweifellacht werden könnte durch das, was da in den USA passiert, können und würden denn Großbritannien und Frankreich das tatsächlich übernehmen Ihrer Meinung nach und unter welchen Bedingungen? Wir müssen zunächst mal klären, was wir mit Schutzschirm meinen. Atomare Schutzschirm heißt Absicherung gegen nukleare Erpressung aus Russland, das mit Raketen und auch mit Atomsprengköpfen, die auf uns gerichtet sind, versucht Erpressbarkeit herzustellen. Ein atomarer Schutzschirm ist aber keine allgemeine Generalversicherung gegen jede Art von kriegerischer Handlung aus Russland. Und wir werden ja einen konventionellen russischen Angriff, wenn er denn erfolgen würde, nicht mit Atomwaffen beantworten können, sondern das müssen wir mit konventioneller Abschreckung verhindern. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Die Franzosen und die Briten haben jeweils ihre eigene Nukleardoktrin. Sie sind aber beides europäische Länder, die auch Mitglieder der NATO sind. Und dass wir als Europäer in der NATO über solche Arrangements sprechen sollten, das halte ich für sinnvoll. Aber das müssen wir nicht öffentlich machen. Jetzt ist allerdings Frankreich ja noch nicht mal in dieser nuklearen Planungstruppe der NATO, weil man das eben alles ganz gerne alleine macht. Und was passiert eigentlich, wenn die nächste Präsidentin in Frankreich Marine Le Pen heißt? Die hat ja schon, da die Luft rausgelassen, hat gesagt, nee, Frankreich sei jetzt nicht bereit, für die anderen Länder einzustehen. Die Diskussionen in politischer Art sind in vielen Ländern nicht einfach. Und es scheint ein generelles Problem zu geben, das, was im außen- und sicherheitspolitischen Interesse liegt, demokratisch auch zu legitimieren in den USA, möglicherweise in Frankreich, ehrlich gesagt auch bei uns. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, mit unseren Partnern in Europa Gespräche zu führen, auch über nukleare Abschreckung. Aber nicht Diskussionen anzufangen über etwas, was vielleicht in 30, 40 Jahren passieren soll auf der Ebene der EU. Man muss aufpassen, dass man durch solche Diskussionen nicht eher noch Unsicherheit schafft. Ihrer Meinung nach, wie könnte man denn jetzt Sicherheit schaffen? Denn es gibt ja sehr viel Unsicherheit angesichts eines möglichen Wechsels im Weißen Haus in den USA. Wie also müsste ein atomarer Schutzschirm aussehen? Wie könnte er aussehen in Zukunft? Noch mal, ich glaube nicht, dass wir über einen atomaren Schutzschirm so reden sollten, als sei er eine Art, gerne eine Generalversicherung. Die Schritte, die wir jetzt machen müssen für unsere Sicherheit, sind zwei. Wir müssen die Ukraine so unterstützen, dass sie sich militärisch durchsetzen kann gegen Russland. Dann ist es auch für uns sicherer. Und wir müssen uns selbst in Europa so aufstellen, dass klar ist, wenn man uns angreift, dann verliert man. Das ist ja das Konzept der Abschreckung. Und da müssen wir konventionell an der Ostflanke der NATO mit in leistungsfähigen Technologien und mit Industrie und auch mit wehrhaften Gesellschaften dastehen. Die Atomdiskussion dient dazu, dass wir nicht nuklear erpressbar werden. Und ich glaube, das können wir mit Gesprächen zwischen allen Partnern der NATO in Europa und mit Frankreich und Großbritannien, können wir das auch sicherstellen. Herr Lange, ich würde mit Ihnen gerne noch über ein anderes Thema sprechen, denn der Ukraine ist ja offenbar wieder ein Schlag gelungen gegen die russische Schwarzmeerflotte. Anwohner hatten berichtet in sozialen Netzwerken von lauten Explosionen. Auf dem Meer Handyaufnahmen zeigten eine große Qualmwolke und später einen hellen Feuerschein vor der Küste. Danach ist dann auch ein Hubschrauber zu sehen. Das Schiff allerdings nicht mehr. Es soll sich um ein Landungsboot der russischen Marine handeln. Und der Angriff ereignete sich an der Südostspitze der Krim bei Alubka. Bereits mehrfach hat ja die Ukraine mit Raketen, aber vor allem mit ferngesteuerten Seedrohnen erfolgreich russische Schiffe angegriffen und versenkt. Nach dem, was wir wissen, Herr Lange, wie stellt sich die Situation dort für Sie dar? Wir sehen eine Fortsetzung der erfolgreichen Operationen der Ukraine auf der Westseite der Krim und westlich der Krim, wo die Ukraine insbesondere Landungsschiffe und andere Schiffe der Schwarzmeerflotte immer wieder angegriffen hat, versenkt hat. Damit die russische Logistik und auch die russische Marine insgesamt schwächt. Große Teile der Schwarzmeerflotte haben sich ja mittlerweile auch zurückziehen müssen. Also da ist die Ukraine erfolgreicher, als das allgemein dargestellt wird bei ihrer Gegenoffensive. Und gleichzeitig muss man ehrlicherweise sagen, wir sehen so eine Art Zweiteilung der Front, also in der Südukraine und in Richtung Krim, die Ukraine immer wieder mit erfolgen. Und gleichzeitig auch im Osten, heute insbesondere bei AfD-FK, die Ukraine sehr stark unter Druck. Und wie wird es dort weitergehen, Ihrer Meinung nach? Wir haben hier berichtet, unsere Reporter vor Ort, dass die Soldaten dort zum Teil nur noch ein oder zwei Schuss pro Tag haben, weil nicht genügend Munition geliefert wird. Dass die Ukraine im Osten gerade in so einer schwierigen Situation ist, hat auch damit zu tun, dass wir die industriellen Entscheidungen für mehr Artillerie-Munitionsproduktion zum Beispiel sehr spät getroffen haben. Da müssen wir als europäische Partner der Ukraine jetzt nochmal dringend uns zusammensetzen und überlegen, wie kann man da jetzt schnell helfen. Aber es wird schwierig sein. Gleichzeitig ist es im Süden der Ukraine so, dass die Ukraine weiter insbesondere die Krim unter Druck setzt. Und das muss sie auch tun, weil die Logistik für die russische Südfront sehr stark über die Krim läuft. Wir sollten da gemeinsam mit den Amerikanern noch einmal schneller Entscheidungen treffen, um zum Beispiel Attack MS mit höheren Reichweiten Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Wir sehen, diese Kampfweise der Ukrainer, die hat Aussicht auf Erfolg und dabei sollten wir sie unterstützen. Sagt Nico Lange. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzungen. Gerne. Kurze Pause hier bei uns und dann geht es gleich weiter mit den Nachrichten. Und wir schauen noch einmal ins Rote Meer. Immer wieder werden dort ja Frachtschiffe von den radikal-islamistischen Houthi aus dem Jemen angegriffen. Jetzt schickt auch Deutschland ein Schiff, um diese wichtige Handelsroute zu schützen. Mehr dazu gleich. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Die radikal-islamistische Houthi-Miliz greift immer wieder Frachtschiffe im Roten Meer an. Um diese wichtige Handelsroute zu schützen, entsendet die internationale Gemeinschaft Marine-Schiffe in die Region. Auch Deutschland beteiligt sich nun mit der Fregatte Hessen an der Mission. Die USA greift bereits Stellungen der Houthis an von einem Flugzeugträger aus. Ein Kampfjet der US Air Force beim Start im Roten Meer. Sein Ziel, Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen. Stationiert auf dem Flugzeugträger USS Dwight Eisenhower sollen die Kampfjets die Handelsroute durch den wichtigen Seeweg sichern, indem sie die Angriffsposten der Islamisten ausschalten. Wir haben die Ziele, die wir im Visier hatten, zerstört. Damit ist die Fähigkeit der Houthis geschwächt, unbemannte Drohnen und Antischiffsraketen abzufeuern. Außerdem zielen wir auf die Radaranlagen der Rebellen, sodass sie ihre potenziellen Ziele nicht mehr ausspähen können. Eine hochgefährliche Mission. Die Besatzung aus rund 7000 US-Soldatinnen und Soldaten ist in permanenter Alarmbereitschaft. Denn auch die Marine-Schiffe werden von den Houthis angegriffen. Mit den Attacken im Roten Meer will die militant-islamistische Houthi-Miliz ein Ende der israelischen Militäreinsätze im Gazastreifen erzwingen. Immer wieder beschießen oder kapern sie Frachtschiffe, wie hier die Galaxy Lida. Die Angriffe der Houthis haben die internationale Gemeinschaft auf den Plan gerufen. Die EU will für die Mission Aspides mehrere Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme entsenden, zum Schutz vor Angriffen mit Raketen und Drohnen. Auch Deutschland beteiligt sich an der Mission. Die Fregatte Hessen ist bereits von Wilhelmshaven aus auf dem Weg, zunächst ins Mittelmeer. Sobald der Bundestag und die EU-Außenminister das Mandat beschließen, wird sie ihre Reise in das Kampfgebiet im Roten Meer fortsetzen. Zudem, nach Einschätzung der Marine, ernsthaftesten Einsatz deutscher Seestreitkräfte seit vielen Jahrzehnten. Neu dabei sei die Bedrohung durch Drohnensysteme. Die direkte Bedrohung für Schiff und Besatzung sind ganz klar greifbar, sagt der Inspekteur der Deutschen Marine, Jan-Christian Kark und ergänzt. Wir haben zusätzliche Bewaffnung an Bord gebracht. Wir haben Drohnenabwehranlagen an Bord gebracht. Wir haben trainiert, um sie besser zu erkennen. Wenn der Einsatz vor Ort beginnt, werden die Soldaten an Bord in zwei Teams geteilt. Eines von ihnen ist dann immer auf Gefechtsstation, rund um die Uhr. Es sollte eigentlich eine ausgelassene Karnevalsfeier werden. Für eine 15-Jährige endete der Abend aber mutmaßlich mit mehrfacher Vergewaltigung. In einem Keller des katholischen Jugendtreffs in Speyer in Rheinland-Pfalz sollen die Täter ihr mutmaßliches Opfer getroffen haben. Drei Jugendliche im Alter von 15 und 19 Jahren sollen sexuelle Handlungen gegen den Willen des Mädchens durchgeführt haben. Das berichtet die Staatsanwaltschaft. Weitere Details wurden wegen des Alters der Beteiligten nicht genannt. Für uns in Speyer unsere Reporterin Anna-Marleen Hove. Anna-Marleen, wie reagieren denn die Menschen in der Stadt auf diese schweren Vorwürfe? Die Menschen, mit denen ich mich hier vor Ort unterhalte, die sind natürlich geschockt und erschüttert über das, was hier passiert ist. Viele Eltern haben natürlich Angst, ihre Kinder jetzt auf Partys zu lassen. In einer Stadt wie Speyer hatte man mit so einem Vorfall nicht gerechnet, obwohl ich auch schon Stimmen von Menschen hier von den Straßen gehört habe. Die meinten, sie fühlen sich auch selbst seit einiger Zeit schon unwohl, auf die Straße zu gehen. Das hätte zum einen, das wollte man jetzt so vor der Kamera nicht sagen, aber vor allem auch mit dem Zuwachs der Migranten zu tun, die in Speyer sehr erheblich zu spüren sei. Was ich sonst noch erfahren konnte, weil offizielle Infos, da hält sich die Staatsanwaltschaft ja sehr zurück. Das liegt vor allem daran, dass man mir da gesagt hatte, dass Mädchen, das 15-Jährige, das wird wahrscheinlich erst morgen vernommen werden können. Ärztlich untersucht wurde sie schon, aber aufgrund dessen kann man da natürlich noch keine weiteren Informationen an die Öffentlichkeit rausgeben. Zu den mutmaßlichen Tätern ist es wohl so, dass unter Verdacht ja zwei 15-jährige Syrer und ein 19-jähriger Deutschkroate stehen. Und zu dem 19-Jährigen habe ich erfahren, dass er wohl schon polizeibekannt ist und auch schon vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung. Was genau sich hier abgespielt haben soll, da hält man sich auch noch zurück von Seiten der Staatsanwaltschaft. Man spricht hier nur von sexuellen Handlungen. Was genau das bedeutet, das lassen Sie weiter im Unklaren. Anna-Marleen-Huwe, Dankeschön für diese Informationen nach Speyer. Wir schauen auf ganz Deutschland. Maira ist gekommen und es ist weiter Februar, oder? Ja, sehr klasse. Wir warten auf den Frühling, ich glaube alle, oder? Vor allem auf Licht und Sonne. Die Temperaturen dazu bekommen wir ja schon morgen, aber mit der Sonne, da abert es noch ein bisschen. Das Wetter zeigt sich heute am Valentinstag leider nicht von seiner charmanten Seite. Ganz im Gegenteil, über Hamburg zogen schon vormittags dichte Regenwolken hinweg. Dahinter war es zwar mal eine Zeit lang trocken, bevor sich für den Nachmittag dann aber schon wieder neuer Regen ankündigte. Im Westen konnte sich hinter dem ersten Regen vorübergehend sogar dann auch mal kurz die Sonne zeigen, doch ebenfalls auch nur bis zum Nachmittag. Ja, morgen sieht es dann in der Mitte und vor allem im Norden leider nicht besser aus. Vormittags regnet es dort ab und an, in Nordseennähe dann auch mal etwas kräftiger. Ja, südlich des Mainz bleibt es trocken, immerhin mit gelegentlich etwas Sonnenschein. Am Nachmittag ziehen die Regenwolken dann auch weiter nordwärts. Dann wird es über der Mitte zwar meist trocken sein, aber die Sonne hat weiterhin dort einen schweren Stand. Nur im Süden bzw. Südwesten wird es freundlicher. Und dort zum Sonnenschein geht es auch mit den Temperaturen ordentlich aufwärts, sodass durchaus schon Frühlingsgefühle aufkommen könnten. Also mit 17, 18 Grad in der Spitze. Nur an den Küsten und auch in den Mittelgebirgen bleibt es etwas kühler. Am Freitag wird es dann ähnlich warm. Auch im Osten sind dann mit etwas Sonne bis zu 17 Grad drin lokal. Könnte es auch für 18 oder 19 reichen. Doch noch startet der Frühling nicht durch. Ab dem Wochenende kühlt es sich langsam wieder ab. Dann müssen wir jetzt durch. Absolut. Dankeschön, Maja. Wir hoffen auf den März. So, kurze Pause hier bei uns. Dann schauen wir noch einmal. Politische Aschermittwoch ist heute also immer noch ganz schön was los, obwohl Karneval vorbei ist. In Niederbayern haben die verschiedenen Parteien ihre Event-Locations gebucht und hauen dort kräftig auf den politischen Gegner. Einige Grünen allerdings, die mussten ihre Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken absagen. Mehr dazu gleich. Hier bei uns. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. An einer der beiden Demosinen soll demnach eine Scheibe eingeschlagen gewesen sein. Braucht Europa europäische Atomwaffen? Diese Frage hat die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley in den Raum gestellt, nachdem der frühere und womöglich nächste US-Präsident Trump die Bündnistreue in der NATO infrage gestellt hat. Allerdings wird seit Jahrzehnten über eine europäische Sicherheitspolitik gestritten. Matthias Heinrich dazu. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen, Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift? Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren, da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, um diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum, zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten, denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Bei der NATO sieht man das ähnlich. Die USA hätten Waffen in Europa stationiert. Die europäischen Verbündeten würden dabei für die Einsatzbereitschaft sorgen. Das ist ein nuklearer Schutzschirm, der funktioniert. Und wir glauben, dass er sicher und verlässlich ist. Ein Teil davon ist, dass wir zwei Alliierte, Großbritannien und Frankreich, mit nuklearen Waffen haben. Ich denke, das ist der Weg, wie wir unseren nuklearen Schirm in der NATO organisieren. Und wir sollten nichts unternehmen, um diese Idee zu diskreditieren. Also offiziell zumindest keine Sorgen in der NATO wegen der Trump-Äußerung. Doch hinter den Kulissen dürfte es heftig rumoren. Das Ganze schauen wir uns jetzt noch mal etwas genauer an. Mit Marie Droste, du bist ja deutlich tiefer in die Materie eingestiegen. Wie sieht es denn aus mit Atomwaffen in Europa derzeit? Also wenn wir das jetzt zahlenmäßig vergleichen, ist das natürlich wirklich eigentlich kein Vergleich zu den Vereinigten Staaten. Aber an sich würden ja auch wenige Atomwaffen reichen, wenn man jetzt über das Thema Abschreckung spricht. Vielleicht gucken wir uns das direkt mal an, wie die Verteilung innerhalb Europas ist. Es gibt immer weniger Atomsprengköpfe auf der Welt. Das liegt aber auch daran, dass Russland und die USA in den letzten Jahren immer wieder alte auch ausgemustert haben. Wenn man an das Thema Atomwaffen denkt, dann hat man wahrscheinlich, oder die meisten von Ihnen wahrscheinlich, auch den Abwurf auf Hiroshima im Kopf im Zweiten Weltkrieg. Heute sieht das natürlich ganz anders aus. Atomwaffen, da wurden Milliarden investiert. Die sind inzwischen viel zielgenauer einzusetzen. Die sind auch kleiner dosierbar. Da kommen wir auf das Thema taktische Atomwaffen auch zu sprechen. Und letztendlich ist es ja auch so, dass quasi auch die Steuerung deutlich präziser ist. Also es gibt Schutzmechanismen inzwischen auch gegen Terroranschläge und ähnliches. Wenn wir uns das zahlenmäßig angucken, haben wir wirklich da ein Gleichgewicht zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, was die Anzahl angeht. Die Russen haben auch von denen noch etwas mehr in Alarm und Einsatzbereitschaft. Aber so die Größenordnung dieser Sprengköpfe ist schon ähnlich. Beide Staaten haben übrigens in den letzten Jahren auch noch mal massiv investiert. Unter anderem auch übrigens unter der letzten Präsidentschaft von Donald Trump. Wie sieht es in Europa aus? Deutlich niedriger, was die Zahlen dieser Atomsprengköpfe angeht. Taktische Atomwaffen gibt es hier gar nicht. Also alles, was mit interkontinental, kleineren Maßstäben sozusagen als Interkontinentalraketen abzuschießen ist, gibt es hier nicht. Frankreich 290 an der Zahl. Das setzt sich auf zwei Pfeiler. Atom-U-Boote, die das abschießen können. Viel sind im Einsatz. Eins übrigens permanent auch unter den Radaren in den Meeren unterwegs, um immer gewappnet zu sein. Und auch eben über Kampfjets. Die Preisklasse, da spricht man so von 15 Prozent etwa des Budgets, des Wehretats. Der ist ähnlich hoch wie bei uns hier in Deutschland. Großbritannien noch mal weniger, 225 dieser Sprengköpfe, Atom-U-Boote haben die ebenfalls auch. Und eben auch Interkontinentalraketen, da setzen die übrigens auch auf die US-Technik. Also das muss auch immer wieder in den Vereinigten Staaten gewartet werden. Das ist insofern schon ganz interessant, weil die Partnerschaft zwischen beiden Ländern da wirklich sehr groß ist. Und nun kommen wir zu den weiteren Stationierungen in Europa, hier bei uns ja auch in Deutschland. Fliegerhorst Büchel, da lagern in Bunkern die US-amerikanischen Atomsprengköpfe. Es ist auch ein großes Geheimnis, wie viele das eigentlich sind. Man geht so von 15 bis 20 Stück aus. Und im Ernstfall, also im Bündnis, im Verteidigungsfall, würden sozusagen dann auch deutsche Piloten diese Atomsprengköpfe in den Einsatz schicken. Deswegen, wir haben aktuell dafür die Tornadoflotte. Das wird perspektivisch umgerüstet werden, auch deswegen die Anschaffung der F-35, weil die eben diesen neuesten Standards entsprechen. Also man könnte das machen. Die Frage ist aber schon, gerade Frankreich, die haben das eigentlich sehr nationalistisch aufgestellt momentan, auch in den letzten Jahren. Da ist das immer sehr wichtig. Man ist auch in der NATO, will aber auch da sich nicht reinreden lassen. Und auch was das Budget angeht, das soll alles in Landeshoheit bleiben. Die große Unbekannte, die da noch dazu kommt, was ist eigentlich, wenn Marine Le Pen 2027 die Wahl gewinnen könnte? Dann könnte es hier in Europa den gleichen Effekt geben wie unter Donald Trump in den USA. Also das ist zahlenmäßig alles noch sehr schwierig. Man müsste das komplett neu organisieren. Und insofern merken wir jetzt auch schon, wie eigentlich schon wieder Wind aus dieser Debatte genommen wird. Am besten nicht darauf eingehen. Der Bundeskanzler, Bundesverteidigungsminister Pistorius, alle wollen jetzt eigentlich schon den Stecker ziehen und sagen, wenn dann hinter verschlossenen Türen dieses Thema besprechen. Marie Droste, wir danken, dass du aufgeklärt hast darüber, was nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet. Danke dir. Rückschlag für die DFL. Der US-Finanzinvestor Blackstone bietet nicht mehr mit für die Medienrechte an der Fußball-Bundesliga. Eine Milliarde Euro war Blackstone angeblich bereit, an die deutschen Profiklubs zu überweisen. Nun aber der plötzliche Rückzug. Offenbar befürchtete das Unternehmen, dass sich das Verfahren durch das Zögern einiger Klubs zu lange hinziehen könnte. Und auch die deutschen Fans dürften etwas mit dem Ausstieg zu tun haben. Bei Protesten in verschiedenen Stadien haben sie immer wieder deutlich gemacht, was sie von den Plänen halten, einen Investor in den deutschen Profifußball zu holen. Jetzt geht es aber weiter mit Investoren und Anlegern in der Börse am Mittag. Die gedämpfte Hoffnung auf eine schnelle Zinswende in den USA bremst. Aber auch heute die Börsen außer dem Tüskrub rutscht wieder in die roten Zahlen. Delivery Hero dagegen beruhigt die Anlegereinzelheiten. Und Einschätzungen zu all dem jetzt von und mit dem Bad Erfner. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldminen nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Herzlich willkommen zur Börsermittag. Maue US-Inflationsdaten schüren neue Zinsängste bei den Anlegern an der Wall Street. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Januar um 3,1 Prozent. Experten hatten 2,9 Prozent auf dem Zettel nach 3,4 Prozent im Dezember. Daraufhin sank der Dow Jones. Der Standardwerte am Abend 1,4 Prozent schwächer ging aus dem Handel. Der Index der Technologiebörse Nasdaq brach sogar um 1,8 Prozent ein. Die neuen Inflationsdaten schüren Sorgen um den Zeitpunkt der erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank FED. Die Währungshüter wollen die Inflationsrate nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts von 2 Prozent steuern. Laut FED-Chef Paul sind Fortschritte erzielt worden. Aber auf dem Weg zu einer Zinswende wolle die FED noch weitere gute Daten sehen, die in diese Richtung weisen, sagte er kürzlich. Und auch der DAX kam gestern nach den Inflationsdaten aus den USA deutlich unter Druck. Heute kann er sich etwas erholen und liegt aktuell um 0,3 Prozent zu. Und dazu begrüße ich den Kapitalmarktstrategen Stefan Risse. Herr Risse, wann rechnen Sie denn nach diesen neuen Inflationsdaten mit der ersten Zinssenkung der FED? Ich rechne nicht vor dem zweiten Halbjahr damit. Ich habe aber auch nie damit gerechnet, dass im ersten Halbjahr die Zinsen sinken werden. Ganz einfach, weil der Arbeitsmarkt einfach noch zu fest ist und auch die Lohnsteigerungen noch bei über 4 Prozent liegen. Und wenn ich als Notenbanker sehe, dass ich kein Problem bei der Arbeitslosigkeit habe, aber die Verbraucherprobleme bei steigenden Preisen haben, dann konzentriere ich mich doch erst mal auf die Inflationsbekämpfung. Also dieser Zinsoptimismus, der da Ende vergangenen Jahres aufkam, den aber Jerome Paul mit seinen Aussagen ja auch geschürt hat, den konnte ich nie so richtig teilen und fühle mich so ein bisschen bestätigt. Und dass die Inflation jetzt ein bisschen höher ausfällt als erwartet, das wusste ich nicht. Aber generell, glaube ich, hat der Markt zu früh an Zinssenkungen geglaubt. Tja, und diese Hoffnung auf frühere Zinssenkungen, die hat ja die Wall Street in den letzten Monaten angetrieben, zuletzt auch immer wieder auf neue Rekorde. Gibt es da jetzt größeres Korrekturpotenzial? Wir haben gestern gesehen, dass die Märkte da sensibel darauf reagieren. Und damit würde ich auch in Zukunft rechnen, dass immer dann, wenn wir höhere Inflationsraten bekommen oder Zentralbanker aus den USA sich eben eher etwas zurückhalten in Richtung Zinssenkung. Äußern, also äußern, dass das noch ein bisschen länger dauern kann, dass man sich stärker auf Inflationsbekämpfung konzentrieren muss, dass das dann zu Rückschlägen an der Börse führt, auch mal zu größeren Rückschlägen führt. Und generell, sei mal historisch eingeordnet, also zu meinen, dass die Börsen immer dann nach oben liefen, wenn denn der Zinshöhepunkt überschritten war und die Zinsen gesenkt wurden, das stimmt überhaupt nicht. Das lässt sich gar nicht belegen. Immer dann, wenn es Rezessionen gab, waren die Börsentiefpunkte, die dann in den Rezessionen ja stattfanden, also die stark fallenden Kurse, nach der letzten Zinssenkung und nicht schon nach der letzten Zinserhöhung. Gucken wir auch noch nach Europa. EZB-Vize de Gindos mahnt auf dem Weg zu einer Zinswende zu Geduld. Obwohl wir in die richtige Richtung gehen, sagt er, heute dürfen wir nichts überstürzen. Wie lange müssen wir uns dann noch bis zu einer Zinssenkung der EZB wohl gedulden? Das ist die gleiche Sprache, die er spricht. Grundsätzlich wissen die Zentralbanker ja immer gar nicht, wann sie die Zinsen denn erhöhen oder senken, weil sie ja die Inflationsdaten, die Wirtschaftsdaten generell nicht kennen. Die US-Notenbank hat ja früher mit Zinserhöhungen angefangen als die EZB. Deswegen glauben manche auch, die Notenbank der USA fängt früher an mit Zinssenkungen. Das glaube ich nicht unbedingt, weil die Wirtschaft in Europa, insbesondere auch in Deutschland, der größten Volkswirtschaft, doch sehr viel mehr Schwäche zeigt als die US-Wirtschaft. Die EZB könnte vor der FED mit Zinssenkung kommen. Aber auch da rechne ich, weil wir Vollbeschäftigung in Europa haben, nicht mit Zinssenkung vor dem zweiten Halbjahr. Und was heißt das dann für die weiteren Aussichten beim DAX? Naja, generell muss man sagen, dass er bisher ja diese restriktivere Geldpolitik und diese widrige konjunkturelle Situation besser wegsteckt. Generell, Herr Deffner, ist es so, es gibt manche, die sagen, diese Zinserhöhungen, die Auswirkungen, die kommen überhaupt erst noch, die sind noch gar nicht spürbar. Und andere sagen, naja, wir sehen doch bald Zinssenkung. Das ist so das Lager. Ich tendiere eher dazu, vorsichtiger zu sein und zu glauben, dass diese Zinserhöhungen, wie alle Zinserhöhungen, auf die Wirtschaft, aber auch auf die Börse dann noch mit Zeitverzögerung durchschlagen. Also 2024 bin ich eher verhalten im Ausblick. Langfristig aber bleiben Aktien die beste Geldanlage. Das sagt Stefan Risse. Vielen Dank für die Einschätzung. Küssengrub hat zum Jahresauftakt rote Zahlen geschrieben. Der Nettoverlust lag im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres bei 314 Millionen Euro nach einem Gewinn von 75 Millionen im Vorjahr. Ursache seien unter anderem schwächere Ergebnisse und Abschreibungen in der Stahlsparte gewesen. Im Gesamtjahr erwartet das Unternehmen beim Jahresüberschuss nur noch eine Steigerung in den Bereich eines ausgeglichenen Wertes. Bislang hatte ThyssenKrupp eine Steigerung auf einen positiven Wert im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen Euro-Bereich in Aussicht gestellt. Und bei der Aktie kommt das nicht gut an. Sie ist heute deutlich unter Druck. Aktuell mit einem Minus von 8,2 Prozent. Dazu begrüße ich den Kapitalmarktstrategen Jürgen Mollner. Herr Mollner, allein in diesem Jahr hat die ThyssenKrupp-Aktie schon fast 20 Prozent wieder verloren. Ist denn da irgendwo mal ein Boden oder eine Trendwende in Sicht? Grüße, Herr Döffner. Also die Thyssen-Aktie versucht natürlich, den Boden zu bilden. Aber sie macht es uns schwer, weil Umsätze, die Auftragseingänge und die Prognosen gehen runter. Und das will die Börse nicht hören. Thyssen ist eine Stahlaktie. Thyssen ist konjunkturzüglich. Auch das spielt im Moment nicht in die Karten. Wir sind in einer Rezession und deshalb macht es dem Thyssen-Kurs massiv Probleme. Die Abschreibung hatten Sie gerade genannt. Den einzigen Lichtblick, den ich sehen könnte, ist, wenn man viel abschreibt, dann kann es natürlich auch irgendwann mal wieder, wenn alles abgeschrieben ist, nach oben gehen. Aber aus der momentanen Sicht, Thyssen hat seit 2014 70 Prozent verloren in zehn Jahren, während der DAX 50 Prozent gemacht hat. Das sind natürlich Zahlen, die da niederliegen. Und deshalb kann man eine Thyssen-Aktie im Moment wirklich nicht empfehlen. Ja, und wir wollen noch über einen anderen MDAX-Wert sprechen, der auch Zahlen gebracht heute, nämlich der Essenslieferdienst Delivery Hero. Er versucht seinen Anlegern die Angst vor einer Kapitalerhöhung zur Rückzahlung seiner Milliardenschulden zu nehmen. Der künftige Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft werde groß genug sein, um die anstehenden Fälligkeiten zu bewältigen, sagte Finanzchef Thomasin bei der Vorlage der endgültigen Geschäftszahlen. Das Unternehmen verwies darauf, dass es Ende 2023 insgesamt 1,7 Milliarden Euro auf der hohen Kante gehabt habe. Auf operativer Basis schaffte Delivery Hero im vergangenen Jahr schon die Gewinnwende, die der Konzern bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte. Die Spekulationen um eine Kapitalerhöhung, die hatten die Aktie zuletzt ja wieder belastet. Heute atmen die Anleger spürbar und sehbar auf. Wir sehen ein Plus von siebeneinhalb Prozent bei der Aktie. Und nochmal zurück zu Jürgen Mollner. Was heißt das für die weiteren Aussichten der Delivery Hero Aktie, die sich ja zuletzt etwas vom Allzeit tief berappeln konnte? Genau. Sie werden Geld verdienen. Die Aktie hat selbst oder das Unternehmen hat selbst noch nie Geld verdient. Sie sind seit 2017 an der Börse, kamen um 30 Euro, hatten natürlich dann, waren der große Corona-Gewinner. Die Aktie war um die 140 Euro und dann ging es runter von 140 bis jetzt in den Keller vor ein paar Wochen mit 15 Euro. Sie versucht sich zu stabilisieren. Der Vorstandsvorsitzende redet von einem substanziellen Cashflow. Das will die Börse hören. Und so sieht es im Moment aus. Auf diesem Niveau könnte man schon mal sich engagieren bei dieser Aktie. Allerdings muss man auch wiederum dazu sagen, die Leute gehen mehr essen. Sie kochen vielleicht auch zu Hause und man bestellt eher weniger. Und das heißt das auch noch, dass jeder daran verdienen will. Die Köche wollen verdienen, die Leute, die das Essen bringen, die Logistiker. Insofern sehe ich die Gewinnchancen jetzt nicht allzu hoch. Aber ich bin nicht so negativ für die Aktie. Auf diesem Niveau finde ich sie eher kaufenswert. Sagt Jürgen Mollner. Vielen Dank für die Einschätzungen. Danke. Und ausführlich mehr wieder aus der Welt der Wirtschaft um 17.45 Uhr in der Börse im Abend. Und hier im TV-Genzierz weiter mit den neuesten Nachrichten. Tschüss. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines kleinen Flugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke, die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kann man nicht lassen... Deftiges zum Start in die Fastenzeit. Am politischen Aschermittwoch geht es trotz gleichzeitigem Valentinstag wenig herzlich zu. Bei Brezen, Bier und Blasmusik wird gegen die politischen Gegner ausgeteilt. Die Grünen mussten ihre Veranstaltung in Biberach wegen zum Teil gewalttätiger Proteste kurzfristig absagen. Nach der Trump-Drohung, NATO-Länder nicht mehr beistehen zu wollen, entbrennt die Diskussion um EU-Atomwaffen. Finanzminister Lindner ist dafür. Verteidigungsminister Pistorius warnt vor einer leichtfertigen Debatte. Der neue ukrainische Armee-Chef will den Drohnenkrieg intensivieren, auch wegen des Munitionsmangels. Unser Reporter war an der Front bei einer Drohneneinheit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen hier zur Welt am Mittag. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, was den Karneval angeht. Politisch ist heute ein Höhepunkt des Jahres. Wieder ist viel Bundesprominenz in den Süden gereist. Zum ersten Mal auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wenige Wochen vor der Europawahl poltern bei Kundgebungen oder wohl eher Stammtischen. In Passau, Vilshofen und Deggendorf Politiker aller Couleur um die Wette. Die Grünen allerdings, die mussten ihre Veranstaltung im baden-württembergischen Biberach kurzfristig absagen. Wegen massiver bis gewalttätiger Proteste rund um die Stadthalle in Biberach. Die Blaskapelle spielt und immer wieder geht die Sonne auf. Und das ist wohl die Hoffnung, dass die Union beim nächsten Mal wieder mitregiert. Jetzt aber ist erst mal die Ampel dran. Und Bayerns Ministerpräsident Söder kündigt in Passau markig an. Hauer soll die Ampel kriegen und so kommt's dann auch. Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. Traditionell am politischen Aschermittwoch bekommt die Regierung ihr Fett weg. Das ist in den Zelten der anderen Parteien nicht anders. Ob Sarah Wagenknecht wirklich was mit Blasmusik anfangen kann, wer weiß. Aber austeilen kann sie, ob von der linken wie auch von der mitte-rechten Seite. Ich meine, selbst der Weihnachtsmann ist ja inzwischen umstritten. Es gab ja eine ernste Diskussion im letzten Winter, also jetzt im letzten Weihnachten, den vielleicht als Weihnachtskraft in Zukunft zu benennen. Weil es geht ja also um die Gerechtigkeit. Also ich frage mich wirklich, was manche Leute in unserem Land für Probleme haben. Also das sind die Leute, die denken, jeder Rentner hat 2000 Euro, dann kann man sich um die Weihnachtskraft kümmern. Die so geschmähte Rekada Lang, Chefin der Grünen, kommt gar nicht erst auf die Bühne. Der Aschermittwoch der Grünen, spontan abgesagt. Zuvor war es vor der Halle in Biberach zu Tumulten gekommen. Protesten der Landwirte. Pfefferspray gegen die demonstrierenden kaputte Scheiben. Die Situation war eskaliert und den Grünen wohl zu heiß. Bei Jessica Blasmusik trifft sich die FDP am Stammtisch. Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit gewohnt spitzen Mundwerk. Es war früher definitiv nicht alles besser, aber zumindest waren die Brandstifter noch sichtbar und standen zu ihrem Werk. Und heute ist ja immer der Bruder schuld. Nicht von seinem Bruder, aber auch von Landwirten wird der Freie Wähler Hubert Aiwanger in Deckendorf begrüßt. Sie haben die Überregulierung satt und geben das dem Vizeministerpräsidenten Bayerns mit auf dem Weg ins Zelt. Ampel, kehr um, du machst grandios falsche Politik, du ruinierst den Wohlstand Deutschlands, du treibst den politischen Extremisten links und rechts die Wähler zu. Und so bleibt die Hoffnung und so klingt es aus Bayern. Immer wieder geht die Sonne auf. Und wir begleiten das Ganze mit Marion Gehlert. Sie ist bei den Freien Wählern in Deckendorf und in Passau bei der CSU. Ist Dorothea Schupelius. Dorothea, zunächst zu dir. Markus Söder hat in seiner Rede ja wieder vor allem auf die Grünen eingedroschen. Allerdings war er mit dieser Strategie bei der Landtagswahl ja nicht besonders erfolgreich. Da hat er sogar Verluste eingefallen. Markus Söder hat sich in der Tat festgelegt auf einen Kurs. Und dieser Kurs ist der Anti-Ampel-Kurs und vor allem der Anti-Grünen-Kurs. Und da holt er auch gleich die Landwirte mit ins Boot. Die Landwirte haben sich ja die Grünen so als Hauptgegner auserkoren. Und Markus Söder hat hier eben genau diese Markenkernpunkte der CSU nochmal angesprochen. Er hat seine Unterstützung für die Landwirte klargemacht. Er hat klargemacht, dass er migrationspolitisch, familienpolitisch, energiepolitisch genau das Gegenteil von dem machen möchte, was die Grünen machen. Aber jetzt kommt eben die Krux, weil die Frage, mit wem Markus Söder diese Ziele am Ende vielleicht umsetzen könnte, also falls CDU und CSU in die Regierung kommen würden und dann eine Koalition gründen müssen, mit wem er das dann macht, ist es nicht ganz klar geworden. Denn eine kleine Spitze ging ja auch Richtung Friedrich Merz. Der hat ja vor einigen Tagen mit den Grünen geliebäugelt, da eine mögliche Koalition angesprochen. Und dem hat Markus Söder hier heute eine ganz klare Absage erzählt. Die Grünen seien nicht regierungsfähig und er habe versprochen, mit denen nicht zu regieren. Und dieses Versprechen wolle er auch halten. Also eine klare Ansage Richtung die Grünen, aber auch eine Ansage Richtung Friedrich Merz. Und allgemein einfach eine Komplettabrechnung mit der Ampelkoalition. Und hier darf man immer nicht unterschätzen, das Ganze ist mit viel Humor. Das ist der politische Aschermittwoch. Da wird auch mal verbal ziemlich tief in die Tasche gegriffen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel nur, dass Markus Söder seinen eigenen Hund namens Molly für fähiger hält als Kevin Kühnert. Denn sein Hund hätte, so sagt Söder, eine fertige Ausbildung und Kevin Kühnert nicht. Also das ist so der Ton dieser Rede hier gewesen beim politischen Aschermittwoch. Die Unterstützung, die hatte Markus Söder auf jeden Fall sicher. Es ist ein Wohlfühltermin für ihn gewesen hier in einer Halle, gefüllt bis oben hin mit seinen Fans, mit der CSU. Dass es verbal hart hierher geht beim politischen Aschermittwoch, du hast es gerade gesagt, das ist jetzt nicht weiter überraschend. Allerdings musste ja nun die Veranstaltung der Grünen in Biberach abgesagt werden, wegen der massiven Proteste rund um die Halle. Aus Sicherheitsbedenken wurde das dann im Einklang mit den Behörden abgesagt. Ist das dann nicht doch bedenklich für die politische Diskussionskultur in Deutschland? Nun, da kann ich jetzt nur spekulieren, denn ich bin nicht vor Ort gewesen. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Die Grünen haben gesagt, dass sie aus Sicherheitsgründen absagen müssen. Jetzt wäre es natürlich sehr interessant zu wissen, hat die Polizei auch gesagt, dass es abgesagt werden muss? Wessen Einschätzung war das? Wer genau ist vor Ort gewesen und hat demonstriert? Wir wissen aber, dass auf jeden Fall ein großer Misthaufen vor der Halle abgeladen wurde, dass es viele Traktoren schon seit dem frühen Morgen gegeben hat. Es soll auch ein eingeschlagenes Fenster und Pfefferspray gegeben haben. Aber das sind alles jetzt erstmal nur Stichwörter, nur Schlagwörter, die schwer einzuschätzen sind, wenn man nicht vor Ort ist. Es soll eine Pressekonferenz mit der Polizei geben. Klar ist aber natürlich, das haben wir mitgekriegt die letzten Wochen, die Landwirte haben vor allem ein Ziel, das sind die Grünen. Auf die überträgt sich sozusagen diese ganze Wut, die ja hier aber auch in der Rede von Markus Söder heute nochmal aufgegriffen wurde. Also die Landwirte werden zu einem sehr wichtigen Kernpunkt in diesem recht aufregenden politischen Wahljahr 2024. Gehen wir weiter nach Deggendorf. Marion Gelert dort beim politischen Aschermittwoch der Freien Wähler. Großer Aufsicht da natürlich von Hubert Aiwanger. Hat der wieder versucht, sich als Mann der Basis zu präsentieren? Eher als Mann der Mitte. Und das waren schon sehr erstaunliche Töne. Er hat sich auch rhetorisch ganz schön zurückgenommen. Also es gab keine eskalierenden Äußerungen. Er hat immer wieder gesagt, die Freien Wähler, das ist die Partei des gesunden Menschenverstandes. Und dementsprechend sei hier in Deggendorf die größte Versammlung des gesunden Menschenverstandes in ganz Bayern. Das andere, was er gemacht hat, ist, sich nochmal zum obersten Verteidiger der Bauernschaft zu stilisieren. Es gab auch einige Bauern, die mit ihren Traktoren hierher gefahren sind. Und es gab übrigens auch zwischen den Reden hier schon die Äußerungen und die Bekanntgabe, dass es Ärger zwischen den Grünen und den Bauern bei ihrer Versammlung gibt. Es war zwar nichts von den Gewalttaten bekannt, aber dass auch dort Hubert-Hubert-Rufe erschallt sind, genauso wie hier in Deggendorf. Und das wurde hier laut und stark gefeiert. Ansonsten sehr moderate Töne. Man wolle die Demokratie verteidigen und sich nicht von Extremisten, egal welcher Art, zerstören lassen. Das ist schon eine andere Tonalität, als Aiwanger bisher bedient hat. Marion Gelert, Dankeschön für diese Einschätzungen nach Deggendorf. Und jetzt nur ein Sport, dann sind wir gleich zurück mit den Nachrichten. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert. Zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eigentlich sollte es eine ausgelassene Karnevalsfeier werden. Für eine 15-Jährige endete der Abend aber mutmaßlich mit einer Gruppenvergewaltigung. In diesem Keller eines katholischen Jugendtreffs in Speyer in Rheinland-Pfalz sollen die Täter ihr mutmaßliches Opfer getroffen haben. Drei Täter im Alter von 15 und 19 Jahren sollen sexuelle Handlungen gegen den Willen des Mädchens durchgeführt haben, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Details wurden aufgrund des Alters der Beteiligten nicht genannt. Bei mir im Studio jetzt Heiko Teggerts, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft. Herzlich willkommen hier bei uns. Und ich habe es gerade gesagt, die Staatsanwaltschaft ist sehr zurückhaltend mit Details zu diesem Fall angesichts des Alters aller Beteiligten. Bei den 15 bis 19 Jahre alten Tätern allerdings, da soll es, zumindest gibt es diese Information, sich um Jugendliche mit Migrationshintergrund handeln. Ein zwei Syrer und ein Deutsch-Kroate, wenn sich das bestätigen sollte. Wie stellt sich diese Tat dann aus Ihrer Sicht dar? Also diese schreckliche Verbrechen stellt sich aus meiner Sicht so dar, dass ja auf abscheuliche Art und Weise mit einem jungen Mädchen umgegangen wird, was so nicht hinnehmbar ist und was sich definitiv in einem harten Urteil, also das, was das Jugendstrafrecht hergibt, widerspiegeln sollte. Weil solche Urteile dienen dann ja auch der Abschreckung. Weil nichts wäre schlimmer, wenn in diesem Fall nach rechtskräftiger Verurteilung einer dieser Täter mit einer Bewährungs- oder Geldstrafe davon käme. Das wäre das falsche Signal an unseren Rechtsstaat und würde dann vielleicht sogar noch animieren, solche schrecklichen Verbrechen auch weiterhin zu begehen. Es dürfte jetzt auch nicht wenige geben, die das Ganze dann als eine Art importierte Gewalttat ansehen, weil es eben um Täter geht mit Migrationshintergrund. Halten Sie das für gerechtfertigt? Ja, nein. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, ob Täter jetzt Migrationshintergrund haben oder nicht, sondern das hat schlichtweg damit zu tun, was haben diese Menschen für ein Weltbild, insbesondere Frauen gegenüber. Und da sollte man in der Tat sehr wachsam sein und sehr genau schauen, auch gerade wenn es um den Prozess der Integration geht von Migranten, dass man den wirklich genau auf den Zahn fühlt. Welches Weltbild steckt in den Köpfen solcher Menschen? Und ich sage mal so, macht es überhaupt Sinn, jemanden, der so ein Weltbild hat, überhaupt zu integrieren oder macht das nicht viel mehr Sinn, solche Menschen dann so schnell wie möglich auch wieder loszuwerden aus Deutschland? Wird denn Ihrer Ansicht nach dieses Problem mittlerweile genügend adressiert in Deutschland? Also im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, als wenn genau dieses Problem so ein bisschen runtergespielt wird. Also die Bundesinnenministerin hat sich ja jetzt auch mit ihrem neuen Gesetz ganz klar gegen rechts positioniert und blendet andere Phänomene, andere extreme Phänomene, die es auch in Deutschland gibt. Ich sage dann nur, nennen dann nur den Antisemitismus oder auch den Linksradikalismus offensichtlich vollkommen aus. Hier würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung insgesamt ein konsequenteres Vorgehen gegen Extremismus jedweder Art an den Tag legt. Und das gilt natürlich auch dann für solche Fälle. Bei denen es jetzt natürlich nicht um Extremismus geht, nicht desto trotz um ein abscheuliches Verbrechen. Und Sie haben gerade gesagt, solche Täter müsste man dann eben abschieben. Allerdings ist das ja in der Realität sehr schwierig. Ja, in der Tat. Gerade nach Syrien, in den Irak, nach Afghanistan. Das sind eben Länder, in die man nicht so einfach derzeit abschieben kann. Ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung, dass dort Signale gesetzt werden müssen, dass bei solchen schweren Verbrechen auch Abschiebungen in diese Länder irgendwie möglich sein müssen. Sagt Heiko Teggertz, der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft. Dankeschön für Ihren Besuch hier. Und kurze Pause hier bei uns. Und dann beschäftigen wir uns noch einmal mit dem Thema Atomwaffen. Die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley hat ja die Frage in den Raum gestellt, ob und dass die EU jetzt einen eigenen nuklearen Schutzschirm aufstellen soll. Mehr dazu gleich hier bei uns. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre, zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines kleinen Flugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Willkommen zurück zur Welt am Mittag. Braucht Europa eine eigene Atombombe? Nach den jüngsten Äußerungen von Donald Trump diskutieren immer mehr deutsche Politiker über dieses Szenario. So fordern zum Beispiel Christian Lindner und Katharina Barley eigene Atomwaffen zur nuklearen Abschreckung. Verteidigungsminister Pistorius reagierte eher zurückhaltend und Kritik kommt von der CDU. Lieber solle man die Amerikaner überzeugen, ihre Atomwaffen in Europa zu behalten. Das sei unter anderem finanziell der richtige Weg. Das ist ein nuklearer Schutzschirm, der funktioniert. Und wir glauben, dass er sicher und verlässlich ist. Ein Teil davon ist, dass wir zwei Alliierte, Großbritannien und Frankreich, mit nuklearen Waffen haben. Ich denke, das ist der Weg, wie wir unseren nuklearen Schirm in der NATO organisieren. Und wir sollten nichts unternehmen, um diese Idee zu diskreditieren. Und ob Europa eine eigene Atombombe braucht, das diskutieren wir gleich ausführlich um 13.30 Uhr in unserem Weltspezial. Die NATO registriert einen beispiellosen Anstieg der Verteidigungsausgaben ihrer Mitgliedstaaten. Die Ausgaben der Europäischen Verbündeten und Kanadas erhöhten sich im vergangenen Jahr um 11 Prozent. 18 der 31 Bündnispartner werden zudem in diesem Jahr das Ziel erreichen, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Auch Deutschland erreicht die Vorgabe und gab mit 73,4 Milliarden Dollar ebenfalls eine Rekordsumme aus. In Russland ist ein Deutscher wegen Drogenbesitzes am Flughafen von St. Petersburg festgenommen worden. Bei dem Mann sollen Cannabis-haltige Gummibärchen gefunden worden sein. Die bringen gerade mal 20 Gramm auf die Waage. Was hierzulande kaum Aufsehen erregen würde, bedeutet in Russland bis zu sieben Jahre Haft. Und es erinnert an den Fall der US-Basketballerin Brittany Greiner. Sie saß zehn Monate in russischer Haft. Bei ihr soll Cannabisöl gefunden worden sein. Für Russland wurde sie schnell zum politischen Druckmittel, kam im Austausch für einen russischen Waffenhändler frei. Der Ukraine ist offenbar wieder ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen. Anwohner berichten in sozialen Netzwerken von lauten Explosionen auf dem Meer. Und es gibt Handyaufnahmen, die eine große Qualmwolke und später einen hähnlenden Feuerschein vor der Küste zeigen. Danach taucht ein Hubschrauber auf. Das Schiff allerdings ist nicht mehr zu sehen. Es soll sich um ein Landungsboot der russischen Marine handeln. Der Angriff ereignete sich an der Südostspitze der Krim, bei Alupka. Und bereits mehrfach hat die Ukraine mit Raketen, aber vor allem mit ferngesteuerten Seedrohnen erfolgreich russische Schiffe angegriffen und versenkt. Rückschlag für die DFL. Der US-Finanzinvestor Blackstone bietet nicht mehr mit für die Medienrechte an der Fußball-Bundesliga. Eine Milliarde Euro war Blackstone angeblich bereit, an die deutschen Profiklubs zu überweisen. Nun aber der plötzliche Rückzug. Offenbar befürchtete das Unternehmen, dass sich das Verfahren durch das Zögern einiger Klubs zu lange hinziehen könnte. Und auch die deutschen Fans dürften etwas damit zu tun haben. Bei Protesten in verschiedenen Stadien haben sie immer wieder deutlich gemacht, was sie davon halten, einen Investor in deutsche Profis Fußball zu holen. Kurze Pause hier bei uns. Und dann geht es gleich weiter mit unserem Weltspezial zur Frage, ob Europa jetzt eine eigene Atombombe, einen eigenen nuklearen Schutzschutz braucht. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten. Was sicher nicht jeder bereit wäre, zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines kleinen Flugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener, der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die beiden können es miteinander, die gute Botschaft aber. Doch als der deutsche Kanzler das Weiße Haus wieder verlässt, sind die Sorgenfalten nicht verschwunden. Drängte der Präsident den Kanzler mehr zu tun, wenn im Kongress Geld, Waffen, Munition noch länger auf Eis liegen sollten oder gar nicht kommt? Olaf Scholz gibt sie schmallippig. Und betont erneut. Wir sollten nicht drumherum reden. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten unverzichtbar. Ende einer 24-Stunden-Visite. Sorgen und Skepsis nimmt der Kanzler wieder mit nach Hause. Den Hardcore-Blockade-Republikanern aus der ganz rechten Ecke dürften Scholz werben und Bidens Empörung wenig beeindrucken. Die Ukraine werden vorerst weiter warten müssen. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben auf das verlassene Versteck des Hohen Hamas-Anführers Al-Sinwa im Gaza-Streifen gestoßen. Al-Sinwa soll samt Familie geflüchtet sein, wie dieses Video einer Sicherheitskamera zeigen soll. Die Angaben zu den Videos lassen sich noch nicht unabhängig prüfen. Unterdessen sind die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar über einen Waffenstillstand ergebnislos zu Ende gegangen. Was hinter der Grenze zu Israel liegt? Herzlich willkommen zu diesem Weltspezial. Braucht Europa einen europäischen Atomschutzschirm? Diese Frage hat die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley in den Raum gestellt, nachdem der frühere und womöglich nächste US-Präsident Trump die Bündnistreue in der NATO infrage gestellt hat. Allerdings wird seit Jahrzehnten über eine europäische Sicherheitspolitik gestritten. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen, Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift? Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren, da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, um diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum, zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten, denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Bei der NATO sieht man das ähnlich. Die USA hätten Waffen in Europa stationiert, die europäischen Verbündeten würden dabei für die Einsatzbereitschaft sorgen. Das ist ein nuklearer Schutzschirm, der funktioniert. Und wir glauben, dass er sicher und verlässlich ist. Ein Teil davon ist, dass wir zwei Alliierte, Großbritannien und Frankreich, mit nuklearen Waffen haben. Ich denke, das ist der Weg, wie wir unseren nuklearen Schirm in der NATO organisieren. Und wir sollten nichts unternehmen, um diese Idee zu diskreditieren. Das ist der Weg, wie wir unseren nuklearen Trend in NATO organisieren. Und wir sollten nichts machen, um die Kredibilität von dem auch. Also offiziell zumindest keine Sorgen in der NATO wegen der Trump-Äußerung. Doch hinter den Kulissen dürfte es heftig rumoren. Darüber spreche ich jetzt. Leonie von Rando für uns im Bundestag. Ein paar internationale Reaktionen haben wir gerade gehört. Wie ist denn der Stand der Diskussion in Deutschland derzeit? Katja, zunächst einmal kommt da aus der CDU ganz viel Ablehnung. Vor allen Dingen eben führt man da das Argument an, dass das einfach viel zu teuer war. Die Rede ist von, oder wäre, die Rede ist von einer großen Geldverschwendung. Man muss sich ja auch noch mal vorstellen, dass es hier um Waffen geht, die idealerweise ja niemals zum Einsatz kommen sollen. Und deshalb sagt man eben, dann doch lieber auf konventionelle Waffen setzen. Und auch in der FDP hört man ähnliche Stimmen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann beispielsweise, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die hat sich in dieselbe Richtung geäußert. Und sie warnt auch davor, dieses große Thema sozusagen, wie sie das formuliert, am Kaffeetisch jetzt zu besprechen. Sie weist auch noch mal darauf hin, mit was für einem enormen Aufwand das verbunden wäre. Denn natürlich muss man zunächst mal klären, wäre das überhaupt logistisch möglich? Was sind die technischen Voraussetzungen? Wie sieht die Finanzierung aus? Und dazu kommt, die Europäische Union hat ja bisher keine eigene europäische Armee. Das heißt, dementsprechend gibt es auch keinen Oberbefehlshaber. Das heißt, wer würde im Ernstfall dann überhaupt auf den roten Knopf drücken? Also das alles durchaus noch sehr unausgegoren. Parallel dazu kommt von Christian Lindner, dem FDP-Chef, aber auch noch der andere Vorschlag, dass man eben weiterdenkt, so sagt er, was für ein Element die Nuklearstreitkräfte von Frankreich und Großbritannien sein können. Aber auch das hätte natürlich einen hohen finanziellen Preis, wenn man tatsächlich unter den Schutzschirm von Frankreich der letzten EU-Macht mit Atomwaffen schlüpfen würde. Und so muss man am Ende sagen, das Beste, so sehen es zumindest viele Experten, das wäre wahrscheinlich dann doch eher darauf zu setzen, dass die USA weiterhin auch in ihrem eigenen Interesse für Europas Sicherheit garantieren wollen. Denn, so sagt es ja auch Friedrich Merz im exklusiven Weltinterview zu uns erst kürzlich, am Ende ist ja nur einmal der NATO-Bündnisfall ausgerufen worden. Und das war, als die USA angegriffen wurden am 11. September. Leonie von Rando, Dankeschön für diese Einschätzung. Und es ist immer wieder von diesem europäischen Schutzschirm, beziehungsweise von den Atomwaffenmächten Frankreich und Großbritannien, die Rede, Marie Drosse, du hast dir das Ganze genauer angeschaut. Welche Atomwaffen gibt es denn derzeit überhaupt in Europa? Ja, wir haben keine taktischen Atomwaffen, das muss man schon mal vorstreckend. Also das sind alles die Waffen, die sozusagen auf kurze Distanz funktionieren, die man jetzt auch von der Sprengkraft deutlich runterregulieren kann. Aber wir haben eben auch die großen, eben mit Interkontinentalraketen bestückbaren. Und insofern, wir haben schon Potenzial. Man müsste halt irgendwie sortieren und aufteilen. Das ist das, was Leonie gerade angesprochen hat. Wir gucken uns mal an, wie wir zahlenmäßig denn momentan dastehen. Wenn man an Atomwaffen denkt, dann fallen den meisten wahrscheinlich der Angriff auf Hiroshima ein. Das Ende des Zweiten Weltkrieges, der da besiegelt wurde, innerhalb von Minuten und Stunden sind da Zehntausende ums Leben gekommen. Aber man muss sagen, Atomwaffen an sich, die wurden massiv weiterentwickelt seit dieser Zeit. Die Vereinigten Staaten forschen auch sehr daran, was die Sprengkraft angeht, was auch Sicherungsmechanismen angeht. Also dass man beispielsweise in Terrorfällen insofern geschützt ist, dass diese Waffen nicht einfach sich sprengen. Also da hat man schon sehr viel weiterentwickelt und vor allem ist das inzwischen deutlich zielgenauer möglich, was die Menge dieser Köpfe angeht und eben auch die Sprengkraft. Wenn wir uns das zahlenmäßig angucken, was die Atomsprengköpfe angeht, dann muss man sagen, auf Augenhöhe deutlich zu sehen, die USA und auch Russland. Beide bewegen sich da an einem ähnlichen Arsenal. Bei den Einsatzbereiten sind die Russen ein bisschen weiter vorne, aber zumindest da haben wir eine Art Gleichgewicht. Gleichgewicht. Beide Staaten, die haben in den letzten Jahren übrigens auch unter der Präsidentschaft von Donald Trump noch mal massiv investiert in Weiterentwicklung dieser Technologien. Kommen wir nach Europa. Da sehen Sie es direkt auf einen Blick. Da sind wir nicht in den Tausendern, sondern Frankreich jetzt als letzte Atommacht innerhalb der EU. 290 Atomsprengköpfe in etwa. Das ist so auf zwei Gleisen aufgebaut. Einerseits hat man Atom-U-Boote und man hat Rafale-Kampfschätz, die dann also bestückbar sind. Wenn man das jetzt mal auf die Kosten runter bricht, man sagt so, der Wetter von Frankreich ist ähnlich groß wie der von Deutschland, wenn man mal das Sondervermögen rausrechnet. So ungefähr 15 Prozent dessen entfallen auf diese Atomstreitkräfte, die Forst der Frappe, wie das auf Französisch auch heißt. Und ich meine, seit 2020 liegt das Angebot von Macron auch auf dem Tisch, dass man für Europa da bereit wäre, mehr zu tun. Das alles aber sehr vage. Großbritannien wäre noch eine Macht, auf die man dann auch setzen könnte. Nicht mehr in der EU, aber deutlich auch bereit dafür, in der NATO Verantwortung für Europa zu übernehmen. 225 dieser Sprengköpfe haben die. Auch dort vier Atom-U-Boote und Interkontinentale-Raketen auf die Trident setzt man da. Das ist insofern spannend, weil das ist US-Technik. Also Lockheed Martin ist der Hersteller. Das heißt, man baut zwar die Atomsprengköpfe in Großbritannien, aber um die Raketen zu warten, müssen also auch diese U-Boote immer wieder in die Vereinigten Staaten. Insofern ist man da auch in gewisser Form abhängig. Wie sieht es in Deutschland aus? Das ist übrigens, was wir hier in Deutschland haben, die zweitgrößte Flotte innerhalb der NATO, die überhaupt mit diesen Atomsprengköpfen agieren können. Das ist Deutschland. Und im Fliegerhaus Büchel sind also etwa, man weiß das nicht so genau, ist ein großes Geheimnis, 15 bis 20 solcher Sprengköpfe in Bunkern aufbewahrt. Die wurden auch schon aktualisiert. Also die neueren Versionen sind auch schon da. Und in Russland testet man natürlich auch. Man hat Atomwaffen, taktische Atomwaffen auch nach Belarus verlagert. Und insofern, diese Debatten, die wir jetzt hier aktuell führen, die dürfte man mit Interesse dort auch weiter verfolgen. Denn es sind noch sehr viele Fragen offen, wie das europäisch gelöst werden könnte. Fakt ist, eigentlich reicht ja eine Atomwaffe, um abzuschrecken. Und insofern, das zumindest haben wir innerhalb Europas auch. Aber wie das organisiert werden kann künftig, ohne die Vereinigten Staaten, ja, da immer noch vieles offen. Diese Debatte, die wird uns noch eine Weile begleiten. Aber ich finde es sehr spannend, wie jetzt wirklich man auch merkt aus der Bundesregierung, dass man wirklich versucht, auch innerhalb der NATO, wir haben Stoltenberg eben gehört, diese Debatte direkt wieder im Keim zu ersticken. Weil man sagt, wenn, dann bitte hinter geschlossenen Türen. Marie, vielen Dank für diesen Überblick. Und das Thema kann ich jetzt noch einmal vertiefen mit dem CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter. Willkommen bei Welt. Und Herr Kiesewetter, wir haben Sie gerade schon an einem Beitrag gehört. Da haben Sie den europäischen atomaren Schutzschirm abgelehnt, unter anderem, weil es viel zu teuer ist. Man solle besser die Amerikaner überzeugen, in Europa zu bleiben. Wie wollen Sie denn die Amerikaner überzeugen? Das Geldargument dürfte bei denen ja kaum ziehen. Ja, grüße Sie, Frau Losch. Sie stellen genau die richtige Frage. Das ist das, was eigentlich die Zeitenwende ausmachen würde, aber bisher nicht erfolgt ist. Das ist eine saubere transatlantische Lastenteilung mit Blick auf die US-Präsenz in Europa. Sie sind noch im Kosovo, sie sind im Mittelmeer. Hier könnten wir die Amerikaner entlasten und ein Signal senden. Aber viel wichtiger, die Amerikaner leisten etwa 60 Prozent der militärischen Unterstützung der Ukraine. Die Europäer nur etwa 40 Prozent. Hier könnten wir, müssen wir mehr übernehmen. Also den Amerikanern zeigen, wir sind bereit zur fairen Lastenteilung. Wir sind bereit, das Preisschild der USA für die gemeinsame Sicherheit zu akzeptieren und mehr in unsere Verteidigung zu investieren. Also drei Punkte. Erstens stärkere Ukraine-Unterstützung. Zweitens eine faire Lastenteilung und Entlastung der USA im Umfeld Europas. Und drittens eine Stärkung unseres Verteidigungshaushalts. Verstetigt, nicht durch eine Veruntreuung des Sondervermögens in Ukraine-Hilfe, sondern in eine Neuausrichtung der Bundeswehr, die überfällig ist. Aber glauben Sie denn, dass sich ein möglicher zukünftiger US-Präsident Trump davon überzeugen lassen würde? Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch ohne einen Trump, auch wenn Biden wieder gewählt ist, mehr für die europäische Sicherheit zu tun. Auch ein Biden wird uns ein Preisschild hochhalten. Und was noch erschwerend dazu kommt, wir haben es ja noch in der Hand, die Amerikaner zu überzeugen, die Wählerinnen und Wähler, dass sie eben nicht auf Isolationismus setzen und auf Putin-Freundschaft, sondern sehr klar den Amerikanern zu verstehen geben, dass wir Europäer gemeinsam zur gemeinsamen Sicherheit auch beitragen wollen. Da wäre es hilfreich gewesen, wenn der Bundeskanzler so rasch wie möglich einen Besuch organisiert, nachdem er ja nun leider alleine gereist ist, wo der französische Präsident, der polnische Präsident, der britische Premier und andere Staats- und Regierungschefs dabei sind und noch vor dem NATO-Gipfel in Washington dieses Signal sendet, wir Europäer übernehmen mehr. Und vor allen Dingen verhindern wir, dass der Krieg die Ukraine spaltet, sondern dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, ihre Grenzen wiederherzustellen. Auch, damit Russland nicht die Blaupause für China in Taiwan liefert. Aber Herr Kiesewetter, das klingt jetzt natürlich alles sehr vernünftig. Allerdings hatte sich in der Vergangenheit ja gezeigt, dass ein Donald Trump vernünftige Argumente nicht unbedingt empfänglich ist. Das heißt, könnten Sie denn ruhig schlafen, wenn jetzt Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt? Würden Sie dann weiter darauf setzen, dass im Falle eines Falles die USA Europa zur Seite stehen? Also auf alle Fälle dürfen wir jetzt nicht ruhig schlafen und gelassen bleiben, sondern jetzt ist es an der Zeit, europäische Einheit zu organisieren und zu zeigen, dass wir in der Lage sind, die Amerikaner zu entlasten. Denn wir brauchen die Amerikaner bei der Unterstützung von Südkorea, von Taiwan, von Japan. Und die Amerikaner haben auch nur begrenzte Ressourcen. Zweitens muss uns klar sein, dass China, Russland, Iran und Nordkorea eine unheilige Allianz eingegangen sind. Und dass Trump, wie soll ich sagen, als Spieler, als Geschäftsmann und nicht als verantwortungsbewusster Politiker auftritt. Hier müssen wir entsprechende Botschaften senden. Viele von meinen Kolleginnen und Kollegen reisen auch in die USA, sprechen mit Abgeordneten, versuchen mit der Zivilgesellschaft zu sprechen. Und der dritte Punkt ist schlichtweg, wenn Trump gewählt wird, was absehbar ist, dass wir die Verteidigung Europas neu denken. Die NATO wird sich nicht auflösen, aber die NATO wird auf europäischer Seite viel, viel mehr leisten müssen. Dann ist nicht zwei Prozent die Untergrenze, sondern eher drei Prozent. Übrigens hat das die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag schon festgeschrieben. Drei Prozent für Sicherheit, Verteidigung und Entwicklungszusammenarbeit. Noch mal ganz kurz, ist es jetzt gut, dass wir diese Debatte führen oder ist es eher schädlich, wenn wir so offen über einen möglichen europäischen Schutzschirm diskutieren, weil es die NATO womöglich schwächt und womöglich eben auch den derzeitigen US-Präsidenten? Ja, die Debatte über europäische Nuklearwaffen kommt zur Unzeit. Wir haben sie bereits vor vier Jahren geführt. Ich habe mich seinerzeit auch daran beteiligt. Unsere Aufgabe ist es zu überzeugen, dass die Amerikaner sich als europäische Macht in Mitverantwortung fühlen, dass sie also hier präsent sind, dass ihnen bewusst ist, dass ihre Freiheit auch hier verteidigt wird und dass sie deshalb den sehr günstigen nuklearen Schutzschirm der Amerikaner hier belassen. Wenn die Europäer so etwas leisten wollen, dauert es nicht nur Jahre, sondern wir werden dann mit fünf bis sechs Prozent vom Bruttoinlandsprodukt damit zur Kasse gebeten werden. Also statt 70 Milliarden Euro bei zwei Prozent mit über 200 oder knapp 200 Milliarden Euro. Das ist nicht finanzierbar. Und deswegen ist der Preis eines Zerfalls der Ukraine oder eines Preis eines Zerfalls der NATO viel, viel höher, als wenn wir jetzt mit All-In in die Ukraine gehen, Russland eindämmen und zu den Präsidentschaftswahlen die Ukraine, die Krim befreit hat. Das wäre der klare Weg. Das wäre auch die Botschaft an die USA und die Botschaft an die ukrainische Bevölkerung. Und lassen Sie mich noch einen Gedanken ansprechen. Es ist auch sehr wichtig, dass die Ukraine ein eindeutiges Bekenntnis des Bundeskanzlers bekommt, dass ihre Zukunft nicht nur in der EU, sondern auch in der NATO liegt. Es ist die Bundesrepublik, namentlich das Kanzleramt, das nicht will, dass die Ukraine in die NATO kommt. Hier müssen wir vorarbeiten. Und das würde auch amerikanischen Interessen entsprechen, aber vor allen Dingen europäischen. Sagt der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Die NATO-Mitgliedschaft dann, wenn die Sicherheitsbedingungen es zulassen, sie aber nicht ausschließen. Herzlichen Dank und alles Gute. Danke auch. Und wir sprechen über die NATO. Die registriert nämlich einen beispiellosen Anstieg der Verteidigungsausgaben ihrer Mitgliedstaaten. Die Ausgaben der europäischen Verbündeten und Kanadas erhöhten sich im vergangenen Jahr um 11 Prozent. 18 der 31 Bündnispartner werden zudem in diesem Jahr das Ziel erreichen, 2 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben. Das teilte NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit. Auch Deutschland erreicht die Vorgabe und gab mit 73,4 Milliarden Dollar eine Rekordsumme aus. Der Ukraine ist offenbar erneut ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen. Aufnahmen einer Wasserdrohne zeigen eine große Explosion. Das ukrainische Militär will damit das russische Landungsboot Cesar Kunikov zerstört haben. Der Angriff ereignete sich an der Südostspitze der Krim bei Alupka. Bereits mehrfach hat die Ukraine mit Raketen, aber vor allem mit ferngesteuerten Seedrohnen, erfolgreich russische Schiffe angegriffen und versenkt. Der Kreml wollte sich zu diesem Vorfall nicht äußern. Sprechen wollen wir dafür, aber darüber mit unserem Reporter Paul Ronzheimer aus der Region Kiew zugeschaltet und Christoph Wanner, unserem Russland-Korrespondenten in Moskau. Paul, zunächst zu dir. Hat das ukrainische Militär diesen Angriff vor der Krim kommentiert? Es gibt Quellen aus den ukrainischen Medien, die bestätigen, dass es die Gruppe 13, die sogenannte Gruppe 13 des ukrainischen Militärgeheimdienstes gewesen sein soll, die dort Seedrohnen eingesetzt hat gegen russische Stellung. Wir hören diese Bestätigung auch von der ukrainischen Regierung. Und tatsächlich ist es etwas, was momentan die Ukrainer so ein bisschen in der Motivation hoch hält, denn es ist die erste gute Nachricht aus Sicht der Ukraine seit längerem, seit mehreren Tagen. Denn ansonsten dominiert hier natürlich die Debatte über das Frontgeschehen, wo Russland momentan im Vorteil ist. Ist ja nicht das erste Mal, dass die Ukrainer mit solchen Wasserdrohnen angreifen und auch die fliegenden Drohnen werden immer wichtiger in diesem Krieg. Kann man denn damit tatsächlich die Versorgungslücken zum Beispiel bei der Munition kompensieren? Also alle Experten und auch Soldaten, mit denen ich darüber geredet habe, die sagen mir, dass Drohnen am Ende nicht komplett zum Beispiel die Artillerie-Munition ersetzen könnten, aber dass die Drohnen an der Front auch zur Verteidigung extrem wichtig sind. Das, was mir ukrainische Drohnenpiloten im Osten berichtet haben, ist, dass auch dabei Russland momentan einen Vorteil hat, zumindest was die Masse angeht. Also war die Ukraine am Anfang des Krieges, was Drohnen angeht, relativ klar im Vorteil. Sie haben dort die Technologie genutzt. So ist es offenbar, das beschreiben ukrainische Quellen, den Russen gelungen, bestimmte Teile zum Beispiel aus China aufzukaufen, bestimmte Produktionen dort aufzubauen, dass sie eben mit diesen Drohnen in der Masse auch immer wieder dort ukrainische Stellungen angreifen. Und wenn man dort unterwegs ist im Osten, dann ist es auch als Reporter nicht ungefährlich, denn die Drohnen können theoretisch alle Ziele, die sich dort irgendwo Richtung Front bewegen, erreichen. Paul, vielen Dank für diese Einschätzungen in die Region rund um Kiew. Und wir gehen weiter nach Moskau zu Christoph Wanner. Christoph, wie schwer wiegt der Verlust solcher Schiffe für das russische Militär? Ja, die Russen haben heute, man muss es ganz klar so sagen, schon wieder ein Kriegsschiff verloren. Diesmal ein großes Landungsschiff. Vor ungefähr 14 Tagen war es ein kleines Raketenschiff. Insgesamt sind 21 russische Schiffe seit Kriegsbeginn entweder zerstört oder versenkt oder beschädigt worden. Und das ist natürlich schon für Russland ein Tiefschlag. Anders kann man das überhaupt nicht sagen. Dadurch, dass diese Schiffe jetzt fehlen, kann natürlich auch Russland das Schwarze Meer nicht mehr in dem Maße kontrollieren, wie es das kontrollieren konnte zu Beginn des Krieges. Also da gibt es überhaupt nichts drum herumzureden. Das ist problematisch für Russland, um das vorsichtig zu formulieren. Und es ist natürlich auch peinlich, weil es einfach nicht gelingt, etwas zu unternehmen gegen diese ukrainischen Seedrohnen oder auch Kamikazeboote genannt. Und weil man häufig den Eindruck hat, dass die russischen Kapitäne auf See sind und so tun, als ob es diese Bedrohung gar nicht geben würde. Diesen Vorwurf erheben vor allem auch russische Kriegsblogger, die da sagen, also die Lernfähigkeit bei einigen Menschen, die tendiert so gegen Null. Das ist auch die Kritik, die hier geübt wird von russischen Kriegsbloggern. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Verluste, wenn man den gesamten Krieg betrachtet, Nadelstiche sind. Denn es kommt natürlich auch auf die Flotte an. Aber wesentlich wichtiger ist natürlich, was an Land passiert, an dieser langen Front, die sich über 1000 Kilometer erstreckt. Und da ist es tatsächlich so, dass Russland die Initiative zurückgewonnen hat, die Oberhand hat und an fast allen Frontabschnitten kolossalen Druck ausübt. Und die Ukrainer damit beschäftigt sind, keine größeren Lücken klaffen zu lassen und eben die russischen Vorwärtsbewegungen aufzuhalten. Und der besondere Brennpunkt ist zurzeit Avdeevka, dieser Halbkessel, wo die Russen von Nordosten und von Süden kommen und auch Fortschritte machen. Und es tatsächlich so aussieht, dass sich die Schlinge um die Ukrainer in diesem Halbkessel immer weiter zuzieht und die Ukrainer noch kein Mittel gefunden haben, wie sie dagegen wirklich effizient vorgehen. Christoph Wanner, vielen Dank für diese Informationen aus Moskau. In Russland ist ein Deutscher wegen Drogenbesitzers am Flughafen von St. Petersburg festgenommen worden. Bei dem Mann sollen Cannabis-haltige Gummibärchen gefunden worden sein. Gerade mal 20 Gramm bringen diese THC-Bärchen auf die Waage. Und das würde hierzulande zwar kaum Aufsehen erregen, doch in Russland bedeutet das bis zu sieben Jahre Haft. Und es erinnert an den Fall der US-Basketballerin Brittany Griner. Sie saß zehn Monate in russischer Haft. Bei ihr soll Cannabis-Öl gefunden worden sein. Für Russland wurde sie schnell zum politischen Druckmittel, kam im Austausch gegen einen russischen Waffenhändler frei. Und so weit dieses Weltspezial zur Frage, ob Europa nun einen europäischen nuklearen Schutzschirm braucht. Hier geht es gleich weiter im Programm mit den Nachrichten. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeana. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidenten-Attacke, die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die beiden können es miteinander, die gute Botschaft aber. Doch als der deutsche Kanzler das Weiße Haus wieder verlässt, sind die Sorgenfalten nicht verschwunden. Drängte der Präsident den Kanzler mehr zu tun, wenn im Kongress Geld, Waffen, Munition noch länger auf Eis liegen sollten oder gar nicht kommt? Olaf Scholz gibt sie schmallippig. Und betont erneut, Wir sollten nicht drum herum reden. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten unverzichtbar. Ende einer 24-Stunden-Visite. Sorgen und Skepsis nimmt der Kanzler wieder mit nach Hause. Den Hardcore-Block hat... Die Grünen in Baden-Württemberg haben ihre Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch in Biberach abgesagt. Und Bauern hatten die Zufahrtsstraßen mit Traktoren blockiert. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben ein russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer zerstört. Zuvor soll sie schon die russische Schwarzmeerflotte in der Nähe der Krim mit Drohnen angegriffen haben. Die Mitgliedsländer der NATO haben zuletzt deutlich mehr für die Verteidigung ausgegeben. Auch Deutschland gehört dazu. Erstmals seit langem. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt an diesem Mittwochnachmittag. Wegen aggressiver Stimmung und Ausschreitungen in Biberach haben die Grünen ihren dort geplanten politischen Aschermittwoch abgesagt. Rund um die Stadthalle protestierten Bauern und Fuhrunternehmer lautstark gegen die Politik der Grünen in Berlin. Mit Misthaufen und dutzenden Traktoren blockierten sie die Zufahrtsstraßen. Augenfolgen zufolge setzte die Polizei Pfefferspray gegen sie ein, um den Weg für zwei Fahrzeuge freizumachen. An einer der Limousinen soll demnach eine Scheibe eingeschlagen gewesen sein. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns vorher entschieden, nach einer engen Absprache mit den Sicherheitsbehörden den politischen Aschermittwoch heute leider absagen zu müssen. Wir sehen nicht, dass wir eine ordnungsgemäße Durchführung hier garantieren können. Sie hören es vielleicht auch selber vor der Halle. Es gab zum Teil auch aggressive Stimmungen und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, den heute abzusagen. Ich möchte mich trotzdem bedanken bei ganz vielen Demonstranten, die friedlich demonstriert haben. Ich möchte mich auch bedanken bei den Sicherheitsbehörden, die alles versucht haben. Und ich hoffe einfach, dass wir nach diesem Aschermittwoch wieder zu einem konstruktiven Dialog zurückfinden. Dankeschön. Und Dorothea Schupelius ist für uns beim politischen Aschermittwoch in Passau. Dorothea, was weißt du über das Ausmaß der Proteste in Baden-Württemberg? So und Fadi, ich bin nicht dabei gewesen. Ich bin ja hier bei der CSU in Passau, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast. Aber natürlich hat man das mitbekommen und auch hier wurde darüber gesprochen. Es ist sehr schwierig für mich, das einzuschätzen, ohne wirklich zu wissen, was gewesen ist, wer vor Ort gewesen ist. Was wir wissen ist, dass der Landesverband der Bauern Baden-Württemberg nicht offiziell zu dieser Demonstration aufgerufen hat. Das ist ein wichtiger Punkt, weil man dementsprechend nicht genau wissen kann, wer ist eigentlich da gewesen, wer hat demonstriert. Sind das wirklich nur Landwirte gewesen? Sind das vielleicht auch Mitläufer gewesen? Und bisher haben wir auch nur Augenzeugenberichte. Wichtig wäre jetzt natürlich zu wissen, hat die Polizei gesagt, dass die Veranstaltung abgesagt werden muss oder haben die Grünen gesagt, dass sie abgesagt werden muss? Also das sind alles nochmal so Differenzierungen, von denen man dann abschätzen kann, wie ernst das wirklich gewesen ist. Natürlich ist es immer wichtig, dass sowas möglichst nicht vorkommt, nicht passiert. Aber man muss sich jetzt momentan wirklich noch sehr vorsichtig zeigen. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, dass ja die Wut der Landwirte sehr groß ist, vor allem auf die Grünen sehr groß ist, auf Cem Özdemir sehr groß ist. Und das ist auch durchaus hier heute hier in der Halle in Passau Thema gewesen. Markus Söder hat in seiner Rede hier ziemlich tief in die verbale Schublade gegriffen und noch einmal so richtig ausgeholt, auch gegen die Grünen. Und hat seine zu hundertprozentig feststehende Solidarität mit der Regierung, die hat sich ja schon Verzweiflung hier nochmal klargemacht. Dankeschön, Dorothea nach Passau. Braucht Europa einen eigenen Atomschutzschirm? Diese Frage hat die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley in den Raum gestellt, nachdem der frühere und womöglich nächste US-Präsident Trump die Bündnistreue in der NATO in Frage gestellt hat. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist die Atomangst in Deutschland zurück. Allerdings wird seit Jahrzehnten über eine europäische Sicherheitspolitik gestritten. Mehr dazu von Matthias Heinrich. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen. Kann Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift? Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren, da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum, zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten, denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Bei der NATO sieht man das ähnlich. Die USA hätten Waffen in Europa stationiert, die europäischen Verbündeten würden dabei für die Einsatzbereitschaft sorgen. Das ist ein nuklearer Schutzschirm, der funktioniert und wir glauben, dass er sicher und verlässlich ist. Ein Teil davon ist, dass wir zwei Alliierte, Großbritannien und Frankreich, mit nuklearen Waffen haben. Ich denke, das ist der Weg, wie wir unseren nuklearen Schirm in der NATO organisieren und wir sollten nichts unternehmen, um diese Idee zu diskreditieren. Also offiziell zumindest keine Sorgen in der NATO wegen der Trump-Äußerung. Doch hinter den Kulissen dürfte es heftig rumoren. Das Thema möchte ich vertiefen mit Harald Biermann. Er ist Historiker im Haus der Geschichte in Bonn. Ich grüße Sie. Guten Tag. Katharina Barley hat nach diesen Trump-Drohungen einen eigenen EU-Atomschirm ins Gespräch gebracht und jetzt ist eine Diskussion darüber entbrannt. Aus der FDP hat man schon durchaus Interesse daran verlauten lassen. Was sagen Sie denn? Sollte die EU tatsächlich über eigene Atombomben nachdenken? Nachdenken ist im Grunde immer richtig. Ich bezweifle allerdings, dass die EU als Organisation in der Lage ist, sozusagen über den Einsatz von Atomwaffen einen Entschluss zu finden. Also nachdenken ist richtig, aber ich bezweifle, dass eine überstaatliche Organisation durch die EU zielführend ist in Bezug auf den möglichen Einsatz von Atomwaffen und damit eben auch auf die Abschreckungswirkung sozusagen nicht einzahlt. Was meinen Sie damit? Die EU ist nicht in der Lage. Das ist ja ein Armutszeugnis, oder? Für die Europäische Union. Naja, sie hat ja im Grunde erst einmal ist sie gegründet worden aus wirtschaftlichen Gründen. Dann hat das sich weiterentwickelt in eine politische Union. Aber Sie wissen genauso wie ich, dass die EU-Räte zu Kompromissen neigen. Und wenn man entscheiden müsste, in einem Verteidigungsfall auch relativ schnell entscheiden müsste, ob man Atomwaffen einsetzt oder nicht, dann können Sie sich vorstellen, dass ein Abstimmungsprozess zwischen 27 Regierungschefs doch sozusagen dem Kern einer glaubwürdigen Abschreckung doch recht entgegenstehen würde. Dann blicken wir jetzt mal weg von der EU zu Deutschland. Also eigene Atomwaffen für Deutschland. Wir haben diese Atomwaffen nicht. Das alles ist historisch bedingt. Und können Sie sich vorstellen, dass die Diskussion darüber auch wieder aufkommen könnte? Und wie könnte das dann praktisch aussehen? Ja, ich glaube, Deutschland muss darüber nachdenken. Also der Kern der nationalen Souveränität, und so sehen das alle Atommächte, ist der Besitz von Atomwaffen. Und ich glaube, in einer langfristigen Perspektive führt an dieser Diskussion nichts vorbei. Ist das schwierig? Selbstverständlich, gerade vor dem Hintergrund der von Ihnen eben angesprochenen Geschichte. Aber darüber nachdenken und auch einen gesellschaftlichen Diskurs führen über diese Fragen, ist, glaube ich, von allergrößter Bedeutung. Zumal, wenn wir uns jetzt eben näher beschäftigen müssen mit einer aktuellen Bedrohungslage, die nicht fiktiv ist, sondern äußerst real. Und wie schätzen Sie diese Drohungen von Donald Trump aus den USA ein? Ist das nur Trumpsches Getöse oder könnte er womöglich tatsächlich die NATO-Abmachung brechen? Ja, also zunächst bin ich wenig überrascht, dass Trump so etwas gesagt hat, weil das war der Kern seiner Aussagen schon während der Präsidentschaft. Diese Aufkündigung der NATO wäre, wie unser Verteidigungsminister Pistorius gesagt hat, natürlich auch nachteilig für die Vereinigten Staaten. Gleichwohl das Problem ist, dass man sich eben auf einen Menschen verlassen muss, der im besten Falle rational agiert, aber im schlimmsten Falle eben irrational und auch die eigenen Positionen neu überdenkt. Also diese Abhängigkeit, die wir haben, die während des Kalten Krieges sehr gut funktioniert hat, als Abschreckung in einer veränderten Welt, in einer multipolaren Welt, ist diese Abhängigkeit sehr, sehr schwer umzusetzen. Und die Grundfrage ist immer noch, ist die nukleare Abschreckung glaubwürdig? Also ist der amerikanische Präsident, wer immer das ist, bereit, in letzter Konsequenz Warschau oder Berlin gegen New York zu tauschen? Und das war immer eine Wette sozusagen auf die Zukunft. Und wenn man dann einen möglichen Präsidenten Trump hat, der andere Prioritäten setzt und vielleicht auch ein ganz anderes Weltbild hat, dann ist diese Position sehr schwer zu halten. Sagt Harald Biermann. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wir bleiben beim Thema Militär. Die NATO registriert einen beispiellosen Anstieg der Verteidigungsausgaben ihrer Mitgliedstaaten. Die Ausgaben der europäischen Verbündeten und Kanadas erhöhten sich im vergangenen Jahr um 11 Prozent. 18 der 31 Bündnispartner werden zudem in diesem Jahr das Ziel erreichen, 2 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Das teilte der NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit. Auch Deutschland erreicht die Vorgabe und gab mit 73,41 Milliarden Dollar ebenfalls eine Rekordsumme aus. Und dazu erwarten wir gleich ein Statement vom Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Er wird sich äußern beim zweitägigen Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Und sobald es soweit ist, sind wir live dabei. Der Ukraine ist offenbar erneut ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen. Aufnahmen einer Wasserdrohne zeigen eine große Explosion. Das ukrainische Militär will damit das russische Landungsboot Kesarkunikow zerstört haben. Der Angriff ereignete sich an der Südostspitze der Krim bei Alupka. Bereits mehrfach hat die Ukraine mit Raketen, aber vor allem ferngesteuerten Seedrohnen erfolgreich russische Schiffe angegriffen und versenkt. Der Kreml wollte sich zu diesem Vorfall nicht äußern. Schon lange ist beim Krieg in der Ukraine auch von einem Drohnenkrieg die Rede. Drohnen spielen eine entscheidende Rolle auf dem Schlachtfeld. Sowohl Russland als auch die Ukraine rüsten damit immer mehr auf, wie die Waffen gesteuert werden, welche Probleme es gibt. Dazu jetzt unser Kriegsreporter Paul Ronsheimer. Der Krieg in der Ukraine. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren stark verändert. Drohnen bestimmen auf beiden Seiten über Sieg und Niederlage an der Front. Aus Bunkern gesteuert dienen sie der Aufklärung, aber auch dem Töten. Ich will mehr über diese Form der Kriegsführung erfahren. Wer steckt hinter den Killer-Drohnen? Wer stellt sie her? Und können sie am Ende den Krieg wirklich entscheiden? Und wie angekündigt, jetzt ein Statement vom Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. ... 19. Treffens im Rammstein-Format. Es geht um die Koordinierung der militärischen Unterstützung der Ukraine nicht nur jetzt, sondern eben auch als Langzeitaufgabe. Darum geht es jetzt in den kommenden Tagen. Jetzt, ich unterrühse uns bewusst machen, zum einen die Vollinvasion in die Ukraine durch Russland zum zweiten Mal. Und gleichzeitig aber auch die Annexion der Krim durch Russland zum zehnten Mal. Das heißt, wir können festhalten, die Ukraine wehrt sich jetzt, verteidigt sich jetzt gegen Russland seit zehn Jahren. Und damit wird noch einmal deutlich, dass Russland aktuell die größte Bedrohung im euroatlantischen Raum ist. In den letzten zwei Jahren haben wir vor allen Dingen und tun das auch jetzt über sogenannte militärische Soforthilfe gesprochen und sehr, sehr viel geleistet. Jetzt geht es um die Langzeitfähigkeiten. Es geht um die Capability Coalitions. Und wir haben gerade das erste Ministertreffen der von Deutschland gemeinsam mit Frankreich im Kolit geführten Capability Coalition für Air Defense das erste Treffen gehabt. Und den Letter auf Intent unterschrieben. Ein wichtiger Schritt mit 15 beteiligten Nationen, weil wir uns alle darüber im Klaren sind, dass Air Defense gerade auch jetzt eine wichtige Lessons learned aus dem Krieg gegen die Ukraine, den Russland führt. Air Defense ist eine zentrale Herausforderung, eine zentrale Fähigkeit. Und das wird auch in Zukunft so sein. Das heißt, das ist unsere Antwort auf einen lang andauernden Krieg in der Ukraine. Wir werden zeitgleich in der Panzerkoalition unter der Führung Polens als Kolit mitmachen. Auch das naheliegend, dass Deutschland als mitführende Nation im Bereich von Kampfpanzern und Kampffahrzeugen eine führende Rolle mitspielt. Wir übergeben inzwischen fast täglich als Bundesrepublik Deutschland militärische Ausrüstung an die Ukraine. Wir haben hier zuletzt noch mal ein 100-Millionen-Euro-Paket, das Generalinspektor Breuer mit nach Kiew genommen hat, bei seinem kürzlichen Besuch, bei dem er auch gleich Gelegenheit hatte, den neuen Oberbefehlshaber Sirsky kennenzulernen. Ein ganz wichtiger Kontakt, der sofort hergestellt werden konnte. Insgesamt sind wir also sehr nah dran an dem, was in der Ukraine passiert und was die Ukraine braucht. Noch ein Wort zur Munition. Das ist mir wichtig. Wir waren ja Anfang der Woche zusammen mit dem Bundeskanzler und der dänischen Premierministerin in Unterlöss in Niedersachsen zur Grundsteinlegung für eine neue Fabrik zur Produktion von 155 Millimeter Artilleriemunition. Auch das eine Lehre aus diesem Krieg. Munition ist essentiell für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, der NATO-Partner insgesamt, aber eben aktuell auch vor allem für die militärische Unterstützung der Ukraine. Und deswegen kann man es auf die Formel bringen, der Krieg in der Ukraine wird am Ende auch am Fließband in den Produktionsländern der Welt entschieden. Und Munition ist eine globale Mangelware. Und deswegen begrüße ich sehr den Schritt der deutschen Industrie, hier den nächsten Ausbauschritt vorzunehmen. Es ist ein wichtiger Schritt für mehr Versorgungssicherheit jetzt, aber vor allen Dingen auch in Zukunft. Und vielleicht dazu noch eine Zahl. Wir werden im Jahr 2024 für Munitionsausgaben einen Etat haben von 3,5 Milliarden Euro, allein im Einzelplan 14. Das sind nie dagewesene Beträge. Und ich kann sagen, dass wir in diesem Jahr voraussichtlich etwa das Drei- bis Vierfache an Artilleriemunition an die Ukraine liefern werden als im Jahr 2023. Also die Dynamik nimmt zu, was gut ist für die Ukraine und damit auch gut für uns. Herr Minister, was lässt Sie glauben, dass das, was die Kontaktsuppe der Ukraine liefert, auch ausreicht? Bitte nochmal. Was lässt Sie glauben, dass das, was die Kontaktsuppe der Ukraine liefert, auch ausreicht? Naja, erstens, weil wir uns alle zur Decke strecken und alles tun, was irgendwie möglich ist. Das heißt, neue Fabriken werden gekauft, gebaut, die Produktionskapazitäten erhöht. Wir kaufen aus dem Ausland dazu. Wir tun alles, was möglich ist. Und dann muss es reichen. Und wir werden die Kapazitäten weiter hochfahren. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass immer die Gefahr besteht, dass es am Ende nicht jeden Tag in der Menge reicht, die gefordert wird. Aber zaubern kann eben auch niemand. Herr Minister, nach Berechnungen der NATO geht Deutschland in diesem Jahr das 2-Prozent-Ziel erreichen. Allerdings für 2,01 Prozent nur ganz, ganz knapp. Können Sie heute sagen, dass es ganz sicher sein wird, dass Deutschland nicht wegen eines höheren Bruttoinlandsprodukts am Ende doch unter 2 Prozent landet? Und wie soll sichergestellt werden, dass diese 2 Prozent wirklich auch langfristig auch über die Laufzeit des Sondervermögens hinaus wird? Also jetzt mit einem Schmunzeln bitte nicht ganz ernst nehmen. Es gibt in Niedersachsen, ich bin ja Niedersachse, den schönen Spruch, ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Wir sind über 2 Prozent. Das ist die Botschaft. Ob es nun 2,12 oder 2,02 sind, sind Fragen des Berechnungsmodus. Klar ist, wenn das Bruttoinlandsprodukt am Ende des Jahres höher war, als wir am Anfang antizipieren konnten, dann ist das niemandem anzulasten. Bedeutet in der Folgejahre, dass wir mehr machen müssen. Und die entscheidende Frage wird sein, da haben Sie völlig recht, was passiert ab 28, wenn das Sondervermögen aufgebraucht sein wird? Darüber zerbrechen sich jetzt die Haushälter den Kopf. Und das ist auch notwendig, mit welchem Modell und mit welchen Einnahmestrukturen das gewährleistet werden kann. Das ist aber heute noch zu früh, das zu beantworten. Eine Frage zu den Ausrunden von Donald Trump am Wochenende, Herr Minister. Am Wochenende sagte ja, Donald Trump, dass er möglicherweise Russland ermutigen würde, auch NATO-Länder anzugreifen, die nicht das 2-Prozent-Züge erreichen. Eine Reaktion von Ihnen dazu. Was heißt das für die europäischen NATO-Staaten? Und es gibt auch eine Diskussion jetzt über eine europäische Atombombe oder eine deutsche Atombombe. Wie stehen Sie dazu? Ich halte, Sie kennen mich inzwischen, ich halte nichts von aufgeregten Debatten zur Unzeit und erst recht nichts davon. Jedes Zitat aus dem amerikanischen Wahlkampf von jemandem, der Kandidat werden will, auf die Goldwaage zu legen oder gar nur darauf bezogen zu reagieren. Ich glaube, wir tun sehr gut daran, nicht ständig wie das Kaninchen auf die Schlange, auf den Präsidentschaftskartenkandidaten, den möglichen der Republikaner oder auf die Wahlen zu schauen, sondern unsere Hausaufgaben zu machen. Das ist in den letzten 10 Jahren nicht immer ausreichend passiert. Jetzt nehmen alle Europäer Fahrt auf und das ist das entscheidende Signal. Und für die Atomwaffendiskussion sage ich nur eins, das ist eine wirklich so komplexe Diskussion, die man nicht mal eben lostreten sollte, aufgrund einer Aussage, die noch nicht mal darauf Bezug genommen hat von Donald Trump. Also die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als letztes. Das ist eine Eskalation in der Diskussion, die wir nicht brauchen. Es gibt aber schon seit 2020 das Angebot, Macron auch über einen europäischen Schutzschirm nachzudenken, auf Basis des kandellischen Modells. Müsste sich die Bundesregierung jetzt nicht mal langsam dazu verhalten? Ne, das müssen wir nicht. Sehe ich jedenfalls nicht, weil wir erstens den amerikanischen Schutzschirm halten und haben und wir sollten ihn nicht von uns aus leichtfertig aufgeben oder in Frage stellen. Dafür gibt es keinen Anlass. Auf dem Mittelmeer, Sie haben Soldaten und Militärbasis in Arabi-City, die Kapitel der Irak-Uristan. Einmal gibt es das iranische Regime der Militärsbewegungen, in den Iran, die Arabi-City mit einem Drone und einem Ballastik. Wie beschäftigt Sie sich? Sie glauben, das ist der Zeit, dass Sie das Luftverdichtungssystem gegen Drone oder... Wir sind in nahem Kontakt mit allen unseren Alliern und Partnern in der Region. Wir sind natürlich in Kontakt mit unseren Kontingenten von Truppen. Und wir sehen den Gefahr, der jetzt kommt. Aber wir reagieren in einer sehr level-headed und calmen Manner, das ist sehr wichtig, ich denke. Wir sollten nicht den Gefahr erzuladen und auch wissen, was passieren könnte. So war also der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Er hat sich auch noch mal geäußert zur Diskussion und eine deutsche oder europäische Atombombe. Er sagte, er halte nichts von aufgeregten Debatten und davon wie das Kaninchen auf die Schlange auf den Präsidentschaftsbewerber, also Donald Trump, in den USA zu blicken. Er betonte, dass Deutschland den US-Schutzschirm habe. In Russland ist ein Deutscher wegen Drogenbesitzes am Flughafen von St. Petersburg festgenommen werden. Bei dem Mann sollen Cannabis-haltige Gummibärchen gefunden worden sein. Gerade einmal 20 Gramm bringen die THC-Bären auf die Waage. Was hierzu Lande kaum Aufsehen erregen würde, bedeutet in Russland bis zu sieben Jahre Haft. Es erinnert an den Fall der US-Basketballerin Brittany Griner. Sie saß zehn Monate in russischer Haft. Bei ihr soll Cannabisöl gefunden worden sein. Für Russland wurde sie schnell zum politischen Druckmittel, kam im Austausch gegen einen russischen Waffenhändler frei. Und auch der festgenommene Deutsche könnte jetzt zum Spielball des Kremls werden. Dazu eine Einschätzung von unserem Russland-Korrespondenten Christoph Van Ausmosker. Er soll sich darum einen deutschen Staatsbürger handeln, 38 Jahre alt. Er soll aus Hamburg via Istanbul nach St. Petersburg geflogen sein. Reine Privatsache, wie es hier heißt. Er soll versucht haben, in St. Petersburg eine Online-Bekanntschaft zu treffen. Hatte wohl bei sich Cannabis-Gummibärchen. Ganze sechs Stück. Aber nach russischem Gesetz ist das eben schon eine beträchtliche Menge, rund 20 Gramm. Und dafür kann es zwischen drei und sieben Jahren Gefängnis geben. Und wenn wir so etwas hören, dann macht uns das natürlich aufmerksam oder hellhörig, weil wir kennen da alle einen Fall aus der jüngeren Vergangenheit, als die US-Basketball-Spielerin Brittany Griner verhaftet wurde hier in Moskau 2022. Und sie hatte eine minimale Menge Cannabisöl bei sich und hat neun Jahre bekommen. Und wurde dann ausgetauscht gegen den russischen Waffenhändler Viktor Butt. Und jetzt habe ich natürlich sofort den Verdacht, dass auch dieser deutsche Staatsbürger zu einem gewissen Austauschkontingent dazustoßen könnte. Weil natürlich die Russen auch Leute haben oder einen Mann haben, der in Deutschland im Gefängnis sitzt, den sie frei bekommen wollen. Darüber hat auch Wladimir Putin gesprochen in seinem jüngsten Interview mit Tucker Carlson, dem US-Journalisten. Da hat er von einem russischen Patrioten gesprochen, der in Deutschland im Gefängnis ist und den Russland gerne in Freiheit sehen würde. Und es handelt sich dabei um Vadim Grasikow. Das ist der sogenannte Tiergartenmörder, der 2019 im August in Moabit einen georgischen Staatsbürger getötet hat. Selim Khan Khangashvili heißt der Mann, ein ethnischer Tschetschene. Und die Russen machen diesen Mann verantwortlich für Kriegsverbrechen in den Tschetschenienkriegen. Und es ist jetzt gut möglich, dass Russland versucht, eben einen Austausch zu forcieren. Und dass genau das jetzt diesem deutschen Staatsbürger blühen kann. Nämlich hier so lange im Gefängnis zu brüten, bis die deutschen Behörden bereit sind, sich zu bewegen. Es gibt da noch einige andere Leute, die hier im Gefängnis sitzen. Im sogenannten Austauschkontingent. Das ist Ewan Gershkovitsch, ein US-Journalist. Paul Wielen, ein ehemaliger US-Marin, der 2020 16 Jahre bekommen hat wegen angeblicher Spionage. Auch Gershkovitsch sitzt wegen angeblicher Spionage. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass die Russen bereit sind, diese Männer auszutauschen, wenn sich die USA und wahrscheinlich auch, wenn sich Deutschland bewegen. Ganz kurz Unterbrechung, dann sind wir zurück hier bei Welt und blicken auf den politischen Aschermittwoch. Bis gleich. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks. Mittwochnachmittag. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Welt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wegen aggressiver Stimmung und Ausschreitungen in Biberach haben die Grünen ihren dort geplanten politischen Aschermittwoch abgesagt. Rund um die Stadthalle protestierten Bauern und Fuhrunternehmer lautstark gegen die Politik der Bundesregierung. Mit Misthaufen und Dutzenden Traktoren blockierten sie die Zufahrtsstraßen. Laut Augenzeugen setzte die Polizei auch Pfefferspray gegen Demonstranten ein, um den Weg für zwei Fahrzeuge freizumachen. An einer der Demonstrinen soll eine Scheibe eingeschlagen worden sein. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns vorher entschieden, nach einer engen Absprache mit den Sicherheitsbehörden, den politischen Aschermittwoch heute leider absagen zu müssen. Wir sehen nicht, dass wir eine ordnungsgemäße Durchführung hier garantieren können. Sie hören es vielleicht auch selber vor der Halle. Es gab zum Teil auch aggressive Stimmungen und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, den heute abzusagen. Ich möchte mich trotzdem bedanken bei ganz vielen Demonstranten, die friedlich demonstriert haben. Ich möchte mich auch bedanken bei den Sicherheitsbehörden, die alles versucht haben. Und ich hoffe einfach, dass wir nach diesem Aschermittwoch wieder zu einem konstruktiven Dialog zurückfinden. Dankeschön. Der politische Aschermittwoch hat eine lange Tradition. Zuallererst in Niederbayern, weshalb jedes Jahr auch viel Bundesprominenz anreist. Diesmal auch mit einer Premiere. Denn das Bündnis Sarah Wagenknecht ist ebenfalls mit dabei. Pünktlich zum Ende der Faschingszeit laden die Parteien zu ihren Kundgebungen oder besser zu ihren Stammtischen. Wenige Wochen vor der Europawahl poltern in Passau, Vilshofen, Deggendorf und Co. Politiker à la couleur um die Wette. Und auch heute. Die Highlights hat Jana Bochnig zusammengefasst. Die Blaskapelle spielt und immer wieder geht die Sonne auf. Und das ist wohl die Hoffnung, dass die Union beim nächsten Mal wieder mitregiert. Jetzt aber ist erstmal die Ampel dran. Und Bayerns Ministerpräsident Söder kündigt in Passau markig an. Hauer soll die Ampel kriegen und so kommt's dann auch. Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. Traditionell am politischen Aschermittwoch bekommt die Regierung ihr Fett weg. Das ist in den Zelten der anderen Parteien nicht anders. Ob Sarah Wagenknecht wirklich was mit Blasmusik anfangen kann, wer weiß. Aber austeilen kann sie, ob von der linken wie auch von der mitte-rechten Seite. Selbst der Weihnachtsmann ist ja inzwischen umstritten. Es gab ja eine ernste Diskussion im letzten Winter, also jetzt im letzten Weihnachten, den vielleicht als Weihnachtskraft in Zukunft zu benennen. Weil es geht ja also um die Gerechtigkeit. Also ich frage mich wirklich, was manche Leute in unserem Land für Probleme haben. Also das sind die Leute, die denken, jeder Rentner hat 2000 Euro, dann kann man sich um die Weihnachtskraft kümmern. Die so geschmähte Rekada Lang, Chefin der Grünen, kommt gar nicht erst auf die Bühne. Der Aschermittwoch der Grünen, spontan abgesagt. Zuvor war es vor der Halle in Biberach zu Tumulten gekommen. Protesten der Landwirte. Pfefferspray gegen die demonstrierenden kaputte Scheiben. Die Situation war eskaliert und den Grünen wohl zu heiß. Bei Jessica Blasmusik trifft sich die FDP am Stammtisch. Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit gewohnt spitzen Mundwerk. Es war früher definitiv nicht alles besser. Aber zumindest waren die Brandstifter noch sichtbar und standen zu ihrem Werk. Und heute ist ja immer der Bruder schuld. Nicht von seinem Bruder, aber auch von Landwirten wird der Freier Wähler Hubert Aiwanger in Deckendorf begrüßt. Sie haben die Überregulierung satt und geben das dem Vizeministerpräsidenten Bayerns mit auf dem Weg ins Zelt. Ampel, kehr um, du machst grandios falsche Politik, du ruinierst den Wohlstand Deutschlands, du treibst den politischen Extremisten links und rechts die Wähler zu. Und so bleibt die Hoffnung und so klingt es aus Bayern. Immer wieder geht die Sonne auf. In Deckendorf beim politischen Aschermittwoch der Freien Wähler ist für uns Marion Gelert. Es gab ja in den vergangenen Wochen und Monaten viel Trubel um den Parteichef Hubert Aiwanger. Wie hat er sich denn präsentiert? Als Mann der Mitte, die Freien Wähler als Partei der Mitte, die ein Bollwerk darstellt gegen die Demokratiefeinde. Er hat auch die Versammlung begrüßt mit den Worten, das sei die größte Versammlung Bayerns mit dem gesunden Menschenverstand. Dafür würden die Freien Wähler stehen. Und dieser gesunde Menschenverstand, den hat er dann danach auch noch näher definiert. Da ging es genau um solche Sachen, um die Überregulierung, um Politik, die ihm zu ideologisch und nicht praxisnah ist, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr gehört werden. Und die wiederum könnten sich vertrauensvoll an die Freien Wähler wenden. Es war keine extreme Rede von Hubert Aiwanger. Er hat wie immer frei gesprochen, sehr engagiert gesprochen. Allerdings nicht mit massiven Angriffen auf die politischen Gegner, aber mit deutlich benannten Inhalten. Er hat der SPD die zu hohen Sozialleistungen vorgeworfen, den Grünen vor allem ihr Versagen in der Landwirtschaftspolitik. Und die FDP hat einen Stempel als Totalversager mitbekommen. Aber das ist, sagen wir mal so, in der Rhetorik von Hubert Aiwanger noch im völlig normalen Rahmen. Dankeschön. Nach Beckendorf für diese Eindrücke. Braucht Europa einen eigenen Atomschutzschirm? Nach den jüngsten Äußerungen von Donald Trump diskutieren immer mehr deutsche Politiker über genau dieses Szenario. Bundesfinanzminister Christian Lindner sprach sich für mehr Kooperation mit Frankreich und Großbritannien bei der atomaren Abschreckung aus. Kritik kommt von der CDU. Lieber solle man die Amerikaner überzeugen, ihre Atomwaffen in Europa zu behalten. Das sei vor allem finanziell der richtige Weg. Die EU fordert jetzt Bundeskanzler Scholz auf, eine klare Stellung zu beziehen. Leonie von Rando zugeschaltet aus dem Bundestag. Leonie, wie sind denn die Reaktionen im politischen Berlin? Fanny, zunächst einmal wird hier immer wieder davor gewarnt, jetzt übereilig in diese Diskussion sich zu stürzen. Da ist eben zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungspolitikerin, die eben sagt, diese Diskussion um eine eigene EU-Atombombe, die dürfe man nicht mal eben, Zitat, am Kaffeetisch beginnen. Also da wird doch so ein bisschen mäßigend sozusagen eingewirkt. Und in der Union hat man eben vor allen Dingen Sorge, dass das Ganze sehr, sehr teuer werden könnte. Da heißt das, das sei eine riesige Geldverschwendung. Man muss sich natürlich auch noch mal bewusst machen, dass es bei Atomwaffen ja um solche geht, die idealerweise niemals zum Einsatz kommen, aber eben sehr, sehr viel Geld kosten. Und da sagt man dann doch lieber in die konventionellen Streitkräfte investieren. Es gibt aber eben parallel auch noch den Vorschlag von Christian Lindner, dass man eben sozusagen noch viel mehr als bisher unter den Schutzschirmen, den nuklearen Schutzschirm von Frankreich und Großbritannien schlüpft. Denn das sind ja die einzigen beiden Länder neben den USA innerhalb der NATO, die Atomwaffen haben. Und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der hat ja auch schon mehrfach die Hand ausgestreckt, möchte aber natürlich entsprechend viel Geld dafür haben, wenn er zum Beispiel Deutschland dann mitverteidigen soll. Insofern viele Diskussionen hier. Ein Punkt ist vielleicht aber noch ganz wichtig. Den hat Friedrich Merz, der CDU-Chef, exklusiv im Interview bei Welt noch mal angeführt, als es eben um die Frage ging, ob die USA an unserer Seite bleiben oder nicht. Er sagt, erst einmal in der Geschichte der NATO ist der Artikel 5, also der Bündnisfall ausgerufen worden. Und das war, als die USA angegriffen wurden, nach dem 11. September nämlich. Insofern, das ist eben durchaus nicht eine Einbahnstraße, sondern auch die USA haben ein Interesse an einer starken NATO. Das ist das, was viele jetzt eben noch mal betonen. Bundesaußenministerin Baerbock ist wieder nach Israel gereist. Und es dürften schwierige Gespräche werden, denn sie mahnt Israel ja zur Zurückhaltung bei ihrer Bodenoffensive in Rafah. Mehr dazu gleiche bei Welt. Ganz kurz Pause, dann sind wir zurück. Gestritten wird in Europa viel, seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines kleinen Flugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener, der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die beiden können es miteinander, die gute Botschaft aber. Doch als der deutsche Kanzler das Weiße Haus wieder verlässt, sind die Sorgenfalten nicht verschwunden. Drängte der Präsident den Kanzler mehr zu tun, wenn im Kongress Geld, Waffen, Munition noch länger auf Eis liegen sollten oder gar nicht kommt? Olaf Scholz gibt sie schmallippig. Und betont erneut. Wir sollten nicht drumherum reden. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten unverzichtbar. Ende einer 24-Stunden-Visite. Sorgen und Skepsis nimmt der Kanzler wieder mit nach Hause. Den Hardcore-Blockade-Republikanern aus der ganz rechten Ecke wird... Willkommen zurück hier bei Welt. Außenministerin Annalena Baerbock ist zu ihrem fünften Besuch seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober in Israel empfangen worden. Bei dem Gespräch mit ihrem Amtskollegen Katz dürfte es auch um die angekündigte Bodenoffensive der israelischen Armee gegen die Hamas in Rafah im südlichen Gaza-Streifen gehen. Die Grünen-Politikerin will erneut auch die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung in Gaza zur Sprache bringen. Sie fordert mehr Hilfslieferungen. Baerbock trifft bei ihrer Reise auch auf den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu sowie den Oppositionsführer Jair Lapid. Und darüber möchte ich sprechen mit dem Weltchefkommentator Jacques Schuster. Schön, dass du bei uns bist. Baerbock reist nach Israel. Kurz vor ihrer Abreise hat sie Israel zu einer Feuerpause aufgefordert statt einer Bodenoffensive in Rafah. Wie wird das aufgenommen werden dort in Israel? Eigentlich wahrscheinlich als Witz, um es mal klar auszudrücken. Denn sie sagt ja nicht, wie die Hamas eigentlich besiegt werden soll. Es muss ja im Grunde verbunden werden mit einem politischen Jungteam. Wie schaffen wir es, das größte Hindernis für den Frieden, die Hamas unschädlich zu machen und gleichzeitig für die Zivilbevölkerung etwas zu tun? Also ich fürchte so ein bisschen, dass diese Reise um des Reisens willen gemacht wird, um die Bedeutung Deutschlands als außenpolitisches Gewicht darzustellen, dass es ehrlicherweise im Nahen Osten, ich sage es schon zum hundertsten Mal, nicht ist. Friedrich Merz, der war in den vergangenen zwei Tagen in Israel und er hat sich an die Seite von Israel gestellt, hat gesagt, er unterstützt die israelische Regierung, auch die israelische Armee und auch diese Offensive und das müsse Israel tun, um die Hamas und den Terror zu besiegen. Ich würde sagen, weil du ja im März erwähnt hast, die Opposition sollte im Grunde nach dieser Reise eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragen, wo die Außenministerin erklärt, was war das Ziel dieser Reise und was hat sie tatsächlich bewirkt. Und da muss sie dann auch wirklich mal Farbe bekennen. Nochmal, klar, jeder will eine Waffenruhe, jeder will Frieden und jeder tote Zivilist ist einer zu viel. Aber es muss ja möglich und nötig sein, um diesen Frieden zu erreichen, die größte Terrorgemeinschaft in dieser Gegend unschädlich zu machen. Und das vergisst die Außenministerin in ihrem zivilen Impetus für meine Begriffe zu stark. Die internationale Kritik an dem Vorgehen Israels, auch an dieser Offensive, an der angekündigten RFR, jetzt wird ja größer, zum Beispiel auch aus den USA. Wir hören da, dass Joe Biden gar nicht nett über Benjamin Netanyahu redet. Wie würdest du das einschätzen? Bis zu welchem Grad darf Deutschland, darf die Bundesregierung die israelische Offensive kritisieren? Muss es sogar vielleicht? Deutschland ist ein souveräner Staat, hat eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel aufgrund unserer Geschichte, das ist ganz klar. Aber natürlich darf die Bundesregierung, darf die Außenministerin Israel und die jeweilige Regierung dort kritisieren. Bloß konstruktiv bitte, konstruktiv. Wir müssen doch klären, wie schaffen wir es, dort Frieden zu erreichen. Das ist ja genauso tollkühn, diese Äußerung jetzt, als wenn wir mit Blick auf die Ukraine sagen, die Ukraine soll gefährlichst aufhören zu kämpfen, dann wird es Russland auch irgendwie tun. Nein, es tut Russland nicht. Und genauso wenig wird die Hamas aufhören zu bomben. Jetzt sehen wir hier gerade parallel die Bilder von Anelena Baerbock, wie sie nach Israel reist. Und sie wird auch, ich habe es vorhin gesagt, Benjamin Netanyahu treffen. Wie lange hat er noch Lust auf diese Treffen, wenn es, wie du sagst, so ist, dass sie gar nichts anzubieten hat? Er hat insofern Lust und wird immer Lust darauf haben, dass, weil nämlich Deutschland in der EU noch eine gemäßigte Stimme ist und dafür sorgt, dass die Hardliner in der EU, zum Beispiel Spanien oder auch Portugal, dass dort die Haltung gegenüber Israel austariert wird. Das ist das eine. Und zweitens, nach dem Ende dieses Krieges wird Europa sehr viel zahlen müssen. Und da ist Deutschland einer der großen Zahlmeister. Jacques Schuster, Dankeschön für den Besuch. In letzter Instanz wurde eine Straßenblockade von Klimaaktivisten der letzten Generation als Nötigung eingestuft. Das Berliner Kammergericht bestätigte die Verurteilung eines heute 62-Jährigen. Wegen der Farbattacke auf das Brandenburger Tor müssen sich 13 Mitglieder der letzten Generation in einem separaten Verfahren verantworten. Das Land Berlin fordert von den Beklagten für die Reinigung mehr als 140.000 Euro. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeana. Ein Mann wird vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Und wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, das ist noch unklar. Möglicherweise seien Gas in Brand geraten. Heute ist Aschermittwoch, das heißt Beginn der Fastenzeit. Und laut einer Umfrage der Krankenkasse DRK Gesundheit halten zwei Drittel der Deutschen Fasten für eine sinnvolle Sache. Es gibt aber Unterschiede zwischen Alt und Jung. Je älter die befragten, desto weniger können sie sich vorstellen zu fasten. Verglichen mit dem Durchschnitt über alle Altersklassen hinweg würden 62 Prozent der Jüngeren deutlich häufiger kein Fleisch mehr essen. 58 Prozent beim Rauchen und 46 Prozent beim Fernsehen liegen deren Ambitionen über dem Schnitt der Altersstufen. Für mehr als jeden Fünften kommt Fasten den Studienergebnissen zufolge nicht in Frage. Und wir wollten von Ihnen wissen, worauf verzichten Sie bis Ostern? Wir haben uns auf dem Kölner Karneval umgehört und sehr launige Antworten bekommen. Vor allem auf Alkohol. Weil die Zeit jetzt vor allem hier in Kölle und in Düsseldorf sollte man danach vor allem eine Pause machen. Und ja, vor allem auf Alkohol. Also ja, vielleicht Fleisch. Ist doch eine gute Idee. Kohlenhydrate. Ich möchte gerne Vollkorn essen zu Hause und keinen, nicht nur Weißbeef. Besser für Magen und Darm. Genau. Nee, auf gar keinen Fall. Weil man sollte das Leben genießen, ne, finde ich. Und auf was zu verzichten bringt gar nichts. Man macht das eh nur zwei Wochen und dann ist es wieder vorbei so. Deswegen lieber nicht verzichten, lieber das Leben genießen. Genau. Bis zum Ostern arbeiten, kein Alkohol. Ich bin da nicht so hinterher, hinterm Fasten. Und deswegen lebe ich dann einfach normal weiter. Ich faste nicht, nein. Weil ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man fastet und mal wieder nicht fastet. Ich kann nicht vorstellen, dass das dem Körper gut tut. Ich hoffe jedenfalls, liebe Zuschauer, Sie sind erfolgreich in Ihrer Fastenzeit. Falls Sie denn mitmachen und auch fasten. Ganz kurze Unterbrechung, dann sind wir zurück hier bei Welt mit den Nachrichten. Und wir sehen uns ab 18 Uhr wieder in der Welt am Abend. Bis später. Tschüss. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert. Zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeana. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines kleinen Flugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodeshcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidenten-Attacke, die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die beiden können es miteinander, die gute Botschaft aber. Doch als der deutsche Kanzler das Weiße Haus wieder verlässt, sind die Sorgenfalten nicht verschwunden. Drängte der Präsident den Kanzler, mehr zu tun, wenn im Kongress Geld, Waffen, Munition noch länger auf Eis liegen sollten oder gar nicht kommt? Olaf Scholz gibt sie schmallippig und betont erneut. Wir sollten nicht drum herum reden. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die... U $ Angela Mee Misstaufen, Traktoren und Pfefferspray. Nach heftigen Bauernprotesten haben die Grünen ihren politischen Aschermittwoch in Biberach abgesagt. Die Polizei beklagt verletzte Beamte. Dort, wo der politische Aschermittwoch stattfand, da gab es Deftiges zum Start in die Fastenzeit. Bei Brezen, Bier und Blasmusik wurde kräftig gegen die politischen Gegner ausgeteilt. Und nächster Tiefschlag für Putins Schwarzmeerflotte. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben erneut ein russisches Kriegsschiff vor der Halbinsel Krim versinkt. Und damit herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Am Aschermittwoch ist ja der Spaß sprichwörtlich vorbei. Doch dass es bei den Grünen so dick gekommen, das war doch eher nicht abzusehen. Die traditionellen Reden zum Karnevalsende in Biberach fallen aus. Kein Özdemir, kein Trittin, keine Ricarda Lang. Wegen aggressiven Stimmungen bei Demonstrationen im Umfeld, wie es vom Grünen Kreisverband in Biberach heißt. Was ist also passiert? Es gab Bauernproteste und Treckerblockaden vor der Stadthalle. Und die Polizei musste beim Räumen der Straßen Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Es gab leichte Verletzungen und eine Festnahme. Dennoch überrascht die Absage der gesamten Politveranstaltung. Kein Durchkommen mehr zum politischen Aschermittwoch der Grünen im baden-württembergischen Biberach. Wütende Landwirte blockieren Zufahrtswege zur Stadthalle mit Pflastersteinen, Sandsäcken und nicht zuletzt Misthaufen. Drinnen soll eigentlich die Bundesprominenz reden, darunter Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Parteichefin Grieka Delang. Doch daraus wird nichts. Die Grünen sagen die Veranstaltung ab wegen Sicherheitsbedenken. Wir sehen nicht, dass wir eine ordnungsgemäße Durchführung hier garantieren können. Sie hören es vielleicht auch selber vor der Halle. Es gab zum Teil auch aggressive Stimmungen und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, den heute abzusagen. Die Polizei bestätigt das, spricht von aggressivem Verhalten gegenüber den Beamten. Es wurden Gegenstände auf Polizeibeamte und auf Polizeifahrzeuge geworfen. Weiterhin wurden mehrere Beamte leicht verletzt und aufgrund der Maßnahmen oder diesen Angriffen gegen die Polizeibeamten mussten die Polizeibeamten einschreiten und es wurde auch Pfefferspray und Schlagstock eingesetzt. Viele hier kamen aber auch zum friedlichen Demonstrieren. Unter ihnen nicht nur Bauern, sondern auch Fuhrunternehmer und Industriearbeiter. Was wir fordern, ist, dass diese Regierung wegkommt. Wir haben Sorge um dieses Land. Wir lieben Deutschland und wir haben das Gefühl, vor allem die Grünen und unsere Regierung hat nicht viel mit Deutschland am Hut. Wir müssen versuchen, das Hilfestärken aufzuhalten und da brauchen wir eine grundsätzliche Neuausrichtung. Man danke allen, die friedlich demonstriert haben, heißt es von den Grünen. Die Polizei hat nach den Ausschreitungen einen Tatverdächtigen festgenommen. Entscheiden wir jetzt mal dahin, wo der politische Aschermittwoch wie gewohnt stattgefunden hat. In Passau zum Beispiel. Für uns ist dort Dorothea Schupilius. Da wird im Hintergrund offenbar abgebaut. Vielleicht noch kurz zu der Absage der Grünen in Biberach. Hast du denn gehört, wie es dazu kam? Ich bin nicht vor Ort gewesen, würde ich ja schon ganz korrekt sagen. Das bin ich hier in Passau und hier hat alles seinen gewohnten Gang genommen für einen politischen Aschermittwoch. Aber von dem, was man hört, gehen ja die Gerüchte um, dass es hoch hergegangen sei. Cem Özdemir hat gesagt, man konnte nicht für die Sicherheit der eigenen Leute garantieren. Und der baden-württembergische Finanzminister hat gefordert, dass das alles strafrechtliche Konsequenzen hat und ermittelt wird. Nichtsdestotrotz weiß man noch nicht genug, als dass ich mich jetzt trauen würde, eine wirkliche Einschätzung zu geben. Was wir wissen ist, dass der Bauernverband nicht zu dieser Demonstration aufgerufen hat. Das heißt, es muss auch erstmal geklärt werden, waren das wirklich nur Landwirte oder vielleicht auch Mitläufer. Was wir aber definitiv wissen und da traue ich mich auch direkt, was sozusagen ist, dass die Landwirte sehr wütend sind. Und zwar auf die Grünen. Und das hat auch hier in Passau bei Markus Söder bei der CSU eine sehr große Rolle gespielt. Also sowohl die Landwirte als auch die große Wut der Landwirte auf die Grünen, als auch Wut auf die Grünen allgemein. Das kann ich mir vorstellen. Also wurde ordentlich in Passau offenbar gepoltert. Hat denn CSU-Chef Söder da die Erwartungen der Zuschauer erfüllen können bei diesem und bei anderem Thema? Oder wurde da doch jemand enttäuscht? Ich habe mich hier am Zelt ein bisschen umgehört und die meisten waren doch sehr zufrieden. Also nicht die meisten, sondern alle waren sehr zufrieden mit Markus Söder. Es ist ja aber auch Markus Söders Ding, so ein politischer Aschermittwoch, der lebt davon, dass man rhetorisch stark ist, dass man viel Humor zeigt und dass man auch ehrlich gesagt schauspielern kann. Das sind alles Dinge, die kann Markus Söder. Damit hat er auch ein bisschen Alleinstellungsmerkmal unter den Politikern in Deutschland. Er hat aber auch verbal doch recht tief in die Schublade gegriffen. Was er so gesagt hat und wie das so angekommen ist, das können wir uns ja in einem zusammengefassten Beitrag einmal angucken. Die Blaskapelle spielt und immer wieder geht die Sonne auf. Und das ist wohl die Hoffnung, dass die Union beim nächsten Mal wieder mitregiert. Jetzt aber ist erst mal die Ampel dran und Bayerns Ministerpräsident Söder kündigt in Passau markig an. Hauer soll die Ampel kriegen und so kommt es dann auch. Achtung, 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 hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. Traditionell am politischen Aschermittwoch bekommt die Regierung ihr Fett weg. Das ist in den Zelten der anderen Parteien nicht anders. Ob Sarah Wagenknecht wirklich was mit Blasmusik anfangen kann, wer weiß. Aber austeilen kann sie, ob von der linken wie auch von der mitte-rechten Seite. Selbst der Weihnachtsmann ist ja inzwischen umstritten. Also es gab ja eine ernste Diskussion im letzten Winter, also jetzt im letzten Weihnachten, den vielleicht als Weihnachtskraft in Zukunft zu benennen, weil es geht ja also um die Gerechtigkeit. Also ich frage mich wirklich, was manche Leute in unserem Land für Probleme haben. Also das sind die Leute, die denken, jeder Rentner hat 2000 Euro, dann kann man sich um die Weihnachtskraft kümmern. Die so geschmähte Ricarda Lang, Chefin der Grünen, kommt gar nicht erst auf die Bühne. Der Aschermittwoch der Grünen, spontan abgesagt. Zuvor war es vor der Halle in Biberach zu Tumulten gekommen. Protesten der Landwirte, Pfefferspray gegen die Demonstrierenden kaputte Scheiben, die Situation war eskaliert und den Grünen wohl zu heiß. Bei Jessica Blasmusik trifft sich die FDP am Stammtisch. Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit gewohnt spitzen Mundwerk. Es war früher definitiv nicht alles besser, aber zumindest waren die Brandstifter noch sichtbar und standen zu ihrem Werk. Und heute ist ja immer der Bruder schuld. Nicht von seinem Bruder, aber auch von Landwirten wird der Freie Wähler Hubert Aiwanger in Deckendorf begrüßt. Sie haben die Überregulierung satt und geben das dem Vizeministerpräsidenten Bayerns mit auf dem Weg ins Zelt. Ampel, kehr um, du machst grandios falsche Politik, du ruinierst den Wohlstand Deutschlands, du treibst den politischen Extremisten links und rechts die Wähler zu. Und so bleibt die Hoffnung und so klingt es aus Bayern. Immer wieder geht die Sonne auf. Unter anderem hat Markus Söder auch noch weitere Sprüche gebracht. Zum Beispiel die Grünen produzieren so viel Mist, dass sie eigentlich selber unter die Düngerverordnung fallen müssten. Oder er hat auch Grund getan, dass er von seinem Hund namens Molly, das wissen wir jetzt auch, dass sein Hund Molly heißt, mehr hält als von Kevin Kühnert, denn der Hund Molly hätte eine abgeschlossene Abbildung und Kevin Kühnert nicht. Diese Beispiele gebe ich einfach, um mal zu zeigen, wie so der Stil von so einem politischen Aschermittwoch ist. Das ist keine normale Rede, das ist keine Bundestagsrede. Hier wird wirklich verbal nochmal richtig ausgeholt. Und Markus Söder war sich zumindest bei einer Sache sehr sicher, und zwar, dass sein Hauptgegner die Grünen sind. Was übrigens zum Abschluss noch ganz interessant ist, weil Friedrich Merz, der eigentlich auch Partner von Markus Söder ist, ja gerade verkündet hat, dass er durchaus mit einer möglichen Koalition, also mit den Grünen gerade liebäugelt. Und Markus Söder hat dieser Idee heute nochmal eine komplette Abfuhr erteilt. Also da war auch so eine kleine Spitze Richtung Friedrich Merz drin. Eine Frage hat Markus Söder offengelassen, wenn es nicht die Grünen werden und wenn es nicht die AfD wird, wer wird denn dann noch möglicher Koalitionspartner? Das wissen wir nicht nach diesem Tag. Was wir aber wissen ist, Markus Söder hält nichts von der SPD, er hält nichts von der FDP und er hält nichts von den Grünen, aber er hält sehr, sehr viel von Bayern. Das habe ich mir gedacht. Vielen Dank, Dorothea Schupelius. Der Ukraine ist offenbar erneut ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen. Aufnahmen einer Wasserdrohne zeigen eine große Explosion. Das ukrainische Militär will damit das russische Landungsboot Cesar Kunikov zerstört haben. Der Angriff ereignete sich an der Südostspitze der Krim bei Alubka. Mehrfach schon hat die Ukraine mit Raketen, aber vor allem mit ferngesteuerten Seedrohnen erfolgreich. Russische Schiffe angegriffen und versenkt. Der Kreml wollte sich zum Vorfall nicht äußern bisher. Zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten soll Deutschland dieses Jahr wieder zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Das geht aus Recherchen der Deutschen Presseagentur hervor. Deutschland soll mehr als 70 Milliarden US-Dollar bei der NATO angemeldet haben. Das wäre eine Rekordsumme. Offiziell wurden die Zahlen heute Vormittag durch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg anlässlich des Treffens der NATO-Verteidigungsminister vorgestellt. Außerdem hat sich der NATO-Generalsekretär zum Thema atomare Abschreckung geäußert und sich gegen zusätzliche Atomwaffen oder einen neuen nuklearen Schirm innerhalb Europas ausgesprochen. Es reiche, dass das funktionierende System der NATO-Verbündeten sicher und zuverlässig bleibe. Ähnlich sieht das auch die Bundesregierung. Allerdings hat ja der frühere und mögliche nächste US-Präsident Donald Trump genau dieses System mit seinen jüngsten Aussagen in Zweifel gezogen und damit Ängste in Europa geweckt. Die USA könnten als Verteidiger einzelner NATO-Mitglieder ausfallen. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen, Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift. Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren. Da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum, zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen. die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Bei der NATO sieht man das ähnlich. Die USA hätten Waffen in Europa stationiert. Die europäischen Verbündeten würden dabei für die Einsatzbereitschaft sorgen. Das ist ein nuklearer Schutzschirm, der funktioniert. Und wir glauben, dass er sicher und verlässlich ist. Ein Teil davon ist, dass wir zwei Alliierte, Großbritannien und Frankreich, mit nuklearen Waffen haben. Ich denke, das ist der Weg, wie wir unseren nuklearen Schirm in der NATO organisieren. Und wir sollten nichts unternehmen, um diese Idee zu diskreditieren. Also offiziell zumindest keine Sorgen in der NATO wegen der Trump-Äußerung. Doch hinter den Kulissen dürfte es heftig rumoren. Und Marco Reinke ist für uns im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Ja, Marco, Bundesverteidigungsminister Pistorius zeigt sich ja skeptisch angesichts der losgetretenen Debatte um die nukleare Bewaffnung oder Erweiterung. Warum ist er denn gegen eine europäische nukleare Bewaffnung? Naja, Boris Pistorius sagt, noch müssen wir einfach nicht handeln. Er hat noch einmal klargemacht, dass aus seiner Sicht noch kein Handlungsbedarf zunächst einmal besteht. Wir haben ja eben gerade auch im Beitrag den Ton noch einmal gehört, wie er sagt, noch ist Donald Trump nicht einmal Präsidentschaftskandidat. Und gleichzeitig ist man auch auf deutscher Seite sich im Klaren darüber, was das genau bedeuten würde, wenn man jetzt einen nuklearen EU-Abwehrschirm aufspannen würde. Das wäre ein ziemlicher Kostenfaktor, der dann noch einmal ins Spiel kommen würde. Und dann gibt es ja noch eine zweite Diskussion, nämlich darüber, ob man möglicherweise eine nukleare Abschreckung organisiert, indem man die Arsenale, die nuklearen Arsenale von Seiten Großbritanniens und Frankreich dazu holt. Und das ist tatsächlich eine ganz interessante Diskussion, denn Macron hat in Frankreich bereits klargemacht, dass seiner Ansicht nach man, dass man die nuklearen Fähigkeiten Frankreichs viel europäischer denken sollte und hat damit innerhalb des Landes eine ziemliche Diskussion losgetreten. Denn Marine Le Pen beispielsweise, die hat direkt geantwortet, dass das ein unkalkulierbares Risiko sei und das Ganze abgelehnt habe. Also sollte es dazu kommen, dass sich Europa noch einmal umorientieren würde und sich dann darüber beraten müsste, ob man möglicherweise Großbritannien und Frankreich als nukleare Abschreckungsmächte hinzuholt, dann wäre das wahrscheinlich noch einmal eine ganz andere Diskussion. Wie gesagt, der deutsche Verteidigungsminister, der hat hier heute erst einmal nur gesagt, für ihn gibt es aktuell noch keinen Handlungsbedarf. Ich halte, Sie kennen mich inzwischen, ich halte nichts von aufgeregten Debatten zur Unzeit und erst recht nichts davon, jedes Zitat aus dem amerikanischen Wahlkampf von jemandem, der Kandidat werden will, auf die Goldwaage zu legen oder gar nur darauf bezogen zu reagieren. Ich glaube, wir tun sehr gut daran, nicht ständig wie das Kaninchen auf die Schlange, auf den Präsidentschaftskandidaten, den möglichen der Republikaner oder auf die Wahlen zu schauen, sondern unsere Hausaufgaben zu machen, das ist in den letzten zehn Jahren nicht immer ausreichend passiert. Jetzt nehmen alle Europäer Fahrt auf und das ist das entscheidende Signal. Und für die Atomwaffendiskussion sage ich nur eins, das ist eine wirklich so komplexe Diskussion, die man nicht mal eben lostreten sollte, aufgrund einer Aussage, die noch nicht mal darauf Bezug genommen hat von Donald Trump. Also die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als letztes. Das ist eine Eskalation in der Diskussion, die wir nicht brauchen. Ja, Marco Reinke, außerdem trifft sich ja außerdem die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe. Was steht da jetzt heute zur Debatte? Ja, man wird hier in Brüssel noch einmal über weitere Militärhilfen für die Ukraine beraten. Allen voran geht es noch einmal um das Thema Luftverteidigung, also vor allem auch Raketenabwehr und der Frage, wie man dort vorankommen wird. Morgen wird es dann hier noch einmal ein Treffen im Format des sogenannten NATO-Ukraine-Rates geben. Da wird dann auch der ukrainische Verteidigungsminister hier nach Brüssel kommen, um dann auch mit am Tisch zu sitzen. Und innerhalb der NATO haben diese Aussagen, die wir ja auch gerade noch einmal immer wieder besprochen haben, rund um Donald Trump, diese Aussagen von ihm, die haben hier auch durchaus Widerhall gefunden in Brüssel. Und bisher ist es nämlich so, dass diese Treffen rund um die Ukraine-Hilfen von Seiten Washingtons, von Seiten der Amerikaner organisiert wurde. Und nun deutet sich offenbar an, dass die NATO überlegt, die Organisation dieser Waffenhilfen unter ihr Dach zu holen. Und das würde natürlich dann schon einmal bedeuten, dass man sich offenbar darauf vorbereitet, auf eine Zeit, in der möglicherweise nach der US-Wahl Donald Trump Präsident ist, und dann gegebenenfalls eben die Hilfe von Seiten der Amerikaner entweder runtergefahren oder ganz ausfallen könnte. So scheint es zumindest erst einmal. Also es geht hier doch durchaus um einiges bei diesem Treffen. Ein voran eben, wie gesagt, vor allem rund um weitere Waffendieferungen. Interessante Informationen. Vielen Dank, Marco Reinke in Brüssel. Und bei mir im Studium ist Marie-Luise Beck vom Zentrum für liberale Moderne. Schön, dass Sie da sind. Willkommen, Frau Beck. Also in Brüssel wird über die Militärhilfe für die Ukraine debattiert. Wir haben gerade gehört, dass es da möglicherweise Veränderungen gibt, auch bei der, dass die NATO möglicherweise Organisation unter ihr Dach holt, mit Blick auf eine kommende US-Wahl und einen möglichen Präsidenten Trump. Was erwarten Sie in dieser Hinsicht? Ich erwarte, dass Europa sowohl Trump als auch all die Senatoren und Kongressmitglieder ernst nimmt, die ja doch sehr deutlich zeigen, dass die Lust für Europa einzustehen abnimmt. Wobei es nichts Neues ist. Es hat immer in den USA einen starken isolationistischen Flügel gegeben, die gesagt haben, warum sollen wir unsere Söhne nach Europa schicken. Also ich finde, das sollten wir ernst nehmen. Ich glaube, wir haben es nicht ernst genug genommen. Obama hat das schon vor vielen Jahren auf den NATO-Gipfeln gesagt. Damals war Steinmeier Außenminister. Wir müssen ernst nehmen, dass es keine Bereitschaft gibt, in den USA auf unbegrenzte Zeit für unsere Sicherheit zu sorgen, während wir uns leisten ein besseres Gesundheitswesen, bessere Rentenversorgung, bessere Infrastruktur. Das ist nachvollziehbar. Das haben wir zu lange verdrängt. Und das bekommt jetzt leider die Ukraine zu spüren. Wir sind schlecht ausgerüstet militärisch. Wir haben unsere Haushalte zurückgefahren, was das Militär angelangt hat. Und jetzt haben wir so eine dramatische Situation, dass an der Front ukrainische Soldaten nicht mal mehr Munition haben. Das ist eigentlich skandalös. Vor allen Dingen, wenn versprochen worden ist, eine Million Munition bekommt ihr. Und zum Schluss stellen alle erschreckt fest, oh, mehr als 340.000 konnten wir nicht liefern. Das klingt ja nach einem Aufruf an die Beteiligten, jetzt schnell zu liefern, mehr zu liefern, eben auch Deutschland. Natürlich, wir hätten die Produktion schneller hochfahren müssen. Leider kann man das sich mit einem Fingerschnipsen über Nacht machen. Alle diese Entscheidungen sind weggedrängt worden. Und man hat sich verlassen auf die USA. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass selbst ein Biden nicht so kann, wie er möchte, sondern natürlich die Abhängigkeit hat vom Kongress. Und die Ukraine spüren, es gibt zwar viel Unterstützungslob von europäischen Ländern, aber das, was wir wirklich brauchen, echte, technisch weitausgereifte und ausreichende militärische Unterstützung, das hat die Europäische Union bis zum heutigen Tag nicht liefern können. Und was erwarten Sie da jetzt dann von der Ukraine-Kontaktgruppe? Ich hoffe, dass wir alle verstehen. Ich hoffe, dass wir verstehen, dass die Ukraine einen Freiheitskampf führt gegen Putin, der auch unsere Freiheit nicht haben möchte, der das Institutionensystem, das uns den Frieden gewährt hat, aushebeln möchte, der mit Sicherheit, wenn es ihm gelingt, die Ukraine zu besiegen, mehr Appetit auf mehr haben wird. Georgien und Moldau werden ganz schnell als Nachtisch verfrühstückt werden. Und wir können damit rechnen, dass nach einer Atempause er natürlich die NATO auch austesten wird, vermutlich im Baltikum bei Estland-Letternd. Und das müssen wir verstehen, dass jetzt schon in unserem Interesse die Ukraine diesen imperialistischen Putin-Wunsch zurückdrängt. In dieser Hinsicht müssen wir verstehen, Putin hat uns den Krieg erklärt und nicht der Ukraine. Und ein Minsk 2, 3, 4 wird nicht helfen, weil die Versuche, mit Putin zu Einigungen zu kommen, immer wieder dazu geführt haben, dass er den nächsten militärischen Schritt unternommen hat. Ja, das sind eindringliche Warnungen. Dennoch sieht es im Moment ja in der Hinsicht nicht gut aus. Marie-Louise Beck, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Danke Ihnen auch. Ja, Schiffe versenken im Schwarzen Meer. Die Ukraine hat wieder zugeschlagen gegen die russische Flotte. Was das im Einzelnen bedeutet, das kennen wir gleich. Die europäische Sicherheitspolitik und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlandsimperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Erdchenzahn mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener, der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die beiden können es miteinander, die gute Botschaft aber. Doch als der deutsche Kanzler das Weiße Haus wieder verlässt, sind die Sorgenfalten nicht verschwunden. Drängte der Präsident den Kanzler mehr zu tun, wenn im Kongress Geld, Waffen, Munition noch länger auf Eis liegen sollten oder gar nicht kommt? Olaf Scholz gibt sie schmallippig und betont erneut. Wir sollten nicht drum herum reden. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten unverzichtbar. Ende einer 24-Stunden-Visite. Sorgen und Skepsis nimmt der Kanzler wieder mit nach Hause. Den Hardcore-Blockade-Republikanern aus der ganz rechten Ecke dürften Scholz werben und Bidens Empörung wenig beeindrucken. Die Ukraine wird vorerst weiter warten müssen. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben auf das verlassene Versteck des Hohen Hamas-Anführers Al-Sinwa im Gaza-Streifen gestoßen. Al-Sinwa soll samt Familie geflüchtet sein, wie dieses Video einer Sicherheitskamera zeigen soll. Die Angaben zu den Videos lassen sich noch nicht unabhängig prüfen. Unterdessen sind die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willkommen zurück, ich grüße Sie. Am Aschermittwoch, da drehen die Politiker ja normalerweise so richtig auf, dass es den Grünen den Spaß so verhagelt, das war kaum abzusehen. Die traditionellen Reden zum Karnevalsende in Biberach fallen aus. Kein Özdemir, kein Trittin, keine Ricarda Lang. Wegen aggressiven Stimmungen bei Demonstrationen im Umfeld, so heißt es beim Grünen Kreisverband in Biberach. Was ist da passiert? Es gab Bauernproteste und Treckerblockaden vor der Stadthalle. Und die Polizei musste beim Räumen der Straßen Pfefferspray einsetzen. Es gab leichte Verletzungen und eine Festnahme. Kein Durchkommen mehr zum politischen Aschermittwoch der Grünen im baden-württembergischen Biberach. Wütende Landwirte blockieren Zufahrtswege zur Stadthalle mit Pflastersteinen, Sandsäcken und nicht zuletzt Misthaufen. Drinnen soll eigentlich die Bundesprominenz reden, darunter Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Parteichefin Grikarda Lang. Doch daraus wird nichts. Die Grünen sagen die Veranstaltung ab, wegen Sicherheitsbedenken. Wir sehen nicht, dass wir eine ordnungsgemäße Durchführung hier garantieren können. Sie hören es vielleicht auch selber vor der Halle. Es gab zum Teil auch aggressive Stimmungen und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, den heute abzusagen. Die Polizei bestätigt das, spricht von aggressivem Verhalten gegenüber den Beamten. Es wurden Gegenstände auf Polizeibeamte und auf Polizeifahrzeuge geworfen. Weiterhin wurden mehrere Beamte leicht verletzt. Und aufgrund der Maßnahmen oder diesen Angriffen gegen die Polizeibeamten mussten die Polizeibeamten einschreiten. Und es wurde auch Pfefferspray und Schlagstock eingesetzt. Viele hier kamen aber auch zum friedlichen Demonstrieren. Unter ihnen nicht nur Bauern, sondern auch Fuhrunternehmer und Industriearbeiter. Was wir fordern ist, dass diese Regierung wegkommt. Wir haben Sorge um dieses Land. Wir lieben Deutschland. Und wir haben das Gefühl, vor allem die Grünen und unsere Regierung hat nicht viel mit Deutschland am Hut. Wir müssen versuchen, das Hilfestärken aufzuhalten. Und da brauchen wir eine grundsätzliche Neuausrichtung. Man danke allen, die friedlich demonstriert haben, heißt es von den Grünen. Die Polizei hat nach den Ausschreitungen einen Tatverdächtigen festgenommen. Zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten soll Deutschland dieses Jahr wieder zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Das geht aus Recherchen der deutschen Presseagentur hervor. Deutschland soll mehr als 70 Milliarden US-Dollar bei der NATO angemeldet haben. Das wäre eine Rekordsumme. Offiziell wurden diese Zahlen heute Vormittag durch NATO-Generalsekretär Jens Deutenberg anlässlich des Treffens der NATO-Verteidigungsminister vorgestellt. Er braucht Europa eine eigene Atombombe. Nach den jüngsten Äußerungen von Donald Trump diskutieren immer mehr deutsche Politiker über dieses Szenario. So fordern zum Beispiel Christian Lindner und Katharina Barley eigene Atomwaffen zur nuklearen Abschreckung. Kritik daran kommt von der CDU. Lieber solle man die Amerikaner überzeugen, ihre Atomwaffen in Europa zu behalten. Das sei vor allem finanziell der richtige Weg. Auch der Verteidigungsminister Pistorius mahnt zur Vorsicht bei diesem Thema. Die EU fordert nun Bundeskanzler Scholz auf, eine klare Stellung zu beziehen. Marie Droste hat sich in das Thema vertieft. Wie ist denn Europa atomwaffenmäßig bisher aufgestellt? Wenn man an Atomwaffen denkt, dann fallen den meisten wahrscheinlich der Angriff auf Hiroshima ein. Das Ende des Zweiten Weltkrieges, der da besiegelt wurde. Innerhalb von Minuten und Stunden sind da Zehntausende ums Leben gekommen. Aber man muss sagen, Atomwaffen an sich, die wurden massiv weiterentwickelt seit dieser Zeit. Die Vereinigten Staaten forschen auch sehr daran, was die Sprengkraft angeht, was auch Sicherungsmechanismen angeht. Also dass man beispielsweise in Terrorfällen insofern geschützt ist, dass diese Waffen nicht einfach sich sprengen. Also da hat man schon sehr viel weiterentwickelt. Und vor allem ist das inzwischen deutlich zielgenauer möglich, was die Menge dieser Köpfe angeht und eben auch die Sprengkraft. Wenn wir uns das zahlenmäßig angucken, was die Atomsprengköpfe angeht, dann muss man sagen, auf Augenhöhe deutlich zu sehen, die USA und auch Russland. Beide bewegen sich da an einem ähnlichen Arsenal. Bei den Einsatzbereiten sind die Russen ein bisschen weiter vorne. Aber zumindest da haben wir eine Art Gleichgewicht. Beide Staaten, die haben in den letzten Jahren übrigens auch unter der Präsidentschaft von Donald Trump noch mal massiv investiert in Weiterentwicklung dieser Technologien. Kommen wir nach Europa. Da sehen Sie es direkt auf einen Blick. Da sind wir nicht in den Tausendern, sondern Frankreich jetzt als letzte Atommacht innerhalb der EU. 290 Atomsprengköpfe in etwa. Das ist so auf zwei Gleisen aufgebaut. Einerseits hat man Atom-U-Boote und man hat Rafal-Kampfschätz, die dann also bestückbar sind. Wenn man das jetzt mal auf die Kosten runterbricht, man sagt so, der Wetter von Frankreich ist ähnlich groß wie der von Deutschland. Wenn man mal das Sondervermögen rausrechnet, so ungefähr 15 Prozent dessen entfallen auf diese Atomstreitkräfte, die Forst der Frappe, wie das auf Französisch auch heißt. Und ich meine, seit 2020 liegt das Angebot von Macron auch auf dem Tisch, dass man für Europa da bereit wäre, mehr zu tun. Das ist alles aber sehr vage. Großbritannien wäre noch eine Macht, auf die man dann auch setzen könnte, nicht mehr in der EU, aber deutlich auch bereit dafür, in der NATO Verantwortung für Europa zu übernehmen. 225 dieser Sprengköpfe haben die, auch dort vier Atom-U-Boote und Interkontinentalraketen auf die Trident setzt man da. Das ist insofern spannend, weil das ist US-Technik, also Lockheed Martin ist der Hersteller. Das heißt, man baut zwar die Atomsprengköpfe in Großbritannien, aber um die Raketen zu warten, müssen also auch diese U-Boote immer wieder in die Vereinigten Staaten. Insofern ist man da auch in gewisser Form abhängig. Wie sieht es in Deutschland aus? Das ist übrigens, was wir hier in Deutschland haben, die zweitgrößte Flotte innerhalb der NATO, die überhaupt mit diesen Atomsprengköpfen agieren können. Das ist Deutschland. Und im Fliegerhaus Büchel sind also etwa, man weiß das nicht so genau, ist ein großes Geheimnis, 15 bis 20 solcher Sprengköpfe in Bunkern aufbewahrt. Die wurden auch schon aktualisiert, also die neueren Versionen sind auch schon da. Und in Russland testet man natürlich auch. Man hat Atomwaffen, taktische Atomwaffen auch nach Belarus verlagert. Und insofern diese Debatten, die wir jetzt hier aktuell führen, die dürfte man mit Interesse dort auch weiter verfolgen. Denn es sind noch sehr viele Fragen offen, wie das europäisch gelöst werden könnte. Fakt ist, eigentlich reicht ja eine Atomwaffe, um abzuschrecken. Und insofern, das zumindest haben wir innerhalb Europas auch. Aber wie das organisiert werden kann künftig, ohne die Vereinigten Staaten, ja, da immer noch vieles offen. Vielen Dank, Marie Drost. Der Ukraine ist offenbar erneut ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen. Aufnahmen einer Wasserdrohne zeigen eine große Explosion. Das ukrainische Militär will damit das russische Landungsboot Cäsar Kunikow zerstört haben. Der Angriff ereignete sich an der Südostspitze der Krim bei Alubka. Mehrfach schon hat die Ukraine ja mit Raketen, aber vor allem mit ferngesteuerten Seedrohnen erfolgreich russische Schiffe angegriffen und versenkt. Der Kreml hat sich zu diesem Vorfall bisher nicht geäußert. Schauen wir mal, wie das von anderer Stelle aussieht. Kriegsreporter Paul Ronsheimer ist aus der Region Kiew zugeschaltet. Ja, Paul, hat das ukrainische Militär denn diesen Angriff vor der Krim schon kommentiert? Wir hören aus unseren Quellen, dass dieser Angriff so stattgefunden haben soll. Auch andere Medien berichten. Ukrainska Pravda, das ukrainische Medium, berichtet, dass es die Gruppe 13 gewesen sein soll. Des Militärgeheimdienst, die diese Operation durchgeführt hat. Diese Operation auch vorher geplant hat. Und mit diesen Seedrohnen eben da dieses russische Schiff attackiert hat. Für Russland ist das extrem peinlich. Für die Ukraine ist es ein wichtiger Schlag in einer sehr schwierigen Zeit. Denn wir reden ja in den vergangenen Tagen immer wieder über diese wahnsinnig schwierige Frontlinie. Wir reden über DFK, wo Russland die Einnahme versucht, diesen Ort einzunehmen. Und deswegen ist es auch psychologisch für die Ukraine wichtig, dass man immer wieder beweist, dass man dazu in der Lage ist, überraschende Schläge im Hinterland, beziehungsweise in dem Fall auf See durchzuführen und damit die russischen Truppen zu überraschen. Das ist ja auch die Taktik, von der Präsident Wlodo Meselensky in den vergangenen Wochen gesprochen hatte. Er sprach von einer Änderung der Taktik, also von einer Verteidigungstaktik mit gleichzeitigen Schlägen und gleichzeitigen Angriffen mit Drohnen, mit Raketenwerfern, mit sozusagen Waffen, die man weiter einsetzen kann. Ja, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Ukraine mit diesen Wasserdrohnen angreift. Und auch die fliegenden Drohnen werden immer wichtiger in diesem Krieg. Wie schätzt du das ein? Kann man damit die Versorgungslücken anderer Waffen kompensieren? Also man wird es nicht komplett kompensieren können. Also davon gehe ich nicht aus, denn gleichzeitig erleben wir ja den Druck an der Front, entlang der gesamten Front. Und wir haben dort zu einem General gehört, heute auch unter dem neuen Oberbefehl Zabasirsky, der von extremen russischen Druck sprach und auch von einer Überlegenheit bei der Anzahl der Truppen, der Waffen, der Artillerie. Also da sieht es nicht gut aus, muss man ganz klar sagen. Und was die Fragen angeht, das ist ja auch einer der Gründe, warum man immer wieder über zum Beispiel Marschflugkörper Taurus spricht, weil man eben versuchen will, diese Überraschungsschläge durchzuführen. Der Taurus ist nicht in Sicht, aber die Ukrainer finden andere Möglichkeiten, weiter anzugreifen. Ja, offensichtlich. Auch teilweise mit Erfolg. In Russland ist ein Deutscher wegen Drogenbesitzes am Flughafen von St. Petersburg festgenommen worden. Bei dem Mann sollen Cannabis-haltige Gummibärchen gefunden worden sein. Gerade einmal 20 Gramm bringen die THC-Bären auf die Waage, was hierzulande kaum Aufsehen erregen würde. Das bedeutet in Russland bis zu sieben Jahre Haft. Und das Ganze erinnert an den Fall der US-Basketballerin Brittany Greiner. Sie saß zehn Monate in russischer Haft. Bei ihr soll Cannabisöl gefunden worden sein. Für Russland wurde sie schnell zum politischen Druckmittel, kam im Austausch gegen einen russischen Waffenhändler frei. Auch der festgenommene Deutsche könnte jetzt zum Spielball des Kremls werden. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht, ein messerscharfer Präsident Joe Biden. Mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren. Also auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatische Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenlieber fasst zusammen. Er mag Tattrich nach eigenen Worten eine Fauxpas-Maschine sein. Aber als der Präsident im Weißen Haus vor die Mikrofone tritt, liefert er acht Minuten Klartextfeuerwerk, wirbt für die Ukraine Milliarden, schießt gegen Donald Trump und kämpft um die Ehre Amerikas. Das ist ein Anti-Putin-Gesetz. Es abzulehnen, heißt Putin in die Hände spielen. Die Geschichte wird urteilen. Wenn wir der Ukraine diese Unterstützung verweigern, wird das nie vergessen. Die NATO ist eine heilige Verpflichtung. Trump sieht die NATO als Last. Er sieht nicht das Bündnis, das die USA und die Welt beschützt. Er sieht die NATO als Schutzgelderpressung. Das ist einer dieser Augenblicke. Ich sage es den Republikanern. Ihr müsst Farbe bekennen. Steht ihr für Frieden oder Tyrannei? Steht ihr für die Ukraine oder Putin? Steht ihr für Amerika oder für Trump? Verabschiedet dieses Paket sofort. Steht für Anstand, für Demokratie. Ein Präsident will noch wackelig auf den Beinen, aber mit Kompass. Die Amerikaner müssen es jetzt nur noch genauso sehen. Tja, eigentlich sollte es eine ausgelassene Teenie-Karnevalsfeier werden. Für eine 15-Jährige endete dieser Abend mutmaßlich mit einer Gruppenvergewaltigung. In diesem Keller eines katholischen Jugendtreffs in Speyer, Rheinland-Pfalz, sollen die Täter auf ihr mutmaßliches Opfer getroffen sein. Drei Täter im Alter von 15 und 19 Jahren sollen sexuelle Handlungen gegen den Willen des Mädchens durchgeführt haben, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Details wurden aufgrund des Alters des Opfers und der mutmaßlichen Täter nicht genannt. Israel wähnt sich auf der Spur des Hamas-Anführers. So gehen sie los. Unsere 80 Sekunden um die Welt. Die israelische Armee hat im Gaza-Streifen Videos einer Sicherheitskamera gefunden, die Hamas-Anführer Al-Sinwar bei der Flucht mit seiner Familie in einem Tunnel zeigen sollen. Ganz in der Nähe stießen die Soldaten auf eine unterirdische Wohnung mit einem Tresor voller US-Dollar in Millionenhöhe. Dort soll sich Al-Sinwar bis vor kurzem versteckt haben. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsche auf dem Gelände einer Goldmine mindestens neun Bergarbeiter vermisst. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. Bei der abgerutschten Erde soll es sich um Abraum handeln, der in der Mine abgebaut wurde. Mehr als 800 Such- und Rettungskräfte sind im Einsatz. Nach der missglückten Notlandung auf einem Highway in Florida mit drei Toten sind neue Bilder aufgetaucht. Ein Dashcam-Video zeigt, wie die Maschine zwischen den Autos zu landen versucht und explodiert. Dabei kamen der Pilot ums Leben sowie zwei Bewohner eines benachbarten Hauses, das ebenfalls in Flammen aufging. Nach einem mysteriösen Schiffsunglück hat sich vor der Karibikinsel Tobago ein mehr als elf Kilometer langer Ölteppich gebildet. Zahlreiche Strände sind bereits verschmutzt. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen. Wem das Schiff gehört, ist unklar die Besatzung spurlos verschwunden. Lange galt er als einer der mächtigsten Manager des Landes. Jetzt muss der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn in Braunschweig vor Gericht aussagen. Nach dem Diesel-Abgasskandal fordern Anleger mehrere Milliarden in einem Zivilprozess. Seit Jahren wird in Braunschweig Überschadenersatz verhandelt. Martin Winterkorn soll zu den Ereignissen, die teils bis in das Jahr 2007 zurückreichen, Stellung beziehen. Auch acht Jahre nach bekannt werden, dass diese Skandals bleibt die Frage offen, wer bei VW wann was wusste. Ein Strafverfahren gegen Winterkorn selbst wurde im Herbst 2021 von dem Prozess getrennt. Nach Angaben seiner Ärzte soll der 76-Jährige nicht verhandlungsfähig sein. Der US-Finanzinvestor Blackstone zieht sich aus dem Bieterprozess für die Medienrechte der Fußball-Bundesliga zurück. Ein entsprechender Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die deutsche Fußball-Liga bestätigt. Eine Milliarde wollte Blackstone für die Medienrechte der DFL bieten, soll jetzt aber kalte Füße bekommen haben. Es wurde befürchtet, dass sich das Verfahren durch das Zögern einiger Klubs noch zu lange hinziehen könnte. Und auch die deutschen Fans könnten etwas mit dem Ausstieg zu tun haben. Bei Protesten in verschiedenen Stadien haben die ziemlich klar und deutlich gemacht, was sie von diesen Plänen halten. Einen US-Investor in die DFL zu holen, nämlich gar nichts. Der Angriff auf einen jüdischen Studenten der Freien Universität sorgte in Berlin für Entsetzen. Jetzt zieht das Land Konsequenzen und verschärft das Hochschulgesetz. Die 2021 durch die Rot-Rot-Grün abgeschaffte Möglichkeit zur Exmatrikulation wird rückgängig gemacht. Man kann also jetzt wieder exmatrikulieren, wenn es denn in Kraft tritt. Das teilte Senatssprecherin Christine Richter mit. Blahav Shapira war nach dem Angriff mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht worden. Ein pro-palästinensischer Kommilitone soll ihn auf einer Straße in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem gezielten Angriff und einem antisemitischen Hintergrund aus. Die FU hatte gegen den mutmaßlichen Angreifer bisher ein dreimonatiges Hausverbot verhängt. Ja, und ich freue mich, dass der Bundesjustizminister Marco Buschmann den Weg zu uns gefunden hat. Auch wenn es natürlich ein erster Anlass ist. Willkommen. Schönen guten Tag, Herr Löhrer. Ja, Herr Buschmann, was tut die Bundesregierung dagegen, dass sich die Angriffe antisemitisch im Hintergrund immer mehr steigern? Nur zur Erinnerung, seit dem 7. Oktober hat sich das Aufkommen quasi, also es sind 2300 Fälle, so viele wie im Jahr davor insgesamt mit antisemitischem Hintergrund. Also was macht die Bundesregierung? Also es ist völlig inakzeptabel. Wir sind mit den Bundesländern im Gespräch darüber. Die sind ja für die Staatsanwaltschaften verantwortlich. Ich bin sehr froh darüber, dass mir alle Bundesländer zugesagt haben, dass solche Taten verfolgt werden, dass sie nicht aus Opportunitätsgründen eingestellt werden, dass sie alle, wenn es hinreichend einen Tatverdacht gibt, auch zur Anklage gebracht werden. Wir haben auch mit den Landesjustizministern in der Jumiko darüber beraten, ob es weiterer rechtlicher Instrumente bedarf. Wir haben selber auch als Bundesregierung auch schon Maßnahmen in Eingriff genommen. Denken Sie beispielsweise in der aktuellen Beratung zum Staatsangehörigkeitsrecht. Dort haben wir verschärfte Maßnahmen im Gesetz hinterlegt, um Antisemiten zu identifizieren und klarzustellen, dass sie keine deutschen Staatsbürger werden dürfen, denn der Schutz jüdischen Lebens ist eine besondere Aufgabe von Deutschland. Aber auch generell darf Gewalt keine Rolle in der Auseinandersetzung spielen. Das ist absolut inakzeptabel, aber auch erst recht, wenn es sich gezielt gegen jüdisches Leben macht. Klar, muss man immer wieder darauf hinweisen. Fakt ist aber auch, Vertreter jüdischen Lebens in Deutschland stehen teils immer noch dauerhaft unter Polizeischutz, auch jetzt noch. Das ist natürlich eine neue Qualität der Bedrohung. Über die Täter weiß man aber eigentlich wenig. Können Sie sagen, aus welchem Spektrum die im Moment hauptsächlich kommen? Also es ist so, es laufen ja jetzt die Ermittlungsverfahren. Also man muss sich das ja so vorstellen, ab dem 7. Oktober hatten wir ja eine Welle, muss man leider so sagen, auch auf den Straßen. Dann haben wir als Justizminister darüber gesprochen, dass es völlig inakzeptabel ist, jetzt zu sagen, das seien Demonstrationen wie andere auch. Ich will nur klarstellen, wer Straftaten billigt, wie beispielsweise diesen entsetzlichen Terror am Schlag vom 7. Oktober, der macht sich selber strafbar. Wer Straftaten billigt, wer auch dazu aufruft, Straftaten zu begehen, wer sich mit der Hamas solidarisiert, wer für sie Geld sammelt, wer sozusagen Mitgliedschaften einwirbt, der macht sich strafbar. Wer die Flagge Israels verbrennt, macht sich strafbar. Und diese Straftaten, die dürfen nicht nur im Strafgesetzbuch stehen, sondern wenn Polizisten, wenn Vollzugskräfte das sehen, dann muss auch die Identität dieser Leute festgestellt werden. Die Beweismittel müssen sichergestellt werden, damit dann die Staatsanwaltschaften auch entsprechende Anklageschriften vorbereiten können. Vor allem das pro-palästinensische Lager, oder? Das habe ich nicht gesagt. Das werden wir natürlich sehen, wenn die Verfahrenswelle einmal durchgelaufen ist. Aber natürlich ist es, sagen wir mal, wenn wir uns anschauen, aus welchem Milieu heraus Demonstrationen, bei denen es dann zu diesen Straftaten vermehrt kommt, läuft, ist es natürlich so, dass wir Menschen aus einem Milieu sehen, die ein angespanntes Verhältnis zum Staat Israel haben. Und dass wir auch natürlich Leute aus dem pro-palästinensischen Milieu dort hauptsächlich haben. Das liegt ja auch auf der Hand, wenn man für die Hamas wirbt. Das macht ja auch nicht jeder und die Straftat in dieser Weise begeht. Das wäre naiv, hier keine, also hier nicht anzunehmen, dass wenn diese Verfahrenswelle einmal durchgelaufen ist, sie dann statistisch ausgewertet wird, dass es da nicht auch einen klaren Schwerpunkt in diesem Milieu zu erkennen ist. Ja, zumal es auch immer weitergeht mit Angriffen und Protesten, also die israelfeindlich daherkommen. Am Wochenende zum Beispiel bei der Hannah Arendt-Lesung im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin wird dagegen zum Beispiel strafrechtlich vorgegangen, dass da offensichtlich Störer auftreten mit pro-palästinensischem Hintergrund und antisemitische Parolen dort. Also es ist, wenn wir solche entsetzlichen Vorfälle sehen, also sei es in einer Universität, Sie haben das im Vorbericht angesprochen, oder wenn eine Lesung gestört wird, dann gibt es die einfachste Möglichkeit natürlich hier auch über das Hausrecht vorzugehen. Also wenn, es gibt ja Inhaber des Hausrechts, wenn die diesen Leuten sagen, bitte verlassen Sie die Räume und die das nicht tun, dann begehen die Hausfriedensbruch. Also mindestens dieser Tatbestand ist dann im Regelfall erfüllt. Also die Ermittlungsbehörden müssen sich jeden Fall einzeln anschauen, aber das haben wir dann. Und dann kann man auch die Polizei rufen, um das Hausrecht durchzusetzen. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn wir es zum Beispiel mit Universitätsräumen zu tun haben, es hier ja auch nicht um Fälle der akademischen Freiheit geht. Weil an der Akademie, an der Universität soll gestritten werden, aber mit Argumenten. Dort sollen Argumente vorgetragen werden, nicht andere niedergebrüllt werden. Und insofern steht das auch nicht im Widerspruch dazu, dass natürlich an Universitäten auch geistig gestritten werden soll. Wer andere niederbrüllt, will sich nicht geistig auseinandersetzen. Wer andere niederbrüllt, will den anderen zum Schweigen bringen. Und das ist ja das Schlimme. Das ist auf jeden Fall eine klare Feststellung. Marco Buschmann, Justizminister, vielen Dank für Ihren Besuch. Danke. Und gleich geht es weiter bei uns mit der aktuellen Nachrichtenlage. Bis dann. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Erdchenzahn mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodash-Camp freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die beiden können es miteinander, die gute Botschaft aber. Doch als der deutsche Kanzler das Weiße Haus wieder verlässt, sind die Sorgenfalten nicht verschwunden. Drängte der Präsident den Kanzler, mehr zu tun, wenn im Kongress Geld, Waffen, Munition noch länger auf Eis liegen sollten oder gar nicht kommt? Olaf Scholz gibt sie schmallippig und betont erneut. Wir sollten nicht drum herum reden. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten unverzichtbar. Ende einer 24-Stunden-Visite. Sorgen und Skepsis nimmt der Kanzler wieder mit nach Hause. Den Hardcore-Blockade-Republikanern... Willkommen zu unserem Börsenüberblick. Wunden lecken an der Wall Street ist angesagt nach dem gestrigen sehr schwachen Handelstag infolge der enttäuschenden Inflationsdaten. Die Inflationsdaten gestern ja nur auf 3,1 Prozent zurückgegangen erwartet worden waren. 2,9 Prozent. Das hat einen Zinsschock ausgelöst und einen der schlechtesten Handelstage an der Wall Street im letzten Jahr ausgelöst. Und heute erholen wir uns etwas davon, ein Plus von 0,1 Prozent. Ähnlich die Bewegung im DAX. Auch da gibt es einen leichten Erholungstrend, den wir sehen, etwas stärker mit 0,3 Prozent. Auch da sind wir gestern verprügelt worden infolge der Inflationsdaten aus den USA. Und besonders stark war die Volatilität beim Bitcoin. Der war gestern ja schon und über der Marke von 50.000 Dollar und ist dann durch die Inflationsdaten auch wieder runtergeprügelt worden. Und heute steigt er wieder mächtig über diese Marke. Da ist er auch schon von 50.000 Dollar und zwar mittlerweile sogar schon auf 52.000 Dollar. Und es sind weiter die Zuflüsse in Bitcoin ETFs, die im Januar aufgelegt worden sind an der Wall Street, die für Nachfrage sorgen. Aktuell im Plus von 4,5 Prozent, das wir bei der Kryptowährung sehen. Mehr zum Börsengeschehen dann ausführlich wieder um 12 um 17.45 Uhr in der Börse am Abend. Mehr zum Börse am Abend. Mischtaufen, Traktoren und Pfefferspray. Nach heftigen Bauernprotesten haben die Grünen ihren politischen Aschermittwoch in Biberach abgesagt. Die Polizei beklagt verletzte Beamte. Nächster Tiefschlag für Putins Schwarzmeerflotte. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben wieder ein russisches Kriegsschiff vor der Halbinsel Krim versenkt. Und Israel-Besuch Nummer 5. Der deutschen Außenministerin seit dem Terrorangriff der Hamas. Ein Thema, die mögliche Bodenoffensive der israelischen Armee in Rafach. Baerbock trifft dazu unter anderem Premier Netanyahu. Und damit ganz herzlich willkommen hier im Welt-Newsroom. Dass es am politischen Aschermittwoch raubeinig zugeht, das gehört dazu, jedenfalls mit Worten. Im Süden der Republik halten die Parteien Kundgebungen oder besser Stammtische ab und reschen nach Herzenslust auf den politischen Gegner ein. Die Grünen allerdings mussten ihre Veranstaltung in Biberach kurzfristig absagen. Rund um die Stadthalle gab es so massive Proteste, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet gewesen sein soll. Kein Durchkommen mehr zum politischen Aschermittwoch der Grünen im baden-württembergischen Biberach. Wütende Landwirte blockieren Zufahrtswege zur Stadthalle mit Pflastersteinen, Sandsäcken und nicht zuletzt Misthaufen. Drinnen soll eigentlich die Bundesprominenz reden, darunter Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Parteichefin Grikada Lang. Doch daraus wird nichts. Die Grünen sagen die Veranstaltung ab wegen Sicherheitsbedenken. Wir sehen nicht, dass wir eine ordnungsgemäße Durchführung hier garantieren können. Sie hören es vielleicht auch selber vor der Halle. Es gab zum Teil auch aggressive Stimmungen und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, den heute abzusagen. Die Polizei bestätigt das, spricht von aggressivem Verhalten gegenüber den Beamten. Es wurden Gegenstände auf Polizeibeamte und auf Polizeifahrzeuge geworfen. Weiterhin wurden mehrere Beamte leicht verletzt. Und aufgrund der Maßnahmen oder diesen Angriffen gegen die Polizeibeamten mussten die Polizeibeamten einschreiten. Und es wurde auch Pfefferspray und Schlagstock eingesetzt. Viele hier kamen aber auch zum friedlichen Demonstrieren. Unter ihnen nicht nur Bauern, sondern auch Fuhrunternehmer und Industriearbeiter. Was wir fordern ist, dass diese Regierung wegkommt. Wir haben Sorge um dieses Land. Wir lieben Deutschland. Und wir haben das Gefühl, vor allem die Grünen und unsere Regierung hat nicht viel mit Deutschland am Hut. Wir müssen versuchen, das Hilfestärken aufzuhalten. Und da brauchen wir eine grundsätzliche Neuausrichtung. Man danke allen, die friedlich demonstriert haben, heißt es von den Grünen. Die Polizei hat nach den Ausschreitungen einen Tatverdächtigen festgenommen. Leonie von Rando, für uns aus dem Bundestag zugeschaltet. Tja, war ganz schön was los im Süden der Republik. Mehr als gewünscht, zumindest bei den Grünen. Das kann man so sagen, Katja. Da zeigt sich, dass sich die Wut und der Frust vieler Bauern eben nochmal entladen hat. Wir haben es eben schon gehört. Einige haben ja friedlich protestiert. Aber es waren eben auch ein paar Krawallmacher darunter. Man ist hier sehr aufgebracht. Zum einen natürlich, weil die Agrarsubventionen ja gestrichen worden sind. Und zum anderen aber auch, weil sich die Landwirte insgesamt eben schon seit Jahren und Jahrzehnten vernachlässigt fühlen. Sie klagen über zu viel Bürokratie, über schlechte Rahmenbedingungen hier in Deutschland. Und da hat sich eben sehr, sehr viel Wut angestaut. Und dann heute eben leider auch entladen so sehr, dass eben am Ende diese Veranstaltung abgesagt werden musste. Jetzt hat sich ganz aktuell der grüne Vizekanzler Robert Habeck geäußert zu dem, was da in Biberach passiert ist. Wir wollen mal reinhören, was er sagt. Ich habe noch nicht mit den Beteiligten gesprochen. Ich konnte das sozusagen über die Nachrichtenlage und über vereinzelte Nachrichten mitverfolgen. Ich würde dazu Folgendes sagen. Es ist ein Recht und eine großartige Errungenschaft dieses Landes, das alle frei demonstrieren können und ihre Meinung auch mit lautstarken Protest auf die Straße bringen. Daran ist überhaupt nichts zu deuten. Zweitens sollte der Protest allerdings immer so sein, dass man miteinander in ein Gespräch kommt, eine Gesprächssituation entstehen kann, Gesprächsangebote angenommen werden. Denn was ist denn sonst der Sinn des Protests, wenn man nicht eine Veränderung durch Dialog haben will? Und drittens würde ich gerne von hier mich bei der Polizei bedanken. Ich habe ja ähnliche Erfahrungen vor kurzem selbst gemacht. Ich weiß, dass das für die Kolleginnen und Kollegen ganz schwierige Situationen sind, sich in so eine brenzlige Situation zu begeben. Und wenn ich es richtig nachverfolgt habe, sind auch Polizisten verletzt worden von hier. Gute Genesung und alles Gute verbunden mit einem herzlichen Dank. Ja, so sagt es Robert Habeck jetzt ganz aktuell. Also ist doch erschüttert über das, was da passiert ist. Und gleichzeitig gab es aber heute ja auch noch andere Veranstaltungen, die ganz regulär stattfinden konnten. Zum Beispiel der politische Aschermittwoch der CSU in Passau. Und da waren die Grünen tatsächlich auch Thema. Markus Söder, der hat ja sozusagen die Paradedisziplin gegen die Ökopartei auszuteilen. Das hat er ja auch nach allen Regeln der Kunst im Wahlkampf in Bayern immer und immer wieder gezeigt. Und er hat verbal kräftig ausgeteilt. Das kann man nicht anders sagen. Gegen die Grünen hat nochmal ganz klar gemacht. Schwarz-Grün auch auf Bundesebene. Nein, möchte er nicht haben. Und auch insgesamt hat er in der Ampel kein gutes Haar gelassen. Er sagt zum Beispiel, sein Hund Molli, der habe anders als Kevin Kühnert von der SPD oder Ricarda Lang von den Grünen eine abgeschlossene Ausbildung. Also wurde durchaus persönlich. Jetzt wollen wir aber mal reinhören, was er insgesamt noch zur Ampel gesagt hat. Das ganze Jahr bin ich Staatsmann. Aber heute gibt es Freifahrt. Nicht Kamillentee und Gebäck, sondern Bier, Fisch und Emotion pur. Und an die Freunde und Experten der Political Correctness kann ich sagen, wenn ihr eine Sorge habt, dann schaltet lieber ab, dann schaltet lieber um. Denn es gilt der Satz. Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freunde. Liebe Freunde. Also der CSU-Chef poltert und die Masse, die johlt und jubelt ihm zu. Und man muss sagen, dieses klare Stoppzeichen für die Ampel und auch in Richtung Grünen, das ist so gewiss auch nochmal ein Fingerzeig an Friedrich Merz. Denn der hatte zuletzt ja sogar öffentlich mit der Idee geflirtet, vielleicht doch mit den Grünen zu koalieren. schließt zumindest Gespräche nach den nächsten Bundestagswahlen mit den Grünen nicht aus. Aber Markus Söder, der macht ganz klar nochmal deutlich, nein, schwarz-grün nicht, solange ich da ein Wörtchen mitzusprechen habe. Leonie van Rando, ganz herzlichen Dank für diesen Überblick und die Einschätzungen dazu. Zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten wird Deutschland in diesem Jahr wieder zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben. Das bestätigte das Verteidigungsministerium. Laut der Deutschen Presseagentur hat Deutschland mehr als 70 Milliarden US-Dollar bei der NATO angemeldet. Das ist eine Rekordsumme und in diesem Jahr geben 18 der 31 NATO-Länder mindestens zwei Prozent ihres BIP für Verteidigung aus. Das sei eine Rekordzahl, so Bündnisgeneralsekretär Stoltenberg beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel. Braucht Europa einen eigenen nuklearen Schutzschirm? Nach den jüngsten Äußerungen von Donald Trump diskutieren das immer mehr deutsche Politiker. So fordern zum Beispiel Christian Lindner und Katharina Barley eigene Atomwaffen zur nuklearen Abschreckung. Verteidigungsminister Pistorius ist da eher zurückhaltend und Kritik kommt von der CDU. Lieber solle man die Amerikaner überzeugen, ihre Atomwaffen in Europa zu belassen. Das sei vor allem finanziell der richtige Weg. Aus Brüssel. Aus dem NATO-Hauptfadier zugeschaltet ist jetzt unser Reporter Marco Reinke. Ich habe es eben schon erwähnt, die Verteidigungsminister treffen sich heute dort. Und es dürfte auch über diesen möglichen europäischen Schutzschirm gesprochen. Werden der Bundesverteidigungsminister Pistorius, der ist ja sehr skeptisch. Warum ist er denn gegen eine eigene europäische nukleare Bewaffnung? Er ist nicht nur skeptisch, sondern er lehnt sogar diese ganze Diskussion ab. Er hat vorhin hier bei seiner Ankunft noch einmal gesagt, für ihn ist das eine aufgeregte Debatte, Entschuldigung, eine aufgeregte Debatte, die zur Unzeit kommt. So hat er das wörtlich gesagt. Und er sieht eigentlich aktuell einfach keinen Handlungsbedarf in diesem Zusammenhang. Wir haben heute auch schon von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg beispielsweise gehört, dass auch für ihn das eigentlich keine Debatte ist oder eine Frage, die sich aktuell stellt. Er hat auch noch einmal, so fasse ich es jetzt einmal zusammengesagt, dass der amerikanische Schutzschirm, den es von US-Seite gibt, der sei vollkommen ausreichend. Und da müsse man nicht weiter drüber sprechen. Nichtsdestotrotz ist natürlich, auch wenn diese Diskussion letzten Endes hier zwar so ein bisschen vom Tisch gewischt wird, natürlich da eine doch ziemliche Debatte drüber entbrannt. Und es reicht ja, oder diese Debatte beginnt ja einerseits bei der Frage, ob man einen wirklichen nuklearen EU-Abwehrschirm aufbauen will. Das heißt, mit allen europäischen Ländern dieses Projekt angehen will. Oder ob man möglicherweise die Arsenale von Frankreich und Großbritannien nutzen könnte. Und das dürfte natürlich dann auch noch einmal eine durchaus interessante Frage sein. Denn in Frankreich hat beispielsweise Emmanuel Macron gesagt, dass man von französischer Seite das eigene nukleare Arsenal viel europäischer denken müsse. Darauf hat es eine sehr harsche Reaktion von Marine Le Pen beispielsweise gegeben, die gesagt hat, das sei eine Katastrophe, wenn man es am Ende so durchziehen würde. Also wir sehen schon, die Diskussion, die ist da durchaus entbrannt. Hören wir aber noch mal, was Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, dazu genau gesagt hat. Denn wie gesagt, der hat diese Debatte ja fast schon komplett abgelehnt, auch nur über diese Frage zu reden. Ich halte, Sie kennen mich inzwischen, ich halte nichts von aufgeregten Debatten zur Unzeit und erst recht nichts davon, jedes Zitat aus dem amerikanischen Wahlkampf von jemandem, der Kandidat werden will, auf die Goldwaage zu legen oder gar nur darauf bezogen zu reagieren. Ich glaube, wir tun sehr gut daran, nicht ständig wie das Kaninchen auf die Schlange, auf den Präsidentschaftskartenkandidaten, den möglichen der Republikaner oder auf die Wahlen zu schauen, sondern unsere Hausaufgaben zu machen, das in den letzten zehn Jahren nicht immer ausreichend passiert. Jetzt nehmen alle Europäer Fahrt auf und das ist das entscheidende Signal. Und zu der Atomwaffendiskussion sage ich nur eins, das ist eine wirklich so komplexe Diskussion, die man nicht mal eben lostreten sollte, aufgrund einer Aussage, die noch nicht mal darauf Bezug genommen hat von Donald Trump. Also die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als letztes. Das ist eine Eskalation in der Diskussion, die wir nicht brauchen. Marco, dann sprechen wir mal über die Ukraine-Kontaktgruppe, die sich ja heute dort trifft in Brüssel. Was steht denn da genau zur Debatte? Also es geht natürlich zum einen um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Es sitzt ja zum einen der neue Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte mit am Tisch, auch der ukrainische Verteidigungsminister, der morgen auch noch für ein Treffen im NATO-Ukraine-Rat hier nach Brüssel reisen wird. Da wird man noch einmal über die Bedarfe sprechen. Es wird vor allem um das Thema Munition geben, wo sich ja zuletzt deutlich abgezeichnet hat, dass die Ukraine hier enorme Bedarfe hat und auch Schwierigkeiten mittlerweile hat, die Front da zuverlässig zu versorgen. Also über all das wird man sprechen. Und dann schweben über allem Berichte, dass man möglicherweise dieses Format, das es bisher gegeben hat, das ja ursprünglich von amerikanischer Seite ins Leben gerufen wurde, diese Rammstein-Gruppe oder Kontaktgruppe, wie sie ja genannt wird, dass die möglicherweise unter das Dach der NATO geholt werden könnte. Und das wäre doch ein ziemlicher Strategiewechsel. Denn bisher hat man sich von Seiten der NATO versucht, aus dieser ganzen Thematik rauszuhalten, um eben auch nicht weiter zu eskalieren. Und jetzt deutet sich zumindest an, dass möglicherweise diese gesamte Ukraine-Hilfe, die Koordination dieser Waffenlieferungen unter das Dach der NATO geholt werden könnte. Und das wäre ein durchaus großer, bedeutender politischer Schritt, wenn es denn so kommt. Marco Reinke, ganz herzlichen Dank. Und um 17.15 Uhr sehen Sie hier bei Welt eine Spezialsendung, in der wir Antworten suchen auf die Frage, ob die EU nun einen eigenen nuklearen Schutzschirm braucht. Der Ukraine ist offenbar wieder ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen. Aufnahmen einer Wasserdrohne zeigen eine große Explosion. Das ukrainische Militär will damit das russische Landungsboot Cesar Kunikov zerstört haben. Der Angriff wurde vollbracht an der Südostspitze der Krim bei Alupka. Bereits mehrfach hat die Ukraine mit Raketen, aber vor allem mit ferngesteuerten Seedrohnen erfolgreich russische Schiffe angegriffen und versenkt. Der Kreml hat sich bisher zu diesem Vorfall nicht geäußert. Eigentlich sollte es eine ausgelassene Karnevalsfeier werden. Für eine 15-Jährige endete der Abend mutmaßlich aber mit einer mehrfachen Vergewaltigung. In einem Keller des katholischen Jugendtreffs in Speyer in Rheinland-Pfalz sollen die Täter ihr mutmaßliches Opfer getroffen haben. Drei Jugendliche im Alter von 15 und 19 Jahren sollen sexuelle Handlungen gegen den Willen des Mädchens durchgeführt haben, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Details wurden wegen des Alters der Beteiligten bisher nicht genannt. Er galt lange als einer der mächtigsten Manager des Landes. Jetzt musste der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn in Braunschweig vor Gericht aussagen. Nach dem Diesel-Abgasskandal fordern Anleger mehrere Milliarden. Seit Jahren wird in Braunschweig verhandelt. Martin Winterkorn soll Aussagen zu Ereignissen, die bis 2007 zurückreichen. Auch acht Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals ist die Frage offen, wer bei VW wann was wusste. Ein Strafverfahren gegen Winterkorn selbst wurde im Herbst 2021 von dem Prozess abgetrennt. Nach Angaben seiner Ärzte soll der 76-Jährige nicht verhandlungsfähig sein. Starke Explosionen erschütterten zu Beginn der Woche das schwedische Göteborg. Ein Wasserpark ist dabei zu großen Teilen zerstört worden. Gerade erst wurden die Pools mit Wasser befüllt. Gäste waren zum Glück noch keine vor Ort. Erst ab Sommer sollte der Park seine Türen für Besucher öffnen. Meterhohe Flammen und dicker schwarzer Rauch. Schwere Explosionen entschüttern Montagvormittag das schwedische Göteborg. Im Südwesten der Metropole sollte ein neuer Wasserpark ab Juni seine Türen für Besucher öffnen. Gerade erst wurden die Pools mit Wasser befüllt. Eine Bauabnahme war für Ende April geplant. Während der Explosion sollen sich Bauarbeiter in dem Gebäude aufgehalten haben. 16 Menschen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Eine Person gilt weiterhin als vermisst. Große Teile der Umgebung mussten evakuiert werden. In einer Pressemitteilung äußert sich der Betreiber des Wasserparks bestürzt über das Unglück. Wir sind entsetzt und zutiefst unglücklich, berührt und erschüttert von dem, was geschehen ist. Es gibt viele, die sich fragen, was passiert jetzt? Die einfache Antwort ist, dass wir es nicht wissen. Im Moment liegt unser Fokus nicht auf der Wirtschaft oder den materiellen Schäden, sondern auf den Menschen, die von dem Feuer betroffen sind. Gleichzeitig kann ich versprechen, dass wir entschlossen und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken werden. Wir werden das überstehen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen sollen entzündliche Brandgase für das Unglück verantwortlich gewesen sein. Mindestens 110 Millionen Euro gehen hier in Flammen auf. Der Wasserpark Ozeana sollte den bekannten Freizeitpark Liseberg um eine Attraktion reicher machen. Jährlich lockt der größte Freizeitpark Skandinaviens mehrere Millionen Menschen an. Man sei ja einiges gewöhnt in Neukölln, das schrieb das Bezirksamt dieses Berliner Stadtteils. Aber das hat es noch nicht gegeben. Im beliebten Volkspark Hasenheide fanden Mitarbeiter des Grünflächenamts den Kadaver einer vier Meter langen Schlange. Das Tier war deutlich abgemagert. Laut Bezirksamt handelt es sich vermutlich um einen Tigerpython. Wie das Tier in den Park gelangte und ob es dort überhaupt auch lebend unterwegs war, das ist bisher noch unklar. Der Bezirk bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der große FC Bayern wankt gerade gewaltig. Der Druck ist immens nach der 0-3-Niederlage in Leverkusen am Samstag. Und es gibt nicht viel Zeit, um sich davon zu erholen. In wenigen Stunden müssen die Münchner nämlich im Achtelfinale der Champions League bei Lazio Rom ran. Im Gesicht von Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist zumindest ein leichtes Lächeln zu erkennen. Generell die Stimmung im Abschlusstraining vor dem Lazio-Spiel gut. Die Leverkusen-Pleite, sie ist offenbar abgehakt. Und jetzt soll wieder ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Wir brauchen auch, und es ist auch wichtig, nicht komplett in Schutt und Asche zu gehen. Wir sind sehr selbstkritisch mit uns selber. Trotzdem dürfen wir uns auch erlauben, selbstbewusst zu spielen und das auch auszustrahlen. Das ist auf jeden Fall erlaubt. Denn die Gruppenphase der Champions League haben die Münchner souverän gemeistert, sind ungeschlagen geblieben. Fünf Siege und ein unentschieden die Ausbeute. Aber jetzt heißt es eben, in der Königsklasse sofort wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Man muss immer wieder aufstehen können. Nach Niederlagen, nach Verletzungen, nach schlimmen Erfahrungen. Und das zeichnet einen Sportler, einen Profi aus. Und ich glaube, dass wir alle diese Motivation in uns haben und uns da zusammenraufen müssen. Gegner Lazio Rom steht in der italienischen Liga nur auf Platz acht. Die Bayern sind auf jeden Fall in der Favoritenrolle in diesem Achtelfinale, selbst wenn sie in der Bundesliga den Ansprüchen momentan hinterherhinken. Das Rückspiel gegen die Römer in München findet dann Anfang März statt. Kurze Pause hier bei uns und dann sprechen wir über den Nahostkonflikt. Die deutsche Außenministerin ist gerade zum fünften Mal seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel in Israel zu Gast. Sie wird unter anderem sprechen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bei uns im Studio gleich zu Gast. Der israelische Politiker Gideon Saar, er wird Auskunft geben darüber, wie es im Nahostkonflikt unalter wird. Das Wetter zeigt sich heute am Valentinstag leider nicht von seiner charmanten Seite. Ganz im Gegenteil, über Hamburg zogen schon vormittags dichte Regenwolken hinweg. Dahinter war es zwar mal eine Zeit lang trocken, bevor sich für den Nachmittag dann aber schon wieder neuer Regen ankündigte. Im Westen konnte sich hinter dem ersten Regen vorübergehend sogar dann auch mal kurz die Sonne zeigen, doch ebenfalls auch nur bis zum Nachmittag. Ja und morgen sieht es dann in der Mitte und vor allem im Norden leider nicht besser aus. Vormittags regnet es dort ab und an, in Nordseennähe dann auch mal etwas kräftiger. Ja südlich des Mainz bleibt es trocken, immerhin mit gelegentlich etwas Sonnenschein. Am Nachmittag ziehen die Regenwolken dann auch weiter nordwärts, dann wird es über der Mitte zwar meist trocken sein, aber die Sonne hat weiterhin dort einen schweren Stand. Nur im Süden bzw. Südwesten wird es freundlicher und dort zum Sonnenschein geht es auch mit den Temperaturen ordentlich aufwärts, sodass durchaus schon Frühlingsgefühle aufkommen könnten, also mit 17, 18 Grad in der Spitze. Nur an den Küsten und auch in den Mittelgebirgen bleibt es etwas kühler. Am Freitag wird es dann ähnlich warm, auch im Osten sind dann mit etwas Sonne bis zu 17 Grad drin lokal. Könnte es auch für 18 oder 19 reichen, doch noch startet der Frühling nicht durch. Ab dem Wochenende kühlt es sich langsam wieder ab. Notenzentrale, was möchten Sie melden? Einen 34-jährigen Mann. Gestritten wird in Europa viel, seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. Fast 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener, der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Willkommen zurück hier im Weltnews-Fund. Außenministerin Annalena Baerbock ist zu ihrem fünften Besuch seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober in Israel empfangen worden. Bei dem Gespräch mit ihrem Amtskollegen Israel Katz dürfte es unter anderem um die angekündigte Bodenoffensive der israelischen Armee gegen die Hamas in Rafah im südlichen Gaza-Streifen gehen. Die grünen Politikerin hat angekündigt, wieder die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung in Gaza zur Sprache zu bringen und fordert mehr Hilfslieferungen. Sie trifft unter anderem auch Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Und sie wird im Verlauf ihrer Reise auch ins Westjordanland reisen. Dort regiert ja nicht wie im Gaza-Strafen die islamistische Hamas, sondern die gemäßigtere Fatah unter Präsident Abbas. Doch die Folgen des Krieges in Gaza sind auch im Westjordanland deutlich zu spüren. Unser Reporter Max Havers berichtet aus Ramallah. In Ramallah verkaufen sie alles, womit sich zumindest das Nötigste zum Leben verdienen lässt. Frische Kräuter im Bund, Tee für die Kinder auf der Straße und Süßspeisen in heißem Öl frittiert. Mit dem Bus aus Jerusalem bin ich nur knapp eine Stunde hierher ins Westjordanland unterwegs. Doch das Gebiet, mit rund 2,5 Millionen Menschen der größte Lebensraum für Palästinenser, ist durch eine gut gesicherte Grenze von Israel getrennt. Mit dem Krieg im Gaza-Streifen ist auch hier die Wirtschaft zusammengebrochen. Ein Geldwechsler, der in normalen Zeiten Euro und Dollar in die hier gängigen Währungen Shekel und Jordanische Dinar umtauscht, in diesen Tagen nahezu arbeitslos. Viele Menschen, die zum Arbeiten immer nach Israel gefahren sind, stehen seit dem 7. Oktober ohne Job da, weil sie dort nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten dürfen. Kaum jemand will mehr Geld bei mir wechseln. Einige versuchen sich in diesen Tagen als Straßenverkäufer, so wie Atiyah. Der 28-Jährige ist ohne seine Frau und die zwei Kinder aus Gaza gekommen, wo er keine Arbeit fand, doch in Ramallah ergeht es ihnen kaum besser. Ich bin vor fünf Monaten ins Westjordanland gegangen, um Geld zu verdienen. Doch hier auf der Straße verdiene ich nur 40, 50, 60 Shekel am Tag. Ich versuche jetzt zumindest so viel wie möglich davon an meine Kinder zu schicken. Bis zu 60 Shekel, das sind maximal 15 Euro. Doch auch die staatlichen Angestellten haben kaum Geld. Ihre Gehälter setzen sich aus Steuern und Zöllen zusammen, die Israel im Namen der palästinensischen Autonomiebehörde einsammelt. Doch seit Kriegsbeginn erfolgt die Weitergabe unregelmäßig. Die Folge, die Gehälter werden stark verspätet und nur in Teilen ausgezahlt. Wie mir auch Mohamed bestätigt, der seit 22 Jahren im nordrhein-westfälischen Münster lebt und hier seine Familie besucht. Mein Bruder arbeitet auch in Polizei und dann jetzt ein paar Monate hat er keinen Lohn gekriegt. Und dann ist ich froh, dass wir heute die Hälfte Lohn bekommen, nicht den ganzen Lohn. Das ist ein bisschen schwierig. Da werden auch viele Leute arbeiten bei Juden und jetzt bei Juden zu, darf nicht arbeiten wegen Krieg. Vor den Geldautomaten bilden sich lange Schlangen. An diesem Tag sollen zumindest 60 Prozent des Gehalts aus dem Vormonat fließen. Alle hier warten auf diesen Moment. Um die Zeit bis zur Auszahlung zu überbrücken, haben viele Familien ihre Reserven angetastet, wie mir Schmuckverkäufer Hamad erzählt. In diesen Zeiten kommen viele Frauen zu mir in den Laden und verkaufen ihren Goldschmuck, anstatt selbst welchen zu kaufen. Weil die Gehälter nicht ausgezahlt werden, haben viele Familien kaum Geld, um Lebensmittel zu kaufen. Doch sie müssen ja irgendwie überleben. Auch Hamad selbst hat es schwer. Der lukrative Teil seines Geschäfts, der Verkauf von neuem Goldschmuck, liegt fast vollständig brach. Draußen kommt kurze Zeit später Bewegung an die Geldautomaten, das lang ersehnte Gehalt endlich überwiesen. Für die Einzelhändler hier in Ramallah, aber auch in anderen Teilen des Westjordanlands sind diese Zahltage überlebenswichtig. Denn viele von ihnen haben über Monate hinweg kaum etwas verdient. Armin Schoman, der für die Regierung arbeitet, wird mit Teilen seines Gehalts zunächst Lebensmittel kaufen. Selbst die 60 Prozent, die sie mir jetzt ausgezahlt haben, reichen kaum zum Leben. Denn seit Kriegsbeginn haben sich die Preise zum Teil verdoppelt. Außerdem muss ich etwas Geld zurücklegen für meinen Sohn, der an der Universität studiert. Deshalb kaufe ich jetzt nur das Nötigste. Die Zurückhaltung auch eine Vorsichtsmaßnahme. Denn wann bei den Menschen im Westjordanland das nächste Mal Gehalt auf dem Konto eingeht, weiß niemand. Geschweige denn, wie viel Prozent des zustehenden Betrags es sein werden. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben auf das verlassene Versteck des hohen Hamas-Anführers Al-Sinwa im Gazastreifen gestoßen. Al-Sinwa soll samt Familie geflüchtet sein. Die Angaben zu dem Video lassen sich nicht unabhängig prüfen. Unterdessen sind die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar über einen Waffenstillstand ergebnislos zu Ende gegangen. Die radikal-islamistische Houthi-Miliz greift immer wieder Frachtschiffe im Roten Meer an. Um diese wichtige Handelsroute zu schützen, entsendet die internationale Gemeinschaft Marine-Schiffe in der Region. Auch Deutschland beteiligt sich nun mit der Fregatte Hessen an dieser Mission. Die USA greifen bereits Stellungen an der Houthis von einem Flugzeugträger aus. Ein Kampfjet der US Air Force beim Start im Roten Meer. Sein Ziel, Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen. Stationiert auf dem Flugzeugträger USS Dwight Eisenhower sollen die Kampfjets die Handelsroute durch den wichtigen Seeweg sichern, indem sie die Angriffsposten der Islamisten ausschalten. Wir haben die Ziele, die wir im Visier hatten, zerstört. Damit ist die Fähigkeit der Houthis geschwächt, unbemannte Drohnen und Antischiffsraketen abzufeuern. Außerdem zielen wir auf die Radaranlagen der Rebellen, sodass sie ihre potenziellen Ziele nicht mehr ausspähen können. Eine hochgefährliche Mission. Die Besatzung aus rund 7000 US-Soldatinnen und Soldaten ist in permanenter Alarmbereitschaft. Denn auch die Marineschiffe werden von den Houthis angegriffen. Mit den Attacken im Roten Meer will die militant-islamistische Houthi-Miliz ein Ende der israelischen Militäreinsätze im Gazastreifen erzwingen. Immer wieder beschießen oder kapern sie Frachtschiffe, wie hier die Galaxy Lida. Die Angriffe der Houthis haben die internationale Gemeinschaft auf den Plan gerufen. Die EU will für die Mission Aspides mehrere Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme entsenden, zum Schutz vor Angriffen mit Raketen und Drohnen. Auch Deutschland beteiligt sich an der Mission. Die Fregatte Hessen ist bereits von Wilhelmshaven aus auf dem Weg, zunächst ins Mittelmeer. Sobald der Bundestag und die EU-Außenminister das Mandat beschließen, wird sie ihre Reise in das Kampfgebiet im Roten Meer fortsetzen. Zudem, nach Einschätzung der Marine, ernsthaftesten Einsatz deutscher Seestreitkräfte seit vielen Jahrzehnten. Neu dabei sei die Bedrohung durch Drohnensysteme. Die direkte Bedrohung für Schiff und Besatzung sind ganz klar greifbar, sagt der Inspekteur der Deutschen Marine, Jan-Christian Kark, und ergänzt, wir haben zusätzliche Bewaffnung an Bord gebracht, wir haben Drohnenabwehranlagen an Bord gebracht, wir haben trainiert, um sie besser zu erkennen. Wenn der Einsatz vor Ort beginnt, werden die Soldaten an Bord in zwei Teams geteilt. Eines von ihnen ist dann immer auf Gefechtsstation, rund um die Uhr. Braucht Europa einen europäischen Atomschutzschirm? Diese Frage hat die SPD-Europa-Abgeordnete Katharina Barley in den Raum gestellt, nachdem der frühere und womöglich nächste US-Präsident Trump die Bündnistreue in der NATO in Zweifel gezogen hat. Allerdings wird seit Jahrzehnten über eine europäische Sicherheitspolitik gestritten. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen, Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift? Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren, da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, um diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum, zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten, denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Bei der NATO sieht man das ähnlich. Die USA hätten Waffen in Europa stationiert. Die europäischen Verbündeten würden dabei für die Einsatzbereitschaft sorgen. Das ist ein nuklearer Schutzschirm, der funktioniert. Und wir glauben, dass er sicher und verlässlich ist. Ein Teil davon ist, dass wir zwei Alliierte, Großbritannien und Frankreich, mit nuklearen Waffen haben. Ich denke, das ist der Weg, wie wir unseren nuklearen Schirm in der NATO organisieren. Und wir sollten nichts unternehmen, um diese Idee zu diskreditieren. Also offiziell zumindest keine Sorgen in der NATO wegen der Trump-Äußerung. Doch hinter den Kulissen dürfte es heftig rumoren. Der Ukraine ist offenbar wieder ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen. Aufnahmen einer Wasserdrohne zeigen eine große Explosion. Das ukrainische Militär will damit das russische Landungsboot Cesar Kunikov zerstört haben. Der Angriff vereignete sich an der Südostspitze der Krim bei Alubka. Bereits mehrfach hat die Ukraine mit Raketen, aber vor allem mit ferngesteuerten Seedrohnen, erfolgreich russische Schiffe angegriffen und versenkt. Der Kreml wollte sich zu diesem Vorfall bisher nicht äußern. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine lege. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren. Und daraufhin fand der Präsident ungewohnt eindringliche Worte, wie unser US-Korrespondent Michael Willenweber berichtet. Er mag Tattrich nach eigenen Worten eine Fauxpas-Maschine sein, aber als der Präsident im Weißen Haus vor die Mikrofone tritt, liefert er acht Minuten Klartextfeuerwerk, wirbt für die Ukraine Milliarden, schießt gegen Donald Trump und kämpft um die Ehre Amerikas. Das ist ein Anti-Putin-Gesetz. Es abzulehnen, heißt Putin in die Hände spielen. Die Geschichte wird urteilen. Wenn wir der Ukraine diese Unterstützung verweigern, wird das nie vergessen. Die NATO ist eine heilige Verpflichtung. Trump sieht die NATO als Last. Er sieht nicht das Bündnis, das die USA und die Welt beschützt. Er sieht die NATO als Schutzgelderpressung. Das ist einer dieser Augenblicke. Ich sage es den Republikanern. Ihr müsst Farbe bekennen. Steht ihr für Frieden oder Tyrannei? Steht ihr für die Ukraine oder Putin? Steht ihr für Amerika oder für Trump? Verabschiedet dieses Paket sofort. Steht für Anstand, für Demokratie. Ein Präsident, wenn auch wackelig auf den Beinen, aber mit Kompass. Die Amerikaner müssen es jetzt nur noch genauso sehen. Und jetzt ist der uns zugeschaltete Michael Wöhlenweber aus Washington. Wie wichtig war dieser Auftritt von Joe Biden? Was hat er für ein Signal ausgesendet, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch? Also auf jeden Fall hat er da doch einen Keil ins Fleisch von Donald Trump getrieben und glaube ich für viele dann Klartext geredet und vielleicht auch das ein oder andere Auge geöffnet bei denjenigen, die noch nicht so richtig wissen, wo sie dann ihr Kreuz zu setzen haben. Es geht hier auch die Rede, dass das unter Umständen die Scharte auswetzen würde, die er selber ja verursacht hat in der vergangenen Woche, als er doch sich ein bisschen vergesslich gezeigt hatte, diese vielen misslichen falschen Vergleiche und Benennungen mit Macron verwechselt hat, Angela Merkel mit Helmut Kohl. Und das ist ihm hier ja sehr auf die Füße gefallen. Jetzt heißt es nach den Äußerungen von Donald Trump eins zu eins, so wird es von dem einen oder anderen interpretiert. Er konnte also sozusagen dennoch die Scharte damit egalisieren. Ob das etwas hilft am Ende tatsächlich bei den Republikanern, diese Ukraine-Hilfe im Repräsentantenhaus freizuschalten, da darf man natürlich noch einmal ein Fragezeichen hinter machen. Der Kampf darüber geht weiter. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, der fordert jetzt ein Treffen mit Joe Biden, bevor da überhaupt etwas vorangehen könnte. Im Moment wird das zumindest vom Weißen Haus noch abgelehnt. Also da finden noch viele, viele Grabenkämpfe statt. Es geht im Moment nicht nach vorne. Und die Ukraine muss diesbezüglich weiter auf Munition und Gelder warten. Donald Trump hat ja mit seinem Wahlkampfauftritt in der South Carolina am Wochenende eine heftige Debatte ausgelöst in Europa um die Bündnistreue der NATO, um einen möglichen europäischen nuklearen Schutzschirm. Gibt es denn mittlerweile zu dieser Diskussion noch weitere Kommentare von Seiten Donald Trumps? Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Kommentare, auch von denjenigen, die ihn nicht so mögen, wie zum Beispiel von Niki Haley, die ihm ja die Präsidentschaftskandidatur streitig machen will, die er heute Morgen noch in einem Interview dann abgezogen über Donald Trump anhentscht, also aus den Fugen geraten, sei er deminigt, heißt mit anderen Worten, dass er nicht mehr so richtig voll da wäre, das war sozusagen die härteste Attacke eigentlich, die wir gesehen haben. Also Trump provoziert damit auf jeden Fall auch Widerstand, teilweise auch heftigen Widerstand in den eigenen Reihen. Wir haben das auch im Senat gesehen. Aber dass da jetzt tatsächlich etwas nach vorne geht, dass sich etwas bewegt im Sinne dieser Hilfen, das ist im Prinzip überhaupt nicht zu erkennen. Und es gibt ja auch tatsächlich aus seinem Umfeld zumindest die Menschen, die nachgelegt haben und sagen, ja man könnte das Ganze ja so interpretieren oder vielleicht ausgestalten, dass diejenigen Staaten, die dieses 2% Ziel nicht erreichen sollten, dass sie dann vorübergehend aus der Beistandsverpflichtung herausgenommen werden. Also das scheint ja ein total absurder Vorschlag dann am Ende zu sein, der da auf die Tapete gekommen ist. Da kann man, glaube ich, sofort einen Haken dran machen und das dann zu den Akten legen. Also ein wirkliches Einsehen ist aber Donald Trump eigentlich nicht in Sicht. Michael Willenweber war das mit Einschätzungen aus Washington. Ganz herzlichen Dank. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch in einer Goldmine nahe Erzienkahn mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern haben wir derzeit keinen Kontakt, so der türkische Innenminister. Sie wurden vermutlich verschüttet. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder schwere Minenunglücke in der Türkei, zum Teil wegen mangelhafter Sicherheit. Und in Russland ist ein Deutscher wegen Drogenbesitzes am Flughafen von St. Petersburg festgenommen worden. Bei dem Mann sollen Cannabis-haltige Gummibärchen gefunden worden sein. Gerade einmal 20 Gramm bringen diese Bärchen auf die Waage. Und das würde hierzulande natürlich kaum Aufsehen erregen. Doch in Russland kann das bis zu sieben Jahre Haft bedeuten. Und es erinnert an den Fall der US-Basketballerin Brittany Greiner. Sie saß zehn Monate in russischer Haft. Bei ihr soll Cannabis-Öl gefunden worden sein. Für Russland wurde sie schnell zum politischen Druckmittel, kam im Austausch gegen einen russischen Waffenhändler aber frei. Und unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner mit einer Einschätzung dazu aus Moskau. Es soll sich darum einen deutschen Staatsbürger handeln, 38 Jahre alt. Er soll aus Hamburg via Istanbul nach St. Petersburg geflogen sein. Reine Privatsache, wie es hier heißt. Er soll versucht haben, in St. Petersburg eine Online-Bekanntschaft zu treffen. Hatte wohl bei sich Cannabis-Gummibärchen. Ganze sechs Stück. Aber nach russischem Gesetz ist das eben schon eine beträchtliche Menge. Rund 20 Gramm. Und dafür kann es zwischen drei und sieben Jahren Gefängnis geben. Und wenn wir sowas hören, dann macht uns das natürlich aufmerksam oder hellhörig, weil wir kennen da alle einen Fall aus der jüngeren Vergangenheit, als die US-Basketballspielerin Brittany Griner verhaftet wurde hier in Moskau 2022. Und sie hatte eine minimale Menge Cannabisöl bei sich und hat neun Jahre bekommen. Und wurde dann ausgetauscht gegen den russischen Waffenhändler Viktor Butt. Und jetzt habe ich natürlich sofort den Verdacht, dass auch dieser deutsche Staatsbürger zu einem gewissen Austauschkontingent dazustoßen könnte, weil natürlich die Russen auch Leute haben oder einen Mann haben, der in Deutschland im Gefängnis sitzt, den sie frei bekommen wollen. Darüber hat auch Wladimir Putin gesprochen in seinem jüngsten Interview mit Tucker Carlson, dem US-Journalisten. Da hat er von einem russischen Patrioten gesprochen, der in Deutschland im Gefängnis ist und den Russland gerne in Freiheit ziehen würde. Und es handelt sich dabei um Vadim Grasikow. Das ist der sogenannte Tiergartenmörder, der 2019 im August in Moabit einen georgischen Staatsbürger getötet hat. Selim Khan Khangashvili heißt der Mann, ein ethnischer Tschetschene. Und die Russen machen diesen Mann verantwortlich für Kriegsverbrechen in den Tschetschenienkriegen. Und es ist jetzt gut möglich, dass Russland versucht, eben einen Austausch zu forcieren und dass genau das jetzt diesem deutschen Staatsbürger blühen kann, nämlich hier so lange im Gefängnis zu brüten, bis die deutschen Behörden bereit sind, sich zu bewegen. Es gibt da noch einige andere Leute, die hier im Gefängnis sitzen, im sogenannten Austauschkontingent. Das ist Ewan Gershkovitsch, ein US-Journalist, Paul Wielen, ein ehemaliger US-Marin, der 2020 16 Jahre bekommen hat wegen angeblicher Spionage. Auch Gershkovitsch sitzt wegen angeblicher Spionage. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass die Russen bereit sind, diese Männer auszutauschen, wenn sich die USA und wahrscheinlich auch, wenn sich Deutschland bewegen. Kleine Pause hier bei uns und dann schauen wir nochmal in den Süden der Republik. Denn Karneval ist zwar vorbei, aber heute ist politischer Aschermittwoch für viele Parteien ein Höhepunkt des Jahres. Die Grünen allerdings mussten wegen massiver Proteste rund um die Stadthalle in Lieberrach ihre Veranstaltung kurzfristig absagen. Mehr dazu gleich. Gestritten wird in Europa viel, seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeana. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Befolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidenten-Attacke, die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die beiden können es miteinander, die gute Botschaft aber. Doch als der deutsche Kanzler das Weiße Haus wieder verlässt, sind die Sorgenfalten nicht verschwunden. Drängte der Präsident, den Kanzler mehr zu tun, wenn im Kongress Geld, Waffen, Munition noch länger auf Eis liegen sollten oder gar nicht kommen? Herzlich willkommen zu unserem Börsenüberblick. Wunden lecken an der Wall Street nach dem gestrigen kräftigen Ausverkauf. Es war einer der schwächsten Tage im Laufe eines Jahres an der Wall Street und heute können wir uns davon erholen. Gestern ja dieser Inflationsschock, die Inflationsdaten, die nicht so stark zurückgegangen sind, wie das erwartet worden war, nur auf 3,1%. Und das hat eben die Zinssenkungshoffnungen der Börsjahner doch zum Teil zunichte gemacht. Jetzt noch ein kleines Plus von 0,06% im Dow Jones und der DAX ist auch freundlicher unterwegs, auch eher gestern verprügelt worden, auch eher auf Erholungskurs aktuellen Plus von 0,4%. Zahlen gab es heute vor allem in der zweiten und dritten Reihe in Deutschland im M- und im S-DAX. Da gab es zum Beispiel Delivery Hero, die haben die endgültigen Zahlen geliefert und Aussagen, dass man keine Kapitalerhöhung braucht, um seine Schulden zu tilgen. Das kommt sehr gut an, 22% aktuell, das Plus bei der Aktie. ThyssenKrupp dagegen hat enttäuscht, den vierten Quartal ein Minus und zwar rote Zahlen gab es da aufgrund der Stahlsparte. ProSieben wiederum hat positiv überrascht im vierten Quartal, da hat man einen Gewinnrückgang verbucht, der nicht ganz so schlimm ausgefallen ist, wie erwartet. Billfinger auch besser als erwartet und CW mit den Fotobüchern im Weihnachtsquartal auch gut gelaufen. Und mehr zu all dem dann wieder um 17.45 Uhr in der Börse am Abend. Jetzt gibt es die Neuesten Nachrichten mit Katja Losch. Herzlich Willkommen hier im Weltnewsroom. Dass es am politischen Aschermittwoch raubeinig zugeht, das gehört dazu, zumindest mit Worten. Im Süden der Republik halten die Parteien Kundgebungen oder besser Stammtische ab und dreschen nach Herzenslust auf den politischen Gegner ein. Die Grünen allerdings, die mussten ihre Veranstaltung in die Biberach kurzfristig absagen. Rund um die Stadthalle gab es so massive Proteste, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet gewesen sein soll. Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll. Den Bauern reicht's. Kein Durchkommen mehr zum politischen Aschermittwoch der Grünen im baden-württembergischen Biberach. Die wütenden Landwirte blockieren Zufahrtswege zur Stadthalle mit Pflastersteinen, Sandsäcken und nicht zuletzt Misthaufen. Drinnen soll eigentlich die Bundesprominenz reden, darunter Landwirtschaftsminister Jim Özdemir und Parteichefin Ricarda Lang. Doch daraus wird nichts. Die Grünen sagen die Veranstaltung ab wegen Sicherheitsbedenken. Özdemir stellt sich draußen der Wut und legt sich mit einem Mann an, der dazwischen brüllt. Wissen Sie, ich war auf den, also wenn Sie ein bisschen Zeitung lesen und vielleicht nicht nur Russia Today folgen, dann wissen Sie, dass ich auf den Kundgebungen war. Ich war auf den Kundgebungen. Ich weiß nicht, ob Sie hier baden-württembergische Schule besucht haben, aber wenn Sie es gemacht hätten, dann wüssten Sie, ich war auf den Kundgebungen. Die Entscheidung, die Veranstaltung abzusagen, fiel gemeinsam mit der Polizei. Die berichtet von aggressivem Verhalten gegenüber den Beamten. Es wurden Gegenstände auf Polizeibeamte und auf Polizeifahrzeuge geworfen. Weiterhin wurden mehrere Beamte leicht verletzt. Und aufgrund der Maßnahmen oder diesen Angriffen gegen die Polizeibeamten mussten die Polizeibeamten einschreiten und es wurde auch Pfefferspray und Schlagstock eingesetzt. Viele hier kamen aber auch zum friedlichen Demonstrieren. Unter ihnen nicht nur Bauern, sondern auch Fuhrunternehmer und Industriearbeiter. Was wir fordern, ist, dass diese Regierung wegkommt. Wir haben Sorge um dieses Land. Wir lieben Deutschland und wir haben das Gefühl, vor allem die Grünen und unsere Regierung hat nicht viel mit Deutschland am Hut. Wir müssen versuchen, das Höfesterben aufzuhalten. Und da brauchen wir eine grundsätzliche Neuausrichtung. Man danke allen, die friedlich demonstriert haben, heißt es von den Grünen. Die Polizei hat nach den Ausschreitungen einen Tatverdächtigen festgenommen. Aus dem Bundestag zugeschaltet ist jetzt Leonie von Rando. Leonie bei den übrigen Parteien, der lief es aber mehr oder minder wie geplant. CSU-Chef Markus Söder zum Beispiel, der hat ja seinen Auftritt in Passau sichtlich genossen und er drosch ordentlich auf die Grünen ein. Bei der Landtagswahl hat er mit diesem Kurs allerdings Verluste eingefahren. Warum bleibt er denn dabei? Ja, Katja, man hat fast den Eindruck, Markus Söder freut sich das ganze Jahr über schon auf den politischen Aschermittwoch. Das ist wirklich seine Paradedisziplin austeilen. Das kann er. Und weiterhin teilt er sehr gerne gegen die Grünen aus. Man hat den Eindruck, das ist so gewiss auch ein Fingerzeig in Richtung Berlin, in Richtung CDU-Chef Friedrich Merz. Denn der hat kürzlich ja erst noch öffentlich mit der Idee geflirtet, mit den Grünen vielleicht doch zu sprechen nach der nächsten Bundestagswahl. Also er schließt eine Zusammenarbeit von Union und Grünen auf Bundesebene nicht aus. Da wollte Markus Söder jetzt natürlich nochmal deutlich machen, nicht solange ich hier noch ein Wörtchen mitzureden habe. Aber auch ansonsten hat er an der Ampelregierung kein gutes Haar gelassen. Er wurde da sehr bissig, sehr spitzzüngig, humorvoll. Manchmal ging es aber auch ein bisschen unter die Gürtellinie. Er hat zum Beispiel da eben auch nochmal gesagt, sein Hund Molli, der habe anders als Kevin Kühnert von der SPD oder Ricarda Lang von den Grünen eine abgeschlossene Ausbildung. Also das so ungefähr die Richtung, in der sich das da bewegt hat. Wir wollen mal reinhören, was er sonst noch so über die Ampel in Berlin gesagt hat. Das ganze Jahr bin ich Staatsmann. Aber heute gibt es Freifahrt. Nicht Kamillentee und Gebäck, sondern Bier, Fisch und Emotion pur. Und an die Freunde und Experten der Political Correctness kann ich sagen, wenn ihr eine Sorge habt, dann schaltet lieber ab, dann schaltet lieber um. Denn es gilt der Satz. Achtung, 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 hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. Also Söder zeigt der Ampel in Berlin das Stoppschild. Und man muss natürlich auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, dass Markus Söder ja nie endgültig gesagt hat, dass er nicht auch vielleicht Kanzlerkandidat werden möchte. Immer wieder heißt es, im Sommer, Spätsommer werde man in der Union darüber entscheiden. Und hier hat man den Eindruck, dass er natürlich auch nochmal weiß, dass man in Berlin genau auf den Tag heute schaut. Und er versucht sich eben sozusagen als Verteidiger hier von alten Werten zu positionieren und grenzt sich ganz klar von der Ampel und insbesondere eben auch von den Grünen ab. Das hat ja zumindest im Wahlkampf in Bayern schon funktioniert. Und warum sollte das, so denkt er sich vermutlich nicht, auch auf Bundesebene funktionieren? Ja, mir, Frau Randhoff, vielen Dank für diese Einschätzungen. So, ganz kurze Pause hier, nur ein Spot, dann sind wir gleich wieder zurück mit den Nachrichten. Nur ein Spot Wasser will raus aus unserem Körper. Mit hinaus fließen Kraft und Mineralstoffe. Wie kommt beides wieder rein? Mit Geroldsteiner. Dank Mineralstoffen aus der Vulkanheit. Und das Leben fließt kraftvoll weiter. Geroldsteiner bringt die Kraft zurück. Rund sechs Monate nach der Farbattacke auf das Brandenburger Tor sollen erste Beschuldigte vor Gericht kommen. Für März ist ein erster Prozess gegen zwei Heranwachsende vor dem Jugendrichter geplant. Die Berliner Staatsanwaltschaft leitete insgesamt bislang 14 Verfahren ein. Damit haben sie endgültig Sympathien verloren. In der Sache gaben viele Menschen der letzten Generation recht. Das Klima müsse besser geschützt werden. Aber die Farbattacke auf das Brandenburger Tor hat den Bogen für zahllose Menschen überspannt. Das Brandenburger Tor steht wie kein anderes Denkmal für einen politischen Wendepunkt. Und genau diesen politischen Wendepunkt brauchen wir heute wieder. Jetzt hat der Angriff auf das historische Gebäude juristische Konsequenzen. Die Berliner Staatsanwaltschaft leitete 14 Verfahren gegen mutmaßliche Beteiligte ein. Für den 26. März ist ein Prozess gegen zwei Heranwachsende vor dem Jugendrichter geplant. Ein weiteres Verfahren gegen zwei Frauen folgt am 29. Mai vor dem Amtsgericht Tiergarten. Und gegen vier weitere Mitglieder der Klimagruppe Letzte Generation liegen bereits Anklagen vor. Die Staatsanwaltschaft geht von gemeinschaftlicher Sachbeschädigung aus. In einigen Fällen auch von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Rückblick. 17. September 2023. Für die erste Attacke auf das Brandenburger Tor waren Klimademonstranten extra angereist. Ermittlungen ergaben, sie kommen aus Berlin, Hamburg, Leipzig, Ravensburg, Stuttgart und Prag. Sie besprühten das Wahrzeichen mit orange-gelber Farbe. Die Reinigungsarbeiten waren aufwendig, wurden erst Anfang Dezember beendet. Die Täter werden sowohl strafrechtlich verfolgt, das ist eine Sache der Staatsanwaltschaft, als auch zivilrechtlich. Das heißt, wir als Land Berlin treiben auch den letzten Cent wieder von den Verursacherinnen und Verursachern dieser Schäden ein. Wir sorgen dafür, dass am Ende kein Euro bei den Berlinern kleben bleibt. Rund zwei Monate nach der ersten Farbattacke wurde das Wahrzeichen erneut von der letzten Generation beschmiert. Außerdem die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz. Das Land Berlin fordert in einer Zivilklage inzwischen rund 142.000 Euro von den Klimaaktivisten. Beim Amtsgericht Tiergarten vergeht inzwischen kaum eine Woche ohne Prozesse gegen Klimademonstranten. In den letzten zwei Jahren wurden fast 4000 Verfahren geführt, hauptsächlich wegen Straßenblockaden. Die letzte Generation kündigte jüngst an, dass Beschuldigte nicht zu den Terminen erscheinen würden, aus Protest gegen die beschleunigten Verfahren. Israel wählt sich auf der Spur des Hamas-Anführers im Gazastreifen. Damit beginnen unsere 80 Sekunden um die Welt. Die israelische Armee hat im Gazastreifen Videos einer Sicherheitskamera gefunden, die Hamas-Anführer Al-Zinwar bei der Flucht mit seiner Familie in einem Tunnel zeigen sollen. Ganz in der Nähe stießen die Soldaten auf eine unterirdische Wohnung mit einem Tresor voller US-Dollar in Millionenhöhe. Dort soll sich Al-Zinwar bis vor kurzem versteckt haben. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsche auf dem Gelände einer Goldmine mindestens neun Bergarbeiter vermisst. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. Bei der abgerutschten Erde soll es sich um Abraum handeln, der in der Mine abgebaut wurde. Mehr als 800 Such- und Rettungskräfte sind im Einsatz. Nach der missglückten Notlandung auf einem Highway in Florida mit drei Toten sind neue Bilder aufgetaucht. Ein Dashcam-Video zeigt, wie die Maschine zwischen den Autos zu landen versucht und explodiert. Dabei kamen der Pilot ums Leben sowie zwei Bewohner eines benachbarten Hauses, das ebenfalls in Flammen aufging. Nach einem mysteriösen Schiffsunglück hat sich vor der Karibikinsel Tobago ein mehr als elf Kilometer langer Ölteppich gebildet. Zahlreiche Strände sind bereits verschmutzt. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen. Wem das Schiff gehört, ist unklar die Besatzung spurlos verschwunden. Kurze Pause hier bei uns. Dann geht es weiter mit einem Weltspezial. Braucht Europa einen eigenen nuklearen Schiff? Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, beiteils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener, der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Sicherheitspolitik gestritten. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen, Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift. Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren, da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum, zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten, denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen. Die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Bei der NATO sieht man das ähnlich. Die USA hätten Waffen in Europa stationiert. Die europäischen Verbündeten würden dabei für die Einsatzbereitschaft sorgen. Das ist ein nuklearer Schutzschirm, der funktioniert. Und wir glauben, dass er sicher und verlässlich ist. Ein Teil davon ist, dass wir zwei Alliierte, Großbritannien und Frankreich, mit nuklearen Waffen haben. Ich denke, das ist der Weg, wie wir unseren nuklearen Schirm in der NATO organisieren. Und wir sollten nichts unternehmen, um diese Idee zu diskreditieren. Also offiziell zumindest keine Sorgen in der NATO wegen der Trump-Äußerung. Doch hinter den Kulissen dürfte es heftig rumoren. Darüber spreche ich jetzt. Leonie von Rando für uns im Bundestag. Ein paar internationale Reaktionen haben wir gerade gehört. Wie ist denn der Stand der Diskussion in Deutschland derzeit? Katja, zunächst einmal kommt da aus der CDU ganz viel Ablehnung. Vor allen Dingen eben führt man da das Argument an, dass das einfach viel zu teuer war. Die Rede ist von, oder wäre, die Rede ist von einer großen Geldverschwendung. Man muss sich ja auch noch mal vorstellen, dass es hier um Waffen geht, die idealerweise ja niemals zum Einsatz kommen sollen. Und deshalb sagt man eben, dann doch lieber auf konventionelle Waffen setzen. Und auch in der FDP hört man ähnliche Stimmen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann beispielsweise, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die hat sich in dieselbe Richtung geäußert. Und sie warnt auch davor, dieses große Thema sozusagen, wie sie das formuliert, am Kaffeetisch jetzt zu besprechen. Sie weist auch noch mal darauf hin, mit was für einem enormen Aufwand das verbunden wäre. Denn natürlich muss man zunächst mal klären, wäre das überhaupt logistisch möglich? Was sind die technischen Voraussetzungen? Wie sieht die Finanzierung aus? Und dazu kommt, die Europäische Union hat ja bisher keine eigene europäische Armee. Das heißt, dementsprechend gibt es auch keinen Oberbefehlshaber. Das heißt, wer würde im Ernstfall dann überhaupt auf den roten Knopf drücken? Also das alles durchaus noch sehr unausgegoren. Parallel dazu kommt von Christian Lindner, dem FDP-Chef, aber auch noch der andere Vorschlag, dass man eben weiterdenkt, so sagt er, was für ein Element die Nuklearstreitkräfte von Frankreich und Großbritannien sein können. Aber auch das hätte natürlich einen hohen finanziellen Preis, wenn man tatsächlich unter den Schutzschirmen von Frankreich, der letzten EU-Macht mit Atomwaffen schlüpfen würde. Und so muss man am Ende sagen, das Beste, so sehen es zumindest viele Experten, das wäre wahrscheinlich dann doch eher darauf zu setzen, dass die USA weiterhin auch in ihrem eigenen Interesse für Europas Sicherheit garantieren wollen. Denn, so sagt es ja auch Friedrich Merz im exklusiven Weltinterview zu uns erst kürzlich, am Ende ist ja nur einmal der NATO-Bündnisfall ausgerufen worden. Und das war, als die USA angegriffen wurden am 11. September. Leonie von Rando, Dankeschön für diese Einschätzungen. Und es ist immer wieder von diesem europäischen Schutzschirm beziehungsweise von den Atomwaffenmächten Frankreich und Großbritannien die Rede. Marie Drosse, du hast dir das Ganze genauer angeschaut. Welche Atomwaffen gibt es denn derzeit überhaupt in Europa? Ja, wir haben keine taktischen Atomwaffen, das muss man schon mal vorstrecken. Also das sind alles die Waffen, die sozusagen auf kurze Distanz funktionieren, die man jetzt auch von der Sprengkraft deutlich runter regulieren kann. Aber wir haben eben auch die großen, eben mit Interkontinentalraketen bestückbaren. Und insofern, wir haben schon Potenzial. Man müsste halt irgendwie sortieren und aufteilen. Das ist das, was Leonie gerade angesprochen hat. Wir gucken uns mal an, wie wir zahlenmäßig denn momentan dastehen. Wenn man an Atomwaffen denkt, dann fallen den meisten wahrscheinlich der Angriff auf Hiroshima ein. Das Ende des Zweiten Weltkrieges, der da besiegelt wurde. Innerhalb von Minuten und Stunden sind da Zehntausende ums Leben gekommen. Aber man muss sagen, Atomwaffen an sich, die wurden massiv weiterentwickelt seit dieser Zeit. Die Vereinigten Staaten forschen auch sehr daran, was die Sprengkraft angeht, was auch Sicherungsmechanismen angeht. Also, dass man beispielsweise in Terrorfällen insofern geschützt ist, dass diese Waffen nicht einfach sich sprengen. Also, da hat man schon sehr viel weiterentwickelt. Und vor allem ist das inzwischen deutlich zielgenauer möglich, was die Menge dieser Köpfe angeht und eben auch die Sprengkraft. Wenn wir uns das zahlenmäßig angucken, was die Atomsprengköpfe angeht, dann muss man sagen, auf Augenhöhe deutlich zu sehen, die USA und auch Russland, beide bewegen sich da an einem ähnlichen Arsenal. Bei den Einsatzbereiten sind die Russen ein bisschen weiter vorne. Aber zumindest da haben wir eine Art Gleichgewicht. Beide Staaten, die haben in den letzten Jahren übrigens auch unter der Präsidentschaft von Donald Trump noch mal massiv investiert in Weiterentwicklung dieser Technologien. Kommen wir nach Europa. Da sehen Sie es direkt auf einen Blick. Da sind wir nicht in den Tausendern, sondern Frankreich jetzt als letzte Atommacht innerhalb der EU 290 Atomsprengköpfe in etwa. Das ist so auf zwei Gleisen aufgebaut. Einerseits hat man Atom-U-Boote und man hat Rafal-Kampfschätz, die dann also bestückbar sind. Wenn man das jetzt mal auf die Kosten runter bricht, man sagt so, der Wetter von Frankreich ist ähnlich groß wie der von Deutschland. Wenn man mal das Sondervermögen rausrechnet, so ungefähr 15 Prozent dessen entfallen auf diese Atomstreitkräfte, die Forst der Frappe, wie das auf Französisch auch heißt. Und ich meine, seit 2020 liegt das Angebot von Macron auch auf dem Tisch, dass man für Europa da bereit wäre, mehr zu tun. Das alles aber sehr vage. Großbritannien wäre noch eine Macht, auf die man dann auch setzen könnte. Nicht mehr in der EU, aber deutlich auch bereit dafür, in der NATO Verantwortung für Europa zu übernehmen. 225 dieser Sprengköpfe haben die. Auch dort vier Atom-U-Boote und Interkontinentalraketen. Auf die Trident setzt man da. Das ist insofern spannend, weil das ist US-Technik. Also Lockheed Martin ist der Hersteller. Das heißt, man baut zwar die Atomsprengköpfe in Großbritannien, aber um die Raketen zu warten, müssen also auch diese U-Boote immer wieder in die Vereinigten Staaten. Insofern ist man da auch in gewisser Form abhängig. Wie sieht es in Deutschland aus? Das ist übrigens, was wir hier in Deutschland haben, die zweitgrößte Flotte innerhalb der NATO, die überhaupt mit diesen Atomsprengköpfen agieren können. Das ist Deutschland. Und im Fliegerhaus Büchel sind also etwa, man weiß das nicht so genau, ist ein großes Geheimnis, 15 bis 20 solcher Sprengköpfe in Bunkern aufbewahrt. Die wurden auch schon aktualisiert. Also die neueren Versionen sind auch schon da. Und in Russland testet man natürlich auch. Man hat Atomwaffen, taktische Atomwaffen, auch nach Belarus verlagert. Und insofern diese Debatten, die wir jetzt hier aktuell führen, die dürfte man mit Interesse dort auch weiter verfolgen. Denn es sind noch sehr viele Fragen offen, wie das europäisch gelöst werden könnte. Fakt ist, eigentlich reicht ja eine Atomwaffe, um abzuschrecken. Und insofern, das zumindest haben wir innerhalb Europas auch. Aber wie das organisiert werden kann künftig, ohne die Vereinigten Staaten, ja, da immer noch vieles offen. Diese Debatte, die wird uns noch eine Weile begleiten. Aber ich finde es sehr spannend, wie jetzt wirklich man auch merkt, aus der Bundesregierung, dass man wirklich versucht, auch innerhalb der NATO, wir haben Stoltenberg eben gehört, diese Debatte direkt wieder im Keim zu ersticken. Weil man sagt, wenn, dann bitte hinter geschlossenen Türen. Marie, vielen Dank für diesen Überblick. Und das Thema kann ich jetzt noch einmal vertiefen mit dem CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter. Willkommen bei Welt. Und Herr Kiesewetter, wir haben Sie gerade schon an einem Beitrag gehört. Da haben Sie den europäischen atomaren Schutzschirm abgelehnt. Unter anderem, weil es viel zu teuer ist. Man solle besser die Amerikaner überzeugen, in Europa zu bleiben. Wie wollen Sie denn die Amerikaner überzeugen? Das Geld-Argument dürfte bei denen ja kaum ziehen. Ja, grüße Sie, Frau Losch. Sie stellen genau die richtige Frage. Das ist das, was eigentlich die Zeitenwende ausmachen würde, aber bisher nicht erfolgt ist. Eine saubere transatlantische Lastenteilung mit Blick auf die US-Präsenz in Europa. Sie sind noch im Kosovo, sie sind im Mittelmeer. Hier könnten wir die Amerikaner entlasten und ein Signal senden. Aber viel wichtiger, die Amerikaner leisten etwa 60% der militärischen Unterstützung der Ukraine. Wir Europäer nur etwa 40%. Hier könnten wir, müssen wir mehr übernehmen. Also den Amerikanern zeigen, wir sind bereit zur fairen Lastenteilung. Wir sind bereit, das Preisschild der USA für die gemeinsame Sicherheit zu akzeptieren und mehr in unsere Verteidigung zu investieren. Also drei Punkte. Erstens stärkere Ukraine-Unterstützung. Zweitens eine faire Lastenteilung und Entlastung der USA im Umfeld Europas. Und drittens eine Stärkung unseres Verteidigungshaushalts. Verstetigt, nicht durch eine Veruntreuung des Sondervermögens in Ukraine-Hilfe, sondern in eine Neuausrichtung der Bundeswehr, die überfällig ist. Aber glauben Sie denn, dass sich ein möglicher zukünftiger US-Präsident Trump davon überzeugen lassen würde? Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch ohne einen Trump, auch wenn Biden wieder gewählt ist, mehr für die europäische Sicherheit zu tun. Auch ein Biden wird uns ein Preisschild hochhalten. Und was noch erschwerend dazu kommt, wir haben es ja noch in der Hand, die Amerikaner zu überzeugen, die Wählerinnen und Wähler, dass sie eben nicht auf Isolationismus setzen und auf Putin-Freundschaft, sondern sehr klar den Amerikanern zu verstehen geben, dass wir Europäer gemeinsam zur gemeinsamen Sicherheit auch beitragen wollen. Da wäre es hilfreich gewesen, wenn der Bundeskanzler so rasch wie möglich einen Besuch organisiert, nachdem er ja nun leider alleine gereist ist, wo der französische Präsident, der polnische Präsident, der britische Premier und andere Staats- und Regierungschefs dabei sind. Und noch vor dem NATO-Gipfel in Washington dieses Signal sendet, wir Europäer übernehmen mehr. Und vor allen Dingen verhindern wir, dass der Krieg die Ukraine spaltet, sondern dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, ihre Grenzen wiederherzustellen. Auch damit Russland nicht die Blaupause für China in Taiwan liefert. Aber Herr Kiesewetter, das klingt jetzt natürlich alles sehr vernünftig. Allerdings hatte sich in der Vergangenheit ja gezeigt, dass ein Donald Trump für vernünftige Argumente nicht unbedingt empfänglich ist. Das heißt, könnten Sie denn ruhig schlafen, wenn jetzt Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt? Würden Sie dann weiter darauf setzen, dass im Falle eines Falles die USA Europa zur Seite stehen? Also auf alle Fälle dürfen wir jetzt nicht ruhig schlafen und gelassen bleiben, sondern jetzt ist es an der Zeit, europäische Einheit zu organisieren und zu zeigen, dass wir in der Lage sind, die Amerikaner zu entlasten. Denn wir brauchen die Amerikaner bei der Unterstützung von Südkorea, von Taiwan, von Japan. Und die Amerikaner haben auch nur begrenzte Ressourcen. Zweitens muss uns klar sein, dass China, Russland, Iran und Nordkorea eine unheilige Allianz eingegangen sind. Und dass Trump, wie soll ich sagen, als Spieler, als Geschäftsmann und nicht als verantwortungsbewusster Politiker auftritt. Hier müssen wir entsprechende Botschaften senden. Viele von meinen Kolleginnen und Kollegen reisen auch in die USA, sprechen mit Abgeordneten, versuchen mit der Zivilgesellschaft zu sprechen. Und der dritte Punkt ist schlichtweg, wenn Trump gewählt wird, was absehbar ist, dass wir die Verteidigung Europas neu denken. Die NATO wird sich nicht auflösen, aber die NATO wird auf europäischer Seite viel, viel mehr leisten müssen. Dann ist nicht zwei Prozent die Untergrenze, sondern eher drei Prozent. Übrigens hat das die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag schon festgeschrieben. Drei Prozent für Sicherheit, Verteidigung und Entwicklungszusammenarbeit. Noch mal ganz kurz. Ist es jetzt gut, dass wir diese Debatte führen? Oder ist es eher schädlich, wenn wir so offen über einen möglichen europäischen Schutzschirm diskutieren, weil es die NATO womöglich schwächt und womöglich eben auch den derzeitigen US-Präsidenten? Ja, die Debatte über europäische Nuklearwaffen kommt zur Unzeit. Wir haben sie bereits vor vier Jahren geführt. Ich habe mich seinerzeit auch daran beteiligt. Unsere Aufgabe ist es zu überzeugen, dass die Amerikaner sich als europäische Macht in Mitverantwortung fühlen. Dass sie also hier präsent sind, dass ihnen bewusst ist, dass ihre Freiheit auch hier verteidigt wird. Und dass sie deshalb den sehr günstigen nuklearen Schutzschirm der Amerikaner hier belassen. Wenn die Europäer so etwas leisten wollen, dauert es nicht nur Jahre, sondern wir werden dann mit fünf bis sechs Prozent vom Bruttoinlandsprodukt damit zur Kasse gebeten werden. Also statt 70 Milliarden Euro bei zwei Prozent mit über 200 oder knapp 200 Milliarden Euro. Das ist nicht finanzierbar. Und deswegen ist der Preis eines Zerfalls der Ukraine oder eines Preis eines Zerfalls der NATO viel, viel höher, als wenn wir jetzt mit All-in in die Ukraine gehen, Russland eindämmen und zu den Präsidentschaftswahlen die Ukraine, die Krim befreit hat. Das wäre der klare Weg. Und das wäre auch die Botschaft an die USA und die Botschaft an die ukrainische Bevölkerung. Und lassen Sie mich noch einen Gedanken ansprechen. Es ist auch sehr wichtig, dass die Ukraine ein eindeutiges Bekenntnis des Bundeskanzlers bekommt, dass ihre Zukunft nicht nur in der EU, sondern auch in der NATO liegt. Es ist die Bundesrepublik, namentlich das Kanzleramt, das nicht will, dass die Ukraine in die NATO kommt. Hier müssen wir vorarbeiten. Und das würde auch amerikanischen Interessen entsprechen, aber vor allen Dingen europäischen. Nicht jetzt, sondern die NATO-Mitgliedschaft. Sagt der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Die NATO-Mitgliedschaft dann, wenn die Sicherheitsbedingungen es zulassen, sie aber nicht ausschließen. Herzlichen Dank und alles Gute. Danke auch. Und wir sprechen über die NATO. Die registriert nämlich einen beispiellosen Anstieg der Verteidigungsausgaben ihrer Mitgliedstaaten. Die Ausgaben der europäischen Verbündeten und Kanadas erhöhten sich im vergangenen Jahr um 11 Prozent. 18 der 31 Bündnispartner werden zudem in diesem Jahr das Ziel erreichen, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben. Das teilte NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit. Damit auch Deutschland erreicht die Vorgabe und gab mit 73,4 Milliarden Dollar eine Rekordsumme aus. Der Ukraine ist offenbar erneut ein Schlag gegen die russische Schwarzmeerflotte gelungen. Aufnahmen einer Wasserdrohne zeigen eine große Explosion. Das ukrainische Militär will damit das russische Landungsboot Cesar Kunikov zerstört haben. Der Angriff ereignete sich an der Südostspitze der Krim bei Alupka. Bereits mehrfach hat die Ukraine mit Raketen, aber vor allem mit ferngesteuerten Seedrohnen erfolgreich russische Schiffe angegriffen und versenkt. Der Kreml wollte sich zu diesem Vorfall nicht äußern. Sprechen wollen wir dafür, aber darüber mit unserem Reporter Paul Ronsheimer aus der Region Kiew zugeschaltet und Christoph Wanner, unserem Russland-Korrespondenten in Moskau. Paul, zunächst zu dir. Hat das ukrainische Militär diesen Angriff vor der Krim kommentiert? Es gibt Quellen aus den ukrainischen Medien, die bestätigen, dass es die Gruppe 13, die sogenannte Gruppe 13 des ukrainischen Militärgeheimdienstes gewesen sein soll, die dort Seedrohnen eingesetzt hat gegen russische Stellung. Wir hören diese Bestätigung auch von der ukrainischen Regierung. Und tatsächlich ist es etwas, was momentan die Ukrainer so ein bisschen in der Motivation hoch hält. Denn es ist die erste gute Nachricht aus Sicht der Ukraine seit längerem, seit mehreren Tagen. Denn ansonsten dominiert hier natürlich die Debatte über das Frontgeschehen, wo Russland momentan im Vorteil ist. Ist ja nicht das erste Mal, dass die Ukrainer mit solchen Wasserdrohnen angreifen und auch die fliegenden Drohnen werden immer wichtiger in diesem Krieg. Kann man denn damit tatsächlich die Versorgungslücken zum Beispiel bei der Munition kompensieren? Also alle Experten und auch Soldaten, mit denen ich darüber geredet habe, die sagen mir, dass Drohnen am Ende nicht komplett zum Beispiel die Artillerie-Munition ersetzen könnten, aber dass die Drohnen an der Front auch zur Verteidigung extrem wichtig sind. Das, was mir ukrainische Drohnenpiloten im Osten berichtet haben, ist, dass auch dabei Russland momentan einen Vorteil hat, zumindest was die Masse angeht. Also war die Ukraine am Anfang des Krieges, was Drohnen angeht, relativ klar im Vorteil. Sie haben dort die Technologie genutzt. So ist es offenbar, das beschreiben ukrainische Quellen, den Russen gelungen, bestimmte Teile zum Beispiel aus China aufzukaufen, bestimmte Produktionen dort aufzubauen, dass sie eben mit diesen Drohnen in der Masse auch immer wieder dort ukrainische Stellungen angreifen. Wenn man dort unterwegs ist im Osten, dann ist es auch als Reporter nicht ungefährlich, denn die Drohnen können theoretisch alle Ziele, die sich dort irgendwo Richtung Front bewegen, erreichen. Paul, vielen Dank für diese Einschätzungen in die Region rund um Kiew. Und wir gehen weiter nach Moskau zu Christoph Wanner. Christoph, wie schwer wiegt der Verlust solcher Schiffe für das russische Militär? Ja, die Russen haben heute, man muss es ganz klar so sagen, schon wieder ein Kriegsschiff verloren. Diesmal ein großes Landungsschiff. Vor ungefähr 14 Tagen war es ein kleines Raketenschiff. Insgesamt sind 21 russische Schiffe seit Kriegsbeginn entweder zerstört oder versenkt oder beschädigt worden. Und das ist natürlich schon für Russland ein Tiefschlag. Anders kann man das überhaupt nicht sagen. Dadurch, dass diese Schiffe jetzt fehlen, kann natürlich auch Russland das Schwarze Meer nicht mehr in dem Maße kontrollieren, wie es das kontrollieren konnte zu Beginn des Krieges. Also da gibt es überhaupt nichts drum herumzureden. Das ist problematisch für Russland, um das vorsichtig zu formulieren. Und es ist natürlich auch peinlich, weil es einfach nicht gelingt, etwas zu unternehmen gegen diese ukrainischen Seedrohnen oder auch Kamikazeboote genannt. Und weil man häufig den Eindruck hat, dass die russischen Kapitäne auf See sind und so tun, als ob es diese Bedrohung gar nicht geben würde. Diesen Vorwurf erheben vor allem auch russische Kriegsblogger, die da sagen, also die Lernfähigkeit bei einigen Menschen, die tendiert so gegen Null. Das ist auch die Kritik, die hier geübt wird von russischen Kriegsbloggern. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Verluste, wenn man den gesamten Krieg betrachtet, Nadelstiche sind. Denn es kommt natürlich auch auf die Flotte an. Aber wesentlich wichtiger ist natürlich, was an Land passiert, an dieser langen Front, die sich über 1000 Kilometer erstreckt. Und da ist es tatsächlich so, dass Russland die Initiative zurückgewonnen hat, die Oberhand hat und an fast allen Frontabschnitten kolossalen Druck ausübt und die Ukrainer damit beschäftigt sind, keine größeren Lücken klaffen zu lassen und eben die russischen Vorwärtsbewegungen aufzuhalten. Und der besondere Brennpunkt ist zurzeit Avdeevka, dieser Halbkessel, wo die Russen von Nordosten und von Süden kommen und auch Fortschritte machen und es tatsächlich so aussieht, dass sich die Schlinge um die Ukrainer in diesem Halbkessel immer weiter zuzieht und die Ukrainer noch kein Mittel gefunden haben, wie sie dagegen wirklich effizient vorgehen. In Russland ist ein Deutscher wegen Drogenbesitzers am Flughafen von St. Petersburg festgenommen worden. Bei dem Mann sollen Cannabis-haltige Gummibärchen gefunden worden sein. Gerade mal 20 Gramm bringen diese THC-Bärchen auf die Waage und das würde hierzulande zwar kaum Aufsehen erregen, doch in Russland bedeutet das bis zu sieben Jahre Haft. Und es erinnert an den Fall der US-Basketballerin Brittany Griner. Sie saß zehn Monate in russischer Haft. Bei ihr soll Cannabis-Öl gefunden worden sein. Für Russland wurde sie schnell zum politischen Druckmittel, kam im Austausch gegen einen russischen Waffenhändler frei. Und so weit dieses Weltspezial zur Frage, ob Europa nun einen europäischen nuklearen Schutzschirm braucht. Hier geht es gleich weiter im Programm mit den Nachrichten. Das Wetter zeigt sich heute am Valentinstag leider nicht von seiner charmanten Seite. Ganz im Gegenteil, über Hamburg zogen schon vormittags dichte Regenwolken hinweg. Dahinter war es zwar mal eine Zeit lang trocken, bevor sich für den Nachmittag dann aber schon wieder neuer Regen ankündigte. Im Westen konnte sich hinter dem ersten Regen vorübergehend sogar dann auch mal kurz die Sonne zeigen, doch ebenfalls auch nur bis zum Nachmittag. Morgen sieht es dann in der Mitte und vor allem im Norden leider nicht besser aus. Vormittags regnet es dort ab und an, in Nordseennähe dann auch mal etwas kräftiger. Südlich des Mainz bleibt es trocken, immerhin mit gelegentlich etwas Sonnenschein. Am Nachmittag ziehen die Regenwolken dann auch weiter nordwärts. Dann wird es über der Mitte zwar meist trocken sein, aber die Sonne hat weiterhin dort einen schweren Stand. Nur im Süden bzw. Südwesten wird es freundlicher und dort zum Sonnenschein geht es auch mit den Temperaturen ordentlich aufwärts, sodass durchaus schon Frühlingsgefühle aufkommen könnten. Also mit 17, 18 Grad in der Spitze. Nur an den Küsten und auch in den Mittelgebirgen bleibt es etwas kühler. Am Freitag wird es dann ähnlich warm. Auch im Osten sind dann mit etwas Sonne bis zu 17 Grad drin. Lokal könnte es auch für 18 oder 19 reichen. Doch noch startet der Frühling nicht durch. Ab dem Wochenende kühlt es sich langsam wieder ab. Im US-Bundesstaat Maryland gehört Polizeigewalt zu. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei. Teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke, die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhm. Herzlich Willkommen zur Börse am Abend. Trotz der überraschenden zähen Inflation in den USA sollte die Fed laut einem führenden Währungshüter eine Zündswende nicht hinauszögern. Selbst wenn der Preisauftrieb ein paar Monate etwas höher ausfallen sollte, bliebe die Notenbank dennoch weiter auf dem Pfad zum Ziel einer Teuerungsrate von 2 Prozent. Das sagte der Chef des Notenbankbezirks Chicago heute in New York. Die Inflation war in den USA im Januar auf 3,1 Prozent gefallen. Experten hatten jedoch 2,9 Prozent erwartet. Und dazu begrüße ich den Kapitalmarktstrategen Stefan Risse. Herr Risse, wann rechnen Sie denn nach diesen neuen Inflationsdaten mit der ersten Zinssenkung der Fed? Ich rechne nicht vor dem zweiten Halbjahr damit. Ich habe aber auch nie damit gerechnet, dass im ersten Halbjahr die Zinsen sinken werden. Ganz einfach, weil der Arbeitsmarkt einfach noch zu fest ist und auch die Lohnsteigerungen noch bei über 4 Prozent liegen. Und wenn ich als Notenbanker sehe, dass ich kein Problem bei der Arbeitslosigkeit habe, aber die Verbraucherprobleme bei steigenden Preisen haben, dann konzentriere ich mich doch erst mal auf die Inflationsbekämpfung. Also dieser Zinsoptimismus, der da Ende vergangenen Jahres aufkam, den aber Giron Paul mit seinen Aussagen ja auch geschürt hat, den konnte ich nie so richtig teilen und fühle mich so ein bisschen bestätigt. Dass die Inflation jetzt ein bisschen höher ausfällt als erwartet, das wusste ich nicht. Aber generell, glaube ich, hat der Markt zu früh an Zinssenkungen geglaubt. Tja, und diese Hoffnung auf frühere Zinssenkungen, die hat ja die Wall Street in den letzten Monaten angetrieben, zuletzt auch immer wieder auf neue Rekorde. Gibt es da jetzt größeres Korrekturpotenzial? Wir haben gestern gesehen, dass die Märkte da sensibel darauf reagieren. Und damit würde ich auch in Zukunft rechnen, dass immer dann, wenn wir höhere Inflationsraten bekommen oder Zentralbanker aus den USA sich eben eher etwas zurückhalten in Richtung Zinssenkung. Äußern, also äußern, dass das noch ein bisschen länger dauern kann, dass man sich stärker auf Inflationsbekämpfung konzentrieren muss, dass das dann zu Rückschlägen an der Börse führt, auch mal zu größeren Rückschlägen führt. Und generell, sei mal historisch eingeordnet, also zu meinen, dass die Börsen immer dann nach oben liefen, wenn denn der Zinshöhepunkt überschritten war und die Zinsen gesenkt wurden, das stimmt überhaupt nicht. Das lässt sich gar nicht belegen. Immer dann, wenn es Rezessionen gab, waren die Börsentiefpunkte, die dann in den Rezessionen ja stattfanden, also die stark fallenden Kurse, nach der letzten Zinssenkung und nicht schon nach der letzten Zinserhöhung. Gucken wir auch noch nach Europa. EZB-Vize de Gindos mahnt auf dem Weg zu einer Zinswende zu Geduld. Obwohl wir in die richtige Richtung gehen, sagt er, heute dürfen wir nichts überstürzen. Wie lange müssen wir uns dann noch bis zu einer Zinssenkung der EZB wohl gedulden? Das ist die gleiche Sprache, die er spricht. Grundsätzlich wissen die Zentralbänker ja immer gar nicht, wann sie die Zinsen denn erhöhen oder senken, weil sie ja die Inflationsdaten, die Wirtschaftsdaten generell nicht kennen. Die US-Notenbank hat ja früher mit Zinserhöhungen angefangen als die EZB. Deswegen glauben manche auch, die Notenbank der USA fängt früher an mit Zinssenkungen. Und das glaube ich nicht unbedingt, weil die Wirtschaft in Europa, insbesondere auch in Deutschland, der größten Volkswirtschaft, doch sehr viel mehr Schwäche zeigt als die US-Wirtschaft. Die EZB könnte vor der FED mit Zinssenkung kommen. Aber auch da rechne ich, weil wir Vollbeschäftigung in Europa haben, nicht mit Zinssenkung vor dem zweiten Halbjahr. Und was heißt das dann für die weiteren Aussichten beim DAX? Naja, generell muss man sagen, dass er bisher ja diese restriktivere Geldpolitik und diese widrige konjunkturelle Situation besser wegsteckt. Generell, Herr Deffner, ist es so, es gibt manche, die sagen, diese Zinserhöhungen, die Auswirkungen, die kommen überhaupt erst noch, die sind noch gar nicht spürbar. Und andere sagen, naja, wir sehen doch bald Zinssenkung. Das ist so das Lager. Ich tendiere eher dazu, vorsichtiger zu sein und zu glauben, dass diese Zinserhöhungen, wie alle Zinserhöhungen, auf die Wirtschaft, aber auf die Börse dann noch mit Zeitverzögerungen durchschlagen. Also 2024 bin ich eher verhalten im Ausblick. Langfristig aber bleiben Aktien die beste Geldanlage. Sagt Stefan Risser. Vielen Dank für die Einschätzung. Gestern nach dem Inflationsschock die Wall Street unter Druck. Heute versucht sie eine Erholung, aber die verpufft auch schon wieder. Sind nur noch 0,01 Prozent im Plus. Ähnliches Bild beim DAX, nur kann der sich deutlich erholen. 0,4 Prozent hier das Plus. Auch da sind wir gestern nach den US-Inflationsdaten eingebrochen. Und kräftig die Erholung fällt sie heute aus. Beim Bitcoin, der ist ja vorgestern schon über die 50.000-Dollar-Marke gestiegen. Er ging gestern dann nach den Inflationsdaten deutlich runtergerutscht. Und jetzt hat er sie wieder zurückerobert. Und das kräftig. Zeitweise ging es sogar über die 52.000-Dollar-Marke nach oben. Dann gab es heute Zahlen in der zweiten und dritten Reihe. Zum Beispiel von ThyssenKrupp. Die haben zum Jahresauftakt rote Zahlen geschrieben. Der Nettoverlust lag im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres bei 314 Millionen Euro nach einem Gewinn von 75 Millionen im Vorjahr. Ursache seien unter anderem schwächere Ergebnisse und Abschreibungen in der Stahlsparte gewesen. ThyssenKrupp senkte zudem die Prognosen für Umsatz und Überschuss. Und die Aktie, die kam daraufhin deutlich unter Druck, schließt über 10 Prozent im Minus. Die Thyssen-Aktie versucht natürlich, einen Boden zu bilden. Aber sie macht es uns schwer, weil Umsätze, die Auftragseingänge und die Prognosen gehen runter. Und das will die Börse nicht hören. Thyssen ist eine Stahlaktie. Thyssen ist konjunkturzyglich. Auch das spielt im Moment nicht in die Karten. Wir sind in einer Rezession und deshalb macht es dem Thyssen-Kurs massiv Probleme. Die Abschreibung hatten Sie gerade genannt. Den einzigen Lichtblick, den ich sehen könnte, ist, wenn man viel abschreibt, dann kann es natürlich auch irgendwann mal wieder, wenn alles abgeschrieben ist, nach oben gehen. Aber aus der momentanen Sicht, Thyssen hat seit 2014 70 Prozent verloren in zehn Jahren, während der DAX 50 Prozent gemacht hat. Das sind natürlich Zahlen, die da niederliegen und deshalb kann man eine Thyssen-Aktie im Moment wirklich nicht empfehlen. Sagte mir Jürgen Mollner heute Mittag. Und der Essenslieferdienst Delivery Hero versucht seinen Anlegern, die Angst vor einer Kapitalerhöhung zur Rückzahlung seiner Milliarden Schulden zu nehmen. Der künftige Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft werde groß genug sein, um die anstehenden Fälligkeiten zu bewältigen, sagte Finanzchef Thomasin bei der Vorlage der endgültigen Geschäftszahlen. Das Unternehmen verwies darauf, dass es Ende 2023 insgesamt 1,7 Milliarden Euro auf der hohen Kante gehabt habe. Und vorher hatten ja Spekulationen über eine Kapitalerhöhung die Aktie belastet. Heute ein deutliches Aufatmen. Die Aktie verbucht einen Rekordtagesplus von knapp 20 Prozent. Genau, sie werden Geld verdienen. Die Aktie hat selbst oder das Unternehmen hat selbst noch nie Geld verdient. Sie sind seit 2017 an der Börse, kamen um 30 Euro, hatten natürlich dann, waren der große Corona-Gewinner. Die Aktie war um die 140 Euro und dann ging es runter von 140 bis jetzt in den Keller vor ein paar Wochen mit 15 Euro. Sie versucht sich zu stabilisieren. Der Vorstandsvorsitzende redet von einem substanziellen Cashflow. Das will die Börse hören und so sieht es im Moment aus. Auf diesem Niveau könnte man schon mal sich engagieren bei dieser Aktie. Allerdings muss man auch wiederum dazu sagen, die Leute gehen mehr essen. Sie kochen vielleicht auch zu Hause und man bestellt eher weniger. Und das heißt es auch noch, dass jeder daran verdienen will. Die Köche wollen verdienen, die Leute, die das Essen bringen, die Logistiker. Insofern sehe ich die Gewinnchancen jetzt nicht allzu hoch. Aber ich bin nicht so negativ für die Aktie. Auf diesem Niveau finde ich sie eher kaufenswert. Und das war es von der Börse am Abend. Hier geht es weiter mit der Welt am Abend. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert. Zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. Fast 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die beiden können es miteinander, die gute Botschaft aber. Doch als der deutsche Kanzler... Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Guten Abend auch von meiner Seite hier in der Welt am Abend. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind und heute in unserer Sendung unter anderem diese Themen. Die Grünen in Baden-Württemberg haben ihren politischen Aschermittwoch in Biberach abgesagt. Der Grund, Bauern hatten die Zufahrtsstraßen mit Traktoren blockiert. Nach der Trump-Drohung, NATO-Länder militärisch allein zu lassen, entbrennt die Diskussion um EU-eigene Atomwaffen. Finanzminister Lindner ist offen dafür. Verteidigungsminister Pistorius warnt vor einer leichtfertigen Debatte. Die Ukraine hat nach eigenen Ansagen ein russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer zerstört. Zuvor soll sie schon die russische Schwarzmeerflotte in der Nähe der Krim mit Drohnen angegriffen haben. Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die ist in Israel eingetroffen. Und das ist bereits ihr fünfter Besuch seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Und sie wird sich dort treffen mit ihrem israelischen Amtskollegen. Außerdem ist auch ein Treffen geplant mit Benjamin Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten und dem Oppositionsführer Jair Lapid. Und wir warten aktuell auf die Pressekonferenz. Genau, sobald die dann startet, dann werden wir uns draufschalten und uns die dann aktuell informieren. Anderes Thema. Hier haben wir jetzt auch das Live-Bild und sobald es losgeht, sind wir dabei. Und damit blicken wir auf ein anderes Thema, Max. Ganz genau, noch keine Außenministerin zu sehen. Deshalb am heutigen politischen Aschermittwoch teilen die Politiker ja aller Parteien normalerweise richtig aus. Doch den Grünen, denen hat es den Spaß kurzfristig verhagelt. Die traditionellen Reden zum Karnevalsende in Biberach mussten ausfallen. Der Grund, aggressive Stimmungen bei Demonstrationen im Umfeld, so heißt es zumindest vom Grünen Kreisverband in Biberach. Sofort ist Bauernproteste und Treckerblockaden vor der Stadthalle gegeben. Die Polizei musste beim Räumen der Straßen sogar Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll. Den Bauern reicht's. Kein Durchkommen mehr zum politischen Aschermittwoch der Grünen im baden-württembergischen Biberach. Wütende Landwirte, aber auch Fuhrunternehmer und Industriearbeiter blockieren Zufahrtswege zur Stadthalle mit Pflastersteinen, Sandsäcken und nicht zuletzt Misthaufen. Drinnen soll eigentlich die Bundesprominenz reden, darunter Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Parteichefin Ricarda Lang. Doch daraus wird nichts. Die Grünen sagen die Veranstaltung ab wegen Sicherheitsbedenken. Özdemir stellt sich draußen der Wut und legt sich mit einem Mann an, der dazwischen brüllt. Wissen Sie, ich war auf den, also wenn Sie ein bisschen Zeitung lesen und vielleicht nicht nur Russia Today folgen, dann wissen Sie, dass ich auf den Kundgebungen war. Ich war auf den Kundgebungen. Ich weiß nicht, ob Sie hier baden-württembergische Schule besucht haben, aber wenn Sie es gemacht hätten, dann wissen Sie, ich war auf den Kundgebungen. Die Entscheidung, die Veranstaltung abzusagen, fiel gemeinsam mit der Polizei. Die berichtet von aggressivem Verhalten gegenüber den Beamten. Es wurden Gegenstände auf Polizeibeamte und auf Polizeifahrzeuge geworfen. Weiterhin wurden mehrere Beamte leicht verletzt. Generell hat jeder in Deutschland das Recht, lautstark zu protestieren, kommentiert der grüne Wirtschaftsminister das Geschehen von der Leipziger Messe aus. Aber Zweitens sollte der Protest allerdings immer so sein, dass man miteinander in ein Gespräch kommt, eine Gesprächssituation entstehen kann. Und drittens würde ich gerne von hier mich bei der Polizei bedanken. Ich habe ja ähnliche Erfahrungen vor kurzem selbst gemacht. Weiß, dass das für die Kolleginnen und die Kollegen ganz schwierige Situationen sind. Die, die nach Biberach gekommen sind, um friedlich zu demonstrieren, haben eine deutliche Botschaft. Was wir fordern, ist, dass diese Regierung wegkommt. Wir haben Sorge um dieses Land. Wir lieben Deutschland und wir haben das Gefühl, vor allem die Grünen und unsere Regierung hat nicht viel mit Deutschland am Hut. Wir müssen versuchen, das Höfesterben aufzuhalten und da brauchen wir eine grundsätzliche Neuausrichtung. Man danke allen, die friedlich demonstriert haben, heißt es von den Grünen. Die Polizei hat nach den Ausschreitungen einen Tatverdächtigen festgenommen. Leonie von Rando ist für uns im Bundestag. Gibt es denn, abgesehen von der Absage bei den Grünen, irgendwelche Highlights dieses politischen Aschermittwochs und wenn ja, welche? Also ich glaube, das Highlight, wenn man es als solches bezeichnen möchte, das war wirklich die Rede von Markus Söder. Man hat fast den Eindruck, er freut sich das ganze Jahr schon auf den politischen Aschermittwoch. Und auch heute hat wieder vor allen Dingen natürlich die Ampelregierung in Berlin mächtig ihr Fett wegbekommen. Also er hat da ziemlich gepoltert, hat kein gutes Haar gelassen an der Ampel und insbesondere natürlich auch an den von ihm so wenig geliebten Grünen. Er ist da teilweise auch ganz persönlich geworden, hat also nochmal zum Beispiel gesagt, selbst sein Hund Molly, der habe anders als Kevin Kühnert von der SPD oder Ricarda Lang von den Grünen eine abgeschlossene Ausbildung. Also so ging das ungefähr dann eine ganze Stunde lang oder mehr als eine Stunde weiter. Aber eben gerade auch die Regierung in Berlin, die musste da mächtig federn lassen. Wir wollen mal in einen kleinen Ausschnitt reinhören, was der bayerische Ministerpräsident noch so gesagt hat. Das ganze Jahr bin ich Staatsmann. Aber heute gibt es Freifahrt. Nicht Kamillentee und Gebäck, sondern Bier, Fisch und Emotion pur. Und an die Freunde und Experten der Political Correctness kann ich sagen, wenn ihr eine Sorge habt, dann schaltet lieber ab, dann schaltet lieber um. Denn es gilt der Satz, Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, 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 hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden mit einem ganz klaren Signal an die Ampel. Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. Eins hat Markus Söder noch mal ganz deutlich gemacht und zwar schwarz-grün. Das hält er für keine Option, nicht nur in Bayern nicht, sondern auch in Berlin nicht. Und das, das darf man durchaus verstehen als Fingerzeig in Richtung CDU-Chef Friedrich Merz, der ja erst vor kurzem noch öffentlich mit einer Zusammenarbeit mit den Grünen geflirtet hat, der zumindest gesagt hat, nach den nächsten Wahlen, da werde man auch mit den Grünen sprechen. Aber Markus Söder, der macht hier heute in Passau noch mal ganz klar, nicht solange ich ein Wörtchen mitzureden habe. Also, die einen peutern richtig schön los, die anderen mussten absagen. Leonie von Rando, vielen Dank für diese Einschätzungen zum politischen Aschermittwoch. Braucht Europa einen eigenen Atomschutzschirm? Zu dieser Diskussion hat sich auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geäußert und sich gegen zusätzlich Atomwaffen oder einen neuen nuklearen Schirm innerhalb Europas ausgesprochen. Es reiche, dass das funktionierende System der NATO-Verbindeten sicher und zuverlässig bleibe. Ja, und ähnlich sieht das auch die Bundesregierung. Allerdings hat der frühere und mögliche nächste US-Präsident Donald Trump ja genau dieses System mit seinen jüngsten Aussichten oder Aussagen in Zweifel gezogen und damit Ängste in Europa geweckt. Die USA könnten als Verteidiger einzelner NATO-Mitglieder ausfallen. Den US-Atomschirm weiter über Europa aufspannen. Putin Paroli bieten, wenn er säumige NATO-Partner angreift. Nicht mit mir, so rockt Donald Trump auf offener Bühne. Aber deshalb jetzt über eine eigene europäische Atombombe diskutieren, da winkt der Bundesverteidigungsminister ab. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, um diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen. Doch das Misstrauen steht im Raum, zumal Trump und Putin offenbar zumindest in Teilen dieselbe Sprache sprechen. Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Denn wer entscheidet letztlich über die ultimative Waffe? Gleichwohl sollte man mit Frankreich und Großbritannien darüber reden. Inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Paris und London würden sich auch politische Forderungen stellen, die das Kräfteverhältnis in Europa verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Bei der Union findet man die Idee einer europäischen Bombe wenig sinnvoll. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Bei der NATO sieht man das ähnlich. Die USA hätten Waffen in Europa stationiert. Die europäischen Verbündeten würden dabei für die Einsatzbereitschaft sorgen. Das ist ein nuklearer Schutzschirm, der funktioniert. Und wir glauben, dass er sicher und verlässlich ist. Ein Teil davon ist, dass wir zwei Alliierte, Großbritannien und Frankreich, mit nuklearen Waffen haben. Ich denke, das ist der Weg, wie wir unseren nuklearen Schirm in der NATO organisieren. Und wir sollten nichts unternehmen, um diese Idee zu diskreditieren. Also offiziell zumindest keine Sorgen in der NATO wegen der Trump-Äußerung. Doch hinter den Kulissen dürfte es heftig rumoren. Und das Thema wollen wir vertiefen mit dem Politikwissenschaftler der Uni Bonn. Christian Hacke, guten Abend. Guten Abend. Seien Sie gegrüßt. Eigener Atomwaffen für die EU oder sogar für Deutschland eine längst überfällige Überlegung? Ja, ich denke schon. Ich habe mal vor sechs Jahren übermütigerweise für deutsche Atomwaffen plädiert. Und heute tue ich das umso deutlicher, weil die Entwicklungen, die Sie gerade eben auch angezeigt haben, sich verschärft haben. Und wir stehen vor einem veritablen Sicherheitsdilemma und eindeutig gesagt, sozusagen das atomare Tabu ist gefallen. Und es geht nicht nur um USA und Europa, sondern es geht um uns, um Deutschland. Und die Frage, ob wir angesichts der Äußerungen von Putin und auch angesichts der Äußerungen von Putin mit seiner nuklearen Drohung und angesichts der Äußerungen von Donald Trump, dass er sozusagen nicht mehr deutlich die amerikanischen Nuklearabschreckung garantieren kann. Und denn der Hintergrund, dass Putin und Trump sich eventuell einigen könnten auf Kosten Europas, das macht schon die Sicherheitslage für uns mehr als prekär. Naja, also Generalsekretär der NATO Jens Deutenberg sieht das anders. Der wird da nichts ändern. Und auch Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, möchte es eigentlich so belassen, dass die USA das weiter handhaben. Praktisch, wie soll das denn überhaupt aussehen? Denn Frankreich ist ja eigentlich das einzige EU-Land mit Atomwaffen im Moment. Ja, wir haben einmal natürlich die Notwendigkeit, dass wir, was wir seit fünf Jahren versäumt haben, unsere konventionelle Verteidigungsfähigkeit endlich in den Griff bekommen. Das ist die Voraussetzung, dass egal wer in Washington regiert, wir überhaupt als ernstzunehmender Partner gelten können. Das sind wir nicht mehr. Wir sind blank. Nichts läuft, nichts fliegt. Und in dieser Situation ist natürlich eine Brigade im Baltikum, wenn gleichzeitig unser Land verteidigungsunfähig ist und wir keine Division aufstellen können. Also das ist manches schief. Das Zweite, was hinzukommt, ist, nun wird die europäische Variante diskutiert. Und das, lassen Sie mich sagen, ist ausgeschlossen, dass weder England noch Frankreich jemals bereit sein werden, für Europa oder für Deutschland ihren Nuklearschirm aufzuspannen. Das können Sie auch gar nicht. Der ist für erweiterte Abschreckung nicht geeignet. Aber seit de Gaulle gilt, nukleare Abschreckung ist unteilbar und gilt nur für die nationalen, also für die beiden Länder selbst. Dann gibt es die andere Version, die diskutiert wird, dass sozusagen ein europäischer Präsident in ferner Zukunft eigene Nuklearwaffen haben könnte. Das können Politikwissenschaftler machen, aber das ist jenseits der Realität. Und dann wird noch gesagt, dass sozusagen der nukleare, die Fähigkeit zur Entscheidung von Land zu Land innerhalb der Europäischen Union variieren könnte, beziehungsweise mit dem jeweiligen Vorsitz gehen sollte. Das ist genauso irreal. Also lassen Sie mich sagen, angesichts der französischen und britischen Haltung, wären wir, wenn wir Hilfe geben würden, sozusagen nur nukleare Fremdenlegionäre, wir würden deren nationale Arsenale stärken, aber nichts für unsere eigene Sicherheit tun. Die Quintessenz, wenn Amerika ein unsicherer Partner wird, wenn eine europäische Variante illusorisch ist, ich sage mal, ich würde mich eher auf die Wasserpistolen meiner Enkelin verlassen, als auf jegliche europäische Verteidigungsfähigkeit. Das gilt seit der Europäischen Armee. Das ist alles Illusion geblieben. Dann müssen wir natürlich in aller Ruhe und ohne Aufregung darüber nachdenken und sprechen, wie sieht es aus, wenn Deutschland sich selbst nuklear bewaffnen würde oder müsste. Und hier haben wir die Deutschen von Regierung bis zur Opposition, die drei Affen im Raum. Nichts hören, nichts sehen, nichts verstehen und das geht nicht mehr. Wir brauchen eine offene Diskussion in der Öffentlichkeit, in den Streitkräften, in den Parteien über die Vor- und Nachteile, über die Schwierigkeiten einer nuklearen Bewaffnung Deutschlands angesichts der Tatsache, dass die europäische Variante illusorisch ist und Amerika unter Donald Trump, auch unter einem anderen Präsidenten, zunehmend isolationistisch, protektionistisch wird. Und diese Debatte wird ja im Moment auch geführt, diese Debatte wurde angestoßen. Blicken wir mal kurz weg von den Nuklearwaffen, zurück zur Bundeswehr und zum Sondervermögen. Da gibt es jetzt eine Stimme aus der Union vom Verteidigungsminister Ruderich Kiesewetter, der sagt, 100 Milliarden Sondervermögen, das können wir vergessen. Wir brauchen 300 Milliarden Euro, um die Bundeswehr wieder kriegsfähig zu machen. Ist diese Zahl realistisch und reicht das? Das müssen Spezialisten aus Badovan. Da bin ich überfragt. Auf jeden Fall wird es mit diesem Sondervermögen, das ja nur auf Schulden aufgebaut ist, das alleine wird nicht funktionieren, sondern wir müssen einen realen Haushalt haben, der massiv angehoben wird. Das ist auf jeden Fall klar. Aber vor allem muss es erst mal die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit im konventionellen Bereich geben. Das ist natürlich auch wieder schwierig, weil wir gleichzeitig die Ukraine unterstützen, auch unterstützen müssen. Aber viele sehen damit auch die Gefahr oder sagen wir mal die Schwierigkeit, dann unsere eigene Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Lassen Sie mich so sagen, wenn der Rettungsschwimmer absäuft, dann ist auch der, der zu retten ist, das gibt es Probleme. Sondern wir müssen stark sein, verteidigungspolitisch eben. Ja, klares Plädoyer. Vielen Dank, Christian Hacke, für diese Informationen und Einschätzungen. Jetzt gibt es nur noch einen Werbespot. Danke. Genau, du hast schon gesagt, einen Spot. Dann sind wir zurück hier bei Welt und dann erwarten wir ein Statement von Bundesaußenministerin Bärbock. Bis gleich. Bis gleich. Nur ein Spot. McKay, born to share. Wir kommen zurück. Die Bundesaußenministerin Annalena Bärbock ist in Israel eingetroffen. Es ist der fünfte Besuch seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Und wir erwarten gleich eine Pressekonferenz von Annalena Bärbock. Hier sehen wir schon das Live-Bild. Und sobald es losgeht, sind wir live dabei. Wollen jetzt aber beim Thema bleiben und auf ein Interview blicken. Ja, unsere Kollegin Katja Losch hatte vorhin die Möglichkeit, mit dem ehemaligen Justizminister in Israel, Gideon Saar, zu sprechen. Sie hat ihn gefragt, warum es für Israel notwendig ist, Rafah, den Grenzübergang und die Stadt dort anzugreifen. Wir können die Ziele unseres Kriegs nicht erreichen, wenn wir Rafah nicht angreifen. Alle unsere Freunde in der Welt, dazu gehören Deutschland und die USA, die uns unterstützt haben, haben auch diesen Kampf gegen die Hamas unterstützt. Und sie müssen verstehen, dass wenn immer noch Hamas-Brigaden in Rafah sind und andere sind ja durch den Gazastreifen gekommen. Und wir sind bewusst, dass es immer noch viele Bewohner dort gibt, die aus anderen Teilen des Gazastreifens gekommen sind. Das müssen wir natürlich berücksichtigen und dafür sorgen, dass die richtigen Schritte ergriffen werden, um zivile Opfer so weit wie möglich zu vermeiden. Aber wir müssen auf jeden Fall gegen die Hamas-Brigaden in Rafah handeln. Es sind ja mehr als eine Million Binnenflüchtlinge offenbar in Rafah. Was konkret tut denn Israel, um diese Flüchtlinge zu schützen? Das passiert während des Kriegs leider, aber es ist immer noch alles im Rahmen des Völkerrechts. Denn das Völkerrecht erkennt ja an, dass es Bewegungen von zivilen Bevölkerungsteilen gibt, um sie selbst zu schützen. Wir müssen Orte im Gazastreifen finden, wo die Menschen sicher sich bewegen können, wenn der Krieg wirklich nach Rafah kommt. Und das werden wir auch tun in den nächsten Tagen. Jetzt gibt es viele Angehörige von Geiseln, die noch in der Gewalt der Terrororganisation Hamas sind, die eben darum fürchten, dass wenn die Militäraktion weitergeht, dass diese nicht überleben werden. Glauben Sie, dass sie durch das Weiterführen der Militäraktion die übrigen Geiseln lebend befreien können? Es ist eine Tatsache, dass wir vor zwei Tagen zwei Zivilisten, zwei Geiseln befreit haben, einer war 61 Jahre alt, der andere 70 Jahre alt. Die wurden in Rafah mehr als vier Monate lang festgehalten und wir sind natürlich vollkommen dazu engagiert, sie alle zurückzubringen. Wir haben das volle Engagement dazu, in jeder Hinsicht militärisch, auch durch Verhandlungen. Und ich glaube, dass wir auch mit dem ersten Deal erfolgreich waren. Wir werden auch jetzt, wenn wir ein vernünftiges Verhandlungsergebnis erreichen können, das auch umsetzen und wir werden uns bemühen, alle zurückzubekommen. Es sind ja jetzt die jüngsten Verhandlungen ergebnislos beendet worden, wo es eben auch darum gehen sollte, dass weitere Geiseln befreit werden können. Denn der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas, der hat jetzt offenbar vorgeschlagen, hat die Hamas aufgefordert, dass sie rasch auf einen Geisel-Deal eingeht und die übrigen Geiseln befreit. Würde das denn dann dazu führen, dass Israel tatsächlich auch diesen Angriff auf Rafah unterlässt? Nicht einmal müssen wir leider sagen, dass die Hamas überhaupt nicht auf Mahmoud Abbas hört. Und zweitens sind wir bereit für eine zeitweilige Waffenruhe im Zusammenhang mit einem Abkommen über den Austausch. Wir werden den Krieg nicht beenden. Wir brauchen aber einen Stopp, um ein solches Abkommen umzusetzen. Natürlich würde das auch alle Orte in Gaza-Streifen beinhalten. Ich glaube, das Richtige ist jetzt, das zu tun. Die Hamas hält sehr extreme Positionen und versucht, das Ende des Krieges zu schaffen. Sie haben ja deshalb die Geiseln ursprünglich auch mitgenommen, um sie als Lebensversicherung für ihr Regime und für ihre Führer zu nutzen. Und ich glaube, am Ende wird es wohl doch eine flexiblere Position geben, wenn unsere Militäroperationen fortgesetzt werden. Gerade war der deutsche Oppositionschef Merz in Israel. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist jetzt bereits zum fünften Mal seit dem Terrorangriff der Hamas zu Besuch. Sehen Sie da Unterschiede bei den beiden, was die Unterstützung Israels angeht? Ich werde mich jetzt nicht in die interne deutsche Politik einmischen. Wir gehen davon aus, dass Deutschland einer unserer größten Freunde auf dem Kontinent und in der Welt ist. Wir sind sehr dankbar für die deutsche moralische Standhaftigkeit. Wir beobachten auch das, was in Den Haag passiert. Das ist ein lächerlicher Prozess, der dort stattfindet. Und wir halten alle Deutschen für unsere Freunde und glauben nicht, dass wir hier uns in die interne Politik eines freundbefreundeten Staates einzumischen haben. Jetzt gibt es ja schwere Vorwürfe gegen das Palästinenser Hilfswerks UNRWA. Mitarbeiter sollen diesen Terrorangriff der Hamas auf Israel zum Teil persönlich unterstützt haben. Ministerpräsident Netanyahu hat auch dessen Auflösung verlangt. Wenn dieses UNRWA jetzt aufgelöst würde, wer würde dann dessen Aufgabe übernehmen? Es gibt Alternativen zum Beispiel, die Weltwürmerhilfe könnte dafür einstehen. UNRWA war tief verstrickt in den Angriff am 7. Oktober. Also die Mitarbeiter, muss man sagen. Und auch in diesem Krieg haben wir unter den Einrichtungen von UNR, haben wir große Operationen, Kommandostützpunkte und Nachrichtenstützpunkte der Hamas gefunden. Das heißt, sie sind vollständig mit der Hamas verbunden gewesen. Eine Lösung muss gefunden werden. Es gibt Alternativen wie zum Beispiel die Welthungerhilfe. Und wir erkennen natürlich auch den Bedarf an humanitärer Unterstützung. Aber man muss verstehen, wenn das von Mitarbeitern oder Kollaboratoren der Hamas alles zugewiesen wird, dann helfen wir der falschen Seite. Auf der einen Seite stärken wir nämlich damit die Hamas. Wenn wir wirklich erreichen wollen, dass die Hamas gestoppt wird im Gazastreifen, sie haben ja selbst die Palästinenser dadurch auch verletzt, dann müssen wir es anders machen. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Vielen Dank auch. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Dann schauen wir, wie sich Anna Baerbock in Israel, Anna Lena Baerbock, die Außenministerin in Israel, bei ihrer Pressekonferenz präsentiert. Was sie da sagt, sie war ja im Vorfeld schon dagegen, dass es eine israelische Bodenoffensive in Rafah geben könnte. Und sie wirbt für eine Feuerpause, eine humanitäre. Mal schauen, wie sie das dann verteidigt bei der Pressekonferenz. Bis gleich, ganz kurz morgen. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrin so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sich ja politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeaner. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus will ja die vom Senat beschlossenen Milliarden für die Ukraine und Israel weiter blockieren, auf die lange Bank schieben. Der Präsident muss bangen und fand ungewohnt dramatisch eindringliche Worte. Unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber fasst zusammen. Diesmal kam er nicht als Getriebener, der deutsche Bundeskanzler. In den USA sind die Kritiker leise geworden, die Deutschen täten zu wenig. Deutschland schultert inzwischen die Hälfte der europäischen Unterstützung für die Ukraine. Dennoch fuhr Olaf Scholz mit schweren Sorgen im Weißen Haus vor. Der US-Kongress blockiert immer noch weitere Hilfsmilliarden für die Ukraine. Viele Republikaner wollen nicht mehr zahlen. Und hinter ihren Kulissen fingert Donald Trump den Widerstand. Der Fehler des Kongresses, nicht die Ukraine zu unterstützen, ist nahe an einer kriminellen Vernachlässigung. Es ist empörend, wettert der Präsident. Ja, Deutschland und die USA haben eine Rolle zu spielen, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Hoffentlich bekommen sie die Unterstützung aus dem Kongress und die notwendigen Gelder werden freigegeben, weil ohne diese Hilfe aus den USA und aus Europa hat die Ukraine keine Chance, das Land zu verteidigen. Biden und Scholz vereint in tiefster Sorge. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die beiden können es miteinander, die gute Botschaft aber. Doch als der deutsche Kanzler das Weiße Haus wieder verlässt, sind die Sorgenfalten nicht verschwunden. Drängte der Präsident den Kanzler mehr zu tun, wenn im Kongress Geld, Waffen, Munition noch länger auf Eis liegen sollten oder gar nicht kommt? Olaf Scholz gibt sie schmallippig. Und betont erneut. Wir sollten nicht drum herum reden. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten unverzichtbar. Ende einer 24-Stunden-Visite. Sorgen und Skepsis nimmt der Kanzler wieder mit nach Hause. Den Hardcore-Blockade-Republikanern aus der ganz rechten Ecke dürften Scholz werben und Bidens Empörung wenig beeindrucken. Die Ukraine wird vorerst weiter warten müssen. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben auf das verlassene Versteck des Hohen Hamas-Anführers Al-Sinwa im Gaza-Streifen gestoßen. Al-Sinwa soll samt Familie geflüchtet sein, wie dieses Video einer Sicherheitskamera zeigen soll. Die Angaben zu den Videos lassen sich noch nicht unabhängig prüfen. Unterdessen sind die Gespräche zwischen den USA, Ägypten, Israel und Katar über einen Waffenstillstand ergebnislos zu Ende gegangen. Der Schutz hinter der Grenze zu Israel liegt der von Palästinensern bewohnte Teil des Westjordanlandes. Dort regiert nicht wie im Gaza-Streifen die Hamas, sondern die gemäßigtere Vertach um Präsident Abbas. Doch die Folgen des Krieges im palästinensischen Bruderstaat sind auch im Westjordanland deutlich zu spüren. Woran das liegt, Reporter Max Hermes hat das in seiner Reportage zusammengefasst. In Ramallah verkaufen sie alles, womit sich zumindest das Nötigste zum Leben verdienen lässt. Frische Kräuter im Bund, Tee für die Kinder auf der Straße und Süßspeisen in heißem Öl frittiert. Mit dem Bus aus Jerusalem bin ich nur knapp eine Stunde hierher ins Westjordanland unterwegs. Doch das Gebiet, mit rund 2,5 Millionen Menschen der größte Lebensraum für Palästinenser, ist durch eine gut gesicherte Grenze von Israel getrennt. Mit dem Krieg im Gaza-Streifen ist auch hier die Wirtschaft zusammengebrochen. Ein Geldwechsler, der in normalen Zeiten Euro und Dollar in die hier gängigen Währungen Shekel und Jordanische Dinar umtauscht, in diesen Tagen nahezu arbeitslos. Viele Menschen, die zum Arbeiten immer nach Israel gefahren sind, stehen seit dem 7. Oktober ohne Job da, weil sie dort nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten dürfen. Kaum jemand will mehr Geld bei mir wechseln. Einige versuchen sich in diesen Tagen als Straßenverkäufer, so wie Atia. Der 28-Jährige ist ohne seine Frau und die Zeit... Guten Abend, herzlich willkommen zurück hier bei Welt. Ja, wir schauen gleich auf die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Die ist ja in Israel eingetroffen, der fünfte Besuch seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Und sie gibt eine PK, eine Pressekonferenz. Noch ist sie aber immer noch nicht da. Wir schauen dann gleich, wann es losgeht. Ganz genau. Und so lange blicken wir auf ein anderes Thema. Denn die Farbattacke auf das Brandenburger Tor der selbsternannten letzten Generation sorgte für heftige Empörung. Selbst bei denen, die grundsätzlich eigentlich hinter dem Anliegen der Klimaaktivisten stehen. Rund sechs Monate nach der Attacke sollen erste Klimaaktivisten vor Gericht kommen. Für März ist ein erster Prozess gegen zwei Klimaaktivisten vor dem Jugendrichter geplant. Weitere sollen folgen. Ja, die Berliner Staatsanwaltschaft hat bisher 14 Verfahren gegen mutmaßliche Beteiligte dieser Farbattacke eingeleitet. Sie hatten ja das symbolträchtige Wahrzeichen in Berlin mit orangener Farbe besprüht. Der Vorwurf gegen die Klimademonstranten gemeinschädliche Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Jana Wochnig berichtet. Damit haben sie endgültig Sympathien verloren. In der Sache gaben viele Menschen der letzten Generation recht. Das Klima müsse besser geschützt werden. Aber die Farbattacke auf das Brandenburger Tor hat den Bogen für zahllose Menschen überspannt. Das Brandenburger Tor steht wie kein anderes Denkmal für einen politischen Wendepunkt. Und genau diesen politischen Wendepunkt brauchen wir heute wieder. Jetzt hat der Angriff auf das historische Gebäude juristische Konsequenzen. Die Berliner Staatsanwaltschaft leitete 14 Verfahren gegen mutmaßliche Beteiligte ein. Für den 26. März ist ein Prozess gegen zwei Heranwachsende vor dem Jugendrichter geplant. Ein weiteres Verfahren gegen zwei Frauen folgt am 29. Mai vor dem Amtsgericht Tiergarten. Und gegen vier weitere Mitglieder der Klimagruppe Letzte Generation liegen bereits Anklagen vor. Die Staatsanwaltschaft geht von gemeinschaftlicher Sachbeschädigung aus. In einigen Fällen auch von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Rückblick. 17. September 2023. Für die erste Attacke auf das Brandenburger Tor waren Klimademonstranten extra angereist. Ermittlungen ergaben, sie kommen aus Berlin, Hamburg, Leipzig, Ravensburg, Stuttgart und Prag. Sie besprühten das Wahrzeichen mit orange-gelber Farbe. Die Reinigungsarbeiten waren aufwendig, wurden erst Anfang Dezember beendet. Die Täter werden sowohl strafrechtlich verfolgt, das ist eine Sache der Staatsanwaltschaft, als auch zivilrechtlich. Das heißt, wir als Land Berlin treiben auch den letzten Cent wieder von den Verursacherinnen und Verursachern dieser Schäden ein. Wir sorgen dafür, dass am Ende kein Euro bei den Berlinern kleben bleibt. Rund zwei Monate nach der ersten Farbattacke wurde das Wahrzeichen erneut von der letzten Generation beschmiert. Außerdem die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz. Das Land Berlin fordert in einer Zivilklage inzwischen rund 142.000 Euro von den Klimaaktivisten. Beim Amtsgericht Tiergarten vergeht inzwischen kaum eine Woche ohne Prozesse gegen Klimademonstranten. In den letzten zwei Jahren wurden fast 4000 Verfahren geführt, hauptsächlich wegen Straßenblockaden. Die letzte Generation kündigte jüngst an, dass Beschuldigte nicht zu den Terminen erscheinen würden, aus Protest gegen die beschleunigten Verfahren. Es hört sich lächerlich an, ist es aber nicht in Russland jedenfalls nicht. Ein Deutscher ist dort wegen Drogenbesitzes am Flughafen von St. Petersburg festgenommen worden. Bei ihm sollen Cannabis-haltige Gummibärchen gefunden worden sein. Gerade einmal 20 Gramm bringen diese THC-Bären da auf die Waage, was hierzulande wohl kaum Aufsehen erregen würde. Das bedeutet in Russland bis zu sieben Jahre Haft. Das erinnert an den Fall der US-Basketballerin Brittany Griner. Sie saß zehn Monate in russischer Haft. Bei ihr soll Cannabisöl gefunden worden sein. Für Russland wurde sie schnell zum politischen Druckmittel, kam im Austausch gegen einen russischen Waffenhändler frei. Der festgenommene Deutsche könnte nun zum Spielball des Kreml werden. Dazu hören wir unseren Russland-Korrespondenten Christoph Wanner mit einer Einschätzung aus Moskau. Er soll sich darum einen deutschen Staatsbürger handeln, 38 Jahre alt. Er soll aus Hamburg via Istanbul nach St. Petersburg geflogen sein. Reine Privatsache, wie es hier heißt. Er soll versucht haben, in St. Petersburg eine Online-Bekanntschaft zu treffen. Er hatte wohl bei sich Cannabis-Gummibärchen, ganze sechs Stück. Aber nach russischem Gesetz ist das eben schon eine beträchtliche Menge, rund 20 Gramm. Und dafür kann es zwischen drei und sieben Jahren Gefängnis geben. Und wenn wir sowas hören, dann macht uns das natürlich aufmerksam oder hellhörig, weil wir kennen da alle einen Fall aus der jüngeren Vergangenheit, als die US-Basketballspielerin Brittany Griner verhaftet wurde hier in Moskau 2022. Und sie hatte eine minimale Menge Cannabisöl bei sich und hat neun Jahre bekommen und wurde dann ausgetauscht gegen den russischen Waffenhändler Viktor Butt. Und jetzt habe ich natürlich sofort den Verdacht, dass auch dieser deutsche Staatsbürger zu einem gewissen Austauschkontingent dazustoßen könnte, weil natürlich die Russen auch Leute haben oder einen Mann haben, der in Deutschland im Gefängnis sitzt, den sie frei bekommen wollen. Darüber hat auch Vladimir Putin gesprochen in seinem jüngsten Interview mit Tucker Carlson, dem US-Journalisten. Da hat er von einem russischen Patrioten gesprochen, der in Deutschland im Gefängnis ist. Und den Russland gerne in Freiheit sehen würde. Und es handelt sich dabei um Vadim Krasikow. Das ist der sogenannte Tiergartenmörder, der 2019 im August in Moabit einen georgischen Staatsbürger getötet hat. Selim Khan Khangashvili heißt der Mann, ein ethnischer Tschetschene. Und die Russen machen diesen Mann verantwortlich für Kriegsverbrechen in den Tschetschenienkriegen. Und es ist jetzt gut möglich, dass Russland versucht, eben einen Austausch zu forcieren. Und dass genau das jetzt diesem deutschen Staatsbürger blühen kann, nämlich hier so lange im Gefängnis zu brüten, bis die deutschen Behörden bereit sind, sich zu bewegen. Es gibt da noch einige andere Leute, die hier im Gefängnis sitzen, im sogenannten Austauschkontingent. Das ist Ewan Gershkovic, ein US-Journalist. Paul Wielen, ein ehemaliger US-Marin, der 2020 16 Jahre bekommen hat wegen angeblicher Spionage. Auch Gershkovic sitzt wegen angeblicher Spionage. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass die Russen bereit sind, diese Männer auszutauschen, wenn sich die USA und wahrscheinlich auch, wenn sich Deutschland bewegen. Israel wähnt sich auf der Spur des Hamas-Anführers. So gehen sie los. Unsere 80 Sekunden um die Welt. Die israelische Armee hat im Gaza-Streifen Videos einer Sicherheitskamera gefunden, die Hamas-Anführer Al-Sinwar bei der Flucht mit seiner Familie in einem Tunnel zeigen sollen. Ganz in der Nähe stießen die Soldaten auf eine unterirdische Wohnung mit einem Tresor voller US-Dollar in Millionenhöhe. Dort soll sich Al-Sinwar bis vor kurzem versteckt haben. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsche auf dem Gelände einer Goldmine mindestens neun Bergarbeiter vermisst. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. Bei der abgerutschten Erde soll es sich um Abraum handeln, der in der Mine abgebaut wurde. Mehr als 800 Such- und Rettungskräfte sind im Einsatz. Nach der missglückten Notlandung auf einem Highway in Florida mit drei Toten sind neue Bilder aufgetaucht. Ein Dashcam-Video zeigt, wie die Maschine zwischen den Autos zu landen versucht und explodiert. Dabei kamen der Pilot ums Leben sowie zwei Bewohner eines benachbarten Hauses, das ebenfalls in Flammen aufging. Nach einem mysteriösen Schiffsunglück hat sich vor der Karibikinsel Tobago ein mehr als elf Kilometer langer Ölteppich gebildet. Zahlreiche Strände sind bereits verschmutzt. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen. Wem das Schiff gehört, ist unklar die Besatzung spurlos verschwunden. Starke Explosionen in einem Wasserpark in Göteborg in Schweden. Das Poolparadies ist dabei zu großen Teilen zerstört worden. Passiert ist das Unglück schon am Montagvormittag. Da wurden gerade erst die Becken mit Wasser befüllt. Gäste waren zum Glück noch keine vor Ort. Erst ab kommendem Sommer sollte der Park seine Türen für Besucher öffnen. Meter hohe Flammen und dicker schwarzer Rauch. Schwere Explosionen entschüttern Montagvormittag das schwedische Göteborg. Im Südwesten der Metropole sollte ein neuer Wasserpark ab Juni seine Türen für Besucher öffnen. Gerade erst wurden die Pools mit Wasser befüllt. Eine Bauabnahme war für Ende April geplant. Während der Explosion sollen sich Bauarbeiter in dem Gebäude aufgehalten haben. 16 Menschen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Eine Person gilt weiterhin als vermisst. Große Teile der Umgebung mussten evakuiert werden. In einer Pressemitteilung äußert sich der Betreiber des Wasserparks bestürzt über das Unglück. Wir sind entsetzt und zutiefst unglücklich, berührt und erschüttert von dem, was geschehen ist. Es gibt viele, die sich fragen, was passiert jetzt? Die einfache Antwort ist, dass wir es nicht wissen. Im Moment liegt unser Fokus nicht auf der Wirtschaft oder den materiellen Schäden, sondern auf den Menschen, die von dem Feuer betroffen sind. Gleichzeitig kann ich versprechen, dass wir entschlossen und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken werden. Wir werden das überstehen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen sollen entzündliche Brandgase für das Unglück verantwortlich gewesen sein. Mindestens 110 Millionen Euro gehen hier in Flammen auf. Der Wasserpark Ozeaner sollte den bekannten Freizeitpark Liseberg um eine Attraktion reicher machen. Jährlich lockt der größte Freizeitpark Skandinaviens mehrere Millionen Menschen an. Sehr schade drum. Der große FC Bayern erwankt aktuell gewaltig. Der Druck ist immens nach der klaren 0 zu 3 Niederlage in Leverkusen am vergangenen Samstag. Und es gibt nicht viel Zeit, um die Wunden zu lecken. Denn schon heute Abend müssen die Münchner im Achtelfinal hinspiel der Champions League bei Lazio Rom ran. Im Gesicht von Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist zumindest ein leichtes Lächeln zu erkennen. Generell die Stimmung im Abschlusstraining vor dem Lazio-Spiel gut. Die Leverkusen-Pleite, sie ist offenbar abgehakt. Und jetzt soll wieder ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Wir brauchen auch, und es ist auch wichtig, nicht komplett in Schutt und Asche zu gehen. Wir sind sehr selbstkritisch mit uns selber. Trotzdem dürfen wir uns auch erlauben, selbstbewusst zu spielen und das auch auszustrahlen. Das ist auf jeden Fall erlaubt. Denn die Gruppenphase der Champions League haben die Münchner souverän gemeistert, sind ungeschlagen geblieben. Fünf Siege und ein unentschieden die Ausbeute. Aber jetzt heißt es eben, in der Königsklasse sofort wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Man muss immer wieder aufstehen können. Nach Niederlagen, nach Verletzungen, nach schlimmen Erfahrungen. Und das zeichnet einen Sportler, einen Profi aus. Und ich glaube, dass wir alle diese Motivation in uns haben und uns da zusammenraufen müssen. Gegner Lazio Rom steht in der italienischen Liga nur auf Platz 8. Die Bayern sind auf jeden Fall in der Favoritenrolle in diesem Achtelfinale, selbst wenn sie in der Bundesliga den Ansprüchen momentan hinterherhinken. Das Rückspiel gegen die Römer in München findet dann Anfang März statt. In einer deutlich komfortableren Situation sind da die Kansas City Chiefs. Die haben gerade die begehrteste Trophäe der Sportwelt geholt. Den Super Bowl haben sie gewonnen. Und heute wird dieser Erfolg gefeiert mit der Siegesparade in Kansas. Und hier sehen wir ein Live-Bild. Also tausende feiernde Fans sind dabei. Und hier sehen wir auch die Busse mit den Super Bowl Siegern. Sie werden gefeiert von ihren Fans. Sie haben den Titel verteidigt und lassen sich hier natürlich feiern. Und wir wollen das Ganze ein bisschen begleiten. Und zwar mit unserem US-Korrespondenten Michael Willenwerber. Der ist nicht in Kansas, aber er ist in Washington und er hat natürlich den Überblick. Und Michael, redet eigentlich irgendjemand über den Sieg und das Spiel selbst? Oder reden alle nur über Taylor Swift und ihren Travis Kelsey von den Kansas City Chiefs? Also wenn man jetzt in die Online-Medien schaut und man den Blätterwald durchstöbert, da ist das schon verdammt viel Travis Kelsey und Taylor Swift. Also diese Romanze, die bewegt ja die Amerikaner schon und hat ja auch schon am Tag des Super Bowls bewegt. Nämlich mit Rekordeinschaltquoten 20 Millionen mehr Zuschauer als der bisherige Rekord. Und das war wohl der Tatsache zu verdanken, dass Taylor Swift auf der Tribüne saß, als sie eingeflogen war aus Tokio dann nach Los Angeles. Das wurde live übertragen. Also das ist ein unheimlicher Hype, den wir da erlebt haben. Und als sie sich dann auf dem Spielfeld ja in den Armen lagen, da wusste man am Anfang ja nicht so genau, was haben die sich denn jetzt gegenseitig da ins Ohr geflüstert. Ja, inzwischen ist das auch bekannt, irgendetwas von Kelsey mit Baby Girl. Ja, den Rest kann man sich, glaube ich, dann auch ein bisschen sparen. War also nicht so wirklich richtig von Tiefe, aber von Freude geprägt, also dass sie da war und dass er gewonnen hat. Und die Amerikaner, die sind darüber natürlich ganz begeistert, wenn sie auch nur die kleinsten, intimen Details diesbezüglich dann erhaschen können. Und natürlich wird auch über das Spiel viel diskutiert, auf den Sportseiten. War es die richtige Strategie von den 49ers, da auf ein Field Goal zu gehen? Und damit vielleicht dann auch die Chance, vertan zu haben, tatsächlich den Super Bowl gewinnen zu können. Kansas damit die Chance gegeben haben. Oder der Rempler von Travis Kelsey, der hat seinen Trainer ja angerempelt, seinen Cheftrainer angerempelt gehabt. Darüber wird auch diskutiert. Travis Kelsey hat sich inzwischen dafür entschuldigt. Also das bewegt hier schon natürlich hier die Gemüter. Aber was bleibt, ist natürlich tatsächlich diese Romanze. Travis Kelsey, Taylor Swift, die ja vor allen Dingen, und das hat ja auch noch einen politischen Side-Reception vor dem Super Bowl. Wir hatten auch darüber berichtet. Die Republikaner fürchten ja, dass Taylor Swift sich erneut für Joe Biden als Präsident ausspricht. Sprich, das hat sie 2020 im Übrigen ebenfalls getan. Und da haben die vor dieser Swift-Macht doch ein bisschen Bammel, so muss man es, glaube ich, formulieren tatsächlich. Denn sie hat ja über 270 Millionen Follower auf Instagram, über 90 Millionen auf Axe. Und wenn sie da also kräftig die Werbetrommel für Joe Biden trommeln würde, dann würde vielleicht der ein oder andere Swiftie davon überzeugt, dass Kreuz hier bei Joe Biden machen. Sie könnte für junge Wähler dann auch attraktiv sein und sich zu den Ohnen treiben. Und das wird inzwischen bei den Republikanern auf jeden Fall als Gefahr gesehen. Es gab ja schon die Spekulation im Vorfeld, dass sie, das war natürlich eine völlig irre Spekulation, nur um zu beschreiben, wie der Hype hier in den USA ist, dass plötzlich in der Halbzeitpause Travis Kelce und Taylor Swift auf dem Rasen stehen würden, a bekannt geben, dass sie heiraten, b, dass sie Joe Biden endorsen, wie es hier heißt, also unterstützen werden. Das war natürlich alles Quatsch. Aber das beschreibt so ein bisschen auf jeden Fall, wie hier der Hype in den USA tatsächlich bezüglich jetzt dieses Paares steil geht, hoch geht, würde man vielleicht auf Neudeutsch, auf Jungdeutsch dann auch sagen. Also das bewegt hier schon die Massen. Ja, das war eine sehr eindrückliche Beschreibung, wie das Ganze im Moment ankommt, welche Debatten sich da anschließen. Wir haben diese schönen Bilder dort aus Kansas City, diese Busse, die so ein bisschen an London erinnern, mit den vielen Teilnehmern und die Atmosphäre, Konfetti, Luftschlangen und so weiter. Michael Wöhlenweber, vielen Dank. Ja, und wir lassen jetzt diese Bilder noch mal ein bisschen wirken, verabschieden uns ganz kurz von Ihnen, aber sind natürlich wieder zurück ab 19 Uhr und dann natürlich auch mit anderen Themen jetzt hier noch mal ein bisschen mehr Lautstärke. Der Jubel, der ist da bei den Spielern und bei den Fans und da wird auch sicher, dass ein oder andere Bierchen getrunken werden, da bin ich mir sicher. Also ohne Alkohol wird das nicht abkommen. Kommst du darauf, ja, das könnte sein. Ja, im Moment Spekulationen, Bier sehe ich dort nicht. Nee, aber ich glaube, sei dir sicher, Max, da wird die ein oder andere Flasche getrunken werden. Vielleicht in braunen Tüten, man weiß es nicht in den USA. So, wir sind gleich wieder zurück hier, World Champions, Super Bowl Sieger und dann natürlich mit anderen Themen. Unter anderem warten wir noch auf die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die ist nämlich in Israel und es ist schon ihr fünfter Besuch seit dem 7. Oktober. Wir blicken außerdem auch auf das Brandenburger Tor. Wir erinnern uns, wurde beschmiert von den Klimaaktivisten vor ungefähr sechs Monaten. Jetzt gibt es die ersten Prozesse. Und es gibt eine Klage, beziehungsweise es muss Schadensersatz gezahlt. Und wir werden dann schauen, ob das in angemessener Höhe vielleicht beantragt wird. Und dann gucken wir. Also bis gleich. 19 Uhr, bis gleich. Gestritten wird in Europa viel. Seit Jahrzehnten unter anderem auch über eine europäische Sicherheitspolitik. Und dieser Streit wird nun befeuert, zum einen durch die Aussage des amerikanischen Ex-Präsidenten, Donald Trump und zum anderen weitergeführt durch die Gedanken der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley zu europäischen Atomwaffen. Dieser Vorschlag hat eine kontroverse Debatte nicht nur in Deutschland ausgelöst. Matthias Heinrich. Eins muss man Trump lassen. Der mögliche neue Präsident hat die Europäer brutal auf den Boden der Realität geholt. Seine Drohung, säumige NATO-Partner ihrem Schicksal zu überlassen, hat sogar die Diskussion über eine europäische Atombombe angestoßen. Doch wer soll über den Einsatz entscheiden? Unrealistisch sei ein EU-Schutzschirm, sagen Experten. Gleichwohl solle man die Gespräche in dieser Frage mit Frankreich und Großbritannien suchen. Aber man unterhält sich mit diesen beiden Staaten, inwieweit es möglich ist, dass diese beiden Staaten ihre Nukleardoktrinen so verändern, dass sie halt auch andere europäische Staaten unter ihren Schutzschirm stellen. Das wäre nur eine strategische Abschreckung. Man bräuchte auch sozusagen eine taktische Abschreckung. Und das wären taktische Nuklearwaffen. Die haben weder Großbritannien noch Frankreich. Also von daher stellt sich die Frage, sollen wir jetzt taktische Nuklearwaffen finanzieren, die Frankreich und Großbritannien herstellen? Zumal Paris und London sicher politische Forderungen stellen würden, die das Kräfteverhältnis in Europa stark verschieben könnten, was sicher nicht jeder bereit wäre zu akzeptieren. Der deutsche Verteidigungsminister findet die Diskussion denn auch wenig hilfreich. Nur weil Donald Trump, der noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten. Auch bei der Union findet die Idee einer europäischen Bombe wohl keine Freunde. Dieser Vorschlag ist abstrus und würde die Amerikaner aus Europa treiben und bei uns die Kosten verfünffachen, die Verteidigungskosten. Nein, das ganz Entscheidende ist, dass die Amerikaner überzeugt bleiben, eine europäische Macht zu sein und ihre Nuklearwaffen hier halten. Der polnische Präsident Donald Tusk will das Thema hingegen wirklich ernst diskutieren. Bundeskanzler Olaf Scholz betont Richtung Washington, Deutschland stehe zu seinen Verteidigungszusagen. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Unsere Solidarität und unser gemeinsames Handeln sind unverzichtbar. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit in Europa bedroht. Das klingt nicht so, ob Scholz wirklich eine europäische Atombombe möchte. Doch die Diskussion steht im Raum und die Union fordert vom Kanzler nun eine Klarstellung. Im Osten der Türkei werden nach einem Erdrutsch auf dem Gelände einer Goldmine nahe Ercin San mehrere Menschen vermisst. Zu neun Arbeitern habe man derzeit keinen Kontakt, das sagte der türkische Innenminister. Es wird angenommen, dass sie verschüttet wurden. 400 Menschen würden derzeit nach ihnen suchen. In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere schwere Minenunglücke in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Im schwedischen Göteborg ist im Freizeitpark Liseberg ein Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen zerstörten am Montag bereits weite Teile des Wasserparks Ozeana. Ein Mann wird aktuell noch vermisst. 16 Personen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Wieso der Wasserpark in Brand geraten ist, ist bislang noch unklar. Möglicherweise seien Gase in Brand geraten, so ein Vertreter des örtlichen Rettungsdienstes. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Florida sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden diese Aufnahmen einer Autodashcam freigegeben. Bei diesem Absturz stieß die Maschine mit einem Fahrzeug auf einer Autobahn zusammen und ging in Flammen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen Flugbehörde sollen sich fünf Personen an Bord befunden haben. Beide Triebwerke des Fliegers sollen gleichzeitig ausgefallen sein. Es war ein Auftritt, wie man ihn in Washington nicht so häufig sieht. Ein messerscharfer Präsident Joe Biden mit einer Kampfansage an Donald Trump, der mit seinen Gefolgsleuten die Axt an NATO und Ukraine legt. Hintergrund der Präsidentenattacke die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus.